Und das wäre? Er hat mich ersucht, für ihn nach West Virginia zu reisen, ins dortige Staatsgefängnis. Ich sollte jemanden bei einer Anhörung zur vorzeitigen Haftentlassung vertreten. Das habe ich auch getan, mit Erfolg. Dieser Jemand, hat er auch einen Namen? Elizabeth Wilson. Aber die kann Ihnen nicht weiterhelfen. Wieso nicht? Sie ist tot. Wie das? Ein halbes Jahr nach ihrer Entlassung hat sie sich in der kleinen hinterwäldlerischen Stadt, in der sie lebte, in einer Bar betrunken und sich von irgendwelchen fragwürdigen Subjekten aufreißen lassen. Ein paar von ihren Kleidern wurden im Wald gefunden. Blutverschmiert. Höschen, glaube ich. Ich weiß nicht, weshalb ihr Vater der Frau helfen wollte. Jedenfalls hat es nichts genützt. Der Anwalt schien seine Nacktheit vergessen zu haben. Er stand auf, lief um den Schreibtisch herum und stieß, um das Gesagte zu unterstreichen, mit dem Finger in die Luft. Ich habe ihn manchmal beneidet, erklärte Smith. Er war der einzige wahrhaft freie Mann, den ich je gekannt habe. Er konnte machen, was er wollte. Sich aufbauen, was er wollte. Der Mensch sein, der er sein wollte. Er konnte einfach sagen, hier bin ich, was kostet die Welt. Haben Sie auch nur die leiseste Ahnung, in was für einer Welt er lebte? Der Anwalt blieb mitten im Zimmer stehen. Nein, antwortete er. Ein Albtraum, erwiderte Jeffrey. Der Anwalt schwieg. Sein Blick fiel auf die Pistole in Jeffreys Hand. Und? Fragte er langsam. Wie der Vater, so der Sohn. Die erste Tür wird geöffnet. Diana und Susan Clayton liefen die Gangway hinunter. In ihrem Handgepäck führten sie eine beträchtliche Anzahl von Medikamenten, einige Waffen, für die sie erstaunlicherweise eine Genehmigung erhalten hatten, und eine gehörige Portion Angst mit sich. Diana sah sich in dem Strom gut gekleideter Geschäftsreisender um, fühlte sich einen Moment lang angesichts der glitzernden Hightech-Lichter im Flughafen verwirrt und wurde sich bewusst, dass dies seit knapp 25 Jahren das erste Mal war, dass sie Florida verließ. Noch nie hatte sie ihren Sohn in Massachusetts besucht und auch nie eine Einladung von ihm bekommen. Und da sie sich so wirkungsvoll vom Rest ihrer Familie abgekapselt hatte, hatte es auch sonst niemanden gegeben, den sie hätte besuchen können. Auch Susan war nicht oft verreist. In den letzten Jahren hatte sie es damit entschuldigt, ihre Mutter nicht allein lassen zu können. In Wahrheit jedoch führten sie ihre eigenen Reisen entweder in die intellektuelle Befriedigung der Spiele, die sie erfand, oder in die Einsamkeit ihres Flachboots auf seichtem Gewässer. Jeder Ausflug war für sie ein einmaliges Abenteuer. Selbst wenn sie auf vertrautem Wasser reiste, war es jedes Mal anders und ungewöhnlich. Bei den Erfindungen ihres alter Ego Matahari verhielt es sich ähnlich. Sie stiegen in Miami mit dem Gefühl, ins Flugzeug dem Ende einer Geschichte näher zu kommen, ohne bislang gewusst zu haben, dass sie darin eine Rolle spielten und die dennoch ihr Leben auf unaussprechliche Weise beherrschte. Besonders Susan Clayton hatte die seltsame Aufregung eines Waisenkinds erfasst, seit sie wusste, dass der Mann, der sie verfolgte, ihr Vater war, und diese gespannte Erwartung hatte einen Teil der Ängste verdrängt. Jetzt werde ich herausfinden, weshalb ich so bin, wie ich bin. Doch je näher die dröhnenden Turbinen sie der Welt des 51. Bundesstaates brachten, desto mehr schwand die Zuversicht, und als sie schließlich unweit von New Washington mit dem Landeanflug begannen und zur letzten Runde über dem Flughafen ansetzten, hüllten sie sich beide in Schweigen, während Zweifel an ihnen nagten. Wissen ist eine gefährliche Sache, dachte Susan. Selbsterkenntnis kann ebenso verletzen wie helfen. Auch wenn sie diese Ängste einander nicht eingestanden, waren sich beide der Spannung bewusst, unter der sie inzwischen standen. Besonders Diana, mit dem mütterlichen Instinkt und der vagen Furcht vor allem, was sie nicht unmittelbar verstand, hatte das Gefühl, als wäre ihr Leben plötzlich brüchig geworden. Als säßen sie fest, während ein Unwetter heraufzog, als versuchten sie verzweifelt einen abgewürgten Motor anzuwerfen und horchten gebannt auf den immer heftiger brüllenden Wind. Als das Fahrgestell auf die Landebahn traf und über den Boden holperte, schloss sie die Augen und versuchte sich an eine einzige Erinnerung aus Susans und Jeffreys Kindheit zu klammern, als es nur noch sie drei gab. Arm, aber in Sicherheit, in dem kleinen Haus auf dem Kies vor dem Albtraum versteckt, dem sie entkommen waren. Sie wollte sich an einen ganz normalen Tag erinnern, an dem nichts Bemerkenswertes passiert war. Ein Tag, an dem die Stunden einfach verstrichen waren, weiter nichts. Doch eine solche Erinnerung stellte sich nicht ein und schien in unerreichbare Ferne gerückt. Als die beiden Frauen in der Ankunftshalle stehen blieben, löste sich Agent Martin von der gegenüberliegenden Wand, wo er sich unter einem großen Schild angelehnt hatte. Willkommen am besten Ort der Welt. Unter dem Schild verwiesen Pfeile auf die Einwanderungsbehörde, die Passkontrolle und den Sicherheitsdienst. Er legte die wenigen Meter bis zu ihnen mit drei großen Schritten zurück und versteckte seine Frustration darüber, für die beiden den Chauffeur zu spielen unter dem breiten und wahrscheinlich leicht zu durchschauenden Lächeln, mit dem er Mutter und Tochter begrüßte. »Hallo«, sagte er, »der Professor schickt mich, um Sie abzuholen.« Susan betrachtete ihn misstrauisch. Sie sah sich seinen Dienstausweis, wie der Detektiv fand, ein, zwei Sekunden länger als nötig an. »Wo ist Jeffrey?«, wollte Diana wissen. Agent Martin lächelte und diesmal so falsch, dass Susan es eindeutig durchschaute. »Und ja, eigentlich hatte ich gehofft, das könnten Sie mir sagen. Mir hat er nur gesagt, er müsste nach Hause. Dann ist er nach New Jersey gefahren,« überlegte Diana. »Ich wüsste nur gerne, was er sich davon erhofft.« »Sind Sie sicher, dass Sie es nicht wissen?«, fragte Martin. »Da sind wir beide geboren,« erklärte Susan dem Detektiv. »Da hat für uns alles angefangen. Da hat vieles angefangen. Er wird nach einer Spur suchen, die er verfolgen kann, um zu sehen, wo es alles enden wird. Das ist doch eigentlich naheliegend, besonders für einen Polizisten. Agent Martin runzelte die Stirn. »Sie sind diejenige, die diese Spiele entwirft, richtig?« »Sie haben Ihre Hausaufgaben gemacht, richtig.« »Das hier ist kein Spiel.« Susan grinste süß-säuerlich. »Natürlich ist es das,« gab sie zurück. »Nur kein besonders Schönes,« fügte sie bitter hinzu. Da der Detektiv nicht leicht antwortete, herrschte ein Moment lang Schweigen, dass Susan mit der Frage unterbrach. »Und jetzt bringen Sie uns irgendwo hin?« »Ja.« Er zeigte auf die Passagiere der Business Class, die sich geduldig in einer Schlange vor der Passkontrolle aufreiten. »Ich habe ein paar Vorkehrungen getroffen, so dass wir den gewöhnlichen Papierkram umgehen können. Ich bringe sie an einen sicheren Ort.« Susan lachte zynisch. »Ausgezeichnet! Den Ort wollte ich schon immer mal sehen, falls er existiert.« Der Detektiv nahm eins der Gepäckstücke, die Diana auf den Boden gestellt hatte. Er griff auch nach Susans, doch sie winkte dankend ab. »Ich trage meine Sachen selbst,« sagte sie. »Habe ich schon immer.« Agent Martin seufzte, lächelte und schwang sich zu noch größerer Heiterkeit auf. »Wie Sie wünschen,« meinte er und kam zu dem Schluss, dass er Susan Clayton nicht besonders sympathisch fand. Dass er ihren Bruder nicht mochte, wusste er längst, und über Diana Clayton konnte er sich so schnell kein Bild machen, auch wenn er neugierig war, was für eine Frau einen Mörder heiratete. Die Frau eines Mörders. Die Kinder eines Mörders. Einerseits konnte er mit ihnen allen nicht viel anfangen, doch auf der anderen Seite wusste er, dass sie für das, was er sich vorgenommen hatte, unverzichtbar waren. Er hob den Arm, zeigte Richtung Ausgang und rief sich ins Gedächtnis, dass es ihm scheißegal sein würde, wenn die Claytons, nachdem sie ihm und dem 51. Staat geholfen hatten, das Problem zu lösen, am Ende alle draufgingen. Agent Martin bot den Frauen eine Kurzversion der Touristenrundfahrt durch New Washington. Er zeigte ihnen die Amtsgebäude, ohne sie jedoch mit nach drinnen zu nehmen, besonders nicht in das Büro, das er mit Jeffrey teilte. Während sie durch die Straßen und Boulevards der City fuhren, redete er munter drauf los und erläuterte ihnen gut gelaunt die Sehenswürdigkeiten. Er machte Schwenks in die nähergelegenen Neubaugebiete, hielt sich immer an die grünen Viertel, um schließlich für einer etwas abseitsgelegenen Reihe Stadthäuser zu halten, die an ein paar der teuren Vororte grenzte und ein gutes Stück vom Geschäftszentrum der City entfernt war. Die Stadthäuser, die in ihrem Zuschnitt und ihrer Gesamtanlage mit einigen barocken Schnorkeln und weinbewachsenen Wänden die Reihenhäuser in San Francisco imitierten, befanden sich am Ende einer Sackgasse am Fuße der ersten vorgelagerten Hügelkette, nur wenige Meilen von den eigentlichen Bergen im Westen entfernt. Auf der anderen Straßenseite befand sich ein öffentliches Schwimmbad neben einem halben Dutzend Tennisplätzen sowie ein weiträumiger Spielplatz mit Klettergerüsten und Schaukeln für kleine Kinder. Hinter den Stadthäusern schlossen sich bescheidene Rasengrundstücke an. Gerade genug Platz für einen Tisch, ein paar Stühle, ein Grill und eine Hängematte. Ein etwa drei Meter hoher massiver Holzzaun markierte die Rückseite jedes Grundstücks und diente weniger dem Schutz vor Eindringlingen als vielmehr der Sicherheit der Kinder, die davor bewahrt werden sollten, hinüberzuklettern und eine steile Böschung hinunterzufallen, die hinter den Reihenhäusern lag. Jenseits des Grabens befand sich ein freies Bauland, größtenteils mit Unkraut, Gebüsch und knorrigen Salbeisträuchern bewachsen. Das letzte Haus war staatliches Eigentum. Agent Martin bog auf einen kleinen Parkplatz ein. Da wären wir, meinte er. Hier werden Sie sich wohlfühlen. Er ging um den Wagen herum zum Kofferraum, nahm das Gepäck von Diana und ließ die Hecktür für Susan offen. Er war schon auf dem kurzen Gehweg zum Haus, als die junge Frau fragte, »Wollen Sie nicht abschließen?« Er drehte sich um und schüttelte den Kopf. »Ich habe Ihrem Bruder bereits dasselbe gesagt. Hier ist es nicht nötig, den Wagen abzuschließen. Hier ist es nicht nötig, die Haustür abzuschließen. Hier ist es nicht nötig, Ihren Kindern elektronische Ortungsgeräte umzuschnallen. Hier ist es nicht nötig, jedes Mal beim Betreten und Verlassen des Hauses die Alarmanlage ein- und auszuschalten. Hier nicht.« »Darum geht es schließlich. Das ist das Schöne an diesem Staat. Sie brauchen Ihre Tür nicht abzuschließen.« Susan schwieg und ließ den Blick argwürnisch über die Sackgasse schweifen. »Doch, das müssen wir«, erwiderte sie. Inmitten des leisen, dumpfen Aufschlags von Tennisbällen und des fröhlichen Geschreis spielender Kinder aus der Ferne klangen ihre Worte deplatziert. Der Detective brauchte nicht lange, um den beiden Frauen das Haus von innen zu zeigen. Es gab eine Küche mit anschließendem Esszimmer, das in ein kleines Wohnzimmer überging. Daran angrenzend befand sich ein Medienzimmer mit Computer, Stereoanlage und ein Fernseher. Auch im Küchenbereich stand ein Computer und ein dritter in einem der drei Schlafzimmer im Obergeschoss. Das ganze Haus war in einem unauffälligen Stil eingerichtet. Ein Hauch besser als ein gutes Hotel, aber eine Stufe unter dem, was eine echte Familie investieren würde. Agent Martin erklärte, dieses Haus werde von den Behörden benutzt, um darin Geschäftsleute unterzubringen, die in keinem der Hotels absteigen wollten. »Sie können alles, was Sie brauchen, per Computer ordern«, erklärte er Susan. »Ihre Lebensmittel bestellen, einen Film, eine Pizza, egal was. Wegen der Kosten machen Sie sich keine Sorgen. Ich setze alles der Staatssicherheit auf die Rechnung.« Martin schaltete einen der Computer ein. »Das ist Ihr Passwort«, sagte er und tippte »2KODAK1«. »Jetzt können Sie sich alles, was Sie wollen, direkt vor die Haustür liefern lassen.« Der heitere Ton verdeckte eine Lüge. Er trat zurück und beobachtete Susan, um zu sehen, ob sie die Doppeldeutigkeit mitbekommen hatte. Doch ihr Gesicht blieb ausdruckslos. »Also«, sagte er nach einer Weile, »ich gehe dann mal und Sie können sich häuslich einrichten. Sie können sich direkt per Computer bei mir melden. Ihr Bruder auch, wenn er zurück ist. Aber ich schätze, ich höre schon früher von ihm. Dann können wir uns alle treffen und die nächsten Schritte besprechen.« Agent Martin machte Anstalten zu gehen. Diana stand am Computer und gab mit einer triumphierenden Geste die Seite eines Lebensmittelladens ein. Auf dem Bildschirm erschienen in leuchtenden Lettern »Willkommen bei A und P«, woraufhin ein elektronischer Einkaufswagen sich durch Gang 1 Gemüse und Früchte in Bewegung setzte. Susan ließ Agent Martin nicht aus dem Auge und der Detective dachte »Vor der nimm dich in Acht.« »Wir kommen bestimmt zurecht«, meinte Susan. Als Agent Martin das Haus verlassen hatte, hörte er hinter sich das ungewohnte Geräusch eines Riegels, der vorgeschoben wurde. Susan lief durch das Haus, während ihre Mutter per Computer Lebensmittel bestellte und die Lieferung durch einen lokalen Service arrangierte. Susan freute sich, als sie hörte, wie Diana ein paar Dinge orderte, die sie normalerweise als Luxus betrachtet hätten. Etwas Brie, Importbier, einen teuren Chardonnay, Filet-Steak. Susan inspizierte ihr Domizil wie ein General ein Stück Land vor der Schlacht. Es war wichtig für sie zu wissen, wo der Kampf ausgetragen werden würde, wenn es dazu kam. Sie musste erhöhtes Gelände zu ihrem Vorteil nutzen und wissen, wo sie einen Hinterhalt legen konnte. Diana hatte inzwischen bemerkt, was Susan beschäftigte und beschloss, sich ihrerseits zu rüsten. Als sie ihre Bestellung abgeschlossen hatte, bat sie den Lieferservice um eine Beschreibung der Person, die sie schicken würde, außerdem um eine Beschreibung des Lieferwagens. Doch als sie aus der Leitung ging, traf sie die Erschöpfung vom Flug und die Anspannung wegen des Grunds ihrer Reise mit voller Wucht. Sie ließ sich schwer in einen Sessel fallen und schaute ihrer Tochter zu, die sich langsam von Zimmer zu Zimmer durcharbeitete. Susan sah, dass die einzigen Schlösser an den Fenstern im Erdgeschoss veraltet und wahrscheinlich unwirksam waren. Die Haustür verfügte über einen einzigen Riegel, aber keine Kette. Es gab keine Alarmanlage. An der Rückseite befand sich eine Schiebetür zur Terrasse mit einem Schnappschloss, das nicht dafür ausgelegt war, irgendetwas draußen zu halten. In einer Abstellkammer fand sie einen Besen, lehnte ihn an eine Wand und brach mit einem schnellen Tritt den Stiel vom Kopfteil ab. Sie verkeilte den Stiel zwischen Rahmen und Tür, sodass diese zwar mit primitiven Mitteln aber dennoch wirkungsvoll verschlossen war. Wer hier einbrechen wollte, musste die Scheibe einschlagen. Das Obergeschoss stellte sie fest, war vermutlich sicher. Sie konnte keine Stelle entdecken, von der aus jemand ohne Leiter an eins der Fenster gelangen konnte. An der Rückseite des Hauses reichte ein kleines Blumenspalier bis zum Balkon des Elternschlafzimmers, doch sie bezweifelte, dass es dem Gewicht eines Erwachsenen standhalten würde. Und die Rosen, die sich daran hochrangten, hatten spitze Dornen. Mehr Bedenken hatte sie hinsichtlich der angrenzenden Häuser. Sie hielt es außerdem für möglich, dass jemand es über das Dach probieren könnte, stellte aber auch fest, dass es ihr nicht möglich war, dagegen Vorkehrungen zu treffen. Glücklicherweise hatte das Dach eine steile Neigung. Und sie ging davon aus, dass jemand, der einbrechen wollte, es erst einmal im Erdgeschoss versuchen würde. Sie machte ihre kleine Reisetasche auf und holte drei verschiedene Pistolen heraus. Neben den beiden Handfeuerwaffen, einer kurzläufigen Colt Magnum 357, die sie mit Flachkopfgeschossen geladen hatte, einer ausgesprochen wirkungsvollen Waffe für kurze Distanzen und einer leichten Ruger 380 Halbautomatik mit neun Schuss im Ladestreifen und einem zehnten in der Kammer, hatte sie eine vollautomatische Uzi-Maschinenpistole dabei. Sie hatte die Uzi von einem ehemaligen Drogendealer auf den Kies illegal erstanden. Einem Mann, mit dem sie Anglerinformationen austauschte und der nie beleidigt war, wenn sie seine Einladung zu einem Date ein ums andere Mal ausschlug. Der Verehrer hatte ihr die Waffe geschenkt, so wie andere Männer in früheren Zeiten Blumen oder Pralinen mitgebracht hätten. Sie hängte die Maschinenpistole an einem Gurt über einen Kleiderbügel im Schrank des Schlafzimmers im ersten Stock und harnte sie mit einem Sweatshirt. Im Flur des Obergeschosses befand sich ein Wäscheschrank. Sie versteckte die Ruger, geladen und schussbereit zwischen zwei Handtüchern im mittleren Fach. Die Magnum wurde in der Küche hinter einer Reihe Kochbücher verstaut. Sie zeigte ihrer Mutter, wo sich die Waffen befanden. »Hast du gemerkt?« fragte Diana leise, aber in trotzigem Ton. »Dass hier nirgends bewaffnete Sicherheitsleute zu sehen sind? Zu Hause wimmelt es davon, hier nicht? Sie bekam keine Antwort. Die beiden Frauen gingen ins Wohnzimmer und ließen sich einander gegenüber auf die Polster fallen. Auch bei Susan machte sich plötzlich Erschöpfung breit. An Diana Clayton nagten fortgesetzt Schmerzen aufgrund ihrer Krankheit. Eine Weile lang hatte der Krebs sie in Frieden gelassen, fast als wollte er sehen, welche Folgen diese seltsamen Ereignisse für ihn hatten. Doch jetzt, nachdem er festgestellt hatte, dass der Schauplatzwechsel keine Bedrohung darstellte, hielt er es für angebracht, sich in Erinnerung zu bringen. Ein stechender Schmerz durchfuhr ihren Bauch und sie schnappte laut nach Luft. Ihre Tochter schaute auf. »Alles in Ordnung?« »Ja, kein Problem«, log Diana. »Du solltest dich ausruhen, eine Tablette nehmen. Ist wirklich alles in Ordnung?« »Das geht vorüber. Aber ich nehme besser ein, zwei Pillen.« Susan stand auf und hockte sich neben die Knie ihrer Mutter, um ihre Hand zu streicheln. »Es tut weh, nicht wahr? Was kann ich tun?« »Wir tun, was wir können.« »Vielleicht hätten wir nicht herkommen sollen.« Diana lachte. »Wo sollen wir denn sonst hin? Zu Hause auf ihn warten, jetzt, da er uns gefunden hat? Ich bin genau da, wo ich sein möchte. Schmerzen hin, Schmerzen her, was auch immer passiert. Außerdem hat Jeffrey gesagt, er braucht uns. Wir brauchen uns alle gegenseitig. Und wir müssen diese Sache zu einem Ende bringen. So oder so.« Diana schüttelte den Kopf. »Weißt du, Liebes, irgendwie habe ich 25 Jahre auf diesen Moment gewartet. Jetzt, da es soweit ist, lasse ich mir das nicht nehmen.« Susan zögerte. »Du hast nie über unseren Vater gesprochen. Ich kann mich nicht entsinnen, dass wir je über ihn geredet hätten. Aber das haben wir,« erwiderte ihre Mutter mit einem Lächeln, »tausendmal. Jedes Mal, wenn wir über uns geredet haben oder übereinander. Jedes Mal, wenn du ein Problem hattest oder etwas, das dir wehgetan hat, haben wir über deinen Vater geredet. Das war dir nun nicht bewusst?« Susan zögerte mit ihrer Frage. »Wieso? Ich meine, was hat dich dazu gebracht, ihn zu verlassen? Damals. Ihre Mutter zuckte die Achseln. »Ich wünschte, ich könnte es dir sagen. Ich wünschte, es hätte einen bestimmten Moment gegeben. Aber den gab es nicht. Es war die ganze Art, wie er klang, wie er sprach, wie er mich am Morgen ansah, oder wie er plötzlich verschwand und dann plötzlich am Ausguss in der Küche stand und sich obsessiv die Hände wusch. Oder am Herd, wo er ein Jagdmesser in einem Topf Wasser abkochte. Ist es dieser durchdringende Blick gewesen, der schroffe Klang seiner Worte? Einmal habe ich schrecklich grausame Pornografie bei ihm gefunden, und er hat mich angebrüllt, ich sollte es nur ja nie wieder wagen, seine Sachen anzurühren. Dann war es ein Geruch. Kann man das Böse riechen? Hast du gewusst, dass der Mann, der Eichmann identifiziert hat, blind war? Er hat den Buchhalter des Todes an seinem Rasierwasser erkannt. Irgendwie war es bei mir genauso. Es war eigentlich nichts. Und zugleich alles auf einmal. Wieso hat er dich nicht aufgehalten? Ich glaube, er hat mir nicht zugetraut, dass ich es schaffe. Ich glaube, er konnte sich einfach nicht vorstellen, dass ich ihm tatsächlich dich und deinen Bruder wegnehmen würde. Er hat wahrscheinlich gedacht, wir würden an der nächsten Kreuzung umkehren. Oder vielleicht am Rand der Stadt. Auf jeden Fall, bevor wir bis zur Bank kommen und ich mir ein bisschen Geld holen konnte. Er hätte nie gedacht, dass ich einfach weiterfahren würde, ohne einmal zurückzublicken. Er war viel zu arrogant, um mir sowas zuzutrauen. Aber du hast es gemacht. Ja. Es stand viel auf dem Spiel. Was? Du und deinen Bruder? Diana lächelte ironisch, als gäbe es nichts Näherliegenderes. Dann griff sie in ihre Tasche und zog ein kleines Pillenfläschchen hervor. Sie schüttete sich zwei Tabletten in die Hand und warf sie sich in den Mund, um sie ohne Wasser zu schlucken. Ich denke, ich leg mich ein Weilchen hin, erklärte sie. Sie strengte sich an, zügig zu laufen und jedes Schwanken oder Hinken zu vermeiden, das die Krankheit verursachte, als sie zur Treppe ging und hinaufstieg. Susan blieb sitzen. Sie horchte auf das Öffnen und Schließen der Bade- und der Schlafzimmertür. Sie lehnte den Kopf zurück, schloss die Augen und versuchte sich, den Mann vorzustellen, der ihnen auf den Fersen war. Graues Haar statt braunes. Sie erinnerte sich an ein Lächeln, ein legeres, spöttisches Grinsen, das ihr Angst machte. Was hat er uns angetan? Es musste etwas geben, aber was? Sie verfluchte innerlich ihre lückenhafte Erinnerung, denn sie wusste, dass etwas passiert, aber durch jahrelange Verdrängung verschüttet war. Sie stellte sich vor, wie sie selbst als Kind gewesen war. Ein Wildfang mit Pferdeschwanz, schmutzigen Fingernägeln und in Jeans, der durch ein großes Haus läuft. Es gab ein Arbeitszimmer, rief sie sich ins Gedächtnis. Meistens war er da. Vor ihrem geistigen Auge war sie klein, vielleicht drei oder vier, und stand vor der Tür zum Arbeitszimmer. Sie versuchte sich vorzustellen, wie sie die Tür aufschob und den Mann im Zimmer anstarrte. Doch sie brachte es nicht über sich. Sie riss die Augen auf und schnappte nach Luft, als hätte sie unter Wasser den Atem angehalten. Ihr Herz raste. Sie blieb sitzen, bis es sich beruhigt hatte. Als plötzlich das Telefon klingelte, sprang sie auf und war mit einem großen Schritt am Hörer. Susan? Es war ihr Bruder. Jeffrey, wo steckst du? Ich war in New Jersey. Bin auf dem Rückweg. Ich muss nur noch jemanden in Texas sprechen, das heißt, wenn er mich empfängt. Da bin ich mir aber nicht sicher. Bei dir und Mom, alles klar? Hattet ihr einen guten Flug? Susan drückte auf die Computerverbindung und Jeffreys Gesicht erschien auf dem Monitor. Er wirkte fast freudig erregt, was sie erstaunlich fand. Wir hatten einen guten Flug, berichtete sie knapp. Mich interessiert weitaus mehr, was du rausgefunden hast. Ich habe festgestellt, dass es nahezu unmöglich sein wird, unseren Vater mit herkömmlichen Mitteln zu finden. Ich erkläre es euch im Einzelnen, wenn wir uns sehen. Aber uns bleiben nur unorthodoxe Methoden. Ich glaube, das hatte die dortige Polizei mehr oder weniger auch schon begriffen, als sie mich ins Boot holten. Vielleicht war es ihnen letztlich nicht klar, aber darauf läuft es hinaus. Er schwieg und dann fragte er, »Und? Wie gefällt dir die Zukunft?« Susan zuckte die Achseln. »Wert eine Weile brauchen, um mich daran zu gewöhnen. Dieser Staat ist so blitzsauber und korrekt, dass man sich fragt, was passiert, wenn man in der Öffentlichkeit rülpst. Wahrscheinlich kriegt man einen Strafzettel oder wird verhaftet. Das ist mir irgendwie unheimlich. Den Leuten gefällt das?« »Offenbar schon. Du wirst dich wundern, auf was die meisten für echte Sicherheit verzichten. Und du wirst dich wundern, wie schnell du dich daran gewöhnst. War Martin eine Hilfe? Der unglaubliche Hulk? Wo hast du denn den aufgetrieben?« Eigentlich hat er mich aufgetrieben. »Na ja, er hat uns ein bisschen rumkutschiert und dann in dieses Haus verfrachtet, wo wir auf dich warten sollen. Woher hat er diese Narben am Hals?« »Keine Ahnung.« »Muss eine ganz schöne Geschichte dahinter stecken.« »Ich weiß nicht, ob ich sie hören will.« Susan lachte und Jeffrey hatte das Gefühl, sie seit Jahren zum ersten Mal lachen zu hören. »Er wirkt wie ein extrem harter Bursche.« »Er ist gefährlich, Susi. Trau ihm nicht über den Weg.« »Er ist wahrscheinlich die zweitgefährlichste Person, mit der wir es zu tun haben.« »Nein, korrigiere, die drittgefährlichste.« »Der Zweiten statte ich einen Besuch ab, bevor ich zurück bin.« »Von wem redest du?« »Jemand, der mir helfen könnte, wenn er will.« »Wird sich zeigen.« »Jeffrey«, sie zögerte. »Ich muss dich etwas fragen. Was hast du über...« Sie setzte noch einmal an. »Unseren Dad rausgefunden.« »Dad passt wohl nicht.« »Unseren Paps? Unseren allerliebsten Vater?« »Och Gott, Jeffrey, wie soll ich ihn nennen?« »Sieh ihn nicht als einen Menschen, mit dem wir blutsverwandt sind.« »Sieh in ihm ein Wesen, mit dem wir es besser als irgendjemand anders aufnehmen können.« Susan hüstelte. »Das ist ein plumper Trick.« »Was hast du über ihn herausgefunden?« »Ich habe erfahren, dass er gebildet und mit allen Wassern gewaschen ist. Extrem reich und ganz und gar herzlos.« »Die meisten Mörder passen in keine dieser Kategorien, außer der letzten. Ein paar vielleicht in zwei, weshalb sie äußerst schwer zu fassen sind. Ich habe noch nie von einem Mörder gehört, der drei dieser Kategorien erfüllt, geschweige denn, alle vier.« »Diese Beschreibung erwischte Susan eiskalt.« »Sie merkte, wie ihre Kehle trocken wurde.« Sie hätte gerne etwas Kluges gefragt oder etwas Tiefsinniges gesagt, aber ihr fehlten die Worte. Sie war erleichtert, als Jeffrey fragte. »Wie geht's, Mom?« Susan warf ein Blick über die Schulter, die Treppe hoch, wo ihre Mutter sich hingelegt hatte und hoffentlich schlief. »Hält sich soweit recht gut. Hat Schmerzen, aber sie lässt sich noch weniger unterkriegen als sonst. Was irgendwie merkwürdig ist. Ich habe das seltsame Gefühl, dass die Sache bei ihr Kräfte mobilisiert. Jeffrey, weißt du, wie krank sie ist?« Jetzt verstummte ihr Bruder. Ihm lagen mehrere Antworten auf der Zunge, aber er brachte nur ein schwaches »Sehr« heraus. »Ja, sehr. Im Endstadium.« Sie schwiegen beide, während er versuchte, das Wort zu begreifen. Die Vergangenheit seines Vaters erschien Jeffrey wie eine Platte aus nassem Zement, der gekonnt, geglättet und über die Jahre ausgehärtet war. Die Vergangenheit seiner Mutter hingegen war für ihn wie eine Leinwand in flammenden Farben. Das war der Unterschied zwischen beiden. Susan schüttelte den Kopf. »Aber sie will hier sein.« Wie gesagt, das alles scheint ja einen wahren Energieschub zu geben. Obwohl wir den ganzen Tag auf Reisen waren, wirkte sie noch ziemlich munter. Jeffrey schwieg, und in diesem Moment kam ihm eine Idee. »Meinst du, dass du Mutter allein lassen kannst?« fragte er. »Nicht für lange, nur für einen Tag.« Susan antwortete nicht sofort. »Wieso? Was hast du vor?« »Vielleicht möchtest du bei einer Vernehmung dabei sein.« »Dann hast du eine bessere Vorstellung davon, womit wir es zu tun haben, und auch davon, womit ich meine Brötchen verdiene.« Susan zog interessiert eine Augenbraue hoch. »Klingt aufregend. Ich weiß nur nicht, ob ich Mutter...« Sie hörte hinter sich ein Geräusch und drehte sich um. Diana stand am unteren Treppenabsatz und betrachtete sie und Jeffrey auf dem Bildschirm. Sie beantwortete die Frage für alle beide. »Hallo, Jeffrey«, begrüßte sie ihren Sohn mit einem Lächeln. »Ich habe deine Stimme gehört und dachte, ich träume. Doch dann habe ich gemerkt, dass du es wirklich bist. Deshalb bin ich runtergekommen. Ich kann es kaum abwarten, bis wir drei wieder zusammen sind.« Diana drehte sich zu ihrer Tochter um und dachte an all die wenigen Worte, die Susan und Jeffrey über die letzten Jahre miteinander gewechselt hatten. Und sie fand es beinahe amüsant, dass ihre Beziehung ausgerechnet durch den Mann wieder ins Lot kommen sollte, vor dem sie als Kinder geflohen waren. »Geh«, sagte sie. »Für einen Tag schaffe ich das schon. Ich werde es einfach ruhig angehen lassen, mich ein bisschen erholen, vielleicht einen Spaziergang machen, oder ich lasse mir von jemandem ein bisschen mehr vom Territorium zeigen. Jedenfalls gefällt es mir hier, glaube ich. Es ist sehr sauber und ruhig. Es erinnert mich ein bisschen daran, wie es in meiner Kindheit war.« Das überraschte Susan. »Tatsächlich?« Sie nickte. »In Ordnung, wenn du sicher bist?« Ihre Mutter winkte ab. »Was soll ich machen?«, fragte sie ihren Bruder. »Vor morgen früh zum Flughafen und nimm den ersten Flieger nach Texas. Von da eine Pendlerverbindung nach Huntsville. Der Computercode, den Agent Martin dir gegeben hat, sollte das alles abdecken, das Buchen der Flüge, die Bezahlung und alles andere. Nimm nicht viel Gepäck mit und auf gar keinen Fall Waffen.« »In Ordnung. Was gibt es in Huntsville, Texas?« »Einen Mann, bei dessen Festnahme ich geholfen habe.« »Er sitzt im Gefängnis?« »Im Todestrakt.« »Hm, nun denn«, meinte sie nach kurzem Zögern. »Dann weiß er wohl, was er von der Zukunft zu erwarten hat.« In seinem Büro in der Staatssicherheit spielte Agent Robert Martin das Band mit dem Telefongespräch zwischen Bruder und Schwester ab. Auf seinem Videomonitor musterte er Jeffreys Gesicht und suchte nach Anzeichen dafür, dass der Professor eine Information gekommen war, die sie zu ihrer Zielperson führen könnten. Nach der Unterhaltung mit seiner Schwester zu urteilen, war Jeffreys tatsächlich fündig geworden. Doch Agent Martin widerstand der Versuchung, sie mit aggressiven Mitteln aus ihm herauszubekommen. Was er wissen musste, würde er rechtzeitig erfahren, solange er aufmerksam beobachtete und abhörte. Er beendete die Wiedergabe des Telefonmitschnitts und stellte den Computer so ein, dass alles, was Mutter oder Tochter auf den Hauscomputern machten, auch auf seinem Monitor erschien. Wenige Minuten später sah er, wie erwartet, die Buchung der Flüge. Kurz danach war für den frühen Morgen ein Taxi zum Flughafen bestellt. Auch die Gespräche im Haus waren separat aufgezeichnet worden. Doch er kam zu dem Schluss, dass er die nicht zu belauschen brauchte. Martin zuckte auf seinem Stuhl zusammen. Der unglaubliche Hulk, dachte er irritiert. Er merkte, dass er mit den Fingern über seine Narben strich. Sie taten immer noch weh. Sie hatten immer wehgetan. Ein Psychologe hatte ihm einmal erklärt, was Phantomschmerz ist, und beschrieben, dass einem Amputierten das abgenommene Bein noch lange wehtun konnte. Der Arzt hatte vermutet, dass Brennen in seinen Narben am Hals fiele in dieselbe Kategorie. Die Verletzung war nicht mehr physisch, sondern mental. Doch der Schmerz war derselbe. Er hatte gehofft, mit dem Tod des Bruders, der sie ihm beigebracht hatte, eine Pfanne mit brutzelndem, zerlassenem Speck, die am Ende eines Streits quer über den Tisch an seine Kehle geflogen war, müssten sie verschwinden. Aber das war nicht der Fall. Sein Bruder war vor über zehn Jahren bei einer Messerstecherei auf dem Gefängnishof ums Leben gekommen. Und die Narben brannten immer noch. Über die Jahre hatte er sich mit der Empfindung und dem Schmerz irgendwie abgefunden und auch mit der Tatsache, dass er ein Mal auf der Haut trug, das ihn zu gleichen Teilen mit Hass und Schmerz erfüllte. Er starrte auf den Monitor und rief sich noch einmal Jeffrey Claytons Gesicht ins Gedächtnis. Sie haben beinahe recht, Professor. Ich bin der gefährlichste Mann, dem Sie je begegnen werden, dachte er. Nicht der zweit- oder drittgefährlichste. Nein, ich führe die Liste an. Und es dauert nicht mehr lange, bis ich es Ihnen beweisen werde. Und genauso Ihrem Vater. Robert Martin grinste. Der einzige Unterschied zwischen seinem toten Bruder und ihm selbst war die Dienstmarke, die er besaß. Und damit fiel seine eigene Gewaltbereitschaft in eine völlig andere Kategorie. Martin stieß sich vom Schreibtisch ab. Er notierte die Uhrzeit, für die der Wagen ans Haus bestellt worden war und beschloss, da zu sein, um Susan Claytons Abreise zu observieren. Der Bildschirm waberte vor seinen Augen wie an einem heißen Tag die flirrende Luft über dem Highway. Er hatte bereits einen einzigen Befehl eingetippt, mit dem er die Behörde autorisierte, für alle Ausgaben aufzukommen, die unter 2KODAK1 anfielen. Er hatte diese Entscheidung bekräftigt, indem er in einem internen Memo 2KODAK1 als Diana und Susan Clayton aus Tavernia, Florida identifizierte. Eine Kopie dieses Memos hatte er elektronisch an seine Vorgesetzten bei der Sicherheit wie auch bei der Einwanderungsbehörde und der Passkontrolle geschickt. Damit stand es Mutter und Tochter frei, innerhalb des gesamten Staates zu reisen, wie auch ihn zu verlassen und zurückzukehren. Er schmunzelte. Dieses Memo war genau das, was Jeffrey ihm untersagt hatte. Agent Martin wusste zwar nicht, wie lange der Mann, den er jagte, brauchen würde, bis er herausfand, dass seine Frau und seine Tochter in einem staatseigenen Haus in New Washington wohnten. Möglicherweise wusste er es schon. Doch Martin bezweifelte, dass selbst ein so gewiefter Killer wie Jeffreys Vater derart schnell auf dem Laufenden war. Irgendwo zwischen 24 und 48 Stunden nahm er an. Wenn er es herausgefunden hat, dachte er, und einiges von ihren Computeraktivitäten mitbekommt, wird er immer noch vorsichtig sein, auf der Hut, aber neugierig. Und langsam aber sicher wird die Neugier die Oberhand gewinnen. Aber einfach nur die Computerpost zu lesen, wird ihm nicht reichen, oder? Nein. Er wird sie sehen wollen. Also geht er zu dem Haus und kundschaftet sie aus. Aber auch das wird ihm nicht genügen, nicht wahr? Nein. Er wird mit ihnen reden wollen. Auge in Auge. Und danach wird er auf Tuchfühlung mit ihnen gehen wollen. Und wenn er das tut, bin ich da. Auf der Lauer. Agent Martin stand auf. 2 K-O-D-A-K-1 2 Köder Klasse 1 Schwaches Wortspiel, dachte er. Aber immerhin. In diesem Moment kam ihm die Frage in den Sinn, ob die im Wald angepflockte Ziege aus Angst zu meckern beginnt, wenn sich der Tiger nähert, oder aus Frustration, weil sie weiß, dass ihr unbedeutendes Leben geopfert wird, damit der Jäger, der sich im Gebüsch versteckt, einen einzigen sauberen Schuss abgeben kann. Als Agent Martin das Büro verließ, hatte er zum ersten Mal seit Wochen das Gefühl, einen Vorsprung gewonnen zu haben. Es war noch stockdunkel, als der Detektiv von zu Hause aufbrach, um zu dem Haus zu fahren, in dem Mutter und Tochter schliefen. So früh am Morgen, vor Sonnenaufgang, herrschte noch wenig Verkehr. Das Leben im 51. Bundesstaat war weniger hektisch als anderswo. Die Geschäftszeiten richteten sich eher nach den Bedürfnissen der Bewohner, und so fuhr er in zügigem Tempo an den verschlafenen Wohngebieten vorbei. Den wenigen Fahrzeugen, die ihn überholten, oder deren Scheinwerfer in seinem Rückspiegel aufblitzten, schenkte er wenig Beachtung. Er schätzte, dass ihm noch gut anderthalb Stunden bis Tagesanbruch blieben, und so fuhr er erst einmal gemächlich an der Abzweigung vorbei, die zu der Sagasse der Claytons führte. Er hatte das Haus mit Sorgfalt gewählt. Der Staat besaß in verschiedenen Gegenden eine Reihe von Häusern, die allerdings nicht alle im selben Maße verwandt waren wie dieses, und nicht alle lagen derart günstig. Der steile Abhang an der Rückseite des Viertels, der hohe Zaun am Rand des Grabens, der praktisch ausschloss, dass sich irgendjemand von dieser Seite näherte. Agent Martin bezweifelte, dass der Gesuchte diese Route wählen würde, denn das erforderte eine athletische Kraft, die er dem älteren Mann kaum zutraute. Außerdem schien dies nicht sein Stil zu sein. Jeffreys Vater war nicht die Sorte Mörder, die ihre Opfer überwältigten. Er war eher der Typ, der sie austrickste und verführte, sodass sie viel zu spät begriffen, dass der Mann, in dessen Augen sie blickten, ihnen das größte Leid zufügen wollte. Martin fuhr noch ein, zwei Minuten und gelangte in die ersten Ausläufer der Berge. Beinahe hätte er den unbefestigten Weg verpasst, nachdem er suchte, und musste fest auf die Bremse treten und das Lenkrad herumwerfen, um noch abbiegen zu können. Der nicht gekennzeichnete Streifenwagen holperte über das lose Geröll und wirbelte hinter sich eine braune Staubwolke auf, bevor er in der Nacht verschwand. Die Straße war voller Schlaglöcher und Furchen, die der Regen gegraben hatte, und der Detektiv fuhr langsamer und fluchend, als er sah, wie seine Scheinwerfer hüpften. Ein Hase rettete sich vor ihm ins Gebüsch, und zwei Rehe erstarrten einen Moment lang im Licht, sodass die Augen rot leuchteten, bevor die Tiere plötzlich in großen Sätzen die Flucht ergriffen. Er glaubte kaum, dass viele von dieser Straße wussten, und schätzte, dass in den letzten Jahren nur wenige hier entlang gefahren waren. Vogelkundler und Wanderer vielleicht, Radler mit Mountainbikes oder Naturfreunde mit Allradantrieb, die es am Wochenende hierher verschlug. Es gab hier wenig Lohnendes. Ein Feldvermessungsteam hatte den Weg für ein neues Bauvorhaben inspiziert, das Gelände aber als schlecht geeignet eingestuft. Ziemlich schwierig, Wasser und Baumaterial die Hänge hochzubekommen, und die Aussicht war nicht so spektakulär, dass sie die Mühe lohnte. Die Reifen knirschten, als der Agent auf der sandigen Erde bremste. Er schaltete den Motor aus und blieb eine Weile sitzen, bis sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Auf dem Beifahrersitz hatte Martin zwei Ferngläser. Ein normales, für die Zeit nach Sonnenaufgang, und ein größeres, unhandlicheres Nachtsichtgerät in olivgrüner Tarnfarbe aus Militärbeständen. Er hängte sich beide um. Dann nahm er eine kleine Taschenlampe, die einen rötlichen Nachtstrahl aussandte, eine Schultertasche mit Butterteiggebäck sowie eine Thermosflasche mit schwarzem Kaffee und zog los. Er schwenkte mit der Taschenlampe quer über den Pfad, um nicht auf eine schlafende Klapperschlange zu treten. Die Stelle, zu der er wollte, war nur hundert Meter von seinem Auto entfernt. Doch das Gelände war beschwerlich, voller Felsgesteine und lockerem Schiefersand, worauf man so leicht ausrutschen konnte wie auf dem Eis eines gefrorenen Sees. Er stolperte mehr als einmal, hielt sich mühsam aufrecht und stopfte weiter. Martin brauchte fast eine Viertelstunde, um die Strecke zurückzulegen. Doch seine Belohnung lag vor ihm, als er das Ende des Trampelpfades erreichte. Er stand am Rand einer ansehnlichen Klippe, mit Blick über das Schwimmbad und die Tennisplätze. Von dieser Stelle aus hatte er einen ungehinderten Blick über die gesamte Häusereihe. Vor allem aber lag das letzte Haus in seiner Schusslinie. Aus dieser Höhe konnte er sogar einen Teil der Terrasse sehen. Martin lehnte sich an die Kante eines großen, flachen Findlings und setzte das Nachtsichtgerät an die Augen. Er suchte die ganze Gegend ab, sah jedoch nichts, was sich auf der Straße bewegte. Er ließ das Fernglas sinken, schraubte die Tarmusflasche auf und goss sich einen Becher Kaffee ein. Die Flüssigkeit vermengte sich mit der Dunkelheit. Es war, als schlürfte er ein wenig von der Nacht, nur, dass sie ihm heiß den Schlund hinunterlief. Die Luft war kühl und er legte die Hände um den Becher, um sie zu wärmen. Zwischen zwei Schlucken summte er ein paar Melodien. Zuerst aus Broadway-Musicals, die er nie gesehen hatte, dann, während die Minuten verrannen, anonyme Klänge, die in Tonfolgen unbekannten Ursprungs hinüberglitten. Sie verloren sich im Dunkel und richteten gegen die Einsamkeit seiner Wache wenig aus. Die Kälte und die nachtschlafende Zeit verschworen sich gegen ihn, und er musste sich anstrengen, an seiner Aufmerksamkeit nicht nachzulassen. Die Nacht schien Geräusche von sich zu geben. Ein Rascheln im Gras und Gebüsch, ein dumpfes Schlagen von Stein an Stein. Gelegentlich schwenkte er das Nachtsichtgerät in alle Richtungen und suchte auch die Umgebung in seinem Rücken ab. Er erhaschte einen Blick auf einen Waschbär und dann einen Opossum. Nachtaktive Tiere, welche die letzten Stunden vor dem Morgengrauen nutzten. Martin atmete langsam aus, griff mit der Rechten unter sein Jackett, um seine halbautomatische Pistole im Schulterpolster zu spüren. Ein-, zweimal fluchte er laut und ließ die Kraftausdrücke wie Streichhölzer in der Dunkelheit zünden. Er wetterte gegen die Zeit, die nicht vergehen wollte. Die Einsamkeit und das irritierende Gefühl, wie ein Raubvogel auf der Klippe zu sitzen. Er war ein wenig nervös. Die wilde Natur im neuen Staat war nicht seine Sache. In einer städtischen Umgebung gab es keine Dunkelheit. Er hatte sich nur wenige hundert Meter vom nächsten Wohngebiet entfernt einen Schritt weit in unbebautes, urwüchsiges Gelände vorgewagt. Dennoch wirbelte er bei jedem Klappern oder Knarren herum. Agent Martin blickte Richtung Osten. Komm schon, morgen verflucht nochmal, beeil dich. Er war nicht so optimistisch, zu glauben, dass seine Zielperson schon in der ersten Nacht auftauchen würde. Das wäre zu schön, um wahr zu sein, sagte er sich. Aber er glaubte auch nicht, lange warten zu müssen, bevor Jeffreys Vater auftauchte. Martin hatte sich all die anderen Fälle genau angesehen und nach einem Zeitmuster gesucht, das er sich zunutze machen konnte, aber nichts gefunden. Die Entführungen hatten sowohl bei Tag als auch bei Nacht von früh bis spät stattgefunden. Das Wetter hatte von schwül-heiß bis kalt und stürmisch gereicht. Auch wenn er wusste, dass die Verbrechen durchaus ein Schema erkennen ließen, so lag dieses weniger in der Art, wie er die Opfer in seine Gewalt brachte, als in der Art, wie er sie tötete. Martin hatte sich einfach auf sein Urteil verlassen. Er beabsichtigte, in der nächsten Nacht wieder am Steilhang zu sein, von Mitternacht bis zum Morgengrauen. Natürlich hatte er nicht die Absicht, Jeffreys zu verraten, was er tat. Der Detective zog die Schultern nach vorne und nahm sich vor, das nächste Mal eine wärmere Jacke und einen Schlafsack mitzubringen. Und mehr zu essen. Und etwas weniger Klebriges als die Kekse, die seine Finger mit einer geleeartigen Masse überzogen, an der er leckte, wie ein Tier. Er trocknete sich die Hände an einem Bausch Papiertücher ab und warf die Reste weg. Er wechselte ständig die unbequeme Stellung, da der harte Fels, an den er sich lehnte, ihm in den Rücken schnitt. Ein Blick auf die Armbanduhr sagte ihm, dass es fast halb sechs war. Der Fahrdienst war für zehn vor sechs bestellt. Susan Claytons Flug ging um halb acht. Wie erwartet sah er im Haus ein Licht angehen. Fast im selben Moment kroch der zarteste Hauch von Dämmerlicht über den Hügel. Agent Martin streckte den Arm aus und konnte zum ersten Mal die Narben auf seinem Handrücken erkennen. Er legte das Nachtsichtgerät beiseite und hob das normale Fernglas an die Augen. Er blickte zur Straße hinunter und fluchte über die verschwommene graue Welt, die er sah. Er merkte, dass ihm in diesem gleitenden Moment kurz vor dem Morgengrauen weder das Nachtsicht noch das normale Fernglas so recht weiterhelfen konnten. Es war ein Schwebezustand, für den er nichts übrig hatte. Das erste Morgenlicht und der Fahrdienst schienen gleichzeitig einzutreffen, während er angestrengt hinüberstarrte. Er sah, wie Susan Clayt mit einer einzigen Tasche in der einen Hand aus der Haustür trat und sich mit der anderen durchs halb getrocknete Haarstrich, als der Wagen gerade die Straße entlang kam. Er sah auf die Uhr und stellte fest, dass das Taxi fünf Minuten zu früh dran war. Sie wartete auf den Bürgersteig, während es langsam näher rollte. Robert Martin zuckte zusammen und saß plötzlich kerzengerade. Er pfiff durch die Zähne und fühlte sich wie elektrisiert. Fünf Minuten zu früh. Er drückte das Fernglas an die Augen. »Nein!« rief er laut. Dann flüsterte er in einer plötzlichen, entsetzlichen Gewissheit. »Das ist er.« Er war zu weit weg, um ihr eine Warnung zuzubrüllen, und er war sich nicht einmal sicher, ob er es überhaupt wollte. Er versuchte, seine Gedanken zu ordnen, und ermahnte sich zur eiserner Kälte, um gewappnet zu sein. Er hatte nicht damit gerechnet, dass seine entscheidende Chance so schnell kommen würde. Doch sie war da. Im Grunde nicht allzu erstaunlich. Ein per Computer bestelltes Taxi. Ein leichteres Tauschmanöver war kaum denkbar. Sie wurde einfach in jeden Wagen einsteigen, ohne darüber nachzudenken, was sie tat. Und vor allem, ohne auf den Fahrer zu achten. Er sah, wie der Wagen bremste und stehen blieb. Susan Clayton griff im selben Moment nach der Tür, als der Fahrer halb hinter dem Lenkrad hervorkam. Martin richtete das Fernglas nur auf den Mann, der eine Art Baseballmütze tief ins Gesicht gezogen hatte, sodass man es nicht erkennen konnte. Martin fluchte wieder, vor allem auf die dunkelgraue Dämmerung, die dafür sorgte, dass alles in seinem Gesichtsfeld verschwamm. Er ließ das Fernglas sinken, rieb sich kräftig die Augen und setzte dann seine Observation fort. Der Mann wirkte in der Schulterpartie kompakt und auch sonst recht kräftig. Vor allem kam unter der Kappe, wenn er sich nicht täuschte, graues Haar zum Vorschein. Der Fahrer blieb einen Moment neben dem Wagen stehen, als wollte er sehen, ob Susan Clayton Hilfe mit ihrem Gepäck benötigte oder ob er zu ihrer Seite herumkommen sollte, um ihr die Tür zu öffnen, was beides nicht erforderlich war. Dann verschwand er wieder hinter dem Steuer, wo Martin ihn nicht sehen konnte, sodass er nur einen kurzen Blick auf ihn erhaschte. Aber fürs Erste genug, dachte er. Das richtige Alter, die richtige Größe, die richtige Zeit, die richtige Person. Martin warf einen letzten Blick hinunter, um sich Farbe und Modell des Autos zu merken. Er sah ihm hinterher, als es auf dem Wendehammer drehte und notierte sich das Kennzeichen. Als der Wagen schließlich aus der Sackgasse vordrehte, Martin sich um und rannte zu seinem eigenen Auto. Wie ein Linebacker auf der Suche nach dem Spieler im Ballbesitz preschte der Detective durchs Gebüsch und Unterholz. Er sprang über einen großen Stein und arbeitete sich durch losen Schiefer, ganz gleich, was ihm im Weg stand. Ihm war egal, was für ein Lärm er machte und hatte keinen Sinn für die kleinen Tiere, die vor ihm das Weite suchten. Zwanzig Meter von seinem Wagen entfernt wurde der Weg eben. Er rannte so schnell er konnte, mit fliegenden Armen und von der Anstrengung gerötet im Gesicht. Er überlegte schon, welche Route das Taxi nehmen, in welche Richtung der Mann hinterm Steuer fahren würde und wann der Moment gekommen wäre, in dem er nicht zum Flughafen, sondern in eine andere Richtung fuhr. Er wird ihr sagen, es wäre eine Abkürzung und sie kennt sich zu wenig aus, um es zu durchschauen. Martin keuchte von der Anstrengung seines Sprints, wusste aber, dass er sie einholen musste, bevor der Mörder so weit war. Er musste ihm in der Sekunde auf den Fersen sein, in der Jeffreys Vater auf seinen tödlichen Umweg schwenkte. Dem Detektiv brannte die Lunge und er schnappte nach der dünnen Morgenluft. Er fühlte, wie sich seine Brust aufblähte und sein Herz auf Hochtouren pumpte. Vor ihm war der Wagen im fahlen Licht nur schemenhaft zu erkennen und er hastete voran. Doch er stolperte über einen losen Stein, sodass er der Länge nach hinfiel. Gott verdammt! Martin schickte einen Schwall an Kraftausdrücken in die Stille. Er rappelte sich auf und schmeckte Sand auf der Zunge. Sein Knöchel protestierte mit einem pochenden Schmerz gegen den Sturz und die Verstauchung. Seine Hose war zerrissen und er merkte, wie ihm von einer langgezogenen, brennenden Schürfwunde am Knie das Blut herunterlief. Er ignorierte den Schmerz und drängte voran. Er nahm sich nicht einmal die Zeit, den Dreck von den Kleidern zu klopfen, sondern hastete weiter, um keine Sekunde zu verlieren. Er packte den Griff, riss die Tür auf und warf sich in sein Auto, wo er mit einer Bewegung die Fernleser auf den Beifahrersitz warf und mit der anderen versuchte, den Schlüssel in die Zündung zu stecken. »Verflucht noch mal!« keuchte er und stach auf die Zündung ein. »So eilig, Detective«, fragte eine Stimme leise hinter seinem rechten Ohr. Robert Martin schrie auf, fast kreischend, schrill und unartikuliert. Kein Wort, sondern nur ein Laut, der absolute Angst zum Ausdruck brachte. Sein Körper spannte sich mit einem heftigen Ruck wie ein Seil, mit dem ein Boot an den Strand gezogen wird, während eine starke Böe und Wellen den Rumpf wieder ins Wasser ziehen. Er konnte die Gestalt, die sich hinter ihm erhoben hatte, nicht sehen. Doch in der auffallenden Panik, die ihn in dieser Sekunde überlief, wusste er, wer es war. Und er ließ die Autoschlüssel fallen, um nach seiner Automatik zu greifen. Seine Hand war auf halber Distanz zum Holster, als der Mann sich wieder meldete. »Sie sind tot, sobald Sie Ihre Waffe auch nur berühren.« Bei dem nüchtern, kalten Ton hielt seine Hand sofort inne und schwebte vor ihm in der Luft. Erst da wurde ihm die Klinge an seiner Kehle bewusst. Der Mann meldete sich erneut, als wollte er eine Frage beantworten, die gar nicht gestellt worden war. »Es ist ein altmodisches Rasiermesser mit gerader Klinge und einem echten, geschnitzten Elfenbeingriff, Detective, das sich vor nicht allzu langer Zeit nicht eben billig in einem Antiquitätengeschäft erstanden habe. Auch wenn ich bezweifle, dass der Händler ahnte, wozu es gedacht war. Eine bemerkenswerte Waffe, wissen Sie? Klein und handlich und scharf. Tatsächlich sehr scharf. Es wird Ihre Halsschlagade mit einer kleinen Drehung meines Handgelenks durchschneiden, was, wie ich mir habe sagen lassen, eine unangenehme Art zu sterben ist. Es ist eine Waffe, die interessante Möglichkeiten bietet. Sie steht für Jahrhunderte altes Können, jahrzehntelang nicht weiterentwickelt. Nichts Neues dabei, außer dem Schlitz, den sie in Ihrem Hals hinterlassen wird. Sie müssen sich also fragen, möchte ich so sterben? Hier und jetzt, nachdem ich so weit gekommen bin, ohne Antworten auf meine Fragen zu erhalten. Der Mann schwieg. Und, möchten Sie das, Detective? Robert Martin schürzte die trockenen Lippen und sagte heißer, nein. Gut, meinte der Mann, und jetzt keine Bewegung, während ich mir Ihre Waffe nehme. Martin spürte, wie der Mann die freie Hand um seine Brustwand und nach der Automatik griff. Dabei rührte sich die kalte Klinge nicht von seinem Hals. Der Mann brauchte einen Moment, um die Pistole aus Martens Holster zu ziehen. Der Detective blickte in den Rückspiegel, um einen Blick auf den Mann zu erhaschen, doch der Spiegel war verdreht. Er versuchte, seine Größe abzuschätzen, doch er sah rein gar nichts. Er hörte nur diese Stimme, die ruhig und gelassen durch die frühe Morgendämmerung drang. Was wollen Sie? wollte Martin wissen. Der Mann lachte auf. Wie das alte Kinderspiel, bei dem man zwanzig Fragen hat. Bist du Stein, Pflanze oder Tier? Bist du größer als ein Brotkasten, kleiner als ein Kombi? Detective, Sie sollten mir Fragen stellen, deren Antworten Sie nicht schon kennen. Wie auch immer, ich bin der Mann, den Sie seit Monaten jagen. Und jetzt haben Sie mich gefunden. Wenn auch nicht ganz so, wie Sie es sich vorgestellt hatten. Martin versuchte, sich zu entspannen. Er wollte mit aller Macht das Gesicht des Mannes hinter sich sehen, doch die kleinste Regung verstärkte den Druck der Klinge in seinem Hals. Er ließ die Hände in den Schoß sinken, doch der Abstand zwischen seinen Fingern und dem Ersatzrevolver in seinem Knöchelholz, das schien unüberbrückbar. Woher wussten Sie, dass ich hier bin? Krächzte Martin. Meinen Sie, ich wäre mit Dummheit so weit gekommen, Detective? Beantwortete die Stimme eine Frage mit einer Gegenfrage. Nein, erwiderte Martin. Na schön, woher wusste ich, dass Sie hier sind? Es gibt zwei Antworten auf diese Frage. Die erste ist einfach, weil ich nicht weit weg war, als Sie meine Tochter und meine Frau am Flughafen abgeholt haben und ich bin Ihnen auch bei Ihrer gemütlichen Fahrt durch unsere schöne Stadt gefolgt. Ich wusste ebenfalls, dass Sie die beiden nicht allein auf mich warten lassen würden. War es unter dieser Voraussetzung nicht viel sinnvoller zu beobachten, welche Schritte Sie als nächstes unternehmen würden, statt die beiden zu verfolgen? Natürlich habe ich nicht mit so viel Glück gerechnet. Ich hätte nie gedacht, dass Sie mich aus freien Stücken an einem Ort empfangen würden, wie ich ihn nicht besser hätte finden können. Einsam, entlegen, still, wohin sich kaum eine Menschenseele verirrt. Da habe ich einfach Glück gehabt. Aber ist Glück nicht auch der Lohn für gute Planung? Ich glaube, ja. Jedenfalls, Detective, ist das die Antwort auf Ihre Frage? Die komplexere Antwort geht natürlich ein bisschen tiefer. Und diese Antwort lautet, seit ich erwachsen bin, habe ich mein ganzes Leben damit zugebracht, anderen Menschen Fallen zu stellen, in die Sie ohne Vorwarnung hineintappen. Haben Sie gedacht, ich würde es nicht merken, wenn jemand umgekehrt mir ein Beinchen stellen will? Die Schneide zuckte an der Kehle des Detective. Er hüstelte. Ja. Aber wie Sie sehen, haben Sie sich geirrt, Detective. Martin ächzte. Wieder wechselte er die Stellung. Sie würden gerne mein Gesicht sehen, nicht wahr? Martin spannte die Schultern an. Haben Sie manchmal von unserem ersten und einzigen Treffen vor so vielen Jahren geträumt? Haben Sie sich auszumalen versucht, wie ich mich seit unserer kleinen Unterhaltung damals verändert habe? Ja. Nicht umdrehen, Detective. Überlegen Sie einfach mal. Sie waren damals dünner, jugendlicher und athletischer. Muss das Alter nicht bei mir dieselbe Wirkung zeigen? Weniger Haar vielleicht, ein bisschen mehr Fleisch auf den Wangen, fülliger um die Körpermitte. Mit diesen Veränderungen wäre zu rechnen, oder? Ja. Und haben Sie bei meinem früheren Arbeitgeber oder vielleicht mit Hilfe meines Führerscheins auch nach einem alten Foto von mir gesucht, dass Sie mit Hilfe eines Computerprogramms altern lassen können, sodass Sie auf elektronischem Wege herausfinden, wie ich jetzt aussehe. Es gab keine Fotos. Jedenfalls habe ich keine gefunden. Ach, Pech aber auch. Trotzdem, Ihre Neugier geht noch in eine andere Richtung, nicht wahr? Sie glauben, es könnte zusätzliche Chirurgie im Spiel sein. Habe ich recht? Ja. Und das kann ich nur bestätigen. Der wahre Test kommt natürlich erst noch. Es gibt drei Menschen, die mich wiedererkennen sollten. Sie sollten es wissen, sobald sie mich sehen, sobald sie mich riechen, sobald sie mich hören. Aber werden sie das auch? Werden sie mich trotz all der Jahre, trotz der besten ärztlichen Kunst erkennen? Werden sie die Veränderungen am Kinn, an den Wangenknochen der Nase, was weiß ich, bemerken? Was ist gleich geblieben? Was ist anders? Werden sie bei aller Veränderung noch sehen, was unverändert ist? Das ist, finde ich, eine interessante Frage. Und das ist ein Spiel, das sich wirklich lohnt. Martin bekam Schwerluft. Er hatte eine trockene Kehle, seine Muskeln waren verspannt und die Hände zitterten. Die Klinge an seiner Kehle bewirkte, dass er sich fühlte wie mit einer reißfesten, unsichtbaren Schnur gefesselt. Die Stimme des Mörders war melodisch und weich. Er hörte die Bildung heraus, aber auch den Killer, so drückend wie die schwüle Hitze an einem Sommertag. Er wusste, dass diese flüssige Sprache und der sanfte Ton schon mehr als einmal dazu gedient hatten, ein Opfer am Abgrund des Entsetzens zu beruhigen. Die entspannte Gewissheit seiner Sprechweise war verstörend. Sie stand im Widerspruch zu der Gewalt, die folgen sollte und suggerierte etwas anderes, etwas viel weniger Schlimmes als das, was tatsächlich folgen sollte. Wie die sprichwörtlichen Tränen des Krokodils war die Ruhe des Mörders eine Maske, die darüber hinwegtäuschen sollte, was er beabsichtigte. Martin kämpfte innerlich mit einer großen Angst. Er rief sich ins Bewusstsein, dass er selbst ein Mann der Tat war, ein Mann der Gewalt. Er bestand darauf, dem Mann, der ihn mit dem Messer an der Kehle kitzelte, gewachsen zu sein. Er war damit vertraut und konnte damit umgehen. Er erinnerte sich an seine eigene Gefährlichkeit. Du bist nicht weniger ein Killer als er. Er beschloss, nicht kampflos zu sterben. Er wird dir eine Gelegenheit geben. Verpasse sie nicht. Martin stehlte sich und wartete. Aber welchen Schachzug er machen würde und wann, das schien in weiter Ferne zu liegen. Nicht vorhersehbar. Haben sie Angst davor zu sterben, Detective? fragte der Mann. Nein, erwiderte Martin. Wirklich? Ich auch nicht. Schon seltsam, finden sie nicht. Ein Mann, der mit dem Tod so vertraut ist wie ich, hat immer noch Fragen. Merkwürdig, oder? Jeder kämpft auf die eine oder andere Weise gegen das Altern an. Manche suchen bei Chirurgen ihr Heil. Ich habe diese Leute gesehen, als ich meine Operationen machen ließ. Natürlich ging es mir um etwas anderes. Manche investieren ihr Geld in teure Kuren mit Schlammbädern und was weiß ich. Andere machen Sport oder Diät oder essen nichts anderes als Algen und Kaffeesatz oder sonst irgendein dummes Zeug. Manche lassen sich die Haare lang wachsen und kaufen sich ein Motorrad. Wir hassen das, was mit uns geschieht. Wir hassen, dass es unabwendbar ist. Nicht wahr? Ja, bestätigte Martin. Wissen Sie, wie ich mich jung halte, Detective? Nein, ich töte. Die Stimme war kalt und zugleich lebendig, hart und verführerisch. Der Mann schwieg, als dächte er über seine Worte nach. Dann fügte er hinzu, der Drang hat mit den Jahren vielleicht nachgelassen, aber das Können ist gewachsen. Ich brauche es weniger, aber es ist leichter geworden. Wieder zögerte er, bevor er sagte, die Welt ist ein seltsamer Ort, Detective, voller Ungereimtheiten und Widersprüche. Martin glitt mit der Hand von seinem Schoß zur Hüfte, ein paar Zentimeter näher heran an die Waffe kurz über seinem rechten Fuß. Er rief sich ins Gedächtnis, wo und wie genau die Pistole im Holster steckte. Sie war mit einem einzigen Riemen befestigt. Da war eine Schnalle, die manchmal klemmte, weil er sie zu lange nicht geölt hatte. Die musste er zuerst aufmachen, um an den Kolben zu kommen. Er versuchte sich zu erinnern, ob die Waffe gesichert war und konnte es im Augenblick nicht sagen. Für Sekunden kniff er die Augen zusammen und konzentrierte sich. Doch dieses wichtige Detail hatte er nicht in Erinnerung und er verfluchte sich dafür. Das Rasiermesser drückte sich weiter in seinen Hals und ihm wurde klar, dass er sich mit einer plötzlichen Bewegung nach vorn um seinen Ersatz Revolver zu greifen höchst wahrscheinlich die Kehle aufschlitzen würde. Sie würden mich gerne töten, nicht wahr, Detective? Martin zog leicht die Schultern hoch und antwortete Das war ja von Anfang an der Plan, nicht wahr, Detective? Jeffrey würde mich finden, aber er wäre zwiegespalten. Er würde zögern. Er hätte Zweifel. Immerhin bin ich sein Vater. Folglich würde er nichts unternehmen. Zumindest nicht direkt. Nicht im entscheidenden Moment. Aber sie wären da und würden ohne mit der Wimper zu zucken handeln. Sie würden mir ohne die geringsten Skrupel den Garaus machen. Die Stimme schwieg und fuhr dann fort. Es war nie eine Festnahme geplant, nicht wahr? Keine Anklage, kein Verteidiger, kein Prozess. Nichts von alledem, geben sie es zu. Und schon gar keine Öffentlichkeit. Sie wollten einfach nur das Problem beseitigen, das der Staat mit mir hat. Ein für allemal. Richtig? Robert Martin wollte nicht antworten. Er legte sich über die Lippen, doch alles, was er an Feuchtigkeit in sich hatte, schien von den Worten des Killers aufgesogen. Das Rasiermesser zuckte zuckte unter seinem Kinn und er fühlte einen leichten, schneidenden Schmerz. Richtig, wiederholte der Killer dringend. Ja, brachte Martin heiser heraus. Wieder herrschte für Augenblicke Stille, bevor der Mörder weitersprach. Das war eine vorhersehbare Reaktion. Aber eines wüsste ich gerne. Sie haben mit ihm gesprochen. Ich gehe davon aus, dass Sie Jeffrey will mich auch umbringen. Ich weiß es nicht. Ich hatte nie die Absicht, ihn vor die Entscheidung zu stellen. Der Mann mit der Klinge schien darüber nachzudenken. Das war eine ehrliche Antwort, Detective, das weiß ich zu schätzen. Sie sollten von Anfang an der Killer sein. Jeffreys Rolle war begrenzt, einmalig, aber begrenzt. Sehe ich das falsch? Martin hielt es nicht für ratsam natürlich nicht. Streng genommen sind Sie kein Polizist, Detective. Ich meine, früher vielleicht mal, aber jetzt nicht mehr. Sie jetzt sind Sie nur noch ein staatlich bestellter Killer. Jemand, der aufräumt, nicht wahr? Eine Art spezieller Hausmeisterdienst. Agent Martin antwortete nicht. Ich habe Ihre Personalakte gelesen, Detective. Dann erübrigt sich die Antwort ja. Er hörte ein trockenes Lachen hinter sich. Wo Sie Recht haben, da haben Sie Recht. Es trat eine kurze Pause ein, bevor der Mann sagte, aber meine Frau und meine Tochter, wie passen die ins Bild? Ihre Abreise aus Florida hat mich überrascht. Eigentlich hatte ich unser Wiedersehen für dort geplant. Das war die Idee Ihres Sohnes. Mir ist auch nicht so ganz klar, was er sich von Ihnen verspricht. Wissen Sie, wie sehr ich Sie in den letzten Jahren vermisst habe? Wie sehr ich mir gewünscht habe, wir wären noch zusammen. Selbst ein Bösewicht wie ich braucht im Alter den Trost seiner Familie. Martin schüttelte zaghaft den Kopf. Hören Sie auf mit dem sentimentalen Quatsch. Das kaufe ich Ihnen nicht ab. Der Mörder lachte wieder. Ach, naja, Detective. Zumindest sind Sie nicht auf den Kopf gefallen. Ein bisschen natürlich schon. Ich meine, hier hochzukommen und nicht auf den Wagen zu achten, der Ihnen folgt, und erst recht, den Wagen nicht abzuschließen. Wieso haben Sie das nicht gemacht, Detective? Tue ich nie. Hier nicht. Diese Welt ist sicher. Jetzt nicht mehr, oder? Martin antwortete nicht und plötzlich verstärkte sich der Druck der Rasierklinge an seinem Hals. Er spürte, wie ihm ein dünnes Rinnsal Blut den Hals hinunterlief und ihm in den Kragen sickerte. Sie haben es immer noch nicht verstanden, Detective, oder? Bis heute nicht. Was kapiert? Zu töten ist eine Sache. Das tun viele. Ganz gewöhnliche Begleiterscheinungen heutzutage. Sogar ungestraft und oft nach freiem Belieben. Es ist nicht schwer, mit Mord davon zu kommen. Es fällt nicht mal allzu sehr auf. Nicht wahr? Nein. Ihr Sohn hat mehr oder weniger dasselbe gesagt. Tatsächlich? Ah, kluger Junge. Aber sagen Sie mir eins, Detective. Versetzen Sie sich in meine Lage. Sollte nicht allzu schwer für Sie sein. Schließlich ist das für einen guten Polizisten selbstverständlich. Regel Nummer eins. Lerne zu denken wie ein Mörder. Vollziehe dieselben Gedankenmuster nach. Sehe die Emotionen voraus. Bitte sozusagen eins mit ihm. Lerne zu verstehen, welche Impulse den Mörder antreiben. und und so solltest du schaffen, ihn zu finden, nicht wahr? Das bringen sie euch doch bei. In jedem Seminar. Und genau diese Lektion gibt jeder alte Fuchs, der in den Ruhestand geht, dem jungen Heissporn auf den Weg, der die Karriereleiter erklimmen will. Ja. Also sind sie noch nie auf die Idee gekommen, dass es umgekehrt genauso ist. Ein gestandener Mörder muss lernen, Nachdetektiv. Nein, macht nichts. Aber mir ist der Gedanke gekommen, schon vor Jahren. Der Mann mit der Rasierklinge schwieg. Und sie hatten recht, damals. Ich habe dieses erste Paar Handschellen tatsächlich abgekocht, nachdem ich es der jungen Frau angelegt habe. Robert Martens Hände spannten sich. Das morgendliche Licht strömte in den Wagen und dennoch konnte er das Gesicht des Mannes nicht sehen. Er spürte den Atem des Mörders am Nacken. Aber das war alles. Bedauern sie es, dass sie mich vor 25 Jahren nicht ein wenig emsiger verfolgt haben? Ja, ich wusste, dass sie es waren, aber wir hatten nichts gegen sie in der Hand. Und ich wusste, dass sie es wussten. Der Unterschied zwischen ihnen und mir ist natürlich, dass ich keine Angst hatte. Nie. was nicht zum Bild eines Mörders passte. Ich bin weiß gebildet, spreche artikuliert, bin intelligent, übte einen akademischen Beruf aus, war verheiratet, hatte eine reizende Familie. Die war natürlich der entscheidende Punkt, wissen sie. Die perfekte Tarnung, die Tünche der Normalität. Einem unverheirateten Mann trauen die Leute alles zu, sogar die Wahrheit. Aber einem Mann mit einer Familie, die ihn hingebungsvoll liebt. Tja, so ein Mann kommt mit allem durch, sogar mit Mord, sogar mit einem Dutzend Morde. Er hüstelte einmal, so wie ich natürlich. Der Mörder verstummte. Martin erkannte, dass der Killer die Situation genoss, während er selbst über die Ironie beinah schmunzeln musste. Jeffreys Vater war wie jeder andere Akademiker auch, in sein Fachgebiet verliebt, vernarrt. Es war das einzige Thema, das ihn interessierte. Und sein Fachgebiet war eben der Tod. Auf einmal durchdrang Bitterkeit die Worte des Killers und Martin spürte, wie die Wut sich hinter seinem rechten Ohr zusammenballte. Verdammt, sie soll für immer in der Hölle schmoren. Mit den Kindern hat sie mir meine Deckung genommen. Sie hat mir gestohlen, was ich mir aufgebaut hatte. Sie hat mir dieses perfekte Leben zerstört. Das war das einzige Mal, dass ich Angst hatte, wissen Sie, fürchtet, würden es durchschauen. Haben sie nicht. Dafür waren sie nicht clever genug. Dem Detektiv war plötzlich kalt. Er zitterte unwillkürlich, bevor er antwortete. Wäre ich es nur gewesen, sagte er. Ich wusste es. Ich habe nur nichts unternommen. Sie meinen, Ihnen waren die Hände gebunden durch das System? Dienstvorschriften, Gesetze, gesellschaftliche Gepflogenheiten, richtig? Ja. Aber hier ist es nicht ganz dasselbe, nicht wahr? Nein. Und genau darum geht es in dieser Welt, stimmt's? Ja. Und mir auch. Ich kann Ihnen nicht folgen. Dann lassen Sie es mich erklären, Detective. Ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Es wimmelt auf der Welt von Mördern. Mördern jedweder Couleur. Der eine mordet für den besonderen Kick. Der andere ist ein Triebtäter. Der dritte macht's für Geld. Was weiß ich. Mord ist eine alltägliche Angelegenheit. Was sage ich? Eine stündliche, minütliche, sekündliche. Ständig sterben Menschen eines gewaltsamen Todes. Und wir sind auch nicht mehr deswegen schockiert. Habe ich recht? Verrohung von Sitten. Ähm, Sadismus? Nichts Neues. Gewalt und Tod sind für uns eine Form der Unterhaltung. Wir finden das anregend. Sie brauchen nur ins Kino zu gehen, in einem Buchladen zu stöbern. Gewalt prägt unsere Kunst, unsere Geschichte, unsere Seelen. Sie ist, erklärte der Mörder und holte einmal Tief Luft. Unser wahrer Beitrag zu dieser Welt. Martin wandte sich behutsam auf seinem Sitz. Er überlegte, ob der Vortrag ihm Gelegenheit verschaffte, sich nach vorn zu beugen, um an seine Pistole zu kommen. Doch wie zur Antwort drückte sich die Rasierklinge wieder fester an seinen Hals. Und der Mörder neigte sich noch mehr vor, Mölle fahre, möchte ich mit Applaus und Hochrufen empfangen werden. Ich wünsche mir eine Ehrengarde aus Mördern, aus all den Messerschlitzern, Schlechtern und Irren. Ich will mir neben ihnen einen Platz in der Geschichte erobern. Ich will, flüsterte der Mörder kalt, dass man mich nicht vergisst. Und was wollen sie dafür tun? fragte Martin. Der Killer schnaubte verächtlich. Dieser Staat, antwortete er langsam, dieser geplante 51. Bundesstaat des größten Staatenbundes der Geschichte. Worum handelt es sich dabei? Es ist ein geografischer Ort, aber seine eigentlichen Grenzen sind philosophischer Natur, nicht wahr? Ja, und genau hier in diesem Auto haben wir den Beweis dafür, Detective. Uns. Sie und mich und diese unseligerweise nicht verschlossene Tür, die es mir erlaubt hat, mich auf den Rücksitz zu setzen und auf sie zu warten. Stimmen sie mir nicht zu. Ja, gut, Detective, dann sagen sie mir eins. Wer wird wohl in die Geschichte eingehen? Diese alberne Meute Politiker und Geschäftsleute, auf deren Mist diese rückständige Welt gewachsen ist, diese Einfaltspinsel, die meinen, unser künftiges heilige darin, die Vergangenheit zu beschwören. Oder? Martin spürte das Grinsen des Mannes im Nacken. Der Mann, der den Traum platzen lässt. Unter Husten brachte Martin seinen Protest heraus. Das wird ihm nicht gelingen, widersprach er. Er wusste selbst, dass seine Worte erbärmlich klangen. Oh, das schaffe ich, Detective, denn ihre Vorstellung von persönlicher Sicherheit steht auf äußerst wackeligen Füßen. Hätten sie sich nicht der Art ins Zeug gelegt, das Ausmaß meiner Taten zu vertuschen, zum Teil mit lächerlichen Mitteln übrigens, dann wäre es mir längst gelungen, wilde Hunde, also wirklich. Aber das hat mich natürlich darauf gebracht, das Spiel ein wenig abzuwandeln, was die Anwesenheit meines Sohnes erforderlich machte, meines beinahe berühmten Sohnes, meines renommierten und respektierten Sohnes. Und was unsere persönliche Fede betrifft, meinen sie wirklich, die Nachrichtenmedien der übrigen fünfzig Staaten würden sich das entgehen lassen? Rührt dieser Wettstreit nicht an die tiefsten ältesten Instinkte? Etwas, das jeder auf eine ganz urtümliche Weise versteht. Vater gegen Sohn Sohn gegen Vater. Aus dem Grund musste ich ihn herbringen, Detective. Jeffreys Erzeuger holte Tiefluft. Es war von Anfang an geplant, dass sie ihn finden und zu mir bringen. Und dafür, dass sie genau das getan haben, was ich von ihnen erwartet habe, möchte ich ihnen danken. Martin hatte das Gefühl, nicht mehr atmen zu können. Er starrte durch die Windschutzscheibe und sah, dass der Morgen die Welt inzwischen ganz erobert hatte. Jeder Stein, jeder Busch, jede kleine Furche in der Ecke, die ihm im Dunkeln und im Zwielicht so tückisch erschienen war, gab sich jetzt unter der milden Morgensonne klar und deutlich zu erkennen. Was ich von ihnen will, Detective? Ich möchte, dass sie eine Botschaft überbringen. Martin schwieg einen Moment. Was? Ich möchte, dass sie meinem Sohn eine Nachricht überbringen, wie auch meiner Tochter und meiner Ex-Frau. Meinen sie, dass sie das tun können, Detective? Martin war erstaunt, erschöpfte Hoffnung. Er lässt mich am Leben. Sie wollen, dass ich eine Botschaft überbringe. Sie sind der Einzige, dem ich diese Aufgabe anvertrauen kann, Detective. Sehen sie sich dazu in der Lage? Eine Nachricht zu überbringen? Natürlich. Gut, ausgezeichnet. Halten sie ihre linke Hand hoch, Detective. Martin gehorchte. Ein großer weißer Briefumschlag schob sich zwischen seine Finger. Nehmen sie den, wie es ihn der Mörder an. Gut, halten sie ihn fest, wieder gehorchte Martin. Er packte den Briefumschlag und wartete auf weitere Instruktionen. Es vergingen ein, zwei Sekunden, in denen er hinter sich auf dem Rücksitz das vertraute Klicken seiner eigenen Waffe hörte, als eine Kugel in die Kammer der Halbautomatik geschoben wurde. Ist das die Botschaft, die ich überbringen soll? Ein Teil davon, erwiderte der Mörder. Da wäre noch etwas. Frühsport Diana war von den leisen Geräuschen aufgewacht, die ihre Tochter machte, als sie noch vor dem Morgengrauen aufstand. Von der Dusche, dem Hantieren in der Küche, dem sorgfältigen Schließen der Haustür. Ein paar Sekunden lang hatte sie darüber nachgedacht, Susan bis zu ihrer Abfahrt Gesellschaft zu leisten. Doch die Möglichkeit, noch ein bisschen zu schlafen, war zu verführerisch gewesen. Sie hatte sich mit einem Seufzer auf die Seite gerollt und war erst mehrere Stunden später aufgewacht. Sie träumte glücklich davon, noch einmal Kind zu sein. Die ältere Frau hatte in dem Stadthaus das Eltern Schlafzimmer übernommen. Sie schwang die Beine über die Bettkante, wackelte mit den Zehen und regelte sich, bevor sie sich eine Decke um die Schulter legte und barfuß auf den kleinen Balkon tappte. Eine Weile blieb sie stehen und atmete die Morgenluft ein. Sie war schneidend kalt. Trotz der Windstille drang sie ihr durch das dünne Nachthemd, sodass Diana eine Gänsehaut bekam. In der ersten Wintersonne nahm die Welt vor ihren Augen klare Konturen an. Das hatte sie im feuchtwarmen Florida vermisst. Sie roch die Berge in der Ferne und sah die großen Kumuluswolken am blauen Himmel, die mit dem Jetstream ostwärts wanderten, als suchten sie einen Ruheplatz auf den schneebedeckten Gipfeln. Sie zitterte und dachte, hier könnte ich mich zu Hause fühlen. Diana sog die Luft in tiefen Zügen ein, als wäre sie Medizin. Sie ließ den Blick über das Gelände schweifen. Das Haus lag nicht hoch genug, als dass man die Stadt hätte erkennen können. Stattdessen sah sie das abschüssige Gelände hinter dem hohen Zaun und dem Graben, in dem sich braune Erde mit grünem Gestrüpp abwechselte. Sie lauschte, hörte Stimmen und den rhythmischen, eher zarten, als beherzten Aufschlag von Tennisbällen und schätzte, dass die Frauen des Viertels zum Frühsport draußen waren. Diana stand einfach da und lauschte, wobei ihr auffiel, wie seltsam still es war. Selbst auf den Kies herrschte immer Lärm. Die Laster auf dem Highway One, die schwertförmigen Zweige der Palmen, die sich gegen die Brise sträubten. Sie hatte angenommen, auch die übrige Welt wäre ständig laut. Jedenfalls galt das schon einmal für Miami und die anderen großen Städte. Verkehr, Sirenen, Schüsse, Wutausbrüche bis zur Raserei. In der modernen Welt, dachte sie, stand Krach für Gewalt. Doch an diesem Morgen hörte sie nur die Geräusche des normalen Lebens und erkannte darin die große Vision des 51. Bundesstaats. Sie hatte angenommen, dass sie die Normalität banal oder irritierend finden würde. Doch das war nicht der Fall. Sie war angenehm. Hätte sie ihre Tochter ein paar Tage zuvor bei deren Zufallsbesuch im Hospiz begleitet, so hätte Diana festgestellt, dass die bewusst gewählte Stille jenes Ortes sich von der an diesem kalten Morgen kaum unterschied. Sie kehrte ins Schlafzimmer zurück, ließ jedoch die Schiebetür zum Balkon hinter sich offen, um die frische Luft ins Zimmer zu lassen. Zu Hause hätte sie das nicht getan. Sie zog sich rasch an und ging in die Küche. Der Kaffee, den Susan in der Maschine gelassen hatte, reichte für eine Tasse und sie rührte Milch und Zucker unter, um die bittere Flüssigkeit zu versüßen. Sie hatte keinen Hunger und verschob das Frühstück, obwohl sie wusste, dass sie etwas essen sollte. Als sie mit der Tasse ins Wohnzimmer kam, sah Diana, im Briefkastenschlitz der Haustür ein Umschlag steckte. Sie fand das seltsam und zog ihn heraus. Der Brief war unbeschriftet, ohne Absender und Adresse. Diana zögerte. Zum ersten Mal an diesem Morgen rief sie sich ins Gedächtnis, weshalb sie in den 51. Start gekommen war, und ebenfalls zum ersten Mal an diesem Tag machte sie sich klar, dass sie wahrscheinlich bis zum Abend allein sein würde. Da sie Vorsicht mit Schwäche in Verbindung brachte, riss sie den Umschlag auf. Innen steckte ein Bogen Papier. Sie faltete ihn auf und las. Guten Morgen, Mrs. Clayton. Es tut mir leid, dass ich sie heute nicht persönlich auf eine zweite Stadtrundfahrt mitnehmen kann, aber wegen unserer gemeinsamen Aufgabe bin ich anderweitig unabkömmlich. Natürlich verfügen sie nach freiem Belieben über ihre Zeit, aber ich möchte ihnen ans Herz legen, unsere frische Luft zumindest bei einem kurzen zügigen Spaziergang zu genießen. Hier die beste Route. Halten sie sich, wenn sie aus der Haustür kommen links und lassen sie Schwimmbad und Tennisplätze rechts liegen. Biegen sie rechts auf den Donner Boulevard ein. Ist es nicht erstaunlich, wie viele Dinge im Westen nach diesem tragischen Siedler Track benannt sind? Gehen sie eine halbe Meile in dieser Richtung weiter. Wie sie sehen werden, endet die geteerte Straße nach etwa 400 Metern, doch 50 Meter davor biegt rechts ein Feldweg ab. Den schlagen sie ein. Folgen sie ihm eine halbe Meile lang. Der Pfad wird steiler, doch die Mühe lohnt sich. Der Blick von der Anhöhe, nur nochmals 200 Meter weiter, ist einmalig. Und sind sie erst da, haben sie eine Aussicht, die besonders ihr Sohn Jeffrey faszinierend finden wird. Mit den besten Grüßen Robert Martin, Special Agent, Staatssicherheit. Der Brief war ebenso wie die Unterschrift getippt. Diana starrte auf die Wegbeschreibung und dachte, dass ein Morgenspaziergang eigentlich eine schöne Sache wäre und ihr die Bewegung sicher guttun würde. Außerdem verstand sie den Brief in ihrer Hand weniger als eine Empfehlung denn als einen Befehl. Worum es dabei allerdings ging, hätte sie nicht sagen können. Außerdem verwirrte sie der letzte Satz und sie überlegte, was für einen Blick von dieser Anhöhe aus wohl Jeffrey interessieren könnte. Da musste sie passen. Sie las den Brief noch einmal durch, warf einen Blick aufs Telefon und dachte daran, Agent Martin anzurufen und zu fragen, was genau er meinte. Sie rief sich erneut ins Gedächtnis, wozu sie in den 51. Start gekommen war und wer sich außer ihr noch dort aufhielt. Diana kehrte in die Küche zurück und stellte die Kaffeetasse in den Ausguss. Ohne zu zögern ging sie zu dem Schrank, in dem Susan den Revolver versteckt hatte. Sie nahm ihn heraus, bog ihn in der offenen Hand, klappte die Trommel auf, um sicherzustellen, dass die Waffe geladen war und machte sich auf die Suche nach ihren Straßenschuhen. Es war das erste Mal seit fast zwei Jahren, dass sie ihren Bruder berühren konnte. Da sie erst vor wenigen Stunden seine Stimme gehört und sein Bild über das Videotelefon gesehen hatte, war ihr dieses Wiedersehen nicht bedeutsam erschienen. Doch das änderte sich, als das kleine Shuttle-Flugzeug in eine scharfe Kurve ging, die Landeklappen und das Fahrgestell ausfuhr und ihr bewusst wurde, dass er da unten auf sie wartete. Susan stieg in eine Welt der Zweifel hinab. Sie hätte sich gewünscht, zu wissen, wie es dazu gekommen war, dass sie beide sich auseinander gelebt hatten. Doch ihr fiel kein bestimmtes Ereignis ein. Es hatte nie ein Krach, einen lauten Streit oder Tränen gegeben, die der Distanz zwischen ihnen vorausgegangen wären. Stattdessen war es, wurde ihr klar, ein schleichender Prozess gewesen, bis am Ende eine Wand aus Zweifel und Isolation zwischen ihnen stand. Wenn sie versuchte, ihre Empfindungen zu analysieren, so lief es auf das vage Gefühl hinaus, dass er sie im Stich gelassen und ihr die Verantwortung für ihre Mutter zugeschoben hatte. Als das Flugzeug auf die geteerte Rollbahn aufsetzte, schärfte sich Susan ein, dass die Ereignisse der kommenden Tage die Beziehung zu ihrem Bruder nicht berührten und so verbannte sie alle damit zusammenhängende Gefühle in einen hinteren Winkel ihres Bewusstseins, wo sie ihr, bis es vorbei war, nicht in die Quere kommen konnten. Für eine Frau, die komplizierte Rätsel meisterte, war dies ein seltsamer Trugschluss. Jeffrey wartete an der Gangway. Er war in Begleitung eines schlachsigen Texas Rangers eine perfekte Karikatur. Der Ranger trug eine Sonnenbrille mit Spiegelglas, einen breitkrempigen Cowboyhut, dazu aufwendig beschlagene spitze Stiefel. Außerdem hing ihm eine Automatik über die Schulter und eine kalte Zigarette zwischen den Lippen. Bruder und Schwester umarmten sich zaghaft. Dann sahen sie sich auf armes Länge ein paar Sekunden an. Du hast dich verändert, stellte Susan fest. Sehe ich das erste graue Haar? Nicht ein einziges, protestierte Jeffrey. Er grinste. Hast du abgenommen? Jetzt war es an Susan zu schmunzeln. Nicht ein einziges Pfund, verdammt! Dann vielleicht zugenommen, fragte er. Nicht ein einziges Pfündchen, Gott sei Dank, erwiderte Susan. Er ließ ihre Arme los. Wir müssen los, sagte er. Wenn wir noch heute Nachmittag zurück wollen, bleibt uns nicht viel Zeit. Der Ranger deutete zum Ausgang. Auf Susans unausgesprochene Frage erklärte Jeffrey. Die Behörden in diesem Start schulden mir einen Gefallen, deshalb der Geleitschutz und ein schneller Fahrer. Susan sah sich die Waffe des Mannes an. Das ist eine Ingram, oder? Passen 22 Hochdruck Patronen Kaliber 45 in den Ladestreifen, feuert den gesamten Streifen in weniger als Rund. Mir ist eine Uzi lieber, meinte sie. Nur dass die manchmal klemmen, Ma'am, gab ihr zu bedenken. Meine nicht, hielt sie dagegen. Wieso ist die Zigarette nicht angezündet? Wissen Sie denn nicht, dass Rauchen gefährlich ist, Ma'am? Susan lachte und gab Jeffrey Ann Klaps auf die Schulter. Der Ranger hat Sinn vor Humor, sagte sie. Fahren wir los. Sie stiegen in das Fahrzeug ihres Beschützers und fuhren binnen weniger Minuten mit über hundert Stunden Meilen durch den Staub von Süd Texas. Eine Weile starrte Susan aus dem Fenster und betrachtete die endlose Weite, bevor sie sich an ihren Bruder wandte. Und der Mann, den wir treffen? Er heißt Hart. 18 Morde konnte ich direkt mit ihm in Verbindung bringen. Es gibt wahrscheinlich noch einige mehr, von denen ich nichts weiß und die er auch anderen nicht auf die Nase gebunden hat. Hat wahrscheinlich auch einige vergessen. Ich habe bei seiner Verhaftung geholfen. Er war gerade dabei, ein Opfer auszuweiden, als wir kamen, und er war von der Störung nicht begeistert. Er hat mir mit einem ziemlich großen Jagdmesser einen Schnitt erster Güte im Oberschenkel beigebracht, bevor er wegen seines eigenen Blutverlusts in Ohnmacht fiel. Zwei Seifen von einem der Detektives, die er getötet hatte. Teflon beschichtete Hochgeschwindigkeits Geschosse, 9mm Patronen. Ich hätte gedacht, die würden ein Distrakt beziehen kann. Und nicht mehr für lange, Professor, unterbrach ihn der Ranger. Der Gouverneur unterschreibt übermorgen einige Todesurteile, und was man so aus Osten hört, führt der gute alte Hart die Hitparade an. Hat sowieso den ganzen juristischen Scheiß ausgeschöpft, wenn Sie meine Ausdrücksweise verzeihen, Ma'am. Texas hat wie eine Menge Staaten bei Todesurteilen Berufungsverfahren beschleunigt, erklärte Geoffrey seine Schwester. Damit geht alles ein bisschen schneller, sagte der Ranger in sarkastisch langgezogenem Ton. Nicht wie in den guten alten Zeiten, wo man es zehn Jahre oder länger rauszögern konnte, selbst wenn man einen Kopf getötet hatte. Andererseits ist ein Schnellverfahren nicht so gut, wenn man den falschen Mann erwischt hat, warf Susan ein. Himmel miss, das kommt selten vor. Und wenn doch? Der Schlagabtausch genoss. Wieso glaubst du, dass der Karl uns helfen kann? Wollte sie wissen. Ich bin mir nicht sicher, ob er es tun wird. Vor etwa einem halben Jahr hat er einem Reporter von den Dallas Morning News ein Interview gegeben und gesagt, er wollte mich umbringen. Der Reporter hat mir eine Kopie von der Videoaufzeichnung geschickt. War ein Festtag für mich, wie du dir Interessante Logik. Für ihn ist das vollkommen logisch. Wird sich ja zeigen. Und was hoffst du aus diesem Mann raus zu kriegen? Mr. Hart besitzt eine Eigenschaft, die er, wie ich glaube, Jeffrey zögerte und suchte nach dem richtigen Wort, mit unserer Zielperson gemein hat. Und das wäre? Er hat sich einen besonderen Ort geschaffen, eine Tötungsstätte. Und ich glaube, der Mann, den wir jagen, hat sich auch irgendwo was Ähnliches eingerichtet. Das ist ein ungewöhnliches, aber nicht einmaliges Phänomen. Die forensische Literatur gibt über solche Orte nicht viel her. Ich will nur wissen, wonach ich zu suchen habe und wie. Und dieser Mann kann es uns vielleicht sagen. Wenn er will. Das ist richtig, wenn er will. Diana trug eine leichte Windjacke gegen die kühle Sie hatte noch keinen halben Block zurückgelegt, als sie den Anorak auszog und sich mit den Ärmeln um die Talie band. Sie hatte einen kleinen Rucksack mit ihrem Ausweis, einem Schmerzmittel, einer Flasche Mineralwasser und der Magnum 357 umgeschnallt. In der Hand hielt sie den Brief mit der Wegbeschreibung. Rechts sah sie ein paar Kinder auf dem Spielplatz tollen. Sie blieb eine Schritt kleine braune Staubwölkchen auf. Links von ihr kam eine junge Frau mit einem Tennisschläger aus dem Haus. Diana schätzte sie auf das gleiche Alter wie ihre Tochter. Die Frau sah sie und winkte ihr kurz zu, als würden sie sich kennen. Ein vertrauter Moment zwischen Fremden. Diana winkte zurück und lief weiter. Am Ende der Straße bog sie, wie es in der Beschreibung stand nach rechts ab. Sie sah ein braunes Straßenschild und wusste, dass sie tatsächlich auf dem Donnerboulevard war. Nach wenigen Metern erkannte sie, dass diese Reihenhäuser die letzte Siedlung in der Gegend war und dass der Boulevard ins Leere stieß. Ebenso sah man der Straße an, dass sie im Unterschied zu anderen Straßen lange nicht instand gesetzt worden war. Die Fahrbahn hatte Schlaglöcher, der Bürgersteig auf dem sie lief war voller Risse. Zwischen den schlecht verfugten Betonplatten wuchs Unkraut. Diana setzte ihren Ausflug in den Morgen fort, bis sie rechts den unbefestigten Feldweg fand. Wie in dem Brief beschrieben, konnte sie an dieser Stelle bis zum Ende des Donnerbulbar blicken. Die Straße endete in einem Erdhaufen, der an einen Hang angeschaufelt war. An einer Barriere mit blinkenden gelben Lampen hing ein großes rotes Schild mit der Aufschrift Straße endet hier, eine überflüssige Information. Sie blieb stehen, schraubte die Flasche Quellwasser auf und nahm einen bescheidenen Schluck, bevor sie sich an den Aufstieg machte. Sie resümierte kurz ihre Befindlichkeit. Sie war ein bisschen außer Atem, aber nicht schlimm. Sie war nicht müde, fühlte sich sogar stark. Sie hatte einen leichten Schweißfilm auf der Stirn, aber nichts, was einen plötzlichen Erschöpfungsanfall ankündigte. Der Schmerz in ihrem Bauch hatte nachgelassen, als gestattete er ihr die Freude des morgendlichen Ausflugs. Sie lächelte und dachte, er wartet geduldig ab, bis seine Zeit gekommen ist. Ein Moment lang drehte sie sich in alle Richtungen um und genoss die Einsamkeit und Stille. Dann trat sie auf den losen, sandigen Boden und machte sich langsam auf den einsamen, steilen Weg. Der Todestrakt in Texas hatte wie in den meisten Staaten nichts von einem Trakt. Der Name war geblieben, doch der Ort hatte sich verändert. Der Staat hatte ein Gefängnis gebaut, das dem einzigen Zweck diente, Gewaltverbrecher zu töten. Er lag auf einem flachen Ranchgelände fern von jeder Stadt und war nur durch eine einzige zweispurige Asphaltstraße, die sich durch die Ebene zog mit dem Rest der Welt verbunden. Das Gefängnis selbst war ein ultramoderner Bau hinter drei getrennten Maschen und Nahtodrahtzäunen. Die Institution ähnelte einem riesigen Schlafsaal oder kleinen Hotel, nur dass sämtliche Fenster nicht mehr als Schlitze in den Betonwänden von kaum 15 Zentimetern Breite waren. Es gab einen Bereich für körperliche Ertüchtigung und eine Bibliothek, mehrere hochgesicherte Aufenthaltsräume sowie ein Dutzend Zellenreihen, 20 in jedem Block. Alle waren belegt. Alle grenzten an einen zentralen Raum, der auf den ersten Blick an ein Krankenhauszimmer erinnerte, ohne es zu sein. Dort stand eine Liege mit Fesseln und eine Tötungsapparatur. Der Mann, der hier exekutiert werden sollte, wurde an Armen und Beinen auf die Bare geschnallt und ein intravenös eingeführter Schlauch führte von der Arterie in seinen linken Arm über den Boden zu einem Kasten in der Wand. Darin befanden sich drei Behälter, die alle Flüssigkeiten in den Schlauch abgaben. Nur einer enthielt die tödliche Substanz. Drei Beamte drückten jeweils auf ein Zeichen des Gefängniswärters hin auf je einen Knopf, um die Mixturen gleichzeitig abzugeben. Die Methode folgte derselben Theorie wie ein Exekutionskommando, bei dem ein Mann eine Platzpatrone bekam. Auf diese Weise wusste niemand mit Sicherheit, ob er das Gift gespritzt hatte. Außerdem hatte man die todbringenden Mittel verbessert, die Wirkung beschleunigt. Augen schließen und von 100 rückwärts bis eins zählen. Tod gewöhnlich schon bei 96. Gelegentlich schaffte es ein völliger Delinquent bis 94. Noch niemand hatte 92 überlebt. Innen war das Gefängnis genauso modern. Jeder Winkel wurde von Kameras mit geschlossenem Stromkreis überwacht. Das Ganze wirkte hochpoliert und antiseptisch sauber. Es war, als betrete man eine Welt, die den NATO-Draht der Zäune imitierte. Effizient, blitzblank und tödlich. Jeffrey Clayton und seine Schwester wurden von einem Auf jeder Seite des Metalltisches befanden sich zwei Stühle, sonst nichts. Alles war im Boden verankert. Auf einer Seite des Tisches gab es außerdem einen Stahlring, der an der Platte befestigt war. Jeffrey machte, während sie warteten, nur eine Bemerkung. Er ist intelligent sogar sehr, näher an hoch intelligent als am Durchschnitt. Er hat die Schule in der achten Klasse geschmissen, weil er von anderen Kindern wegen seiner deformierten Genitalien gehänselt wurde. Zehn Jahre lang hat er dann nichts weiter gemacht als zu lesen. Dann folgten weitere Szenen, in denen er nichts anderes tat, als zu töten. Unterschätz ihn nicht. Keine Sekunde lang. Mit einem elektronischen Geräusch öffnete sich eine Nebentür und ein Wärter brachte einen frettchenartigen Mann mit tätowierten Armen und einem Büschel weißem Haar über den roten Augen in den Raum. Ein Albino. Wortlos befestigte der Wärter die Handschellenkette des Gefangenen an dem Ring im Tisch. Dann richtete er sich auf und sagte »Ganz zu ihrer freien Verfügung, Professor.« Der Wärter nickte Susan Clayton zu und ging. Der Gefangene trug einen weißen Overall. Er war dünn mit Hühnerbrust und unverhältnismäßig großen so, dass er ein Hängelied hatte, während am anderen Auge die Braue hochschoss, als er sie mit wachem Blick musterte. Mehrere Sekunden lang starrte er Susan an. Dann wandte er sich an Jeffrey. »Hallo, Professor. Nie damit gerechnet, Sie wiederzusehen. Wie geht's den Beinen?« Der Mann hatte eine seltsame hohe Stimme, fast wie ein Kind. Sie vermutete, dass er damit geschickt all seine Wut kaschierte. »Es ist schnell verheilt, Sie haben die Arterien nicht getroffen und auch keine Bänder. Das hat man mir auch erzählt. Zu dumm, ich war in Eile, hätte ein bisschen mehr Zeit gebraucht. Der Mann lachte schrullig bizarr, indem er einen Mundwinkel zu einem Zucken verzog. Dann wandte er sich ans Hosen. »Wer sind Sie?« »Meine Assistentin«, antwort heraus. »Ich glaube nicht, Jeffrey. Sie hat deine Augen. Kalte Augen. Ein wenig wie meine, wage ich zu behaupten. Da bekommt man ja so richtig das Zittern und Sagen, möchte sich in ein Loch verkriechen. Auch ein bisschen was von deinem Kinn, aber das Kinn sagt nur etwas über Sturheit und Ausdauer aus, im Unterschied zu den Augen. Die erzählen mir, was in der Seele vor sich geht. Oh, ich sehe eine klare Ähnlichkeit. Wer nur die geringste Beobachtungsgabe hat, sieht das auf Anhieb. Und meine ist, wie Sie zweifellos wissen, Professor, überaus scharf. Das ist meine Schwester Susan. Der Killer lächelte. Hallo Susan, ich bin David Hart. Es ist uns nicht gestattet, jemandem die Hand zu schütteln. Es wäre ein Verstoß gegen Bruder andererseits, dieser Lügner, dieses abschaumschlurfende Schwein, muss mich mit Mr. Hart anreden. Hallo David, sagte Susan ruhig. Nett, Sie kennenzulernen, Susan, wiederholte der Mörder und fügte einen kleinen Singsang hinzu, der den Raum erfüllte. Susan, Susie, Susie Q, was für ein hübscher Name, sagen Sie Susan, sind Sie eine Hure? Wie bitte? Sie wissen schon, fuhr der Mörder fort. Eine Prostituierte, ein Straßenmädchen, eine Frau für gewisse Stunden oder ein leichtes Mädchen, eine Dirne, ein Flittchen, eine Schlampe, eine Frau, die dafür bezahlt wird, den Männern die Reinheit auszusaugen, die ihnen ihre Lebensflüssigkeit stiehlt, ein dreckiges Stück Scheiße, das Krankheiten überträgt und einen nur anwidern kann, ein Parasit, eine Küchenschabe. Sagen Sie Susan, sind Sie das? Nein. Was sind Sie dann? Ich erfinde Spiele. Was für Spiele? Wortspiele, Rätsel, Anagramme, Kreuzworträtsel. Der Mörder überlegte einen Moment. Das ist interessant, meinte er. Demnach sind Sie keine Hure. Nein. Huren habe ich nämlich gerne getötet. Ich habe sie aufgeschlitzt vom Er unterbrach sich und lächelte. Aber das hat Ihnen Bruder vermutlich erzählt. Ja. David Harts Augenbraue schoss wieder hoch und sein Gesicht verzog sich zu einem eigentümlich schiefen Lächeln. Er ist eine Hure und ich würde ihn am liebsten in zwei Hälften zerteilen. Das würde mir eine große Befriedigung verschaffen. Der Mörder schwieg und hüstelte kurz, bevor er hinzufügte. Ach, zum Teufel Susi! Wahrscheinlich würde ich sie auch am liebsten von der Muschi bis zum Kinn aufschlitzen. Wurde sie ihnen was vormachen. Sie aufzuschneiden wäre mir ein Vergnügen, ihren Bruder zu bearbeiten. Naja, das wäre eher eine geschäftliche Angelegenheit, eine Pflichtübung, um eine Schuld zu begleichen. Er wandte sich an Jeffrey. Also, Professor, was führt Sie her? Ich bräuchte Ihre Hilfe. Wir beide. Der Mörder schüttelte den Kopf. Sie können mich, mein Professor. Interview beendet. Gibt nichts mehr zu sagen. Hart erhob sich halb auf seinem Stuhl und deutete zugleich mit seiner gefesselten Hand in Richtung eines Spiegels an der Wand. Es war offensichtlich ein Einwegspiegel, hinter dem das Gespräch von Gefängnispersonal beobachtet wurde. Jeffrey rührte sich nicht. Vor gar nicht allzu langer Zeit haben sie einem Gefängnisreporter gesagt, sie wollen mich umbringen, weil ich derjenige bin, der sie gefunden sein noch Dutzende übrig, die ungestraft ihrem Gewerbe nachgingen und sie hätten ihre Arbeit nie zu Ende bringen können. Und dafür, dass ich mich zwischen sie und ihr Verlangen gestellt habe, hätte ich den Tod verdient. Jeffrey schwieg und beobachtete, welche Wirkung seine Worte auf den Mörder hatten. Nun, Mr. Hart, dies ist Ihre einzige und letzte Chance. Ein Moment lang schwebte der Hintern des Mörders über seinem Sitz. Meine Chance, sie zu töten? Hart hielt die gefesselte Hand hoch und rasselte mit den Ketten. Eine wunderbare Idee. Und wie bitte schön. Das hier ist eine Gelegenheit für sie. Der Mörder blieb stumm, lächelte, setzte sich. Ich werde es mir anhören, ein paar Sekunden lang, ihrer reizenden Schwester zuliebe. Sind Sie sicher, dass Sie keine Hure sind, Susan? Sie antwortete nicht und Hart zuckte grinsend die Achseln. Also gut, Professor, dann sagen Sie mir, wie ich Sie töten kann, indem ich Ihnen helfe. Ganz einfach, Mr. Hart. Wenn ich es mit Ihrer Hilfe schaffe, den Mann zu finden, den ich suche, dann wird er dasselbe mit mir machen wollen, das Ihnen vorschwebt, Mr. Hart. Er ist genauso intelligent wie Sie und kein Deut weniger tödlich. Das einzige Risiko ist, dass ich ihn fasse, bevor er mich erwischt. Beides ist möglich, aber da liegt Ihre Chance, Mr. Hart, die beste, die Sie in der kurzen Zeit, Ihnen noch verbleibt, bekommen. Nehmen Sie sie wahr oder lassen Sie es bleiben. Der Mörder schaukelte auf dem Metalltisch vor und zurück und überlegte. Ein höchst ungewöhnlicher Vorschlag, Professor. Überaus interessant. Er starrte auf die Glut seiner Zigarette. Sehr clever. Ich kann Ihnen helfen und Sie damit der Gefahr aussetzen, Sie ein bisschen näher an die Flamme ran bringen, wie? Die Herausforderung für mich ist demnach, Ihnen gerade so viel Information zu geben, dass Sie zugleich Erfolg haben und scheitern. Hart holte einmal tief und keuchend Luft. Wieder lächelte er. Meinet Wegen, das Interview geht weiter. Vielleicht. Was weiß ich denn, was Sie so interessiert? Sie haben Ihre sämtlichen Verbrechen an einem einzigen Ort begangen. Ich glaube, der Mann, den wir suchen, hält es genauso. Wir wollen etwas über diesen Ort wissen, wie Sie ihn gewählt haben, was daran wichtig ist, welches die entscheidenden Kriterien sind, welches die entscheidenden Ausstattungsmerkmale sind und wieso Sie nur einen einzigen Ort brauchten. Das sind die Dinge, die wir wissen wollen. Der Mörder überlegte. Sie glauben, wenn ich Ihnen sage, weshalb ich mir diesen speziellen Ort geschaffen habe, lässt das für Sie genügend Rückschlüsse auf die Höhle Ihres Löwens zu, sodass Sie ihn finden. Richtig, Hart nickte. Der Mann, den Sie suchen, ist dem noch jemand so recht nach meinem Geschmack. Diana Clayton war kaum fünfzig Meter gegangen, als sie stolperte und sich gerade noch fangen konnte, bevor sie auf die staubige, steinige Erde fiel. Sie blieb ein wenig außer Atem stehen und trat gegen den lockeren Boden zu ihren Füßen, sodass sich die Spitzen ihrer weißen Schuhe mit graubraunem Staub überzogen. Sie atmete ein-, zweimal heftig ein und warf einen Blick auf die endlose Weite des Himmels über sich, als suchte sie in dieser Bläue die Antwort auf eine noch nicht gestellte Frage. Das gleißende Licht der Sonne tat ihr in den Augen weh und sie merkte, dass sich die Schweißschicht auf ihrer Stirn verdoppelt hatte. Sie wischte sich darüber und sah ihren Handrücken feucht in der Sonne glitzern. Sie rief sich ins Gedächtnis, dass sie alt war und krank. Dann fragte sie sich, wieso sie weiterging. Falls es ihr um die körperliche Ertüchtigung ging, hatte sie schon genug getan. Eine Stimme in ihr fand es am vernünftigsten umzukehren und den Blick zu vergessen, egal wie einmalig er nach Agent Martins Meinung war. Doch ebenso schnell legte eine andere Stimme Protest ein. Sie griff nach dem gefalteten Brief in ihrer Tasche. Als könnte die Lektüre ihre Erschöpfung vertreiben, zögerte jedoch mitten in der Bewegung. Die Waffe in ihrem Rucksack wog weit schwerer als sie erwartet hatte und sie fragte sich, weshalb sie sie mitgenommen hatte. Sie dachte darüber nach, ob sie die Pistole auf irgendeinem Stein ablegen sollte, um sie dann auf dem Rückweg wieder einzusammeln, entschied sich aber dagegen. Diana wusste nicht, was sie dazu trieb, die Stelle zu erreichen, die Agent Martin ihr empfohlen hatte. Ebenso wenig wusste sie, was an der Aussicht so wichtig sein sollte. Doch sie merkte, wie eine gewisse Sturheit sie weitertrieb und sagte sich, dass daran nichts verkehrtes sei. Also lief sie weiter, nachdem sie sich noch einen lauwarmen Schluck aus der Wasserflasche genehmigt hatte. Sie erklärte sich, die Welt des 51. Staates sei schließlich neu für sie und sie wurde sich nicht von Erschöpfung, Krankheit und Halbherzigkeit unterkriegen lassen. Auf dem lockeren Boden kam sie schwer voran und sie stieß ein paar lange laute Flüche aus, die ihr den Takt vorgaben. Verfluchter Dreck, murrte sie, verdammter Steiner, Scheiß Straße. Sie grinste, während sie sich weiter die Anhöhe hinaufkämpfte. Diana Clayton benutzte selten solche Worte, sodass sie den Reiz wieder, wenn auch nicht so schlimm wie beim ersten Mal. Leck mich fick dich ins Knie. Sie kicherte und dehnte jedes Wort so, dass sie zu ihrem Rhythmus einen Fuß vor den anderen setzen konnte. Der Weg bog nach links und duckte sich wie ein widerspenstiges Kind unter ihren Augen weg. Kann ja nicht mehr allzu weit sein, überlegte sie laut. Er hat gesagt, eine halbe Meile, muss jeden Moment da sein. Sie lief weiter, immer den Pfad entlang und hatte den Eindruck, ein gutes Stück oberhalb der Straße zu sein, von der sie gestartet war. Ein Moment lang fühlte sie sich an ihr Zuhause auf dem Kies erinnert und dachte, dass es hier nicht viel anders war als dort. Eben noch schillerten die Einkaufsstraßen in den rosigsten Farben und im nächsten Moment machte das Meer dem Allen ein Ende und erinnerte einen daran, dass die Natur und die Wildnis allen hastigen und entschlossenen Anstrengungen des Menschen zum Trotz nur Sekunden entfernt waren. Hier schien es ähnlich zu sein. Es herrschte einsame Stille. Sie war gern allein und hielt dieses Bedürfnis für eine der wenigen Eigenschaften, die sie ihrer Tochter mitgegeben hatte. Sie holte tief Luft und sang ein paar Takte eines alten Liedes. Zwar klang ihre Stimme von der Anstrengung ein wenig abgehackt, doch immerhin traf sie einigermaßen die Töne und sie bildete sich ein, dass ihr Lied von den Felsen wiederhalte und in die Lüfte stieg. When Johnny comes marching home again, hooray, hooray, when Johnny comes marching home again, hooray, hooray, when Johnny comes marching home again, we'll give him a mighty cheer again and we'll all feel glad when Johnny comes marching home. Sie lief schneller und nahm die Arme dazu. Off we go into the wild blue yonder, climbing high into the sky. Sie warf den Kopf zurück und straffte die Schultern. Marschtempo, befahl sie. Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier. Sie hatte die Kurve hinter sich und blieb stehen. Eins, zwei. Etwa fünfzig Meter vor ihr stand ein Wagen am Wegesrand. Es war eine weiße, viertürige Regierungslimousine, dieselbe, mit der Agent Martin, Susan und sie am Flughafen abgeholt hatte. Sie sah den roten Aufkleber. Unbeschränkter Zugang. Wieso sollte er bis hier hochgefahren sein, um sich mit ihr zu treffen? Sie rührte sich nicht vom Fleck, während ihr zahlreiche Fragen durch den Kopf schwirrten. Als ihr klar wurde, dass sie keine Antworten erwarten durfte, ohne näher heranzutreten, wichen die Fragen der Angst. Langsam griff sie ihren Rucksack und zog die Pistole heraus. Sie entsicherte die Waffe mit dem Daumen. Sie ließ von der Stelle aus, an der sie wie angewurzelt stehen geblieben war, so gut es ging, den Blick in alle Richtungen schweifen und spitzte die Ohren, zu hören, ob außer ihr noch jemand in der Nähe war, hörte aber nur ihren eigenen keuchenden Atem. Sehr langsam und vorsichtig trat sie vor, als liefe sie auf einmal am sehr schmalen Rand eines steilen, schlüpfrigen Abgrunds entlang. Na schön, meinte Hart. Erzählen Sie mir zuerst ein bisschen über den Mann, nach dem Sie suchen. Was wissen Sie über ihn? Er ist älter als sie, antwortete Jeffrey. Über sechzig und er macht das schon seit Jahren. Der Mörder nickte. Ah, klingt schon mal interessant. Susan sah auf. Sie machte sich Notizen und versuchte nicht nur auf die Worte des Mörders zu achten, sondern auch auf seine Modulation und seine Betonung, die ihr, wie sie hoffte, letztlich noch mehr verraten würde. An einer der Wände hing eine Videokamera, die das ganze Gespräch aufnahm. Doch sie traute der Technik nicht zu, einzufangen, was stand, erkundigte sie sich. Hart verzog den Mund zu seinem typischen schiefen Grinsen. Ihr Bruder weiß das. Er weiß, dass der klassische Serienmörder, das Profil, an dem Wissenschaftler wie er seit Jahrzehnten feilen, wenig Platz für ältere Männer hat. Da passen Jüngere rein, jemand wie ich. Wir sind stark, fest entschlossen, Männer der Tat. Ältere Männer werden nachdenklich, Susan. Die stellen sich das Töten lieber vor. Sie fantasieren darüber. Sie haben nicht mehr die Energie, um es wirklich auszuführen. Folglich müssen ihren Mann da draußen von Anfang an mächtige Kräfte getrieben haben. Immense Begierden. Denn sonst hätte er sich vermutlich vor vielleicht zehn oder fünfzehn Jahren aus dem Geschäft zurückgezogen. Er hätte sich von den größten Serienmördern von allen schnappen und töten lassen können. Hart warf einen raschen Blick auf den Einweg Spiegel. Oder er hätte sich selbst umgebracht oder es einfach aufgegeben und wäre in Ruhestand getreten. Jemand, der noch aktiv ist, wenn andere längst ihre Pension kassieren, also das nenne ich ein Mann von Charakter. Der Mörder griff mit seinen gefesselten Händen nach dem Päckchen vor ihm auf dem Tisch und zog eine weitere Zigarette heraus. Aber das ist ihn ja nicht neu, Professor. Hart beugte sich vor, steckte sich die Zigarette zwischen die Lippen und entzündete ein Streichholz. Schlechte Gewohnheit, meinte er. Ich mag schlechte Gewohnheiten. Jeffrey bewahrte sich einen kalten, klaren Ton. Er fühlte sich wie in einem Zoo, wo er durch eine Glasscheibe in die Augen einer afrikanischen Mamba starrte. Etwas so Tödlichem, so nahe zu sein, flößte ihm einen seltsamen inneren Frieden ein. Seine Opfer sind nach wie vor jung. Frisch, sagte der Mörder, ohne Zeugen entführt. Ein sehr umsichtiger und selbst beherrschter Mann. Werden an einsamen Orten gefunden, aber nicht versteckt, bewusst arrangiert. Ein etwas mitteilen will. Er will, dass seine Arbeit gewürdigt wird. Keinerlei Verbindung zu einem Tatort. Der Mörder schnaubte. Natürlich nicht. Es ist ein Spiel, nicht wahr, Susan? Der Tod ist immer ein Spiel. Nehmen wir nicht Medikamente, wenn wir krank sind, um den Sensenmann auszutricksen? Rüsten wir nicht unsere Autos mit Airbags aus und schnallen uns an, damit er uns nicht überraschend holen kann? Susan nickte. Ich bin der Tod, erklärte Hart ruhig. Ihre Zielperson ist der Tod. Lassen Sie sich auf das Spiel ein. Deshalb hat sie ihr Bruder vermutlich hergeholt. Sie müssen das Spiel durchschauen und mitspielen. Der Mörder wandte sich wieder Jeffrey zu. Sie waren verdammt clever bei mir. Ich ziehe meinen Hut vor Ihnen, Professor. Ich hatte so viel vorausgesehen. Polizeiliche Überwachung, Lockvögel, die üblichen Fallen der Ermittlungsbehörden. Aber dass sie einfach all diese Frauen als Köder mit Ortungsgeräten ausstatten, darauf wäre ich nie gekommen. Das war ein echter Geniestreich, Professor. Und so grausam, also fast so grausam wie ich. Sie konnten nicht davon ausgehen, dass die Erste es schafft, den Knopf zu drücken, vielleicht nicht mal die Dritte oder die Fünfte. Ich habe mich immer gefragt, Professor, wie viele Frauen hätten sie geopfert, damit die Falle zuschnappt. Jeffrey überlegte einen Moment und antwortete dann so viele wie nötig. Der Mörder grinste. Hundert? Wenn es nicht anders gegangen wäre. Ich habe ihnen keine Wahl gelassen, nicht wahr? Zumindest sah ich keine. David Hart kicherte wieder. Hat ihnen genauso viel Spaß gemacht, wie mir, sie zu töten. Stimmt's, Professor? Nein. Hart schüttelte den Kopf. Na schön, Professor, sicher nicht. Es herrschte kurzes Schweigen im Raum. Susan hätte sich garne zu ihrem Bruder umgedreht, um zu sehen, was ihm durch den Kopf ging. Doch sie hatte Angst, den Mörder vor ihr aus den Augen zu lassen. Als könnte der Wortschwall irgendetwas zum Barsten bringen, wie ein Felsen, der zu hohen Temperaturen ausgesetzt wird. Er wird uns sagen, was wir wissen wollen, dachte sie. Der Mörder hob den Kopf. Zunächst einmal müssen sie begreifen, dass es ein Fahrzeug gibt. Was für eines? fragte Susan. Ein Transportfahrzeug. Es muss groß genug sein, um das Opfer zu verstauen. Es muss normal genug sein, um nicht aufzufallen. Es muss zuverlässig sein, diese abgelegenen Stellen. Vierradantrieb? Ja, höchst wahrscheinlich, erwiderte Jeffrey. Es wird ein paar Extras haben, für besondere Zwecke, getönte Scheiben. Jeffrey nickte. Kein Truck nahm er an. Der würde in Wohngegenden nicht unbemerkt bleiben. Auch kein aufgemotzter Geländewagen, denn dann müsste er die Leiche entweder auf den Rücksitz packen oder in einen hohen Kofferraum wuchten. Was würde passen? Er wusste die Antwort auf seine eigene stumme Frage. Es gab mehrere Modelle von Kleintransportern mit Vierradantrieb. Perfekt für die Stadt. In Wohnvierteln, in denen Eltern ständig Heerscharen von Kindern zu Sportveranstaltungen kutschierten. Ein vertrauter Anblick. Fahren sie fort, forderte Jeffrey hart auf. Hat die Polizei jemals Reifenspuren gefunden? Spuren haben sie durchaus gesichert, aber nie übereinstimmende Profile. Aha, das sagt mir etwas. Was? Ist es ihnen nie in den Sinn gekommen, dass ihr Mann vielleicht nach jedem Abenteuer die Reifen an seinem Fahrzeug wechselt, weil er weiß, dass die Profile sich zurück verfolgen lassen? Doch. Der Mörder grinste. Das ist das erste Problem. Das Transportmittel. Das nächste ist die Isolation. Ihre Zielperson. Ist er vermögend? Ja. Aha, das hilft. Ungemein. Hart wandte sich wieder an Susan. Ich hatte nicht den Luxus unbegrenzter finanzieller Mittel. Deshalb musste ich mir ein verlassenes Gelände aussuchen. Erzählen Sie mir etwas über diese Wahl, bat Jeffrey. Das erfordert Umsicht. Man muss sich davon überzeugen, dass man nicht zu sehen ist, nicht zu hören ist, dass man völlig unbemerkt bleibt, dass man keine Aufmerksamkeit auf sich lenkt, wenn man kommt und geht. Es gibt viele Kriterien. Ich habe wochenlang gesucht, bis ich meinen Ort gefunden hatte. Und dann? Ein vorsichtiger Mann kennt sein eigenes Territorium. Ich habe es abgemessen und mir eingeprägt. Ich habe jeden Zentimeter dieses Lagerhauses genau studiert, bevor ich mit meinen Gerätschaften eingezogen bin. Was ist mit Sicherheitsmaßnahmen? Der Ort selbst sollte sicher sein. Das liegt in der Natur der Sache. Aber ich habe kleine Fallstricke und Krachmacher eingebaut. Hier und da ein Stolperdraht, Dosen mit Nägeln, sowas in der Art. Natürlich habe ich die immer umgangen. Aber ein ungeschickter Professor und zwei stolpernde Detektives, naja, die haben einen riesen Krawall gemacht, als sie da reingestürmt sind. All dieser Krach kam sie teuer zu stehen, Susan, dachte ich mir. Hart lachte wieder. Ich mag sie, Susan. Wissen Sie, auch wenn ich sie gerne in zwei Hälften schlitzen würde, heißt das noch lange nicht, dass ich jemandem anderem dieses einmalige Vergnügen gönne. Also, Susan, eine kleine Warnung von ihrem Bewunderer. Wenn sie ihren Mann finden, seien sie still, sehr still, sehr vorsichtig, und gehen sie immer davon aus, Susie Q, dass er im nächsten Schatten auf sie lauert. Der Mörder senkte die Stimme ein wenig, sodass der quenglige Kinderton plötzlich einer Kälte wich, die sie erstaunte. Und ihr Bruder kann ihnen aus eigener Anschauung bestätigen, dass sie niemals zögern dürfen. Nicht eine Sekunde. Falls sie die Gelegenheit haben, Susan, dann packen sie sie beim Schopf, denn wir sind alle sehr schnell bei der Hand, wenn es darum geht, den Ja, antwortete sie mit wackeliger Stimme. Hart nickte. Gut, jetzt habe ich ihnen eine kleine Chance eröffnet. Er wandte sich wieder an Jeffrey. Aber sie, Professor, bei ihnen bin ich mir nicht sicher, dass sie, obwohl sie das alles wissen, zögern werden, und das kostet sie das Leben. Sie interessieren sich zu sehr dafür, etwas zu sehen. Das treibt sie an, nicht wahr? Sie wollen der Beobachter sein. Sie wollen es in seiner ganzen Einmaligkeit, in seiner ganzen Pracht und Herrlichkeit vor sich sehen. Sie sind der geborene Voyeur und kein Mann der Tat. Wenn es soweit ist, tappen sie in die Falle ihrer Zögerlichkeit. Das kostet sie Kopf und Kragen. Ich reserviere ihnen schon mal einen Platz in der Hölle, Professor. Ich habe sie geschnappt. Nein, Professor, sie haben mich gefunden. Und hätte dieser starbende Detektiv nicht noch zwei Schuss abgegeben, die mich bedauerlicherweise zu viel Blut gekostet haben, dann säße diese Narbe an ihrem Oberschenkel jetzt woanders. Der Mörder deutete auf Jeffreys Brust, indem er mit seinem clownartigen Finger bedächtig eine Linie in der Luft zog. Jeffrey merkte, wie er mit der rechten Hand unwillkürlich an sein Bein und die Stelle fuhr, an der Hart's Messer ihn getroffen hatte. Er entsann sich, wie er reglos stehen geblieben war, als der Mörder zu seinen Füßen das Bewusstsein verlor, nachdem er ein einziges Mal mit seinem Jagdmesser ausgeholt und ihn übel verletzt hatte. Jeffrey wäre am liebsten augenblicklich aufgestanden und hätte den Raum verlassen. Er ertappte sich dabei, wie er sich schon eine Entschuldigung für seine Schwester zurecht legte. Doch im selben Moment machte er sich klar, dass er noch nicht erfahren hatte, was er wissen musste. Er glaubte, dass diese Auskunft nicht mehr lange auf sich warten lassen würde, und so wechselte er nur nervös die Stellung, ohne aufzustehen. Es kostete ihn einiges an Willenskraft, nicht aus dem kleinen Raum zu stattdessen platzte sie heraus. Sie brauchte also Sicherheit und Isolation, was noch? Hart beäugte sie. Privatsphäre, Susan, vollkommene Privatsphäre, er lächelte. Man muss sich konzentrieren können und hundert Prozent sicher sein, dass man ungestört bleibt. Deine ganze Aufmerksamkeit, deine ganze Kraft, dein ganzes Sein ist auf diesen einen Ort gerichtet. Habe ich nicht recht, Professor? Ja. Sehen Sie, Susan, es geht um einen ganz besonderen Moment. Er ist einmalig, mächtig, überwältigend. Alles in einem verdichtet sich in diesem Moment. Er gehört dir und ihr und niemandem sonst. Aber zugleich weiß man, das, was man vollbringen will, wie alle großen Leistungen in der langen und mühseligen Geschichte unserer Welt voller Gefahren ist. Körperflüssigkeiten, Fingerabdrücke, Haarfasern, DNA-fähiges Material, all diese kleinen Details, die von der Polizei so gewissenhaft bei jedem Fall eingesammelt werden. Demnach muss der Ort so beschaffen sein, dass man dies alles unter Kontrolle hat. Andererseits soll das Abenteuer nicht zu steril werden. Das würde die Spannung verderben. Wieder legte Hart eine Pause ein und zog eine Augenbraue hoch. Verstehen Sie das alles, Susan? Verstehen Sie, was ich meine? So allmählich. Sie spielen nach ihrer eigenen Melodie, sagte der Mörder. Susan nickte, doch Jeffrey saß plötzlich kerzengerade. Sagen Sie das noch einmal, forderte er Hart auf. Hart sah ihn an. Was? Doch diesmal winkte Jeffrey nur ab. Nein, nein, schon gut. Er stand auf und hob die Hand Richtung Spiegel. Wir sind fertig. Danke, Mr. Hart. Ich bin noch nicht fertig, erklärte Hart langsam. Wir sind fertig, wenn ich es sage. Nein, widersprach Jeffrey. Ich habe, was ich brauche. Ende des Interviews. Ein Moment lang traten die Augen des Mörders stark hervor und Susan schreckte fast vor diesem plötzlichen Hass zurück. Die Handschellen rasselten in der Metallhalterung. Zwei stämmige Gefängniswärter betraten den Raum. Sie warfen beide einen Blick auf den verspannten Mann am Tisch, der verwut fast zu bersten Sondereskorte anzufordern. Dann wandte er sich an die Claytons und sagte, er scheint erregt zu sein, wäre vielleicht besser, wenn sie beide zuerst gehen würden. Susan sah, wie an der Stirn des Mörders eine Ader vorstand. Er war zusammengesackt, doch seine Nackenmuskeln waren verhärtet. Was habe ich gesagt, Professor? fragte Hart. Ich dachte, ich wäre vorsichtig. Sie haben mich auf etwas gebracht. Auf was gebracht, Professor Hart. Hart hob kaum merklich den Kopf. Wir sehen uns in der Hölle. Jeffrey legte seiner Schwester eine Hand auf den Rücken und schob sie beinahe aus der Tür. In dem angrenzenden Korridor sah sie eine etwa sechsköpfige Gruppe Wärter mit Schlagstöcken, Schutzhelmen und getöntem Visier und Splitterschutz Westen in ihre Richtung kommen. Die Stahlspitzen ihrer Stiefel klackten auf dem gewachsenen Linoleum. Mag sein, erwiderte Jeffrey und drehte sich noch einmal um. Aber sie kommen schneller hin als ich. Hart kicherte wieder, doch diesmal klang es freudlos. Susan stellte sich vor, dass dies das letzte war, was eine Reihe junger Frauen auf dieser Erde zu hören bekommen hatte. Darauf würde ich mich nicht verlassen, gab er zurück. Ich könnte mir denken, dass sie schon unterwegs sind. Beeilen sie sich, Professor, ein bisschen hopp, hopp. Die Wärter drängten sich an ihnen vorbei in den Raum. Nicht sie raus hier, meinte Jeffrey und Pack des Husen am Ellbogen, um sie durch den Flur zu geleiten. Hinter ihnen ertönte ein gewaltiges Wutgebrüll und mehrere sehr laute Stimmen. Ein paar Obszönitäten flogen durch die Luft. Dann hörte man das Geräusch von um sich tretenden Füßen am Boden und das dumpfe aufeinander prallen von menschlichen Körpern. Sie hörten noch einen Schrei, eine Mischung aus Wut und Schmerz. Sie haben ihn betäubt, erklärte Jeffrey. Als sie in eine Schleuse traten, verstummte das Geräusch mit einem Schlag. Draußen wartete der große Texas Ranger, der sie zum Gefängnis gefahren hatte. Er schüttelte den Kopf. Mann, ist das ein kranker Typ, meinte der Ranger. Ich hab das Kontrollfenster zugesehen, Miss. Ich fand, sie waren in einigen heiklen Momenten verdammt cool. Falls sie sich je mit dem Gedanken tragen, sich beruflich zu verändern und ein Texas Ranger zu werden, also meine Stimme ist ihnen sicher. Danke, sagte Susan. Sie holte einmal tief Luft und hielt plötzlich den Atem an. Sie drehte sich zu ihrem Bruder um. Du hast es gewusst, nicht wahr? Was gewusst? Du wusstest, er würde sich nicht auf ein Treffen einlassen, außer vielleicht, um dir ins Gesicht zu spucken. Aber du hast auch gewusst, dass er der Versuchung nicht widerstehen könnte, vor mir zu prahlen. Deshalb wolltest du mich dabei haben, richtig? Meine Anwesenheit sollte ihm die Zunge lösen. Ihre Stimme zitterte ein wenig. Er nickte. Das schien mir die richtige Strategie zu sein. Susan stieß einen langen, leisen Seufzer aus. Dann flüsterte sie ihrem Bruder zu. Na schön, was zum Teufel hat er gesagt? Sie spielen nach ihrer eigenen Melodie. Susan nickte. Okay, das habe ich auch gehört. Aber was schließt du daraus? Sie marschierten im Eilschritt durch das Gefängnis, als sei jede Sekunde so wichtig wie gefährlich. Weißt du noch, als wir klein waren, die absolute Regel, ihn niemals zu stören, wenn er Geige spielte, unten im Keller. Ja, wieso da? Wieso nicht in seinem Arbeitszimmer oder im Wohnzimmer? Stattdessen ist er mit der Geige in den Keller gegangen. Kaum wurde Susan klar, was das bedeutete, überschlugen sich ihre Worte. Demnach suchen wir nach. Seinem Musikzimmer. Professor Tod biss die Zähne zusammen. Nur, dass er dort nicht Geige spielt. Diana Clayton war auf halbe Distanz an das Auto herangekommen, als sie die Gestalt sah, die hinter dem Lenkrad kauerte. Sie blieb noch einmal stehen und lauschte auf Geräusche. Dann ging sie vorsichtig weiter. Sie hatte das Gefühl, als sei es plötzlich heißer geworden, und sie hielt sich die Hand über die Augen, um sie vor der Sonnenspiegelung in der Metallkarosserie zu schützen. Sie spürte, wie es ihr in den Ohren pochte und wie sich ihr Herzschlag beschleunigte. Sie wischte sich den Schweiß aus den Augen und hatte das Bedürfnis, den Atem anzuhalten. Sie musste sich zwingen, wachsam zu bleiben, statt nur auf die Gestalt im Wagen zu stachen. Sie versuchte, sich zu erinnern, wann sie schon einmal einen Toten gesehen hatte, erkannte aber, dass alle Opfer von willkürlicher Gewalt oder von Autounfällen, die sie bislang gesehen hatte, nur einen flüchtigen Eindruck hinterlassen hatten. Eine Gestalt unter einem Tuch, ein kurzer Blick auf lebloses Fleisch, bevor es im Leichensack verschwand. Mit einer Ausnahme hatte sie sich noch nie einem Toten genähert. und schon gar nicht allein und schon gar nicht als Erste und erst recht nicht einem Opfer von tückischer Gewalt. Sie überlegte, was ihr Sohn jetzt machen würde. Er wäre vorsichtig, sagte sie sich. Er würde am Fundort nichts anrühren, um kein Beweismaterial zu zerstören. Ihm würde keine Nuance der Szene entgehen, weil ihm jedes Detail etwas mitteilte. Er würde die Umgebung lesen wie ein Mönch einer Handschrift. Langsam trat sie vor und fühlte sich vollkommen überfordert. Als sie nur noch drei Meter entfernt war, sah sie, dass die Scheibe im Seitenfenster auf der Fahrerseite zersplittert war und die Schaben auf dem Boden lagen. Die wenigen Glasreste, die noch im Rahmen steckten, waren mit rotem Blut sowie grauer Gehirn- und Knochenmasse verklebt. Das Gesicht des Mannes konnte sie immer noch nicht sehen. Er war nach vorne auf das Lenkrad gesackt. Sie wünschte, sie hätte anhand der Schultern oder auch von Schnitt und Farbe der Kleidung sagen können, wer es war, doch sie musste passen. Sie sah ein, dass sie noch näher herantreten musste. Ihre Hände legten sich fester um den Revolver. Sie drehte sich einmal um die eigene Achse und später erneut in alle Richtungen. Wie eine Mutter ans Bett ihres schlafenden Kindes schleicht, pirschte sich Diana auf zehn Spitzen seitlich an den Wagen heran. Ein rascher Blick auf den Rücksitz sagte ihr, dass er leer war. Erst jetzt zwang sie sich die Leiche anzusehen. In der rechten baumelte dem Mann eine große halbautomatische Pistole mit einem großen Kaliber. In der linken hielt er einen blutbespritzten Umschlag. Sie ging noch ein Stück vor. Der Mann hatte die Augen geöffnet und sie schnappte laut nach Luft. Als sie ihn erkannte, taumelte Diana zurück. Wie ein Partybesucher, der merkte, dass er ein zu viel Intus hatte, schwankte sie ein wenig, als sie den Rückzug antrat. Sie lehnte sich an einen großen Felsen, ohne den Blick von dem Toten zu lassen. Sie brauchte nicht den Brief aus der Tasche zu ziehen, um sich zu erinnern, was darin stand. Ebenso wenig glaubte sie noch, dass der Brief, der ihr einen netten Morgenspaziergang empfahl, von dem Toten stammte. Sie wußte, wer ihn geschrieben hatte und wer ihr diesen Ausblick bescherte. Bei dem Gedanken hatte sie einen säuerlichen, bitteren Geschmack im Mund und sie griff nach der Wasserflasche. Sie nahm einen Schluck, um sich mit der lauen Flüssigkeit die Zunge zu spülen. Er hatte gesagt, der Anblick, der sie erwartete, sei einmalig und sie räumte ein, dass der Tod vielleicht das einzige war, das zugleich alltäglich wie einmalig war. Die Architektur des Todes Die Nachmittagsluft war rau und trocken gewesen, so dass bei Einbruch der Dunkelheit die Temperatur erheblich sank. Die frühabendliche Kälte schlug Jeffrey und Susan Clayton entgegen, als sie zu der Stelle geleitet wurden, an der ihre Mutter an diesem Morgen die Leiche von Agent Martin gefunden hatte. Nach ihrer Landung hatten sie keine näheren Einzelheiten über die Todesumstände erfahren, sondern waren nur unterrichtet worden, es hätte einen Unfall gegeben. Susan entdeckte die Einfahrt zu ihrem Zwei Zwei Leuchter Martin stehen und auf die Leiche starren. Susan las noch. Das hat nie im Leben Agent Martin geschrieben, stellte sie fest. Das ist weder sein Stil noch seine Wortwahl. Zu geheimnisgrämerisch, zu langatmig. Sie zögerte. Wir wissen, wer das geschrieben hat. Jeffrey nickte. Ich frage mich, wieso er wollte, dass ich hier raufkomme, sagte Diana. Vielleicht, weil du sehen solltest, wozu er fähig ist, erwiderte Susan. Jeffrey nickte. Susi, Mom, bleibt bitte in der Nähe, ich brauche vielleicht eure Hilfe. Dann ging er zu Agent Martins Wagen. Manson starrte konzentriert auf das blutbespritzte Glas, das unterhalb des Fahrerfensters über den Boden verstreut lag. Als er Jeffrey kommen sah, huschte ein schwaches Politiker lächeln über sein Gesicht. Dann griff er in die Tasche eines Sportmantels und zog ein paar Latex-Handschuhe heraus, die er Jeffrey in hohem Bogen zuwarf. Hier, jetzt kann ich dem berühmten Professor tot bei seiner eigentlichen Arbeit zusehen. Jeffrey fing die Handschuhe wortlos auf. Natürlich gibt es offiziell nichts darüber zu berichten, jedenfalls nicht viel, fuhr Manson fort. Wegen beruflicher Schwierigkeiten entmutigt, ohne den Halt einer Familie, wählte der zuverlässige und aufopferungsvolle Staatsdiener tragischerweise den Freitod. Selbst hier, wo so vieles wieder ins Lot kommt, können wir gegen Depressionen wenig tun. Es mag die übrigen von uns daran erinnern, wie glücklich wir uns schätzen dürfen. Er hat sich nicht das Leben genommen, das wissen sie. Manson schüttelte den Kopf. Manchmal erfordert unsere Welt zwei unterschiedliche Interpretationen der Ereignisse. Natürlich liegt die eben zitierte nahe, und dann gibt es noch die weniger offensichtliche. Die bleibt, wie soll ich sagen, eher privat, unter uns. Er sah zu den Leuten der Spurensicherung hinüber. Die haben nur die Aufgabe, etwas zu untersuchen, das ihnen für die Ermittlungen wichtig erscheint. Ansonsten ist das ja ein Selbstmord und wird von der Staatssicherheit auch als solcher behandelt. Tragisch. Manson trat vom Wagen zurück. Mit einer leichten Verbeugung und einer Armbewegung machte er Jeffrey Zeichen mitzukommen. Sagen Sie mir, was passiert ist, Professor. Sagen Sie mir genau, was Sie sehen. Und sagen Sie es nur mir. Jeffrey ging zur Beifahrerseite des Wagens und öffnete die Tür. Er ließ den Blick schnell, doch gründlich über das Wagen innere schweifen. Er bemerkte die beiden Ferngläser auf dem Sitz. Dann wandte er sich Agent Martins Leiche zu. Er blieb unberührt, als betrachtete er in einer Galerie das Gemälde eines zweitrangigen Malers. Je länger er hinsah und die Leinwand inspizierte, desto klarer traten die Fehler in dem Porträt zutage. Der Körper des Agenten war unter der Wucht des Schusses nach links gesackt. Augen und Mund waren aufgerissen, als könne er den Tod nicht fassen. Die Wunde als solche war gewaltig, ein beträchtlicher Teil des Schädels zertrümmert, wodurch der Ausdruck in dem blutüberströmten Gesicht noch schauriger und grotesker wirkte. Immer noch über den Sitz gelehnt, sah Jeffrey, dass der Tote in der linken Hand einen Brief hielt, der ebenfalls mit Blut verschmiert und mit zähflüssiger, farbloser Gehirnmasse überzogen war. Die rechte Hand, die mit lockerem Griff Martins Hose, unter dem ein aufgeschurftes Knie zum Vorschein kam, das vor seinem Tod geblutet hatte. Er beugte sich weiter hinein und zog das Hosenbein vom Knöchel des Detektiv zurück. Das flache Wurfmesser, das er an dem Nachmittag ihrer ersten Begegnung getragen hatte, war einer kurzläufigen Pistole Kaliber 38 gewichen, die in einem ledernen Knöchelholz da steckte. er. Er blickte wieder auf Martins Augen. War das dein letzter Gedanke, wie du an die Pistole kommst, wie du dich wehren kannst? Er schüttelte den Kopf. Du hattest keine Chance. Durchs Fenster blickte Jeffrey zu Manson hinüber, der von der Todeszene zurückgetreten war. Er sagte nichts, auch wenn er dachte, jetzt ist also der Killer, der euer Problem lösen sollte, nachdem ich ihm meinen Vater ausgeliefert habe, selbst in einen Hinterhalt getappt und ermordet worden. War nicht ganz so gewieft, nicht ganz so clever, nicht ganz so tödlich, wie ihr vermutet hattet. Er sah, wie Manson das Gesicht verzog, als wäre ihm im selben Moment der gleiche Gedanke gekommen. Und jetzt müsst ihr eure ganzen Hoffnung in jemanden setzen, den ihr nicht unter eurer Kontrolle habt. Das findet ihr wahrscheinlich ziemlich unangenehm, nicht wahr? Allerdings nicht ganz so unangenehm, die Folgen, die sich ergeben, wenn ich meinen Vater nicht finde. Trotzdem verdrießlich. Er grinste einen Moment angesichts der Situation. Jeffrey richtete sich halb auf und untersuchte kurz den Rücksitz, konnte jedoch nichts auffälliges feststellen, auch wenn er wusste, dass sein Vater der Mörder dort gesessen hatte. Er hing der bescheidenen Hoffnung nach, dass sich dort vielleicht mikroskopisch feine Kleiderfasern oder Haarrückstände finden ließen, womöglich sogar einen Fingerabdruck. Doch er bezweifelte es. Außerdem zweifelte er, dass man ihm, trotz der Bemerkung von Manson, eine vollständige forensische Untersuchung des Autos bewilligen würde. Jeffrey stand auf und griff in eine Jackentasche, aus der er ein kleines Lederetui mit ein paar Metallwerkzeugen zog. Er nahm eine blitzende Stahlpinkzette und lehnte sich über den Beifahrersitz hinweg. Behutsam aber entschlossen zog er den Brief aus Martens toten Fingern. Ohne ihn zu berühren las er in schwarzen Bleistift Lettern die Initialen J.C. auf der Vorderseite. Er wollte den Umschlag gerade öffnen, als er es sich anders überlegte. Er drehte sich um und winkte seine Schwester heran, die nur zwanzig Meter entfernt stand. Sie sah ihn, nickte und verließ Diana, die immer noch an ihrem Kaffee neppte. Was ist das? fragte Susan, als sie herüberkam. Geoffrey sah, dass sie den Blick vom Wagen abwandte. Doch dann beugte sie sich vor und schaute hinein. Nach einer Weile richtete sie sich auf. Hässlich, erklärte sie. Er war ein hässlicher Mann und hat ein hässliches Ende genommen. Trotzdem, den hatte er in der Hand. Du kennst dich am besten mit Worten aus. Ich dachte, du solltest ihn vielleicht mit mir zusammen lesen. Susan betrachtete eingehend den Umschlag mit den Initialen J.C. Naja, meinte sie, wohl ziemlich eindeutig, an wen er gerichtet ist, es sei denn Jesus Christus stünde auf der Adressenliste unseres lieben alten Dad. Mach ihn auf. Jeffrey nahm vorsichtig wie ein Assistenzarzt, der seiner ruhigen Hand noch nicht ganz traut, die Pinzette und öffnete den Umschlag. Er war mit Tesafilm und nicht mit Spucke zugeklebt, stellte Jeffrey mit Bedauern fest. Bruder und Schwester sahen, dass darin ein Blatt gewöhnliches weißes Notizpapier steckte. Er packte es behutsam an der Ecke und entfaltete es auf der Kühlerhaube. Ein Moment lang schwiegen sie beide. Da hol mich der Teufel, fluchte Susan, indem sie die Worte durch die Zähne pfiff. Das Papier war leer. Jeffrey zog die Stirn entfalten. Das ist mir zu hoch, stellte er ruhig fest. Er drehte das Blatt um und sah, Papier in die Höhe gegen die untergehende Sonne und suchte nach irgendwelchen Zeichen dafür, dass es beschrieben worden war und sei es mit Zitronensaft oder einer anderen Substanz, die unter Röntgenlicht erscheinen würde. Ich werde ihn wohl in ein Labor mitnehmen müssen, überlegte er. Es gibt Techniken, um eine unsichtbare Schrift unsichtbar zu machen. Schwarzlicht, Laser, alles Mögliche. Ich frage mich nur, wieso er das, was er geschrieben hat, versteckt. Susan schüttelte den Kopf. Du stehst auf deiner Leitung, nicht wahr? Was meinst du? Das unbeschriebene Blatt, das ist seine Botschaft an dich. Jeffrey schnappte nach der zunehmend kalten Luft. Das musst du mir erklären, bat er leise. Ein unbeschriebenes Blatt sagt so viel, wie eins, das voll geschrieben ist. Wahrscheinlich sogar mehr. Es sagt, du weißt nichts. Es sagen, er ist eine unbekannte Größe. Tabula rasa. Es sagt dir auch, du sollst aus dem, was du siehst lernen und nicht aus dem, was man dir sagt. Was ist ein Kind für seinen Vater? Du fängst mit einem unbeschriebenen Blatt an und formst das Kind zu einer Persönlichkeit. Steckt eine ganze Menge drin? Die weiße Leinwand, die auf den ersten Pinselstrich des Malers wartet. Die ersten Worte des Autors auf einer leeren Seite. Es ist alles symbolisch. Das, was er nicht sagt, wirkt viel stärker als das, was er vielleicht hätte sagen können. Symbolik, Symbolik, Symbolik. Langsam nickte ihr Bruder. Der Detektiv ist ein Mann der handfesten Dinge, sinnierte er. Aber der Mörder drückt sich in Bildern aus. Wieder nahm Jeffrey einen tiefen Zug von der kühlen Luft des windstillen Abends. Und der Professor, der Lehrer, begann er. Sollte in der Lage sein, beides zu überbrücken, brachte Susan den Satz zu Ende. Jeffrey wandte sich vom Wagen ab und machte ein paar energische Schritte zurück zum Weg. Susan zögerte und ließ ihm einen Vorsprung. Dann rannte sie ihm hinterher. Beide gingen in zügigen Hakenhoch, als sie sah, wie ihr Bruder mit seinen aufgewühlten Gefühlen kämpfte. Wir sollten einfach schleunigst abhauen, rief er und blieb abrupt stehen. Nein, widersprach sie, er hat uns gefunden, wir können uns nicht wieder verstecken. Aber was sollen wir machen, ihn verhaften, töten, ihn bitten, uns in Frieden zu lassen? Ich weiß es nicht, er ist bösartig. Ich weiß, und er ist ein Teil von uns, oder meinetwegen auch wir von ihm. Und? Ich weiß nicht, Susi. Wieder trat Schweigen ein. Jeffrey wandte sich von seiner Schwester ab und starrte den Pfad hinauf. Was zum Teufel hat Martin da oben verloren? fragte er unvermittelt. In diesem Moment entdeckte er eine kleine schwarze Form auf dem losen Sand. Sie ähnelte einem Stein, war aber für einen natürlichen Gegenstand schopfte den Staub ab. Es war die Schutzkappe eines der Fernleser. Er blickte zum Wagen zurück und lief dann weiter, während seine Schwester mit ihm Schritt hielt. Sie marschierten zügig um die kleine Kurve, dann den Pfad hinunter. Wonach hat er hier oben gesucht? fragte Jeffrey. Susan blieb stehen. Sie zeigte gerade aus und Jeffrey sah unter sich den Komplex der Reihenhäuser. Nach uns, erklärte sie. Der gute Agent hat uns ausspioniert. Wieso? Jeffrey überlegte einen Moment, weil er damit gerechnet hat, dass die Zielperson auftauchen würde. Deshalb war er da oben. Er suchte die Stelle ab und entdeckte in der Nähe eines Felsens die zerknüllte Zellophanhülle von Agent Martens Keksen. Hier hat er gewartet und hinüber gesehen. Und dann hat er aus irgendeinem Grund kehrt gemacht und ist im Eiltempo den Weg zurück gelaufen. Ich würde sagen, so schnell er konnte, denn er hat einen Kratzer an seinem Knie, den er sich nur geholt haben kann, in dem er gestolpert oder gefallen ist. Wahrscheinlich da, wo ich die Schutzkappe gefunden habe. Ein Mann, der es mit seinem eigenen Selbstmord so eilig hat? Nein, ein Mann, der glaubt, er hätte etwas gesehen, dann aber etwas anderes entdeckt. Eine Falle? Ein Mann, der anderen eine Falle stellt, wiegt sich gewöhnlich in einer trügerischen Sicherheit, was ihn in den meisten Fällen daran hindert, die Falle zu sehen, in die Erd tappt. Jedenfalls ist das eine plausible Vermutung. Er ist hier allein hochgekommen, um euch auszuspionieren, nur, dass er nicht allein war. Ich könnte mir verschiedene Szenarios denken. Er hat versucht wegzurennen. Vielleicht. Er steigt in den Wagen, aber da hat er bereits eine Pistole am Kopf. Vielleicht. Oder der Mörder hat im Wagen auf ihn gewartet. Vielleicht. Jedenfalls stirbt er dort. Er wird ermordet. Ein Knall und der Mörder steckt dem Detective die Pistole, seine eigene Waffe in die Hand. Höchst einfach. Der Geoffrey ertappte sich bei dem Gedanken an junge Frauen, die verschwanden und angeblich von wilden Hunden angefallen wurden. Das sagte er nicht laut. Ihm kam der Gedanke, dass es für den Mörder ein unglaublicher Luxus sein musste, an einem Ort Ein Stück Erde wartete nur darauf, dass hier ein neues Kapitel in der Geschichte geschrieben wurde. Der sicherste Ort zum Leben in dieser Nation war auch der sicherste Ort zum Töten. Er bezweifelte, dass Manson sich dieser Ironie bewusst war. Wir müssen es nicht genau wissen. Susan sprach langsam, und Geoffrey drehte sich zu ihr um und hörte zu. Manchmal steckt die Botschaft in der Gegenüberstellung von Ereignissen, von Ideen. Wir sollen erkennen, wie er über die Details des Sterbens bestimmt. Geoffrey nickte. Er stellt raffinierte Fallen. Er möchte, dass man in eine bestimmte Richtung denkt, bis man erkennt, dass genau nach seinem Plan etwas ganz anderes passiert. Allerdings, die besten Prussels sind immer Labyrinter, mit Wegweisern, die in die falsche Richtung führen. Während Susan schwieg, legte sich ein schiefes Grinsen auf ihrem Mundwinkel. Geoffrey sah eine Härte in ihren Augen, die er an ihr nicht kannte. Mir fällt noch etwas ein, verkündete sie. Nämlich, siehst du nicht, wie er mit uns kommuniziert? Geoffrey schüttelte den Kopf. Ich kann ihr nicht folgen. Susans Stimme wurde vom Wind gedämpft, als wurde jedes Wort erst einmal durch geschüttelt und herum gewirbelt. Mir hat ihr Rätsel geschickt. Er hat mit Worten gespielt. Das heißt, er hat sich der Sprache bedient, die ich kenne. Madahari, die Rätselkönigin. Dir was anderes. Dir schickt er Botschaften in deiner Sprache. Gewalt und Mord. Professor Tod, das sind Rätsel anderer Art, aber trotzdem Rätsel. Ist das nicht typisch für Eltern, dass man die Art der Kommunikation auf die besonderen flüsterte er. Was? Vor sieben Jahren, kurz nach meiner Berufung an die Universität, verschwand eine meiner Studenten. Eine junge Frau, die ich eigentlich nicht kannte, ein Gesicht unter vielen in einem großen Hörsaal. Man fand sie in einer sehr ähnlichen Haltung wie das Mädchen, das ermordet wurde, als wir New Jersey verließen, als wir noch klein waren. Und genau wie das erste Opfer hier im 51. Martin dich hergeholt hat, sondern er, fügte Susan hinzu. Das war er. Hat er auch gewusst, dass ich dich und Mutter herbringen würde? Susan überlegte. Ich denke, das nehmen wir besser an. Vielleicht ging es bei all seinen Botschaften an mich ebenfalls darum. Sie schwiegen beide einen Moment. Die Frage ist nur nach wie vor. Wieso? meinte Susan. Ich weiß die Antwort nicht. Noch nicht, sagte Geoffrey zögerlich. Eines allerdings weiß ich genau. Nämlich? Wir täten verdammt gut daran, ihn unsererseits zu finden, bevor wir die Antwort auf die Frage von ihm erhalten. Diana zog sich in das kleine Zimmer mit dem Klappbett zurück, um sich auszuruhen. Aber das fiel ihr schwer. Nicht nur die Schmerzen, die sich just in diesem Moment zurückmeldeten, sondern auch der beunruhigende Tod des Polizisten sowie ihre Angst davor, was die nächsten Stunden oder Tage für sie und ihre Kinder bringen würden, das alles verschwor sich gegen sie und gönnte ihr keinen Schlaf. Sie wusste, dass ihre beiden Kinder im angrenzenden Zimmer versuchten, denjenigen zu finden, der sie alle drei bedrohte, und sie war ein wenig enttäuscht, nicht mit einbezogen zu sein. Bruder und Schwester saßen an den Computern in Jeffreys Büro im Gebäude der Staatssicherheit und sondierten die Fakten, nach denen sie suchen wollten. Auf den Bauplänen, überlegte Jeffrey, wird es als Musikzimmer aufgeführt sein? Oder als Arbeitszimmer, als Heimkino? Nein, Musikzimmer, weil er eine Schalldämmung einbauen wird. Das würde auch für ein Heimkino gelten. Ah, das stimmt. Wir sollten auch danach suchen. ganz entscheidend, fügte Susen hinzu. Ein Pianist oder auch ein Schellist würde etwas Zentrales wollen. Hauptgeschoss vielleicht neben dem Wohnzimmer. Sowas in der Art, weil er nämlich das, was er tut, nicht verstecken will, sondern sich nur die Möglichkeit des Rückzugs schafft. Privatsphäre aber auch die Möglichkeit zur Öffnung. Jeffrey nickte. Isolation, von den Haupträumen des Hauses deutlich entfernt, aber auch nicht vergraben, er will leichten Zugang. So ungefähr, vielleicht außerdem noch ein geheimer zweiter Ausgang. Meinst du, er würde ein Gästehaus bauen und es für seine Musik nutzen? fragte sie. Nein, eher nicht. Ein Gästehaus kommt mir zu exponiert vor. Denk dran, was dein Freund Mr. Hart darüber gesagt hat, die Umgebung unter Kontrolle zu haben. Damals in Hopewell hat er es im Keller gemacht, entlegen, aber nicht abgetrennt. Es gibt noch etwas, das hier eine Rolle spielt. Was? Die Psychologie des Tötens. Seine Morde sind ein Teil von ihm. Sie gehören zu seinem Wesenskern. Er wird sich wünschen, den Tod immer in seiner Nähe zu haben. Aber die Leichen waren über den ganzen Bundesstaat verstreut. Die Leichen sind für ihn nur Abfall, Müll. Sie haben nichts mehr mit dem zu tun, wer und was er ist. Aber was in diesem Zimmer passiert, macht ihn zu dem, was er ist, führte Susan seinen Gedanken zu Ende. Das leuchtet mir ein. Mehr oder weniger entspricht das dem, was dein Freund Mr. Hart gesagt hat. Sie seufzte und starrte ihren Bruder an. Es muss dir wehtun, sagte sie ruhig. Was? Das ist dir so leichtfältig, in diese Dinge hinein zu versetzen. Er reagierte nicht sofort und sie schloss daraus, dass ihm die Antwort schwer fiel. Schließlich nickte er. Ich habe Angst, Susi. Schreckliche Angst. Vor ihm? Jeffrey schüttelte den Kopf. Nein, davor, wie er zu sein. Sie hatte schon einen Protest auf den Lippen, schluckte die Bemerkung jedoch hinunter, wobei sie hörbar die Luft einsog. Jeffrey griff in eine Schublade und holte langsam eine große halbautomatische Handfeuerwaffe hervor. Mit einem Klicken löste er die Sperre und ließ den vollen Ladestreifen auf den Boden fallen. Dann zog er den Spannabzug und löste die Patronen aus der Kammer, sodass sie zuerst mit lautem Klappern auf den Schreibtisch fielen und dann geräuschlos auf den Teppich rollten. Ich besitze mehrere Waffen, erklärte er. Das tut jeder, antwortete seine Schwester. Aber bei mir ist es anders. Ich erlaube mir nicht zu schießen, fuhr er fort. Ich habe noch nie abgedrückt, aber du bist bei so vielen Verhaftungen dabei gewesen. Ich habe nie gefeuert. Sicher, ich habe die Waffe auf jemanden gerichtet, jemanden bedroht, aber tatsächlich abgedrückt? Kein einziges Mal. Auch nicht zu Übungszwecken. Ich habe Angst, es könnte mir gefallen. Er schwieg eine Weile, dann legte er die Waffe vor sich auf die Kante des Schreibtischs. Ich fuchtele nie mit Messern herum, sprach er weiter. Zu verführerisch. Es ist dir noch nie so gegangen? Nein. Und du hättest keine Zweifel, du würdest nicht zögern. Nein, erwiderte sie mit weniger Nachdruck. Andererseits habe ich von dieser Warte aus gesehen. Jeffrey nickte. Macht ein nachdenklich, oder? Ein bisschen. Susi, wenn es dazu kommt, zögere nicht. Schieße, warte nicht auf mich, erwarte nicht von mir, dass ich handle, erwarte nicht, dass ich entschlossen bin. Du bist von uns beiden immer die Draufgängerin gewesen. Sicher, fuhr sie sarkastisch dazwischen. Diejenige, die mit Mom zu Hause geblieben ist, während du in die große weite Welt hinausgezogen bist und etwas aus dir gemacht hast. Trotzdem ist es so, war es schon immer. Du warst diejenige, die Risiken eingeht. Ich war Herr Studiosus, Mr. Arbeitsbiene, Bücherwurm und sonst kein Leben. Zähle nicht auf mich, wenn Action gefragt ist. Du übernimmst. Verstehst du, was ich dir sagen will? Susan nickte. Natürlich. Doch innerlich hatte sie Zweifel. Sie schwiegen, bis Jeffrey sich auf seinem Sitz wieder zum Computermonitor umdrehte. Also, sagte er in einem scharfen Ton, der nach Entschlossenheit klang. Dann schauen wir mal, ob all diese Vorschriften und Verordnungen, Verträge und Verbote, die es in dieser brandneuen Welt von morgen gibt, uns tatsächlich dabei helfen, ihn zu finden. Er tippte ein paar Tasten und wenig später erschienen die Worte auf dem Monitor. Baugenehmigung, 51. Bundesstaat. Die Baupläne durchzusehen war ein mühseliges Geschäft. Sie beschränkten sich auf Häuser, die in blauen Wohngebieten errichtet worden waren, da sie davon ausgingen, dass Eigenheime in weniger privilegierten Vierteln nicht im selben Maße Privatsphäre boten. Allerdings konnten sie mit der Vermutung auch falsch liegen. Denn Jeffrey konnte durchaus die Befriedigung nachempfinden, die der Mörder wahrscheinlich dabei empfand, wenn er seine Taten in gefährlicher Nähe zu Nachbarn beging. Die Literatur über Mord war, wie er seiner Schwester erzählte, voller Beispiele von Nachbarn, die aus einem Haus ganz in der Nähe herzzerreißende Schreie gehört hatten, sie aber ignorierten oder einen harmlosen, wenn auch eher unglaubwürdigen Quelle wie Hunden und Katzen zuschrieben. Das abgeschirmt sein, erklärte er, musste nicht unbedingt physisch, sondern konnte auch psychisch begründet sein. Doch da sie seit Jeffreys Reise nach New Jersey wussten, dass ihr Vater über viel Geld verfügte, hielten sie sich an die nach den Wünschen der Bauherren geplanten Häuser der teuersten Kategorie. Per Computer kamen sie an die Unterlagen und Pläne zu jeder freistehenden Villa oder jedem Reihenhaus, jeder Wohnanlage, jedem Einkaufszentrum, jeder Kirche, Schule, Sporthalle und jeder Station der Staatssicherheit innerhalb des ganzen Territoriums. Darüber hinaus waren die Pläne zu jedem älteren Haus gespeichert, das nach der Einverleibung fertiger Wohngebiete in den neuen Staat aufgrund der behördlichen Auflagen umgebaut worden war. Mit dieser Kategorie davon aus, dass sein Vater mit einem präzisen Plan im 51. Bundesstaat eingetroffen war und diesen seinen Vorstellungen entsprechend umsetzen wollte. Es wird ein neues Haus sein, sagte er sich, aus den frühsten Entstehungsjahren des neuen Territoriums, als die Kräfte von Geld und Sicherheit zusammentrafen, um das neue Gebilde zu schaffen. Das Problem war nur, dass es knapp 4000 Eigenheime der obersten Kategorie im neuen Bundesstaat gab. Nachdem sie sämtliche Häuser ausgeschlossen hatten, die nach dem Verschwinden des ersten jungen Opfers errichtet worden waren, konnten sie diese Zahl auf 700 bis 800 reduzieren. Für Geoffrey entbehrte das nicht der Ironie. Ihr Vater war ein Mann, der Planung und Spontanität vereinte. Er war anpassungsfähig und doch unbeirrbar. Er wird hier erst getötet haben, nachdem alles fertig war, überlegte Geoffrey. Nachdem er die Sicherheitskriterien in seinem Plan zu seiner vollen Zufriedenheit verwirklicht hatte. Er wird sich auch ein umfassendes Wissen über den Staat und seine Funktionsweise angeeignet haben. Die Vorbereitungen zu einem Mord sind vermutlich fast genauso fesselnd und erregend für ihn wie das Töten selbst. Und wenn es dann glatt und präzise ausgeführt wird, muss es für ihn der vollkommene Nervenkitzel sein. Geoffrey dachte an die Violine in den Händen seines Vaters. Erst die Läufe, dann die Tonleiter herauf und herunter, dann die Griffe und Finger Positionen, dann jeder Ton einzeln, bis er saß. Und erst dann spielte er die ganze Symphonie von Anfang bis Ende. Geoffrey holte sich einen weiteren Bauplan auf dem Bildschirm. Er versuchte sich an die Kinder großer Musiker zu erinnern. Eines Komponisten, dessen Werke die Jahrhunderte überdauert hatten und dessen Kind sich mit dem Genie des Vaters hätte messen können. Er musste passen. Er dachte an Künstler, Schriftsteller, Dichter, Filmemacher. Doch ein Beispiel von einem Kind, den Vater übertraf, fiel Ein schönes Haus, dachte er, Licht durchflutet, voll eleganter Formelemente und einer Raumgestaltung, die, wie so viele Häuser im 51. Bundesstaat, optimistisch von der Zukunft und nicht der Vergangenheit kündeten. Er drückte eine Taste und schickte die Pläne auf nimmerwiedersehen in den elektronischen Speicher zurück. Der nicht. Er warf seiner Schwester einen Seitenblick zu. Auch sie schüttelte den Kopf und ging zum nächsten Haus über. So saßen Bruder und Schwester stundenlang beisammen und arbeiteten. Jedes Mal, wenn einer von ihnen einen Bauplan mit Grundrissen aufrief, die zu ihrer Hypothese passten, merkten sie ihn vor. Dann überprüften sie die Lage, um zu sehen, wie sich dieses Haus in die Nachbarschaft einfügte. Als letztes bot der Computer ihnen eine dreidimensionale Ansicht des Eigenheims. Erfüllte der entscheidende Raum die Kriterien der richtigen Lage, Isolation und gleichzeitigen Zugänglichkeit sahen sie sich die genaueren Angaben des Architekten zu Materialien an, die den Schall im Raum dämpfen würden. Bei diesem Ausschlussverfahren blieben am Ende nur wenige Häuser übrig, die über ein Zimmer verfügten, das für die Musik des Todes geeignet war. Erst in den frühen Morgenstunden hatten sie ihre Liste auf 46 Häuser reduziert. Susan streckte sich. Und jetzt stellt sich die Frage, überlegte sie, wie wir, ohne an jede Tür zu klopfen, herausfinden, welches davon unserem Vater gehört. Immer vorausgesetzt, unsere These ist richtig. Wie können wir sie noch weiter eingrenzen? Bevor Jeffrey die Frage seiner Schwester beantworten konnte, hörte er ein Geräusch hinter sich. Er drehte sich auf seinem Stuhl um und sah seine Mutter im Eingang stehen. Du wolltest dich doch ausruhen, sagte er. Mir ist eine Idee gekommen, eigentlich zwei, erwiderte Diana. Sie durchquerte das Zimmer, blieb stehen und betrachtete die letzte schematische Zeichnung auf dem Bildschirm vor Susan. Was denn? erkundigte sich Susan. Zunächst einmal sind wir hier, weil er will, wir ihn finden, weil er drei verschiedene Vorhaben hat, das hat er uns schon deutlich gezeigt. Sprich weiter, bat Geoffrey bedächtig. Wie meinst du das? Also, er hat schon einmal versucht, mich umzubringen. Seine Bitterkeit mir gegenüber müsste einer einzigen kalten Wut gewichen sein. Ich hab ihn euch weggenommen und jetzt habt ihr beide mich, wenn man so will, wieder zu ihm gebracht. Er wird mich töten und meinen Tod genießen. Diana schwieg, als ich ihr ein Bild aufdrängte. Für ihn ist die Vorstellung, mich zu töten, wohl so wie für einen Mann, der an einem heißen Sommertag das durstlöschende Glas Wasser vor sich sieht, dachte sie. Dann musst du hier weg, bestimmte Susan. Es war von vornherein ein Fehler, dich herzubringen. Diana schüttelte den Kopf. Ich bin genau da, wo ich hingehöre, erklärte sie entschieden. Aber was er mit für mich? Wieso? Weil er derjenige war, der dich in der Bar gerettet hat, und möglicherweise gab es schon andere Gelegenheiten, von denen wir nichts wissen. Für die meisten Väter ist deine Tochter etwas Besonderes, egal wie schrecklich der Vater sein mag. Viele haben einen Beschützer Instinkt. Sie sind auf ihre Weise verliebt. Ich glaube, so abstrus das auch sein mag, er will, dass du ihn liebst. Deshalb glaube ich nicht, dass er dich töten will. Ich denke eher, dass er dich auf seine Seite ziehen möchte. In diese Richtung zielten die Rätselspiele. Susan schnaubte empört, erwiderte aber nichts. Es wäre ein lahmer Protest gewesen. Bleibe nur noch ich, sagte Jeffrey. Was glaubst du, hat er mit mir vor? Da bin ich mir nicht so sicher. Väter und Söhne kämpfen. Viele Väter behaupten, sie wollten, dass es ihre Söhne einmal weiter bringen als sie, aber ich glaube, die meisten Männer lügen, wenn sie das sagen. Nicht alle, aber die meisten. Sie würden lieber ihre Überlegenheit unter Beweis stellen, so wie umgekehrt der Sohn den Vater übertrumpfen will. Klingt für mich noch eine Menge freudianisch und Koks, warf Susan ein. Aber sollten wir es deshalb ignorieren? entgegnete Diana. Darauf reagierte Susan nicht. Diana seufzte. Ich glaube, ihr seid wegen des elementarsten Wettstreits hier, sagte sie. Beweisen, wer besser ist, der Vater oder der Sohn, der Mörder oder der Ermittler. In dieses Spiel hat er uns hereingezogen, schon lange, bevor wir es ahnten. Sie streckte die Hand aus und legte sie Geoffrey auf die Schulter. Ich weiß nur nicht, wie man diesen Wettstreit gewinnt. Geoffrey schrumpfte unter jedem ihrer Worte zusammen und fühlte sich wie ein Kind, immer kleiner, immer unbedeutender und schwächer. Er hatte das Gefühl, seine Stimme könnte krächzen und zittern und war erleichtert, als es nicht so war. Im selben Moment wurde er sich jedoch einer gewaltigen Wut bewusst, die er sein ganzes Leben lang verdrängt und missachtet hatte. Dieser Zorn wallte plötzlich in ihm auf und er fühlte, wie sich seine Muskeln an Bauch und Armen spannten. Sie hat recht, dachte er. Dies ist der eine entscheidende Kampf meines Lebens und ich muss ihn gewinnen. Da war noch was hast du gesagt, Mutter, noch eine riss auf dem Computer Bildschirm und deutete mit dem knöchernen Finger auf die Dimensionen. Ganz schön groß, oder? Ja, stimmte Susan zu. Und dazu haben sie hier ihre Vorschriften, nicht wahr? Ja, bestätigte Jeffrey. So ein Haus ist für einen einzigen Mann zu groß und der Staat lässt unverheiratete Männer nur unter ganz besonderen Umständen herein. Außerdem was waren wir vor 25 Tarnung, die Pufferzone zur Normalität, die Fiktion einer Vorstadt Idylle. Seht ihr denn nicht, was er hier haben muss? Susan und Jeffrey blieben beide stumm. Er hat eine Familie wie uns. Diana sprach leise, fast in verschwörerischem Ton. Doch diese Familie wird sich von uns in einem wichtigen Punkt unterscheiden. Diana drehte sich zu Jeffrey um und sah ihn mit einem eindringlichen düsteren Blick an. Er wird eine Familie gefunden haben, die ihm hilft, erklärte sie. Sie unterbrach sich und ihr Gesicht verrät, dass sie von ihren eigenen Worten überrascht war. Jeffrey, ist so etwas möglich? Der Professor ging rasch im Kopf die Geschichte der Mörder durch. Er kramte Namen hervor. Der Schuhmacher Kallinger aus Philadelphia, der seinen 13-jährigen Sohn auf seine schaurigen Sex- und Mordorgien mitnahm. Ian Brady und Myra Hindley und die Murmorde in England, Douglas Clark und seine geliebte Carol Bundy in Kalifornien, Raymond Fernandez und die fürchterliche sexuelle Sadistin Martha Beck auf Hawaii. Studien und Statistiken gingen ihm durch den Kopf. Ja, sagte er zögerlich. Das ist nicht nur möglich, es ist sogar wahrscheinlich. Der neunzehnte Name Am späteren Vormittag wurde Jeffrey zu Manson zitiert. Er, seine Mutter und seine Schwester hatten die übrige Nacht in seinem Büro verbracht, zwischendurch unruhig geschlafen, vor allem aber versucht, die Faktoren zu benennen, mit deren Hilfe sie die Liste der möglichen Häuser noch weiter eingrenzen und ihren Vater finden konnten. Die Erkenntnis ihrer Mutter, dass ihr Mann sich möglicherweise eine zweite Familie zugelegt hatte, stürzte sie alle drei in eine Verwirrung, die an Verzweiflung grenzte. Besonders Jeffrey war sich bewusst, wie gefährlich es für sie werden würde, falls der Mann, der sie verfolgte, Komplizen hatte. Andererseits lag Serienmörder durch. Er fragte sich, ob diese Gehilfen, die Stellvertreter seines Vaters, egal wie viele es waren, genauso clever und gefährlich waren, wie er selbst. Er bezweifelte, dass sein Vater Fehler gemacht hatte. Ob dasselbe allerdings auch für seine Frau oder seine neuen Kinder galt, war eine andere Sache. Auf seinem Weg zum Direktor der Staatssicherheit tappten seine Sohlen leise auf dem glänzenden Boden. Was gibt ihm die Familie? fragte er sich. Die Antwort lautete Sicherheit. Einhaltung der Vorschriften im 51. Staat. Die Tünche der Normalität, genau wie wir seiner Zeit. Was noch? Er hegte nicht den geringsten Zweifel, dass sein Vater alles daran setzen würde, nicht noch einmal, wie damals von ihrer Mutter verraten zu werden. Und so leuchtete ihm die Vorstellung immer mehr ein, dass diejenigen, die sein Vater bei sich hatte, bei der Planung und Ausführung seiner Perversionen eine aktive Rolle einnahm. Eine Frau mit einem entscheidenden Charakterfehler, dachte er, aber auch mit Talenten, eine Sadistin, wie er, eine Mörderin, wie er. Andererseits kein selbstständiger Mensch, keine kreative Persönlichkeit, keine Person, die die Wünsche ihres Mannes auch nur für einen Moment in Frage stellen würde. Eine Frau, die ihm Treue und Hingabe entgegen brachte. So jemanden hat er gefunden und hierher mitgebracht, um sich in einem neuen Leben einzurichten, wie wie ein höllisches Pilgerpaar, das an den Gestaden der neuen Welt an Land gegangen war. Aber wo mochte er sie gefunden haben? Diese letzte Frage ließ Geoffrey nicht mehr los. Sein Vater suchte sich zweifellos wie so viele andere Wiederholungstäter mit schlafwandlerischer Sicherheit seine Opfer aus und fand unter noch so vielen jungen Frauen mit teuflischem Gespür die Schwachen, Unentschlossenen und Anfälligen. Doch die Wahl einer Partnerin war etwas vollkommen anderes. Es erforderte eine gründliche Überprüfung. Geoffrey hielt in seinen Gedanken inne. Und was ist aus dieser Verbindung hervorgegangen? Er öffnete die Tür zu einem riesigen Labyrinth der Bürokabinen in der Abteilung Sicherheit und ließ das stete Treiben auf sich wirken. Ihm kam plötzlich eine Idee, die ihn zum Schmunzeln brachte. Er durchquerte eilig den Raum und grüßte beschwingt verschiedene Sekretärin oder Computerexperten, die aufsahen, um ihm im Vorübergehen zuzunicken. Vor dem Büro des Direktors blieb er stehen und die Empfangsdame winkte ihn mit den Worten durch »Er erwartet Sie schon seit einer Stunde. Gehen Sie direkt rein!« Geoffrey nickte und machte einen Schritt in Richtung Tür, blieb aber plötzlich stehen und als wäre ihm gerade etwas eingefallen. »Sagen Sie«, fragte er die Sekretärin wie beiläufig, »ob Sie mir vielleicht einen kleinen Gefallen tun könnten? Ich bräuchte für diese Besprechung mit dem Direktor ein Dokument, aber ich hatte bis jetzt noch keine Zeit, es mir zu besorgen. Könnten Sie es mir vielleicht über Ihren Computer ausdrucken?« Die Sekretärin lächelte. »Natürlich, Professor Clayton. Worum handelt es sich denn?« »Ich hätte gerne eine Liste mit sämtlichen Leuten, die für die Staatssicherheit arbeiten.« Die Sekretärin sah ihn entgeistert an. »Mr. Clayton, das sind auf dem ganzen Staat gerechnet fast zehntausend Menschen. Meinen Sie in jeder Nebenstelle und in jedem Büro der Staatssicherheit? Und was ist mit den Sicherheitskräften, die bei der Einwanderungsbehörde arbeiten? Wollen so, meinte Geoffrey immer noch lächelnd. Tut mir leid, nur die Frauen bitte und nur die jenigen, die Zugang zu Computer Codes haben. Das sollte die Zahl um einiges reduzieren. Über 40 Prozent der Staatssicherheit sind Frauen, wandte die Sekretärin ein. Und von denen kennen fast alle zumindest einige der Computer Verschlüsselung und Passwörter. Ich brauche die Liste trotzdem. Selbst auf dem Schnelldrucker Wie viele verschiedene Stufen gibt es bei den elektronischen Sicherheitssperren? Ich meine, je höher Sie die Informationsleiter in der Staatssicherheit erklimmen, wie viele Kontrollstufen sind da eingebaut? Es gibt zwölf. Von der Eingangsebene, auf der man nur Zugang zu Routineinformationen über das Sicherheitsnetzwerk hat, bis ganz nach oben, wo man sich in jeden Computer einloggen kann, einschließlich dem meines Chefs. Aber auf den obersten Ebenen sind zusätzlich Genehmigungsstufen aus. Nein, sagen wir vier. Ich vermute, dass jeder, der auf einem so hohen Niveau arbeitet, im Umgang mit Datensystemen sehr versiert ist. Ja, unbedingt. Gut, das sind die Namen, die ich gerne hätte. Es wird trotzdem eine Weile dauern. Und eine solche Abfrage wird einige Aufmerksamkeit auf sich lenken. Wer auf dieser Liste ist, wird höchst wahrscheinlich mitbekommen, dass ein Computer in diesem Büronamen und Adressen angefordert hat. Ist es eine Geheimsache? Hat es irgendetwas mit dem zu tun, was sie hergebracht hat? Die Antwort auf diese Frage lautet vielleicht. Versuchen sie die Aktion so routinemäßig wie möglich aussehen zu lassen. Geht das? Die Sekretärin neckte, obwohl sie große Augen machte, als ihr bewusst wurde, was diese Bitte nahe legte. Sie meinen jemand in der Staatssicherheit Ich habe nur den einen oder anderen Verdacht und das hier ist einer von vielen. Ich werde meinen Chef davon unterrichten müssen. Warten Sie damit bis zum Ende unserer Unterredung und machen Sie ihm nicht so viel Hoffnung. Und wenn ich nun sämtliche Männer- und Frauennamen abrufen würde? fragte sie. Das wäre vielleicht weniger auffällig und ich kann eine Anmerkung einfügen, wonach zum Beispiel die Staatssicherheit und besonders das Büro wir tatsächlich von Zeit zu Zeit klingt gut, so normal und alltäglich wie möglich, sonst, naja, am besten denken wir nicht mal anders sonst. Ich wäre Ihnen dankbar und es ist wichtig, dass außerhalb dieses Büros niemand davon Kenntnis bekommt. Die Sekretärin bedachte ihn mit einem Blick, als sei die Vorstellung, sie könnte irgendwelche Informationen über ihren Job oder den ihres Chefs oder über irgendjemanden sonst gegenüber irgendeinem anderen Menschen ausplaudern, einschließlich einem Ehemann, einem Freund oder Haustier, purer Irrsinn. Sie schüttelte den Kopf und deutete dann auf die Tür zum Direktorzimmer. Er wartet, sagte sie knapp. Im Innern des Büros hatte sich Manson wieder einmal auf seinem Schreibtischstuhl herumgedreht, um aus seinem Panoramafenster zu starren. Wissen Sie, es ist schon seltsam, Professor Liebende die Nacht, die romantischen Tageszeiten und ich, ich liebe den Mittag, strahlenden Sonnenschein, wenn alle Welt bei der Arbeit ist, wenn man zusehen kann, wie diese Welt Gestalt annimmt, Stein auf Stein. Er wandte sich vom Fenster ab. Oder Idee um Idee. Er griff über die Schreibtischplatte, nahm ein Wasserglas von einem Tablett und füllte es aus einem glänzenden Metallkrog. Geoffrey bot er keines an. Und Sie, Professor, was ist Ihre bevorzugte Tageszeit? Geoffrey überlegte einen Moment angestrengt. Ich mag es tief in der Nacht, kurz vor dem Morgengrauen. Der Direktor lächelte. Eine seltsame Vorliebe. Wieso? Das ist die stillste Zeit, eine geheimnisvolle Zeit. Eine Zeit, die ahnen lässt, was im klaren Licht des Morgens geschehen wird. Ah! Der Direktor nickte. Hätte ich mir denken können. Die Antwort eines Wahrheitssuchers. Manson blickte einen Moment auf ein Papier, das genau in der Mitte seiner Schreibunterlage platziert war. Er nahm nahm die Ecke des Blattes zwischen die Finger, ohne Geoffrey jedoch etwas über den Inhalt des Schriftstücks mitzuteilen. Dann verraten Sie mir, Mr. Wahrheitssucher, die Wahrheit über den Tod von Agent Martin. Die Wahrheit? Die Wahrheit ist, dass er in eine Falle getappt ist, die ihm im Gegenzug zu seiner eigenen Falle gestellt wurde, von der er sich erhofft hatte, dass sie das Dilemma des Staates lösen möge. Er war da oben auf dem Felsen und observierte das Haus, in dem er meine Mutter und meine Schwester untergebracht hatte, so wie ein Angler auf den Schwimmer seiner Angel starrt. Ich gehe davon aus, dass er die Anweisung missachtet hat, die ich ihm gegeben habe, nämlich die Anwesenheit und den Aufenthaltsort meiner Familie geheim zu halten. Die Annahme ist mit ihrer Genehmigung vermutlich. Der Direktor zögerte und sein kurzes Schweigen sprach Bände. Es wäre leicht für mich, sie zu belügen, erklärte er. Ich könnte sagen, Agent Martin hätte auf eigene Faust gehandelt, was im Großen und Ganzen auch der Wahrheit entspreche. Ich könnte auch sagen, dass seine gesamte Vorgehensweise allein auf seinem Mist gewachsen ist. Auch das wäre richtig. Aber sie Redungskünste sind subtil. Vielleicht habe ich auch nur ein paar Zweifel gesät. Agent Martin hatte nie die Aufgabe, mir bei irgendwelchen Ermittlungen zu helfen. Seine Fähigkeiten als Detective waren begrenzt. Er war von Anfang an als der Mann gedacht, der abdrückt, wenn es so weit ist. Das weiß ich nicht erst seit heute. Tja, ich dachte mir schon, dass er sich mit seinem Benehmen verraten könnte. Aber sein Können als, sagen wir, Brachialgewalt bei größeren Problemen des Staates war überragend. Er war der Beste, den wir hatten, auch wenn sich darüber streiten lässt, ob das Beste in diesem Fall gut genug war. Jedenfalls ist Ihr Killer jetzt tot. Ja. Der Direktor überlegte wieder einen Moment und lächelte. Jetzt werden Sie sich Ihr Geld wohl wirklich verdienen müssen, da ich keinen unerschöpflichen Vorrat an Agenten wie Martin habe. Sind in die Killer ausgegangen? Das nicht unbedingt. Jeffrey startet den Direktor an. Verstehe, sagte er. Sie wollen damit sagen, der Ersatzmann für Agent Martin wird nicht ganz so sichtbar für mich sein. Ich jage und werde dabei von jemandem beobachtet, den ich nicht kenne. Dem will ich nicht widersprechen, aber ich vertraue darauf, meinte Manson kalt, dass sie mit meinem Problem genauso fertig werden wie mit ihrem eigenen, denn es ist immer noch ein und dasselbe. Der Direktor nahm einen weiteren Schluck Wasser aus seinem Glas und blickte Clayton unverwandt an. Das hat geradezu etwas Mittelalterliches, nicht wahr? Entweder du bringst mir seinen Kopf oder du sagst mir, wo ich ihn finde, um ihn schneller greift als sonst. Finden sie ihn, töten sie ihn, und wenn sie es nicht selbst über sich bringen, dann finden sie ihn eben nur und wir töten ihn. Wieder senkte der Direktor für Sekunden den Blick. Uns bleibt keine Zeit. Ich habe einige Ideen, ein paar Ansätze, die sich als fruchtbar erweisen könnten. Uns bleibt keine Zeit. Nun, ich denke, Manson schlug mit der flachen Hand so heftig auf den Tisch, dass es wie ein Schuss klang. Nein, keine Zeit! Finden sie ihn jetzt! Töten sie ihn jetzt! Geoffrey schwieg. Ich habe sie gewarnt, erklärte er nervtöten kühl. Diese Art von Ermittlungen sind ein langwieriges Unterfangen. Mansons Oberlippe schien sich wie bei einem zähnefletschenden Tier zu spannen. Doch die ganze Wucht seiner Wut machte sich in den betont bedachten Worten Luft, er sorgsam wählte. In ungefähr zwei Wochen wird der Kongress der USA darüber befinden, ob wir ein eigenständiger Staat werden oder nicht. Wir erwarten, dass diese Abstimmung klar zu unseren Gunsten ausfällt. Wir genießen die massive Unterstützung großer Unternehmen. Gewaltige Summen sind bereits in das Projekt geflossen. Doch bei aller Unterstützung, bei allem Lobbyismus, Stechung und bei allem Einfluss, den wir mobilisieren konnten, hängt es nach wie vor an einem seidenen Faden. Immerhin bitten wir diese Kongressabgeordneten, um die Staatswürde zu verleihen, das gewisse wichtige Rechte beschneidet. Unveräußerliche Rechte, wie sie unsere Vorväter nannten. Wir verweigern sie, weil sie zu einer Anarchie der Kriminalität führen, die inzwischen die ganze Nation infiziert hat. Das bringt diese Kongressidioten in einer heikle Situation. Das erkennen sie doch sicher, Professor. Ja, ich sehe durchaus, dass ihre Situation prekär ist. Wir sind schließlich kein neues Land, Professor. Wir sind eine neue Idee, die wir innerhalb des alten Landes verwirklichen. Ja, und unsere Eigenstaatlichkeit, offiziell wahlberechtigt an einem Tisch mit den anderen Staaten, bedeutet für die ganze Nation einen großen Schritt nach vorne. Einen unverzichtbaren Schritt in eine klare und entscheidende Richtung. Damit beginnt der Prozess, an dessen Ende die anderen Staaten so sein werden wie wir. Und nicht umgekehrt. Das kann ich nicht genug betonen, Professor. Ja, das kann ich verstehen. Dann stellen Sie sich mal vor, welche Wirkung das hier haben wird. Damit schob Manson das Blatt Papier, das mitten auf seinem Schreibtisch lag, mit einer heftigen Bewegung Jeffrey entgegen. Es flatterte ein Moment in der Luft, doch Jeffrey fing es auf, bevor es wegfliegen konnte. Das Blatt war ein an den Direktor gerichteter Brief. Mein lieber Direktor, im Oktober 1888 schickte Jack the Ripper George Lusk, dem Vorsitzenden des Bürgerwehrausschusses von White Chapel, ein kleines Präsent, nämlich ein Stück menschlicher Leber. Ich nehme an, dass er damit seiner Botschaft, wie immer sie lauten mochte, starken Nachdruck verliehen hat. Weiterhin schickte Jack the Ripper zu seiner Kurzweil einen Brief an eine der renommiertesten Zeitungen in der Fleet Street, in dem er versprach, ihnen ein Ohr seines nächsten Opfers zuzusenden. Dieses Versprechen hielt er allerdings nicht, auch wenn kaum zu bezweifeln ist, dass es ihm ein leichtes gewesen wäre, hätte er nur gewollt. Sein Brief an die Zeitung, sein Geschenk an Mr. Lusk hatten beide zusammen die zu erwartende Wirkung. Ganz London war in wilde Angst und Panik versetzt. Es gab kaum noch ein anderes Thema, der Ripper und was er als nächstes plante. Interessant, meinen Sie nicht? Malen Sie sich also selbst aus, welche Wirkung die folgenden Namen und Daten hätten, wenn ich sie an die richtige Washington Post und nicht dieses Feigenblatt der Staatssicherheit hier in Washington oder die New York Times und vielleicht an ein, zwei Fernsehanstalten schicken würde. Genau das habe ich in Bälde vor. Das Verblüffende an diesem Brief ist, dass er keine Drohung enthält. Ebenso wenig ist er der plumpe Versuch einer Erpressung. Sie haben nichts, was ich mir wünsche. Zumindest nichts, womit sie mich kaufen können. Er soll ihnen lediglich vor Augen führen, wie ohnmächtig sie in Wahrheit sind. Vielleicht erinnern sie sich auch daran, dass man den Ripper nie gefasst hat. Und doch weiß heute jeder, wer er ist. Unter dieser letzten Erklärung standen 19 Namen von jungen Frauen, jeweils gefolgt von einer Auflistung des Jahres, Monats und Tages ihres Verschwindens sowie des Orts, an dem sie zum letzten Mal von jemand anderem als dem Mörder gesehen worden waren. Doch Am Ende der Liste stand ein Zwanzigster Name in großen Druck Buchstaben. Professor Jeffrey Clayton, Universität Massachusetts. Mit einem Sternchen versehen stand darunter die sarkastische Bemerkung Ort und Datum noch unbekannt. Manson musterte Jeffreys Gesicht genau. Ich vermute, der letzte Eintrag stellt für Sie einen zusätzlichen Ansporn dar, meinte er trocken. Jeffrey antwortete nicht. Mir scheint, dass wir uns beide einer akuten Bedrohung gegenüber sehen, fuhr Manson fort, die in Ihrem Fall noch ein persönliches, besonders provozierendes Element enthält. Jeffrey wollte etwas entgegnen, doch der Direktor der Staatssicherheit fiel ihm ins Wort. Oh, ich weiß, was Sie sagen wollen. Sie werden wieder damit drohen, einfach die Flucht zu ergreifen. Mir sagen, das sei die Sache nicht wert. Lieber sehen Sie zu, dass Sie weg kämen, schnappen sich Ihre Mutter und Ihre Schwester und versuchen wieder unterzutauchen. Aber man muss Ihren alten Herrn durchaus auch bewundern, so sehr man ihn hasst, wie den Ripper, nehme ich an. Denn indem er sie auf die Liste setzt, sät er, egal was seine tatsächlichen Absichten sind, einen interessanten Zweifel in Ihrem Kopf. Und zwar für immer, nicht wahr? Ich meine, egal wo Sie sich verstecken, werden Sie sich jedes Mal, wenn die Post kommt, das Telefon klingelt oder es an der Haustür klopft, fragen, ob er es ist, nicht wahr? Der Direktor schüttelte den Kopf und vor fort. Ziemlich leicht zu durchschauen, aber wirkungsvoll. Wenn er tatsächlich diesen Brief abschickt und sie ihn nicht finden, nun ja, dann ist ihre berufliche Laufbahn mehr oder weniger am Ende. Oder sehe ich das falsch? Ja, erwiderte Jeffrey nach einiger Zeit. Ich vermute ja. Und ich stelle noch etwas fest, setzte der Direktor seine Überlegungen fort. Ihr Vater spielt gern auf der psychologischen Klaviatur, nicht wahr? Ich meine, wenn er sie auf dieser Liste platziert und diese an die Öffentlichkeit bringt, dann bestimmt er mehr oder weniger über den Rest ihres Lebens. Egal, wo sie hingehen, egal, was sie machen, glauben sie, irgendjemand verbindet sie von da an noch mit Professor Clayton, dem Experten, dem Akademiker? Wird nicht jeder in ihnen nur noch den Sohn des Mörders sehen? Und sich, wie ich in diesem Moment fragen, welchen Einfluss die Gene tatsächlich haben? Manson wippte in seinem Sessel und beobachtete, wie Clayton sich innerlich unter Qualen wand. Wissen Sie, Professor, sagte der Direktor bedächtig, stünde nicht für uns alle so viel auf dem Spiel, Milliarden Summen, eine neue Lebensart, eine Philosophie für die Zukunft, dann würde ich die Sache äußerst faszinierend finden. Kann der Sohn eine Hälfte von sich auslöschen, indem er den Vater tötet? Er zuckte die Achseln. Die Antwort findet sich wohl allenfalls in einer dieser blutrünstigen griechischen Tragödien oder in einer biblischen Geschichte. Der Direktor der Staatssicherheit lächelte bitter. Ich bin in den griechischen Tragödien nicht mehr so ganz auf dem Laufenden und meine Bibellektüre hat, sagen wir, in den letzten Monaten gelitten. Wie sieht das bei Ihnen aus, Professor? Ich werde tun, was ich tun muss. Davon gehe ich aus. Und schnell. Finden Sie es nicht auch interessant, dass er schreibt, er hätte den Brief noch nicht abgeschickt? Dazu fällt mir nur ein einziger Grund ein. Und er wäre. Er gibt Ihnen eine Chance, wohl eher eine Chance und einen Fluch zugleich. Wie das? Sehen Sie denn nicht, Professor? Wenn Sie ihn finden und wir siegen, dann haben wir alles gerettet, wofür so viele Menschen so hart gearbeitet haben. Falls nicht, falls Ort und Zeitpunkt ihres Ablebens am Ende der Liste hinzugefügt werden. Nun ja, das ist dann allerdings eine Nachricht, die auf jeder Titelseite erscheinen wird und ihrem Vater einen Ehrenplatz direkt neben dem Ripper einräumt. Meinen Sie nicht? Jeffrey zermarterte sich das Hirn. In seinem Kopf arbeitete es fieberhaft wie in einem Rechner, der bei der Lösung einer Aufgabe mit Zahlen und Faktoren jongliert und sich durch die komplexe Welt mathematischer Formeln ist das Spiel, um das es hier geht. Indem er sie und mich ruiniert, erlangt er selbst eine herausragende Stellung. Er geht in die Geschichte ein. Manson nickte. Das ist ein ziemlich ehrgeiziges Spiel. Kann sich Ihr Ehrgeiz damit messen? Jeffrey faltete die Liste und steckte sie in seine Hemdtasche. Finden wir es heraus, antwortete er. Die Sekretärin wartete mit einem Computerausdruck, den sie Jeffrey entgegenhielt, sobald er aus dem Direktorzimmer trat. Er nahm die schwere umfangreiche Liste an sich und sagte, das müssen um die tausend Namen sein. 1122, um präzise zu sein. Die obersten vier Sicherheitsstufen. Sie reichte ihm einen zweiten Ausdruck von Leicherstärke. 1347, alles Männer. Nur eine kurze Frage, meinte Jeffrey. Die elektronische Mail des Direktors, wer könnte wissen, wie man ihm ein Memo oder einen Brief zuschicken kann. Er hat zwei elektronische Mail-Konten, ein Allgemeines für Kommentare und Vorschläge und dann noch ein zweites, selektiveres. Die Nachricht, die er bekommen hat, von ihrer Zielperson, fiel ihm die Sekretärin ins Wort, die habe ich abgerufen und dabei sichergestellt, dass sie direkt an ihm geht oder ohne das sonst irgendjemand davon erfährt. An welches Mail-Konto wurde sie geschickt? Die Sekretärin lächelte. Wäre hilfreich gewesen, wenn sie auf dem Privaten gelandet wäre, nicht? Die Adresse haben nur die obersten beiden Sicherheitsstufen. Das hätte ihre Aufgabe erleichtert. Leider kam er aber an die allgemeine Adresse. Heute Morgen. Die Eingangszeit war mit 6 59 angegeben. Das ist eigentlich interessant. Wieso? Naja, ich treffe gewöhnlich um 7 an meinem Schreibtisch ein und es gehört zu meinen ersten Aufgaben, die elektronische Mail abzurufen, die über Nacht eingegangen ist. Normalerweise ist das eine Sache von wenigen Minuten. Ich leite einfach die Kommentare und Empfehlungen an den jeweiligen Abteilungsleiter weiter oder an den Schiedsmann der Staatssicherheit. Dazu brauche ich nur ein paar Tasten zu drücken. Jedenfalls war da dieser Brief ganz Demnach schlussfolgerte Geoffrey zögernd hat derjenige, der ihnen die Mail geschickt hat, gewusst, was sie morgens als erstes tun und wann sie es tun. Ich bin früh aufsteher, sagte die Sekretärin. Er offenbar auch, erwiderte Geoffrey. Susan brütete über den Fallakten der entführten und ermordeten jungen Frauen, als ihr Bruder von dem Treffen mit dem Direktor der Sicherheit zurückkam. Sie hatte Leichenfund Ortfotos und die entsprechenden Polizeiberichte wie eine makabre Einfriedung rund um ihren Schreibtisch auf dem Boden verteilt. Diana stand außerhalb des Totenkreises und hatte die Arme vor sich verschränkt, als müsste sie etwas in ihrer Brust festhalten. Als Geoffrey hereinkam, sahen sie beide auf. Fortschritte? fragte Susan sofort. Vielleicht, antwortete ihr Bruder, aber auch Ärger. Er warf einen kurzen Blick auf Diana, die in einer einzigen Sekunde in seinen Augen, seiner Stimme und seiner Körperhaltung las und sagte, lasst euch ja nicht einfallen, mich auszuschließen. Dich bedrückt was, Geoffrey, und dein erster Gedanke ist es, mich irgendwie zu beschützen. Keine Chance. Oh, das ist hart, meinte Geoffrey. Für uns alle, ergänzte seine Schwester. Vielleicht, aber seht euch das an. Er reichte den Frauen die Kopie des elektronischen Briefes, den der Sicherheitsdirektor an diesem Morgen bekommen hatte. Mein Name steht ganz unten auf der Liste, Mutter, warnte Geoffrey. Hat zumindest das eine Gute, dass du nicht drauf bist. Susan starrte unentwegt auf den Brief. Das stimmt irgendwas nicht, grübelte sie. Kann ich den behalten? Geoffrey nickte. Um mal was erfreuliches zu sagen, ich hatte eine Idee, eine Möglichkeit vielleicht. Und was, hob den Kopf. Ich musste daran denken, was Mutter gesagt hat, über eine neue Frau für unseren alten Dad. Und ich habe mich gefragt, wonach würde er bei einer Frau suchen? Du liebe Güte, nach jemandem wie ihm, schlug Susan vor. Diana schwieg. Geoffrey nickte. In der Literatur der Serienmörder gibt es einige, immerhin ein nennenswerter Prozentsatz, der als Paar arbeitet. Gewöhnlich sind das zwei klapsmühlenreife Männer, die sich auf eine schwer zu definierende kranke Art und Weise gefunden haben. Das Zusammenspiel ihrer Persönlichkeiten beflügelt ihre gemeinsamen mörderischen Perversionen. Hör endlich mit dem Dozieren auf, unterbrach ihn Susan. Und komm zur Sache. Aber es hat zahlreiche Fälle von Männern und Frauen gegeben. Das sagtest du bereits gestern Abend und die Sache ist die, fast ausnahmslos ist es die Perversion des Mannes, von der die Beziehung lebt. Die Frau ist nur eine Gehilfin, aber sobald die Beziehung sich vertieft, wächst auch ihr Vergnügen an der Folter und am Morden, sodass die beiden schließlich im wahren Sinne des Wortes Partner werden. Und? Diana unterbrach sie. Ich weiß, worauf er hinaus will, sagte sie leise. Die Frau hilft ihm. Richtig. Und wobei braucht er Hilfe? Jeffrey machte eine ausladende Bewegung. Bei all dem hier braucht er Hilfe. Er musste sich Zugang verschaffen, sowohl physisch wie elektronisch. Auf diese Weise hat er mich observiert. Von Anfang an. Ich denke, die neue Frau an seiner Seite arbeitet für die Regierung. Bei der Staatssicherheit. Er warf den Computerausdruck auf den Schreibtisch, der mit einem dumpfen Knall auf der Metallplatte landete. Wäre zumindest ein Ansatz und unsere Zeit ist begrenzt. Susan nickte. Triangulierung, flüsterte sie. Wie? So haben Seeleute früher ihre Position auf dem Meer gefunden. Mit Funksignalfeuern. Wenn sie die Richtung von drei verschiedenen Linien wussten, konnten sie an jedem Punkt der Erde ihre Position bestimmen. Das Entscheidende ist natürlich, dass man die drei Signale erkennt. Was wir hier machen, läuft auf etwas Werner meldete sich zu Wort. Wir wissen, nach was für eine Art Haus wir suchen müssen. Wir kennen die räumlichen Gegebenheiten, die er für seine Verbrechen benötigt. Und jetzt brauchen wir nur noch einen Namen von dieser Liste, ergänzte Jeffrey. Susan überlegte einen Moment, dann platzte sie heraus. Und denkt an, was Hart gesagt hat im Gefängnis. Ein Fahrzeug. Das geeignete Fahrzeug, um auch eine Liste bekommen. Jeffrey hatte sich an den Computer gesetzt. Das dürfte kein Problem sein, vermutete er. Susan griff nach dem Ausdruck mit den Angestellten der Staatssicherheit. Sie fing mit der ersten Seite oben an, doch dann hörte sie plötzlich auf. Sie legte den Ausdruck beiseite und nahm den Brief zur Hand, der am Morgen eingetroffen war. Ihr Blick schweifte über die Sie sah abwechselnd ihre Mutter und ihren Bruder an. Ich täusche mich bei so etwas nicht, versicherte sie. Es ist wie bei diesen alten Bilderrätseln in Kinderzeitschriften, wo es heißt, was stimmt hier nicht? Ihr wisst schon, wo der Clown zwei linke Füße hat oder der Football Spieler hält ein Baseball in der Hand. Wieder ging sie die Fotos der Toten durch. Ich irre mich Dann drehte er sich zu seiner Schwester um. Was siehst du denn? fragte er. Es ist alles ein Rätsel, oder? Wiederholte sie. Das gilt für jedes Verbrechen, für Wiederholungstaten erst recht. Die Position der Leichen, wollte Schusen wissen. Wieso ist die wichtig? Ich weiß nicht. Schneeengel, wenn Mörder derart großen Wert darauf legen, wie ihre Verbrechen wahrgenommen und ausgelegt werden, hat das fast immer einen besonderen psychologischen Hintergrund. Mit anderen Worten, es bedeutet etwas. Schneeengel, die Art, wie sie jeweils drapiert worden waren, hatte ich auf den Plan gerufen, richtig? Ja. Und das hat zu Spekulationen geführt, auch richtig? Hast du nicht einige Zeit darauf verwendet, zu entziffern, was mit der Position gemeint war? Ja, meine ersten Wochen hier. Das war ein wichtiger Grund, weshalb ich nicht glauben konnte, und dann ist eine Leiche plötzlich, die war praktisch genau andersherum, wie ein kleiner Test. Susan wippte auf ihrem Stuhl zurück und blickte noch einmal zu den toten Frauen. Es hat nichts zu bedeuten und es bedeutet alles. Mit einer abrupten Bewegung drehte sie sich zu ihrer Mutter um. Du hast ihn gekannt, besser als jeder andere. Schneeengel, junge Frauen, die ausgestreckt werden, als wären sie gekreuzigt. Hat er jemals … Sie brachte es nicht über sich, die Frage ganz auszusprechen. Diana wusste, was sie meinte. Nein, dazu fällt mir nichts ein. Wenn wir zusammen waren, war es immer kalt und ohne Leidenschaft und schnell wie eine Pflichtübung, so wie man eine Arbeit zu Ende bringt, ohne Vergnügen. Geoffrey machte schon den Mund auf, als wollte er etwas erwidern, doch dann überlegte er es sich anders. Er sah sich noch einmal die Bilder an und trat neben seine Schwester. Vielleicht hast du recht, es könnte ein Täuschungsmanöver sein. Er holte tief Luft und schüttelte den Kopf, als wollte er den Gedanken, der ihm kam, von sich weisen, was ihm aber nicht gelang. Das wäre allerdings ziemlich schlau, überlegte er. Jeder Detektiv oder auch Psychologe musste von dieser besonderen Art, wie die Opfer lagen, geradezu besessen sein. Wir sind dazu ausgebildet zu analysieren. Es würde unser Denken beherrschen, gerade weil es ein Rätsel ist und wir sehen uns gezwungen es zu lösen. Susan nickte. Und jetzt nimm mal an, Tiefluft. Ich hasse das alles, erklärte er und betonte jedes Wort. Es schloss die Augen. Die Zeigefinger, das ist alles, was er wirklich wollte. Das genügte ihm, um sich daran zu erinnern. Für ihn ist die Tat als solche wichtig, das Übrige ist einfach nur Teil der Verschleierungstaktik. Jeffrey atmete in einem langen Pfeiftun aus und legte seiner Schwester die Hand auf den Arm. Wir können das. Siehst du? Können was? fragte Susan. Ihre Stimme war plötzlich unsicher, dass sie im selben Moment sah, was ihr Bruder meinte. Denken wie er, erwiderte Jeffrey. Diana schnappte nach Luft. Sie schüttelte ihn nagisch den Kopf. Ihr seid meine Kinder, widersprach sie. Nicht seine, vergesst das nie. Jeffrey und Susan drehten sich beide zu ihrer Mutter um und versuchten sie mit einem Lächeln zu beruhigen. Doch in ihren Augen war ein schwaches Flackern zu erkennen, aus dem die Angst sprach, davor, was sie gerade über sich selbst lahmten. Diana geriet darüber fast in Panik. Susan, rief sie in scharfem Ton, steckt diese Bilder weg und hör sofort auf, nur noch über... Sie sprach nicht weiter. Sie merkte, dass sie nur noch über sie aufzusammeln und in braune Umschläge zu stecken, die Dokumente jeweils zu den passenden Bildern. Sie war betrübt, betroffen und besorgt, auch wenn sie nicht recht wusste, worüber. Sie griff nach dem letzten Foto und steckte es in die passende Mappe. So, Mutter, das war's. Dann drehte sie sich mit einem wilden Blick zu ihrem Bruder um und fühlte sich plötzlich wie gelähmt vor Angst. Er stand und Geoffrey sah förmlich, wie es fieberhaft in ihr arbeitete. Dann drehte Susan sich um und fing an zu zählen. Da stimmt was nicht, da stimmt was nicht. Geoffrey, oh mein Gott! Sie stöhnte. Was ist? 22 Fallakten. 22 junge Frauen entweder tot oder verschwunden. Richtig. Und? 19 Namen auf dem Brief. Ja, statistisch hatte ich immer geschätzt, dass zehn bis der Toten oder Vermissten auf normalem Wege bei wirklichen Unfällen ums Leben gekommen sind. Geoffrey, tut mir leid, ich soll das dozieren lassen, geht klar. Was siehst du? Susan schnappte sich energisch den Brief auf der Schreibtisch Platte. Sie stöhnte. Nummer 19 flüsterte sie und krümmte sich, als hätte ihr jemand in den Magen geboxt. Der Name direkt über deinem. Geoffrey sah sich den Namen und die Zahl daneben an. Oh nein, rief er und griff hastig nach den Akten, um sie durchzublättern. Was habt ihr? wollte Diana wissen und aus ihrem Ton war jetzt dieselbe Angst herauszuhören, die bereits an den beiden anderen zerrte. Geoffrey wandte sich an seine Mutter. Aus seinen Worten sprach eine kalte, harte Bitterkeit. Der 19 Name ist nirgends in diesem Stapel und das Datum ist 13.11. Kein Jahr. Das ist heute. Als Ort ist einfach nur A Boat Street angegeben. Ich hab das nicht gesehen, sagte er und seine Unterlippe zitterte ein wenig, weil ich nur Augen für meinen eigenen Namen hatte, die als Nächster kommt. Vermisst Geoffrey und Susan standen an der Ecke der Boat Street in einer kleinen Gemeinde namens Sierra, etwa anderthalb Stunden nördlich von Washington. Ein Fahrer von der Staatssicherheit lehnte einen halben Häuserblock entfernt an einem Wagen und sah ihnen dabei zu, wie sie die Straße in beide Richtungen absuchten. Für einen Moment hatte Geoffrey sich gefragt, ob dieser Agent der neue Auftragskiller sei, der ihnen wie ein Schatten folgen sollte, um den richtigen Moment abzupassen, in dem er ihren Vater in die Schusslinie bekam. Doch er bezweifelte es. Der Ersatzkiller wird im Verborgenen arbeiten, dachte er. Versteckt und anonym. Er würde ihnen folgen und seine Chance abpassen, um aufzutauchen. Vermutlich waren solche Fähigkeiten im 51. Bundesstaat eher rar gesät, auch wenn es in den übrigen Staaten ein Überangebot eine Knarre schwingen konnten. Deshalb, vermutete er, wog der Verlust von Agent Martin schwer. Er wirbelte herum, als könnte er irgendwo den Doppelgänger des Agenten in einer Ecke lauern sehen. Er entdeckte jedoch niemanden, womit er eigentlich auch gerechnet hatte. Manson war nicht der Mann, der denselben Fehler zweimal machen würde. Ein paar Meter von Bruder und Schwester entfernt standen lediglich ein Mann und eine Frau mittleren Alters. Sie scharrten nervös mit den Füßen, während sie unverwandt auf die Claytons starrten, ohne miteinander zu sprechen. Es handelte sich um den Direktor und seine Stellvertreterin der Highschool von Sierra. Der Mann war eine Karikatur seiner Spezies, klein, mit runden Schultern, Stirnglatze und der nervösen Angewohnheit, sich ständig die Hände zu reiben, als wären sie kalt. Dazu räusperte er sich immer zu, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, ohne andererseits ein Wort zu sagen. Gelegentlich warf er dem Polizisten ein Blick zu, als wollte er ihm erklären, weshalb sie beide so jäh aus ihrer Alltagsroutine gerissen worden und in dieser kleinen Straße 400 Meter von der Schule entfernt gelandet waren. Die Straße selbst war kaum mehr als ein Streifen staubbedeckten Tears, nicht einmal zwei Häuserblocks lang. Es schien fast übertrieben, ihr einen Namen zu geben. Auf halber Höhe des zweiten Blocks befand sich eine glänzend weiß- und dunkelgrün gestrichene Wellblechgarage. Wohl die Farben der Schule nahm Susan an. Ein Teil des Daches zierte eine riesige Zeichnung von einem Baum mit Armen und Beinen, Gesicht und gefletschten Zähnen und dem Versprechen »Kampf um die Fichten an der Sierra High!« Jeffrey und Susan liefen langsam die Straße hinunter und ließen den Blick in alle Richtungen schweifen, um irgendeinen Anhaltspunkt dafür zu finden, was am Morgen geschehen war. Die Straße endete an einem gelben Metalltor, das eine kleine, unbefestigte Zufahrt verschloss. Sonst gab es keinen Zaun oder dergleichen, sondern nur ein paar Haufen losen Schotter am Tor. Neben einem der Betonpfeiler, an denen die Torpfosten befestigt waren, entdeckte Jeffrey einen farbigen Gegenstand. Er ging hinüber und fand einen roten Schnellheft aus Plastik. Er hob ihn an einer Ecke hoch und sah, dass sich darin ein halbes Dutzend gedruckte Seiten befanden. Wortlos zeigte er ihn seiner Schwester. Sie wandten sich beide um und nahmen die Garage unter die Lupe. Sie hatte die Größe eines Basketballspielfelds mit anderthalb geschossen. Es gab keine Fenster und an der großen Doppelschwingtür befand sich ein Vorhängeschloss. Die Geschwister liefen um das Gebäude herum. Jeffrey suchte den Boden ab, in der Hoffnung vielleicht auf Reifenspuren zu stoßen, doch es war staubtrocken und alles vom Wind sauber gefegt. Als sie wieder hinter dem Gebäude hervortraten, kam der Schuldirektor auf sie zu. In dem Schuppen lagern wir unser schweres Gerät, erklärte er. Ein paar Traktoren mit Mähvorrichtungen, eine Schneefräse, die wir nie benutzen, Schläuche und Sprinkleranlagen, all die Sachen zur Pflege der Football- und Fußballplätze, dann auch die Linienmarkierer. Ein paar der Trainer bewahren da außerdem Dinge wie Fußballtore und Schlagtonnel auf. Und das Vorhängeschloss? Die Kombination kennt ein paar Leute, vor allem so ziemlich jeder in der Hausmeisterei. Das Ding dient eigentlich nur dazu, überagile Schüler daran zu hindern, sich einen Traktor für einen wilden Samstagabend auszuleihen. Jeffrey drehte sich um. Der unbefestigte Weg, der durch das Tor versperrt war, führte durch eine dichte Baumgruppe. Hier durch? fragte er und zeigte darauf. Der Weg endet an den Sportplätzen hinter der Schule, sagte der Direktor und rieb sich vehement die Hände. Das Tor soll Schülerfahrzeuge draußen halten, weiter nichts. Tatsächlich hatten wir noch nie ein Problem, aber, Sie wissen schon, bei Teenagern ist Vorsicht besser als Nachsicht. Bestimmt, pflichtete Jeffrey bei. Die stellvertretende Direktorin, eine Frau in Kakihose und blauem Blazer mit einer Brille an einem Goldkettchen um den Hals, kam auf Susan und Jeffrey zu. Sie war vielleicht fünfzehn Zentimeter größer als der Direktor und sprach in einem amtlich-sachlichen Ton, der von Selbstdisziplin kündete. Sie dürfen eigentlich nicht über diesen Weg zur Schule kommen. Das ist zwar keine klare Vorschrift, aber es ist eine Abkürzung, nicht wahr? Ein paar von den Schülern, die in den braunen Wohngebieten nicht weit von hier leben, nehmen den Weg statt ganz um das Gebäude herumzulaufen, vor allem, wenn sie spät dran sind. Ich meine, wir legen natürlich Wert darauf, dass sie pünktlich in der Schule erscheinen. Susan blickte auf ihren Notizblock. Kimberly Lewis, wann hatte sie heute ihre erste Stunde? Die stellvertretende Direktorin öffnete eine Aktentasche aus Billigleder und zog einen gelben Schnellhefter heraus. Sie öffnete ihn, überflog eine Seite und sagte dann, Zum Schulbeginn läutet es um zwanzig nach sieben. Sie hatte die erste Stunde im Lesesaal, die geht dann bis viertel nach acht. Um zwanzig nach acht hätte sie im Leistungskurs amerikanische Geschichte sein müssen. Da ist sie nicht erschienen. Susan nickte. Sie musste heute ein Referat abliefern, oder? Die Direktorin sah sie erstaunt an. Ja, tatsächlich. Bevor sie weitersprach, warf Susan einen Blick auf die Mappe, die Jeffrey neben dem Tor aufgelesen hatte. Über den Kompromiss von 1850. Und was ist mit dem Lesesaal? Sie ist in der Oberstufe, nicht wahr? Musste sie denn da sein? Nein, sie war auf der Liste der Vertrauensschüler. Für die ist die Stillarbeit nicht obligatorisch. Demnach könnte sie später als das Gros der Schüler gekommen sein. Heute ja, da waren so ziemlich alle anderen schon im Unterricht. Sagen sie, gab es Reparaturarbeiten? Welche Handwerker waren in der Schule? Heute werden im Spindraum der Jungen die Wände gestrichen. Wir mussten den Kindern eine Nachricht schicken, dass der Spindraum für heute geschlossen bleibt, bis die Farbe trocken ist, damit keiner reinkommt. Die Malerutensilien stehen in der Hausmeisterei in der Schule. Susan schaltete 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 Geoffrey in die Unterhaltung ein. Was passierte, nachdem sie nicht aufgetaucht war? Sein Ton klang ein wenig hart. Nun, ich bin erst in der Mitte des Vormittags dazu gekommen, die Abwesenheitsmeldung durchzugehen, berichtete die stellvertretende Direktorin. Die übliche Verfahrensweise sieht einen Anruf bei den Eltern vor, falls ein Schüler sich bis dahin nicht schon von sich aus gemeldet hat. Beide Elternteile arbeiten und ich wollte sie nicht im Büro stören. Ich dachte, ich bekomme Kim ans Telefon. Ich nahm an, sie sei krank. Bei uns ging eine Grippe um, hat die Kinder wirklich schlimm erwischt. Meistens schlafen sie sich einfach gesund. Aber es ging keiner ran, richtig? hakte Geoffrey eindringlicher nach. Die Direktorin sah ihn ärgerlich an. Korrekt. Was haben sie dann getan? Nun, ich dachte, ich versuche es später nochmal, wenn sie aufgewacht ist. Haben sie bei der Staatssicherheit angerufen und dort gemeldet, dass eine Schülerin vermisst wird? Die Direktorin beugte sich mit einem Ruck nach vorn. Jetzt hören sie mir mal gut zu, Mr. Clayton. Wieso sollten wir das tun? Unentschuldigt das Fehlen ist keine Sicherheitsfrage, sondern eine Frage der Disziplin, die intern geregelt wird. Jeffrey zögerte, doch seine Schwester antwortete Fäden. Es kommt drauf an, um was für eine Art von unentschuldigtem Fehlen es sich handelt, schränkte sie bitter ein. Also, schnaubte die Direktorin, Kimberly Lewis gehört nicht zu den Schülerinnen, die sich in Schwierigkeiten bringen. Sie ist eine erstklassige Schülerin und sehr beliebt. Hat sie Freunde? Einen Freund? fragte Susan. Zuerst zögerte die Direktorin. Nein, keinen Freund. Dieses Jahr nicht. Sie ist durch und durch ein gutes Mädchen, wahrscheinlich auf dem Weg zu einem Spitzen College. Jetzt nicht mehr, murmelte Susan so leise, dass es nur ihr Bruder hören konnte. Letztes Jahr hatte sie einen Freund, fragte Jeffrey plötzlich neugierig. Die stellvertretende Direktorin zögerte wieder. Ja, letztes Jahr schon. Sie hatte eine intensive Beziehung von der Art, von der wir eher abraten. Glücklicherweise war der fragliche junge Mann eine Klasse über ihr. Er ging ans College und die Beziehung brach damit ab, nehme ich an. Sie mochten den Jungen nicht, vermutete Jeffrey. Susan drehte sich zu ihm um und sah ihn an. Und wenn schon, flüsterte sie ihm zu. Wir wissen doch, was hier passiert, oder? Jeffrey bat die Direktorin mit der erhobenen Hand um eine Pause, nahm seine Schwester am Ellbogen und trat mit ihr ein Stück zur Seite. Ja, pflichtete er leise bei. Wir wissen, was hier passiert ist. Aber wann hat er sich dieses Mädchen ausgesucht? Auf welchem Wege hat er seine Informationen eingeholt? Vielleicht war es der Ex-Freund etwas. Vielleicht war die Beziehung, von der die Direktorin meint, sie Susan nickte. Ich bin ungeduldig, sah sie ein. Nein, erwiderte ihr Bruder. Du bist nur konzentriert. Sie kehrten zu den beiden Schulleitern zurück. Sie mochten den Jungen nicht, wiederholte Jeffrey seine Frage. Ein schwieriger, aber äußerst intelligenter junger Mann ist irgendwo an der Ostküste ans College gegangen. Wie schwierig. Grausam, erklärte die Frau. Manipulativ, hatte immer das Gefühl, als machte er sich überein lustig. Ich habe ihm keine Träne nachgeweint, als er seinen Abschluss gemacht hat. Gute Zensoren, spitzen Ergebnisse in den Klausuren und der Hauptverdächtige bei einem Laborbrand, den wir letztes Frühjahr hatten. Man konnte ihm natürlich nie etwas nachweisen. Mehr als ein Dutzend Labortiere, Meerschweinchen und weiße Ratten sind bei lebendigem Leib verbrannt. Wichtige für ihn ist. Haben Sie noch seine Schülerakte? Die Direktorin nickte. In die würde ich gern mal hineinschauen. Vielleicht muss ich mit ihm reden. Nun mischte sich der Direktor ein. Ich brauche eine Verfügung der Staatssicherheit, um sie ihnen rauszugeben, erhob er salbungsvoll Einspruch. Jeffrey schenkte ihm ein gemeines Lächeln. Wie wäre es, wenn ich ihn gleich ein Team Agenten rüberschicke, um dann hat wenigstens die gesamte Schülerschaft Gesprächsstoff für mehrere Tage. Der Direktor funkelte den Professor wütend an. Er warf einen kurzen hilfesuchenden Blick auf den Fahrer der Staatssicherheit, der nur stumm nickte. Sie sollen ihre Akte haben, gab der Direktor nach. Ich schicke sie ihnen elektronisch. Die ganze Datei, stellte Jeffrey klar. Der Mann nickte mit zusammengekniffenen Lippen, als hielte er den einen oder anderen Kraftausdruck zurück. Na schön, wir haben ihre Frage beantwortet, jetzt wäre es wohl an der Zeit, dass sie uns sagen, was hier eigentlich vor sich geht. Susan trat näher heran und sagte in einem schroffen Ton, den sie sonst nicht an sich kannte, an den sie sich aber wohl gewöhnen musste, ganz einfach. Sie deutete um sich. Sehen Sie, schauen Sie sich richtig gründlich um. Ja, gab den Direktor in einem genervten Ton zurück, den er wohl bei seinen Schülern bis zur Perfektion kultiviert hatte, der er aber bei Susan nicht verfing. Was genau soll ich denn sehen? Ihren schlimmsten Albtraum. In den ersten Minuten ihrer Fahrt zurück nach New Washington saßen sie beide im Fond des staatseigenen Wagens und schwiegen sich an, während der Agent Gas gab, sobald die Autobahn in Sicht war. Susan klappte das Referat des vermissten Mädchens auf und las in der Hoffnung, durch den Aufsatz, ein Gefühl für die junge Frau zu bekommen, ein paar Abschnitte daraus. Doch das brachte keine Erkenntnisse. Sie erfuhr nur nüchterne Daten über Sklavenstaaten und freie Staaten und den Kompromiss, der ihnen Zugang in den Bund verschaffte. Entbehrt nicht der Ironie, dachte sie. Sie ergriff als erwiderte ihr Bruder gedrückt. Dachte ich mir, erwiderte Susan ruhig. Sie stöhnte frustriert. Und was nun? Warten bis irgendwo die Leiche auftaucht? Ja, so hart das auch klingt. Wir machen schlicht da weiter, wo wir gerade waren. Es gibt allerdings ein einziges Szenario, das ich mir vorstellen kann, bei dem sie vielleicht noch am Leben ist. Nämlich? Ich möchte nicht ausschließen, dass des Spiels ist. Vielleicht ist sie der Preis? Er blies langsam die Luft durch die Nase. Der Gewinner bekommt alles. Jeffrey sprach leise und niedergeschlagen. Das tut verdammt weh, meinte er. Siebzehn Jahre alt, und sie ist entweder bereits tot, einfach weil er sich über mich lustig macht, weil er mir zeigen will, dass er sozusagen direkt unter der Nase des berühmten Professors tot jemanden und außerdem kündigte er es auch noch an und ich bin zu dämlich und zu sehr mit mir selbst beschäftigt, um es zu sehen. Er schüttelte den Kopf. Oder aber dieses Mädchen sitzt irgendwo mit Handschellen gefesselt in einem Zimmer und fragt sich, wann sie sterben wird und hofft, dass jemand kommt, um sie zu retten. Die einzigen weit und breit, die dazu in der Lage wehren sind wir. Und ich sitze hier und sage, wir müssen sorgsam vorgehen, das braucht seine Zeit. Wirklich. Jeffrey stieß wütend hervor. Das nenne ich Draufgängertum. Gott verdammt, fluchte Susan und betonte jede Silbe, um ihre Hilflosigkeit Luft zu machen. Was sollen wir nur machen? Was können wir überhaupt unternehmen? Ich meine, über das hinaus, was wir ohnehin schon tun, brachte Jeffrey zwischen den Zähnen hervor. Wir nehmen die Liste mit den Häusern, vergleichen sie mit jedem Namen auf der Liste der Staatssicherheit und dann mit jedem Fahrzeug, in dem Opfer transportiert werden können. Sehen wir mal, was dabei rauskommt. Und gehen einfach davon aus, dass die junge Miss Kimberly noch am Leben ist? Sie ist tot, antwortete Jeffrey schroff. Sie über eine menschenleere Straße zu nehmen. Sie wusste es zwar noch nicht, aber da war sie schon tot. Zuerst schwieg Susan, auch wenn sie sich die winzige Hoffnung gönnte, ihr Bruder könnte sich irren. Dann entgegnete sie ruhig, nein, ich denke, wir sollten so schnell wie möglich handeln. Sobald wir ein Haus gefunden haben, das passen könnte, dann handeln wir. Denn wenn wir Geffrey zuckte die Achseln. Natürlich hast du recht, wir unternehmen was, sobald wir können. Das will er vermutlich. Das ist wahrscheinlich der einzige Grund, weshalb die arme Kimberly Lewis in die Sache hineingeraten ist. Er hat sie nicht entführt, um seine pervasen Gelüste zu befriedigen, sondern als Auslöser für eine Kurzschlusshandlung meinerseits. Geffrey klang resigniert. Da hat er wohl schon sie entführt hat, damit du handelst, was durchaus logisch klingt, auch wenn wir es nicht sicher wissen, weil wir eigentlich gar nicht sicher wissen, aber falls ja, ist es dann nicht genauso logisch, dass er uns mit irgendeinem Detail dieser Entführung etwas darüber verrät, wo wir nach ihr suchen müssen? Geffrey wollte etwas erwidern, überlegte aber erst. Er lächelte. Susi, Susi, die Rätselkönigin, Mata Hari. Falls ich das hier überlebe, musst du raufkommen und mit mir zusammen eins meiner Oberseminare halten. Dieser Ranger in Texas hatte recht. Du wärst eine umwerfende Ermittlerin und ich bin überzeugt, du hast hier den absolut richtigen Riecher. Er klopfte seiner Schwester liebevoll aufs Knie. Das Schreckliche an der ganzen Sache ist, dass jede neue Erkenntnis uns ihm einerseits ein Stück Er lächelte wieder. Doch diesmal war es ein trauriges Lächeln. Für den Rest der Fahrt zurück zu den Büros der Staatssicherheit blieben sie stumm. Susan beschloss widerstrebend, gesamtes Waffenarsenal aus dem Stadthaus zu holen, wo sie es versteckt hatte und während ihres gesamten übrigen Aufenthalts im 51. Bundesstaat grundsätzlich genügend Schusswaffen und Munition bei sich zu haben, um ein für allemal die moralischen und psychologischen Rätsel zu lösen, die sie und ihre Familie verfolgten. Diana Clayton beobachtete, wie ihr Sohn gewissenhaft die ausgedruckte Liste mit den Angestellten der Staatssicherheit durchforstete. Sie sah, wie mit jedem Namen, den er las, die Frustration in ihm wuchs. Die Frauen mit Zugang zu den höheren Sicherheitsstufen waren vorwiegend Sekretärinnen und Angestellte niedrigen Ranges. Daneben stieß er auf ein paar Abteilungsleiterinnen und eine Anzahl Agentinnen. Ein Problem, mit dem sich Jeffrey herumschlug, ergab sich daraus, dass die Grenzen zwischen den Zugangsebenen fließend waren. Ihm leuchtete ein, dass jemand mit Stufe 8 vermutlich auch einen begrenzten Zugang zur Ebene 9 haben musste. So funktionierten Bürokratien. Und wenn die Frau seines Vaters wirklich clever war, dann würde sie auf einem niedrigen Level bleiben und zugleich lernen, wie sie die Höheren knacken konnte. Auf diese Weise würde sie ihr Geheimnis bewahren. Diana sprach wenig, während ihr Sohn in die Ausdrucke vertieft war. Sie hatte darauf bestanden, dass er und Susan sie über das, was in der Schule vorgefallen war, informierten. Und das hatten sie getan, wenn auch nur in knappster Form. Sie war nicht in sie gedrungen. Sie schüttelten. Ihr war auch bewusst, dass sie mit ihrer Gegenwart und dadurch, dass sie ihrer Meinung nach auf der Abschussliste ihres Mannes ganz oben stand, sie alle drei in Gefahr brachte. Dennoch klammerte sie sich an den Gedanken, noch gebraucht zu werden. Sie rief sich ins Gedächtnis, wie sie vor 25 Jahren, als ihre Kinder darauf angewiesen waren, dass sie etwas unternahm, gehandelt hatte. Und eine innere Stimme sagte ihr, dass sie jetzt noch einmal gefordert war. Und so behielt sie ihre Gedanken für sich und versuchte nicht im Wege zu stehen, was ihr keineswegs leicht fiel. Sie hatte nicht einmal protestiert, als Susan verkündete, sie wollte mit dem Wagen und dem Fahrer noch einmal zum Haus zurückkehren, um ein paar Kleider sowie Medikamente zu holen, die sie dort gelassen hatten, und noch ein paar Dinge, die sie nicht näher benannte, auch wenn ihre Mutter wusste, was sie meinte. Geoffrey hatte sich im Alphabet bis F durchgewühlt und dabei jeden Namen gelb markiert, der mit einer Adresse in einer blauen Siedlung verzeichnet war. Anschließend würde er die Liste der markierten Namen mit der Liste der 46 Häuser abgleichen, die sie als mögliche Tatorte eingegrenzt hatten. Bis dahin hatte er 13 solche Übereinstimmungen festgestellt und sich für eine genauere Überprüfung vorgemerkt, sobald er die mühselige Kleinarbeit mit der Liste hinter sich hatte. Im Interesse der Gründlichkeit und weil er hinsichtlich der Liste mit 46 Häusern gewisse Zweifel hegte, nahm er sich manchmal einen Namen und kehrte zu der Hauptliste im Computer zurück, wo er unter den tausenden Bauplänen den ursprünglichen Grundriss zu dem Haus der jeweiligen Frau herauszog, um sich zu vergewissern, dass er nichts übersehen hatte. Das kostete zusätzlich Zeit und er wischte den Gedanken beiseite, dass er sie einem 17-jährigen ihm dreimal. Das muss eine E-Mail sein, sagte er zu seiner Mutter. Kannst du sie bitte für mich abrufen? Er sah kaum auf. Diana ging zur Tastatur und gab ein Passwort ein. Sie las einen Moment, dann wandte sie sich an ihren Sohn. Du hast um eine Akte der Highschool Sierra gebeten? Ja, der Freund des Mädchens. Ist es das? Ja, es ist eine kurze Anmerkung von einem Mr. Williams dabei, offenbar der Freundliches. Was sagt er denn? Er erinnert dich daran, dass es ein Verstoß Stufe Gelb ist, wenn du vertrauliche Schülerakten unerlaubt benutzt, auf denen eine Geldbuße und gemeinnützige Arbeit stehen. Trottel. Jeffrey grinste. Noch was? Nein. Druckst du es dann aus? Ich guck's mir gleich an. Diana folgte seiner Bitte. Sie las ein bisschen in den Anfang der Akte hinein und bemerkte, während der Drucker in Schwung kam. Der junge Mr. Curtin hier scheint ein höchst bemerkenswertes Kind zu sein. Lauter Einzelnen und ebenso viele Probleme wegen auffälligen Betragens. Stört in der Klasse, spielt Streiche, wird beschuldigt, rassistische Graffiti zu sprühen, auch wenn es ihm nicht nachgewiesen werden kann. Soll hinter einer sexuellen Belästigung eines schwulen Mitschülers stecken, aber wieder können sie nichts vorweisen. Hauptverdächtige bei einem Laborbrand, keine Maßnahmen entgriffen, vorübergehend der Schule verwiesen, weil er ein Messer mitbringt. Ich dachte, so etwas gibt es in diesem Staat nicht. Erzählt einem Klassenkameraden, er hätte eine Handfeuerwaffe in seinem Spinn, doch die anschließende Suche erweist sich als negativ. Die Liste setzt sich endlos fort. Wie heißt er noch mal? Curtin. Und mit Vornamen? Das ist seltsam, entfuhr es der Jänner. Genau wie du, nur anders geschrieben. G-E-O. Jeffrey Curtin, sagte Jeffrey langsam. Könnte das... Hier ist noch der Bericht eines Schulpsychologen, der nahelegt, ihnen eine psychologische Behandlung zu schicken und die Empfehlung, ihnen einer ganzen Reihe von Tests zu unterziehen. Hier steht auch, dass seine Eltern jede Form von psychologischen Untersuchungen abgelehnt haben. Jeffrey drehte sich mit Schwung auf seinem Bürostuhl um und beugte sich zu seiner Mutter hinüber. Wie schreibt sich der Nachname? C-U-R-T-I-N. Stehen da die Namen der Eltern drin? Diana nickte. Ja, der Vater heißt... Moment, muss hier irgendwo sein... Ja, Peter, die Mutter Carol Ann, aber sie schreibt sich mit I-L. Das ist eine ungewöhnliche Schreibweise für den Namen. Jeffrey stand auf und trat neben seine Mutter. Er starrte auf die Datei im Monitor, während sie nebenan auf Papier erschien. Er nickte langsam. Das stimmt, stimmte er bedächtig zu. Die Schreibweise habe ich, soweit ich mich entsinne, erst ein einziges Mal gesehen. Wo? Bei Carol Ann Fugate. Der jungen Frau, die 1958 Charles Starkweather auf seine Mordorgie quer durch Nebraska begleitete. Elf Tote. Der Jenner sah ihren Sohn erschrocken an. Und Curtain nahm er den Faden wieder auf, immer noch auf der Hut wie ein Tier, das die Nase in eine unerwartete Böe hält und eine gefährliche Witterung aufnimmt. Naja, das ist die amerikanisierte Form des deutschen Namens Kürten. Und hat das etwas zu bedeuten? Wieder nickte Geoffrey. Düsseldorf in Deutschland. Um die letzte Jahrhundertwende. Peter Kürten, der Schlechter von Düsseldorf. Kindermörder, perverser, vergewaltiger, gnadenlos. In diesem berühmten Film M. Eine Stadt sucht einen Mörder geht es um ihn. Geoffrey atmete langsam aus. Hallo Vater, sagte er. Hallo Stiefmutter und Halbbruder. Leichtsinn Geoffrey arbeitete hart und zügig. Das Haus der Familie Kürten lag am Buena Vista Drive Nummer 135 in der blauen Vorstadt außerhalb von Sierra. Dem Namen zum Trotz war die Straße auf keiner Karte wegen irgendeiner nennenswerten Aussicht verzeichnet. Sie lag etwas abseits in einem Waldstück als ein Vorposten staatlicher Bautätigkeit inmitten einer nahezu wilden Landschaft. Außerdem stand das Haus als Nummer 39 auf Jeffreys Liste der Bauherrenhäuser. In kurzer Zeit drück er eine Reihe von Informationen zusammen. Carol Ann Curtin war die Chefsekretärin des stellvertretenden Direktors der Passkontrolle, einer Abteilung der Staatssicherheit. Es Es war ihre dritte Stelle innerhalb des Regierungsapparates. Jedes Mal war sie mit überschwänglichem Lob hinsichtlich ihrer Arbeitsmoral und ihres Pflichtgefühls befördert worden. Gleichzeitig hatte sie einen Sicherheitszugang Stufe 11 erreicht. Außerdem stand in ihrer Akte, ihr Mann sei ein Investor im Ruhestand, der sich vor allem auf Immobilien spezialisiert hatte. Ebenso ging daraus hervor, dass er beträchtliche Summen für den Fonds zur Verwirklichung des 51. Staates gespendet hatte, den finanziellen Arm der Lobby für den neuen Bundesstaat. Im Verzeichnis der Behörde fand Geoffrey Carol Ann Curtins Telefondurchwahl. Es klingelte dreimal, bevor jemand abnahm. Mrs. Curtin, bitte, sagte er. Hier spricht ihre Assistentin, sie ist heute leider nicht im Haus. Kann ich ihr etwas ausrichten? Nein, danke, ich versuch's später nochmal. Er legte auf. Viel zu beschäftigt heute, um zur Arbeit zu gehen. Wahrscheinlich hat sie sich einen Tag für die Familie freigenommen, dachte er mit einem zynischen Lächeln. Als nächstes forderte Geoffrey ihre vertrauliche Personalakte von der Staatssicherheit an. Gleichzeitig brachte er bei der Kraftfahrzeugstelle in Erfahrung, dass die Familie Curtin drei Autos besaß. Zwei teure europäische Limousinen neuesten Baujahrs sowie den älteren Minivan mit Allradantrieb, auf den Geoffrey gewettet hatte. Hier überlegte er einen Moment. Er hätte vier erwartet. Je einen für Vater, Mutter, Kind, sowie bei jeder wohlhabenden Upperclass Familie, und dann den vierten für den ganz speziellen Zweck. Er nahm sich vor, der Sache nachzugehen. Von einer anderen Zweigstelle der Staatssicherheit forderte er eine Liste der Waffen an, die die Familie Curtin besaß. Unter den staatlichen Waffengesetzen wurde die Familie sowohl als Sammler wie auch als Hobbyjäger geführt. Eine Bezeichnung, die Geoffrey ironisch fand, wenn man bedachte, wie nah sie der Wahrheit kam. Und ihr Arsenal an antiken wie an modernen Waffen war gleichermaßen beträchtlich. Schließlich bestellte er bei der Passkontrolle Fotos von jedem Familienmitglied. Seine Anfrage erforderte eine gewisse Bearbeitungszeit und wurde nicht sofort beantwortet. Er erfuhr, dass man so wartete er. Er hatte keine Ahnung, welche seiner zahlreichen Computeranfragen die Falle enthielt, doch, dass es eine Falle gab, darin bestand für ihn kein Zweifel und er ging davon aus, dass es diese letzte war. Es war nicht kompliziert, ein entsprechendes Computerprogramm zu schreiben, besonders, wenn man so wie Carol Ann Curtin zu den obersten Rängen der Regierungshierarchie Zugang hatte. Geoffrey ahnte, dass sie irgendwo eine Computeranweisung eingegeben hatte, informiert zu werden, wenn jemand Auskünfte über sie oder irgendein Mitglied ihrer Familie abrief. Das war eine ganz normale Vorsichtsmaßnahme, besonders bei jemandem, der, in einer Gesellschaft, in der es offiziell keine Geheimnisse gab, viel zu verbergen hatte. Ihm wurde klar, dass er wahrscheinlich die Warnung ausgelöst hatte, doch er sah keine Möglichkeit, es zu vermeiden. Er versuchte, bei seiner Suche zumindest zu verschleiern, von wem die Anfragen kamen, hoffte jedoch bestenfalls auf eine aufschiebende Wirkung. Er hatte begriffen, es blieb nicht viel Zeit. Außerdem wusste er, sein Vater sich nicht nur für diesen Tag gewappnet, sondern ihn wahrscheinlich auch von vorn bis hinten geplant hatte. Einen anderen Grund für die Entführung der ehemaligen Freundin des zweiten Sohnes konnte Geoffrey nicht erkennen. Die Wahl von Kimberley Lewis war bewusst provokativ. Sie musste zwingend zur Enttarnung führen und zwang ihn zu reagieren. Je mehr er darüber nachdachte, desto unbehaglicher fühlte er sich. Eine beharrliche Stimme in ihm bestand darauf, dass der Mörder bei dieser Entführung gar nicht damit rechnete, unerkannt davon zu kommen. Es fehlte die Anonymität seiner früheren Taten. Die Verbrechen seines Vaters schlugen gewöhnlich wie der Blitz ein, unerwartet, schnell und wie eine Naturgewalt. Dieses hingegen zielte auf etwas anderes ab. Jeffrey wippte auf seinem Schreibtischstuhl und dachte, dass wahrscheinlich in der gesamten Kriminalgeschichte noch kein Verfolger so viel über seine Zielperson gewusst hatte wie er. Selbst das berühmte FBI-Profil des Universitäts- und Airline-Bombers Mitte der 90er-Jahre, das fast jedes Detail der Persönlichkeit des Bombers vorweggenommen hatte, konnte an die intime Kenntnis nicht heranreichen, die er sich teilweise angeeignet hatte, teilweise aus den tiefsten Schichten seines Unterbewusstseins hervorholen konnte. Doch all dieses Wissen und dieses Verstehen war, fürchtete er, von geringem Nutzen, da sein Vater, der Mörder, ein entscheidendes Element verdunkelt hatte, Sinn und Zweck seiner Taten. Einiges schien darauf hinzudeuten, dass seine Morde politische Motive hatten und dazu dienten, den neuen Staat zu unterminieren. Vielleicht waren sie aber auch persönlicher Natur. Botschaften, die an seinen Sohn, den Professor gerichtet waren. Vielleicht gehörten sie zu einem Wettstreit, vielleicht zu einem Plan. Natürlich konnten sie beides oder keines davon sein. Vieles sprach dafür, dass die Morde der Perversion entsprangen. Ein ritualistischer Hintergrund war nicht auszuschließen. Sie waren einzigartig und doch so alt wie die Kriminalgeschichte. Sie waren die Partitur eines modernen Musikers für eine Symphonie. Mit ihren Klängen beschworen sie die Vergangenheit und Wiesen in die Zukunft. Sie waren antik und futuristisch zugleich. Was wird er tun? fragte er sich. Du solltest es besser wissen. Du kennst ihn und doch wieder nicht. ihm schwirrten verschiedene Möglichkeiten durch den Kopf. Er wird einen speziellen Hinterhalt legen. Sie werden die junge Frau exekutieren. Sie werden verschwinden. Diese letzte Möglichkeit machte ihm am meisten Angst. Auch wenn er es nicht laut aussprach, so hatte sich Jeffrey zu einer einzigen unwiderruflichen Entscheidung durchgerungen. Egal welche Schrecken die Beziehung zwischen der neuen Familie und der alten mit sich bringen würden, für immer. Er streckte die Hand aus und griff nach der automatischen Pistole auf seinem Schreibtisch. Er schob sachte den Finger in den Abzugbügel und versuchte sich das Gefühl auszumalen, wenn die Waffe abgefeuert wurde. Bringe es zu Ende, schärfte er sich ein. Letztes Kapitel, letzte Strophe, Schlussakkord. Das Problem war nur, dass sein Vater sich vielleicht dasselbe wünschte. hin und nahm seine Arbeit am Computer wieder auf. Binnen Sekunden hatte er die dreidimensionalen Pläne für den Wohnsitz der Familie Körten auf dem Monitor. Er machte sich mit der Inbrunst eines Studenten kurz vor dem Examen daran, sie genau zu studieren. Er sah, dass das Musikzimmer keine Fenster hatte und in einem ausgebauten Keller an einen anderen Raum grenzte, der als Hobbyraum bezeichnet war. Dem Plan zufolge verfügte er über eine einzige Innentür, was ihn überraschte. Er sah genauer hin. Das ergibt keinen Sinn, dachte er. Nicht bei dem, wofür er den Raum benutzt. Hatte er seine Aufgabe erfüllt, so wollte er die Leiche selbst sorgfältig eingehüllt nicht quer durchs Haus tragen müssen. Das wäre das Gegenteil von perfekter Kontrolle. Er wusste, dass sein Vater dafür viel zu clever war. Der Name des Bauleiters stand auf den Plänen. Jeffrey griff zum Telefon und rief in seiner Firma an. Er brauchte ein paar Minuten, um sich über verschiedene Telefonistinnen an ihn heranzuarbeiten, doch am Ende wurde er zum Chef des Unternehmens durchgestellt, der sich gerade auf der Baustelle zu einer neuen Grundschule befand. Was gibt's? fragte der Mann barsch. In dem Ton klang die ganze Frustration, das Schlamassel eines langen Arbeitstages durch, sowie die unmissverständliche Botschaft, für weiteren Ärger nicht zu haben zu sein. Jeffrey stellte sich als Special Agent bei der Staatssicherheit vor, was an der mürrischen Laune des Mannes wenig änderte. Ich interessiere mich für ein Haus, das Sie vor über sechs Jahren gebaut haben, und zwar am Buena Vista Drive, außerhalb von Sierra. Sie erwarten von mir, dass ich mich an ein bestimmtes Haus erinnere? Nach so langer Zeit? Hören Sie, mein Freund, wir bauen eine ganze Menge, nicht nur Privathäuser, sondern auch Bürogebäude, Schulen, und Jeffrey unterbrach ihn. An dieses Haus werden Sie sich erinnern. Die Familie hieß Curtin, war ein Bauherrenhaus, teuer. Oh, nicht, dass ich wüsste. Hören Sie, tut mir leid, wenn ich Ihnen nicht weiterhelfen kann, aber ich seine Schwester kam mit einer Tasche herein, in der es metallisch klirrte, als sie sie auf dem Boden absetzte. Diana drehte sich zu ihrer Tochter um und sagte ruhig und kryptisch, wir haben sie gefunden. Susan schnappte nach Luft und wollte gerade etwas erwidern, als Jeffrey lebhaft auf den Stapel Dokumente deutete, die aus den Druckern kamen. Was zum Teufel wollen Sie überhaupt wissen? fragte der Bauunternehmer in scharfem Ton. Ich will wissen, welche Veränderungen Sie vorgenommen haben. Was? Ich will wissen, inwiefern sich das Haus von den offiziellen Plänen unterscheidet, die beim Bauamt zur Genehmigung eingereicht wurden. Hören Sie, junger Freund, ich habe keine Ahnung, wovon Sie da faseln, das wäre gegen die Vorschriften. Ich könnte meine Lizenz verlieren. Jeffrey war abrupt und kalt. Die verlieren Sie sowieso, wenn Sie mir nicht augenblicklich sagen, was ich wissen will. Welche Änderungen sind nicht auf den Plänen? Und kommen Sie mir ja nicht damit, Sie könnten sich nicht erinnern, das kaufe ich Ihnen nicht ab, denn ich weiß, dass der Mann, der dieses Haus gebaut hat, zu Ihnen gekommen ist und Sie um ein paar Veränderungen gebeten hat, die auf den Architektenplänen nirgends eingezeichnet sind. Und er hat Sie vermutlich fürstlich dafür entlohnt, einfach nur diese Änderungen vorzunehmen, ohne sie in den offiziellen Plänen zu vermerken. Sie haben jetzt die Wahl. Sagen Sie es mir auf der Stelle und ich werde das als eine Gefälligkeit werden. Die Bauaufsichtsbehörde braucht dann nichts davon zu erfahren. Oder Sie schweigen sich aus und können Ihre Lizenz vergessen. Dann haben Sie Kunden darüber nach und dann beantworten Sie mir meine gottverdammte Frage. Der Bauunternehmer überlegte einen Moment bevor er antwortete. Ich brauche die 30 Sekunden nicht. Scheiß drauf. Sie wollen wissen, was anders ist? Okay. Von dem Kellerstudio geht eine verborgene Tür nach draußen. Mein Angestellter hat eine Menge Arbeit damit gehabt. Es praktisch nicht zu sehen. Außerdem gibt es eine nicht genehmigte Alarmanlage, die als Klimaanlage getarnt ist. Die ganze Hardware steckt in der Decke und im Arbeitszimmer im Erdgeschoss sind hinter der Attrappe eines Bücherregals Videomonitore. Überall auf dem Gelände sind Infrarot Thermodetektoren. Musste extra nach Los Angeles, um die Dinger zu besorgen. Verstoßen hier gegen das Gesetz und sind völlig überflüssig. Das habe ich dem Karl auch gesagt. Ich schließlich geht's genau darum, oder? Aber er war bereit zu zahlen? Und zwar gut und verflucht noch mal damals in den ersten Jahren konnte noch keiner sagen, ob das mit diesem Staat funktionieren würde oder nicht. Also habe ich mitgemacht. Ich wette, ich war nicht der Einzige damals am Anfang. Was noch? Achso, das ist auch nicht in den Plänen. Aber es gibt einen kleinen Schuppen oder ein Gästehaus, 200 Meter vom Haus entfernt. Das Haus liegt auf einer kleinen Anhöhe und der Schuppen ist weiter den Hang runter, grenzt direkt an unzählige Quadratmeilen Naturschutzgebiet. Keine Ahnung, wozu sie es benutzen. Wir haben den Zementboden gegossen, den Dachstuhl errichtet, die Wände und die Isolierung übernommen. Er wollte, dass wir die Materialien für den Innenausbau nur anliefern. Er wollte es nach eigenen Wünschen selbst zu Ende bringen. Noch etwas? Nein, das war das einzige Mal, dass ich solche Änderungen vorgenommen habe. Heutzutage schicken die Behörden jemanden von der Bauaufsicht raus, der vor Einzug mit den Plänen da durchmarschiert. Aber das liegt weit zurück. In den Anfängen und damals wurde alles ein bisschen laxer gehandhabt. Vielleicht hat er auch jemanden von der Aufsichtsbehörde geschmiert. Ist angeblich nicht möglich, aber man hört so dies und das. Also jetzt wissen sie es Freund. Ich hoffe, sie halten sich an ihr Versprechen. Während Jeffrey auflegte, kam ihm für einen Moment der Gedanke, ob der Baulöwe minderwertigen Zement in die Schule goss, die er gerade baute. Doch er hatte erfahren, was er wissen wollte. Hinter sich hörte er seine Mutter ruhig sagen, Jeffrey, Susan, die Fotos alle drei vor dem Drucker, als die Maschine sohrte und das Passfoto von Jeffrey Curtin auswarf. Er war ein Teenager von normaler Größe, mit tief liegenden braunen Augen und einem kaum gekämmten braunen Haarschopf. Sein Gesicht war flach, sein Kinn sowie die Wangenknochen vorstehend und der Mund zu einem affektierten Lächeln für die Kamera verzogen. Außerdem trug er einen Foto und starrte es an. Doch bevor sie etwas sagen konnte, erschien das zweite Bild von Carol Ann Curtin. Sie war klein und dürr wie ein Gerippe, mit einem verkniffenen Gesicht und hohen Wangenknochen, die sie ihrem Kind weiter vererbt hatte. Das blonde Haar hatte sie aus dem Gesicht gekämmt und seinem Pferdeschwanz gebunden. Und sie trug eine altmodische Brille mit Drahtgestell. Sie war nicht hübsch, aber auch nicht das Gegenteil. Sie war auf unbehagliche Weise intensiv. Sie lächelte nicht, was ihr die professionelle Strenge einer Sekretärin verlieh. Wer bist du bloß? fragte Diana, als sie das Bild betrachtete. Jeffrey nahm es ihr aus den Händen. Er schüttelte den Kopf. Ich weiß, wer sie ist, fiel ihm ein. Der Anwalt in Trenton hat es mir erzählt, aber ich habe die Sache nicht verfolgt. Sie ist eine Frau, die vor 20 Jahren in West Virginia gestorben ist, und zwar kurz nachdem sie dort aus dem Gefängnis entlassen worden war. Dumm, dumm, dumm. Ich bin dumm. Er war noch nicht fertig, als der Drucker das dritte Foto in Angriff nahm. Das Bild von Peter Curtton. Diana meldete sich als Erste zu Wort. Hallo Jeff, sagte sie ruhig. Du liebe Zeit, hast du dich verändert. In den ersten Sekunden sah jeder von ihnen teils dasselbe, teils etwas anderes. Ob es die Augen waren, die so durchdringend starrten, oder die Stirn mit dem gelichteten Haaransatz, das Kinn, die Wangen, die Ohren, die dichter movalen Gesicht anlagen, oder die Lippen, die sich ganz leicht zu einem spöttischen Lächeln verzogen. Sie alle sahen eine Erinnerung, eine Gestalt, die ihnen gemeinsam im Gedächtnis haftete, wenn auch in den hintersten Winkel verdrängt. Der Mann wirkte jünger und kräftiger, als man bei seinen mehr als sechzig Jahren vermutet hätte. Das versetzte Diana Clayton einen Stich, da es sie daran erinnerte, wie alt und tot geweiht sie selbst wirken musste. Jeffrey senkte den Blick und sah aus Angst, sich selbst darauf wiederzuerkennen, das Bild nur widerstrebend an. Je länger Susan das Gesicht auf dem weißen Hochglanzpapier anstarrte, merkte sie, wie sich eine Wut in ihr zusammenbraute, die jeder Beschreibung spottete, denn in diesem Zorn ballte sich nicht nur der Hass auf seine Verbrechen zusammen, sondern auch die Einsamkeit und Verzweiflung, die sie ihr ganzes Leben lang begleitet hatten. Sie hätte schwer sagen können, welcher Zorn der größere war. Jeffrey wandte sich an seine Mutter. Hat er sich wirklich verändert? Sie nickte. Ja, bestätigte sie zögerlich. Fast alles in seinem Gesicht hat er ändern lassen, so viel wie nötig war, um ein Neues zu kreieren, abgesehen von den Augen natürlich. Die sind unverändert. Hättest du ihn wiedererkannt? Ja, sie holte Tiefluft. Nein, vielleicht doch nicht, Diana seufzte. Die Antwort lautet wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Ich hoffe ja, vielleicht aber auch nicht. Er sieht nach nichts Besonderem aus, erklärte Susan schroff. Das tun sie nie, erwiderte Jeffrey. Wäre zu schön, wenn man den schlimmsten Kerlen all ihre Bösartigkeit vom Gesicht ablesen könnte. Kann man aber nicht. Sie sind unscheinbar und gewöhnlich, freundlich und unauffällig, bis zu dem Moment, in dem sie die vollkommene Kontrolle über dein Leben haben und dich mit Genuss töten. Dann werden sie allerdings zu etwas Besonderem und setzen sich von den anderen ab. Manchmal sieht man es für einen Moment aufblitzen, wie bei David Hart unten in Texas. Aber gewöhnlich nicht. Sie gehen in der Menge unter. Das ist vielleicht das Schlimmste, dass sie aussehen wie du und ich. Nun denn, sagte Schusen mit einem kurzen, trockenen Lachen. Danke für den lehrreichen Vortrag, Bruder Herz, und jetzt schnappen wir ihn uns. Müssen wir nicht, widersprach Jeffrey Barsch. Ein einziger Anruf von mir beim Direktor der Staatssicherheit genügt und er schickt ein SWAT-Team hin, um das ganze Haus in die Luft zu jagen, mitsamt den Bewohnern. Wir können uns zum Sessel zurücklehnen und aus sicherer Entfernung zuschauen. Diana sah ihren Sohn an und schüttelte den Kopf. Es hat nie eine sichere Entfernung gegeben, gab sie zu bedenken. Susan nickte. Wie kommst du darauf, dass der Staat unser Problem zu unserer Zufriedenheit lösen wird, fragte sie. Wann hätte denn schon mal irgendeine staatliche Behörde so etwas getan? Das hier ist unser Problem. Wir sollten es selbst lösen, meinte Diana. Ich kann mich nur wundern, dass du eine andere Möglichkeit in Betracht ziehst. Geoffrey schien verwirrt. Er sah besonders seine Schwester eindringlich an. Ihr verkennt die Gefahr dabei, barnte er. Verdammt, was sage ich, ihr ignoriert sie. Glaubt ihr, er würde davor zurückschrecken, uns zu töten? Nein, antwortete sie. Naja, vielleicht. Immerhin sind wir seine Kinder. Sie schwiegen alle drei, bevor Susan den Faden wieder aufnahm. Er hat mit jedem von uns ein Spiel getrieben, das uns an seine Türschwelle bringen sollte. Wir haben jeden Wegweiser gefunden, alles, was er getan hat, richtig gedeutet, haben jeden Köder geschluckt und nachdem wir alles zusammengesetzt haben, wissen wir, wer er ist und wo er lebt und wer zu seiner Familie gehört. Und du glaubst im Ernst, wir sollten es an den Staat delegieren, nachdem wir so weit gekommen sind? Mach dich nicht lächerlich, das Spiel war für uns alle gedacht, also spielen wir es bis zum Ende. Diana nickte. Ich frage mich, ob er diese Unterhaltung auch bereits vorausgesehen hat. Wahrscheinlich ja, erwiderte Geoffrey düster. Ich verstehe ja, was du sagst, ich bewundere deine Entschlossenheit, aber was wäre gewonnen, wenn wir ihn uns selbst vorknöpfen? Unsere Freiheit, antwortete Diana lapidar. Geoffrey hielt seine Mutter für romantisch und seine Schwester für ungestüm. Irgendwie bewunderte er diese Eigenschaften. Doch ihr Verständnis vom einstigen Geoffrey Mitchell und dem heutigen Peter Curtin sowie von dem, wozu er fähig war, erschien ihm abstrakt und unrealistisch. Er dagegen wusste bis ins letzte Detail, womit sie es zu tun hatten. Folglich machte es ihm auch mehr Angst. Seine Schwester und seine Mutter hatten sich die Fotos angesehen und geschaudert. Doch das war nicht dasselbe wie den gequälten Leichnam eines Opfers mit eigenen Augen zu sehen und zu begreifen, welche Raserei und welch ungezügelte Gier jedem Schnitt und jedem Stich diese Wucht verliehen hatten. Der Umstand, dass er eine Komplizin gefunden hatte, die ihm bei diesen Taten zur Seite stand, machte die Situation noch komplizierter. Und dass es auch noch einen Sohn gab, erhöhte die Explosivität dieser Mischung. Aus seiner Sicht war er zusammen mit seiner Mutter und seiner Schwester dabei, sich blind links in die größte Gefahr zu stürzen. Andererseits hatten sie vielleicht keine andere Wahl. Geoffrey ließ den Kopf in die Hände sinken und fühlte sich plötzlich vollkommen erschöpft. Er konnte nur noch einen Gedanken fassen. So war es geplant. So sollte es von Anfang an enden. Vergiss Susan unvermittelt. Kimberly Lewis, Einzerschülerin. Der ganze Stolz und Sonnenschein eines völlig verwirrten Elternpaares, das sich in diesem Moment fragt, was zum Teufel hier vor sich geht und wo ihre Tochter stecken mag. Sie ist tot und selbst wenn nicht doch so gut wie Jeffrey, protestierte Diana. Es tut mir leid, Mutter, aber was dieses junge Mädchen betrifft, frag dich doch selbst, ob unbegreifliches Glück. Wird ein gütiger Gott mit einem milden Lächeln auf sie heruntersehen? Falls ja, dann wird sie aus dieser Sache so viele Narben davon tragen, dass sie für den Rest ihres Lebens gezeichnet ist. Aber für unsere Überlegung geh besser davon aus, dass sie tot ist. Selbst wenn du sie um Hilfe rufen hörst, geh davon aus, dass sie tot ist. Wenn du können. Ich glaube nicht, dass ich so zynisch denken kann, erwiderte seine Mutter. Und wenn schon, uns bleibt nichts anderes übrig. Das verstehe ich, begann sie. Aber... Jeffrey fiel ihr mit der erhobenen Hand ins Wort. Er sah zuerst seine Mutter, dann seine Schwester unerbittlich an. Ich sage euch eins, flüsterte er, wenn ihr euch mit der Realität auseinandersetzen wollt, statt mit einer abstrakten Idee, dann müsst ihr einiges begreifen. Wir müssen unsere ganze Menschlichkeit über Bord werfen, alles, was unseren Charakter ausmacht. Wir nehmen nichts weiter mit als ein paar Waffen und unseren unumstößlichen Entschluss. Wir gehen einzig und allein dorthin, um diesen Mann zu töten. Und darüber hinaus müssen wir begreifen, dass diese neue Frau und dieses genauso gefährlich wie er. Schaffst du das, Mutter, kannst du vergessen, wer du bist und dich auf die verborgensten Instinkte verlassen, die irgendwo tief in dir schlummern, die Wut und den Hass. Nur das wird uns helfen, sonst nichts. Kannst du das, ohne zu zögern, ohne die geringsten Gewissensbisse, den geringsten Zweifel? Denn eine zweite Gelegenheit bekommen wir nicht, niemals wohlgemerkt. Wenn wir also in seine Welt eindringen, dann müssen wir darauf gefasst sein, dass wir nach seinen Regeln spielen und ihm in nichts nachstehen dürfen. Schaffst du das? Er sah seine Mutter an, doch sie blieb stumm. Kannst du so sein wie er? Er drehte sich mit einer abrupten Bewegung zu seiner Schwester um und stellte ihr dieselbe Frage. Kannst du das? dich lag. Ihm ist bewusst, wie leichtsinnig wir sind, dachte sie. Andererseits ist Leichtsinn zuweilen die einzige Alternative, die das Leben einem lässt. Nun denn, sagte sie und setzte ein falsches Grinsen auf. Sie leckte sich über die trockenen Lippen. Ihre Kehle war wie ausgedorrt, als lächzte sie nach einem Schluck Wasser. Sie trat an den Monitor, um sich nicht anmerken zu lassen, wie nervös sie war und machte sich daran, den Grundriss des Hauses am Buena Vista Drive zu studieren, während sie sich tollkühn und tapfer gab. Wir werden ja sehen, nicht wahr? Noch heute Abend. Die zweite Tür wird geöffnet. Als Jeffrey seine Mutter und seine Schwester an diesem Abend, den er für seinen Abschied vom 51. Bundesstaat hielt, aus dem riesigen, wuchtigen Bürogebäude führte, war es längst dunkel geworden. Genau wie seine Schwester trug er eine mittelgroße dunkelblaue Sporttasche über der Schulter. Diana hielt eine Aktentasche aus Segeltuch in der rechten Hand. Kaum trat sie in die schwarze Nacht, schluckte sie heimlich mehrere Schmerztabletten und hoffte, dass keins ihrer Kinder es mitbekam. Sie sog heftig die Luft ein und genoss die würzige Kühle kurz vor dem ersten Frost. Es war ein wundervoller, ungewohnter Geschmack auf der Zunge. Für Sekunden blickte sie in die Ferne, diesmal nicht zu den Bergen, die sich im Norden erhoben, sondern nach Süden. Eine einzige Wüste, dachte sie. Sand, Staubverwehungen und Steppenläufer, dazwischen ein paar Büschel dürres Gras und Hitze, durchdringende Hitze und trockene Luft. Diese Nacht war anders, ein Widerspruch zwischen dem, was sie sah und dem, was sie erwartete. Kälte statt Wärme. Die Parkplätze waren bis auf die Fahrzeuge der Nachtschwammer größtenteils leer. Im Gebäude hinter ihnen brannten nur wenige Lichter. Die meisten Mitarbeiter der Staatssicherheit hatten ihre Sachen gepackt und waren nach Hause gegangen. Abendessen im Kreis der Familie, danach vielleicht ein Film, eine Sitcom im Fernsehen oder ein bisschen Hausaufgabenhilfe für die Kinder, dann ins Bett. Schlaf und die Aussicht auf dieselbe Routine am nächsten Tag. Vor dem Bürogebäude war es angenehm still, sodass sie das schabende Geräusch ihrer Schritte auf dem Bürgersteig hören konnten. Jeffrey brauchte nur ein paar Sekunden, um ihren Wagen und den Agenten von der Sicherheit ausfindig zu machen, der sie fahren sollte. Es war derselbe Beamte, der sie zur Abbott Street begleitet hatte, wo Kimberly Lewis verschwunden war. Der stämmige Mann mit dem kurzgeschorenen wenig Mühe zu verbergen, dass er lieber woanders wäre, um etwas anderes zu tun. Jeffrey vermutete, dass der Agent nur dürftige Kenntnis davon hatte, wer Jeffrey war und wozu er sich im Territorium aufhielt. Wie immer vermutete er, dass irgendwo hinter ihnen außerhalb seines Gesichtsfelds Agent Martins Ersatzmann lauerte, ihnen in angemessenem Abstand folgte und nur darauf wartete, dass Jeffrey mit dem Finger auf einen Mann zeigte, den er töten sollte. Für Sekunden legte er den Kopf in den Nacken, als rechnete er mit dem dumpfen Pochen der Rotoren eines Helikopters am Himmel. Er senkte den Blick und versuchte sich auszumalen, mit welchen Methoden die Staatssicherheit ihre Spur verfolgte. Der Wagen verfügte zum Beispiel über einen elektronischen Sender, außerdem gab es die Möglichkeit, Kleidung mit einer unsichtbaren Infrarotsubstanz zu markieren, wodurch sie aus einer sicheren Entfernung zu erkennen war. Es gab noch andere geheime Techniken aus dem militärischen Bereich, Laser und Hightech, doch Jeffrey bezweifelte, dass die Behörden des 51. Staates über derlei Ausrüstung verfügten. In ein paar Wochen vielleicht, wenn sie in die US-Flagge einen weiteren Stern einstickten. Stimmung wohl eher nicht. Jeffrey beäugte den Fahrer. Ein Niemand. Er vermutete, dass der Mann eine einfache Order hatte, sie überall hin zu begleiten und den Direktor über jeden ihrer Schritte auf dem Laufenden zu halten. Zumindest rechnete er damit. Sie hatten einen Plan, doch der war höchst bescheiden. Der Versuch, die Spinne in ihrem eigenen Netz auszutricksen, in das sie sein, dass die Fäden unter dem eigenen Gewicht reißen würden, statt einen zu ersticken. Der Fahrer trat vor. Die sagen, sie hätten für heute Feierabend gemacht, niemand hat noch eine Fahrt genehmigt. Wenn dem so ist, wieso sind sie dann noch hier? fragte es husen prompt. Machen sie bitte den Kofferraum auf, sind sie so freundlich? Der Fahrer folgte ihrer Aufforderung. Das ist Vorschrift, erklärte er. Muss warten, bis ich ausdrücklich entlassen bin, erst dann kann ich fahren. Sie wollen noch wohin? Wieder nach Sierra, antwortete Jeffrey, während er seine Tasche auf die seine Schwester warf. Muss sich aber melden, sagte der Agent. Mit Fahrziel und Zeitangabe, ausdrücklicher Befehl. Ich glaube nicht, entgegnete Jeffrey. Mit einer einzigen geschmeidigen Bewegung zog er seine noch nie benutzte 9 mm aus dem Schulterholster und hielt dem Agenten den Lauf unter die Nase. Der Mann fuhr unwillkürlich zurück und hob die Hände. Heute Nacht wird improvisiert. Susan lachte, doch es klang hohl. Sie schob den Agenten sanft in Richtung Lenkrad. Steigen Sie ein, forderte sie ihn auf. Sie fahren, Mr. Agent. Mutter, du vorne, Zeit fürs Familientreffen. Jeffrey legte die Pistole auf den Sitz zwischen sich und seiner Schwester. Die Aktentasche, die seine Mutter getragen hatte, hielt er auf dem Schoß. Aus der Innenseite seines Jacketts zog er eine kleine Taschenlampe in der Form eines Kugelschreibers, die einen roten Nachtlichtstrahl aussandte. Die schaltete er an und entnahm der Tasche zwei Akten. Jede enthielt vielleicht ein halbes Dutzend Blätter. Bei der ersten handelte es sich um das geheime Dossier der Staatssicherheit über Carol Ann Curtin. Er überflog es auf der Suche nach irgendeinem Hinweis darauf, wie sie angesichts der Wahrheit reagieren würde. Doch diese Hoffnung konnte er begraben. Das Dossier kündete nur von einer engagierten, wenn auch etwas zugeknöpften Angestellten im öffentlichen Dienst. Bei Beförderungstests und Leistungskontrollen schnitt sie hervorragend ab, arbeitete effizient und reibungslos mit Kollegen zusammen und bekam die besten Noten von Vorgesetzten. Über gesellige Aktivitäten in ihrer Freizeit gab das Dossier weniger her, auch wenn ein Eintrag Jeffrey Kopfzerbrechen machte. Carol Ann Curtin war Mitglied in einem Schützenverein für Frauen, wo sie für ihre Schießleistungen schon mehrere Auszeichnungen erhalten hatte. Darüber hinaus war sie in Kirchen und Büroorganisationen aktiv, war Mitglied in mehreren Fitnessclubs und im Vorjahr beim Marathon von New Washington unter vier Stunden gelaufen. In Bezug auf ihr Leben vor ihrer Ankunft im 51. Bundesstaat schwieg sich das Dossier weitestgehend aus. Es hieß darin, sie habe einen Abschluss in Betriebswirtschaft vom Community College in Georgia. Ihre berufliche Laufbahn war relativ kurz, zeugte jedoch von ihren beträchtlichen Fähigkeiten als Sekretärin. Die Akte enthielt zwei Briefe von früheren Vorgesetzten, die sie warmstens empfahlen. Einer kam von dem Anwalt in Trenton. Ein Detail, das der gute Mann in dem unfreiwilligen Gespräch mit Jeffrey Clayton tunlichst verschwiegen hatte. Der andere war, wie Jeffrey vermutete, entweder erzwungen oder gefälscht. Aber für die damalige Situation, als der neue Staat erste Konturen annahm, wohl mehr als angemessen. Sie war scheinbar qualifiziert und scheinbar perfekt. Ihr Mann verfügte über Geld und knauserte nicht damit. Nachdem sie in der Bürokratie erst einmal Fuß gefasst hatte, kämpfte sie sich mit der Entschlossenheit eines Lachses, der gegen den Strom zur Brutstätte schwimmt, die Karriereleiter empor. Jeffrey legte diese Akte beiseite und öffnete die zweite. Die war sogar noch kürzer. Es war ein Computerausdruck vom National Crime Information Center. Die erste Zeile lautete »Elizabeth Wilson«, »verstorben«. Jeffrey schüttelte den Kopf. Nicht verstorben, dachte er, sondern wiedergeboren. Der Eintrag in der bundesstaatlichen Datenbank beschrieb eine junge Frau, die im ländlichen West Virginia aufgewachsen war. Ihr Jugendstrafregister war beträchtlich. Einbruch, Brandstiftung, Raubüberfall, Körperverletzung und Prostitution. Ein kurzer Bericht vom Amt für Bewährungshilfe im Lincoln County erwähnte, es gäbe starke, wenn auch unbewiesene Anhaltspunkte dafür, dass sie als Kind wiederholt von ihrem Stiefvater missbraucht worden sei. Elizabeth Wilson war mit 19 Jahren wegen Totschlags hinter Gitter gekommen. Als ein betrunkener Freier sich nach dem Sex weigerte, sie zu bezahlen, habe sie zur Rasierklinge gegriffen. Der Freier hatte sie mehrmals mit der Faust geschlagen, bevor er merkte, dass sie ihn vom Bauch bis zur Hüfte aufgeschlitzt hatte. Nachdem sie drei Jahre in der Strafanschalt in Morgantown verbüßt hatte, kam sie auf Bewährung frei. Ein halbes Jahr nach ihrer Entlassung, so der Bericht, nahm sie eine Stelle in einer Bikerbar in einer ländlichen Gegend des Staates an, etwa 70 Meilen von der Stadt entfernt. An dem Abend, an dem sie ihren Dienst antrat, hatte sie mit einem Mann das Lokal verlassen und wurde nie wieder gesehen. In einer nahegelegenen Höhle entdeckte die Polizei zerrissene, blutverschmierte Kleider, doch ihre Leiche blieb verschwunden. Es war später Winter und das Gelände schwer zugänglich. Selbst eine Hundestaffel war unverrichteter Dinge zurückgekehrt. Daraufhin verhörte die Polizei mehrere Männer, die an jenem Abend in der Bar mit ihr gesprochen hatten und einer von ihnen wurde verhaftet, nachdem man auf dem Sitz seines Pickups Blutspuren gefunden hatte. Sie passten zu Elisabeths Blutgruppe und die DNA-Analyse bestätigte schließlich, dass es von ihr stammte. Die Durchsuchung des Trucks förderte außerdem unter einer zerbrochenen Bodenplatte ein großes Jagdmesser heutzutage, das ebenfalls Blutspuren an der Klinge aufwies. Obwohl der Mann beteuerte, an dem Abend betrunken gewesen zu sein und sich deshalb an nichts zu erinnern, geschweige denn an einen Mord, wurde er zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt. Jeffrey konnte sich vorstellen, wie viel Spaß sein Vater gehabt haben musste, als er einem Fremden den Wagen mit Blut verschmierte und ihm auch noch das Messer unterjubelte. Ein geschickter Schachzug, räumte Jeffrey ein. Er fragte sich, ob sein Vater Elizabeth Wilson vor jenem Abend erklärt hatte, was zu tun sei, bevor er ihr Blut abzapfte. Lenke die Aufmerksamkeit auf dich. Fleute ein bisschen. Brich einen Streit vom Zaun, dann geh mit einem Mann, der sich kaum noch auf den Beinen halten kann, einem Mann, der sich später an nichts mehr erinnern wird, nach draußen. Anschließend hatte sein Vater die junge Frau, deren Tod er inszeniert hatte, um sie neu zu erschaffen, kurzerhand mitgenommen. Sie muss sich in jener Nacht wie ein Baby gefühlt haben, nackt, die Kleider zerrissen und mit ihrem eigenen Blut besudelt, vor Kälte zitternd und voller Angst. Jeffrey schloss die Akte und dachte, sie verdankt ihm alles. Er warf einen kurzen Blick auf seine Schwester und dann auf seine Mutter. Sie wissen nicht, wie gefährlich diese Frau sein kann, dachte er. Alles in ihrem Leben ist das Werk meines Vaters. Sie wird ihm so hörig sein wie ein bösartiger Wachhund. Vielleicht noch schlimmer. Zusammen mit der Akte war ein altes Foto geschickt worden. Darauf war ein junges, wütendes Gesicht mit einem schiefen Grinsen zu sehen, das eine Zahnlücke entblößte. Eine gebrochene Nase war schlecht gerichtet worden und das strähnige, blonde Haar hing ihr zerzaust auf die Schulter. Im Geist verglich er dieses Bild mit dem auf dem Pass von Carol Ann Curtin. Es war kaum zu glauben, dass die junge Frau, die auf dem Polizeirevier ihre Identifikationsnummer in die Kamera hielt, mit der selbstbewussten Erwachsenen identisch sein sollte, die sich bei so vielen amtlichen Tätigkeiten unentbehrlich gemacht hatte. Die Zähne waren gerichtet, das Kinn weicher modelliert, auch die gebrochene Nase operiert und umgeformt. Sie war von einem Experten neu erschaffen worden. Physisch, emotional und psychologisch. Eliza Doolittle und Henry Higgins. Ein mörderischer Henry Higgins. Jeffrey steckte die beiden Akten wieder zurück in die Leinentasche, wo sie dem Schuldossier über Jeffrey Curtin und dem Foto von Peter Curtin Gesellschaft leisteten. Über ihn gaben die Computer mit Ausnahme der Querverweise in den Akten seiner Frau und seines Sohnes keinerlei Informationen her. Das Auto verfügte über ein Telefon der Staatssicherheit. Jeffrey nahm es und tippte mehrere Nummern ein. Erst beim dritten Versuch erreichte er endlich den Campus-Wachdienst an der Cornwall University. Er nannte seinen Namen und bat darum, mit dem diensthabenden Beamten zu sprechen. Es dauerte ein paar Sekunden, bis der Mann gefunden war. Doch als er den Hörer abnahm, schien seine Stimme viel näher, als es die große Entfernung vermuten ließ. Hier spricht der Käpt'n des Sicherheitsdienstes. Gibt's ein Problem? Käpt'n, ich müsste in Erfahrung bringen, ob ein Student der Cornell derzeit dort anwesend ist. Das kann ich überprüfen, wozu müssen Sie das wissen? Hier draußen hat es einen Autounfall gegeben, log Jeffrey. Und wir kämpfen uns immer noch durch einen Haufen brennender Wrackteile hindurch. Könnte sein, dass wir schnellstens die nächsten Angehörigen unterrichten müssen. Aber wir haben auch einige nicht identifizierte Leichen. Es würde uns schon weiterhelfen, wenn wir wenigstens eine Person ausschließen könnten. Wie heißt der Student? Jeffrey, mit G, Curtin, schreibt sich C-U-R-T-I-N. Ich werde das für Sie raussuchen, Mr. Clayton. Special Agent Clayton. Wissen Sie, wir kriegen immer mehr Aufträge von Kids aus dem 51. Staat. Gute Kinder, gute Studenten, aber Mann, ich sag Ihnen, die gehen in den ersten Wochen hier auf dem Campus erstmal durch die Hölle. Der Leiter des Wachdienstes schwieg einen Moment. Dann fügte er hinzu, Hey, sind Sie sicher, dass Sie den richtigen Namen haben? Ja, Jeffrey Curt. aus Sierra, im 51. Bundesstaat. Also, mit dem Namen habe ich hier keinen. Können Sie vorsichtshalber nochmal nachsehen? Habe ich schon, keiner da. Ich habe das Gesamtverzeichnis, wissen Sie, alle Studenten, Dozenten, Campuspersonal, jeder Universitätsangehörige. Den gibt es nicht. Vielleicht fragen Sie mal beim Ithaca College nach. Wir werden manchmal verwechselt, wissen Sie, ist ein Stück die Straße runter. Nachdem Jeffrey aufgelegt hatte, griff er nach dem Schuldossier. Dem Bericht war ein Annahmebescheid von Cornell beigefügt mit der handschriftlichen Notiz eines Vertrauenslehrers. Einzahlung postalisch erfolgt. Jeffrey merkte plötzlich, dass sowohl seine Mutter als auch seine Schwester ihn beobachteten. Er ist nicht da, berichtete er. Sollte er aber. Das könnte heißen, er ist hier. Der mirrische Agent am Lenkrad murmelte. Versuchen Sie es bei der Passkontrolle, die wissen, ob er im Staat ist oder nicht. Jeffrey nickte. Im Flüsterton fügte der Agent hinzu, ich will Ihnen schließlich helfen, aber Sie müssen mir ja eine Knarre unter die Nase halten, verflucht nochmal. Jeffrey machte den Anruf. Dank seiner hohen Zugangsstufe bekam er eine schnelle Antwort. Jeffrey Curtin, 18 Jahre alt, wohnhaft, 135 Buena Vista Drive Sierra, hatte den Staat am 4. September verlassen. Als Reiseziel hatte er Ithaca, New York angegeben. Er war noch nicht zurückgekehrt. Also, sagt es Hosen, was meinst du? Ist er hier oder nicht? Ich glaube eher nicht, aber wir sind besser auf der Hut. Ich bin die Vorsicht in Person, witzelt es Hosen. Nein, das bist du nicht, widersprach Diana Düster. Bist du noch nie gewesen? Die zweispurige Hauptstraße von Sierra war verstopft. Schein war verblendeten, dazu ertönte ein ohrenbetäubendes Hubkonzert. Jugendliche hatten sich scharenweise in Autos gezwängt, hingen am Heck der Pickups oder winkten aus den Fenstern. Ein einziges wildes Getöse. In der Mitte des zentralen Platzes brannte ein Freudenfeuer, von dem eine orange-rote Flamme vielleicht zehn Meter hoch in den nachtblauen Himmel stach. In einer diskreten Entfernung von ca. 50 Metern parkte ein Löschzug, während ein halbes Dutzend Feuerwehrleute einen leeren Schlauch zu ihren Füßen mit verschränkten Armen grinsend dastanden und zusahen, wie eine Reihe junger Leute im Kreis um das Feuer tanzte. Zwei Streifenwagen von der Staatssicherheit standen ebenfalls mit blinkendem Rot-Blaulicht am Rande der Menge. Nicht nur Teenager nahmen an dem Ereignis teil, sondern auch kleinere Kinder, die länger aufbleiben durften und Erwachsene, die sich nicht alle so schwungvoll bewegten und auch ein wenig lächerlich wirkten, sich den Tanz aber nicht nehmen ließen. Aus einem halben Dutzend voll aufgedrehten Autostereoanlagen dröhnte stampfende Musik. Nach einer Weile wurde sie jedoch von einer Blaskapelle übertönt, die im Marschschritt um die Ecke kam, sodass die Blechinstrumente im Licht des Feuers und der Autos in der Dunkelheit aufblitzten. »Entscheidungsspiel der Highschool-Football-Saison«, erklärte der Agent am Lenkrad, während er den Wagen behutsam durch die Menge lavierte. »Sierra muss demnach heute Abend gewonnen haben. Dann wären Sie beim Schüler Superbowl. Nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht.« Der Agent hupte ein Cabrio voller Teenager an, das vor ihnen zum Stehen gekommen war. Die Jugendlichen drehten sich um, lachten und gestikulierten wild, aber nicht aggressiv. Mit einem Ruck und quietschenden Reifen gelang es, die Mädchen am Steuer zur Seite zu fahren. »Wir haben das gleich hinter uns. Sieht so aus, als wäre heute jeder von Rang und Namen hier dabei.« »Wie lange geht das wohl noch?« fragte Susan. Der Agent zuckte die Achseln. »Dieses Feuer sieht aus, als hätten sie es gerade erst entzündet und ich kann auch noch keine Mannschaft entdecken.« »Müssen schließlich auf Sie warten und auf den Trainer und wahrscheinlich auf den Bürgermeister, den Stadtrat und wer sonst noch ein Megafon zwischen die Finger kriegt, um ein paar Worte zu sagen. Ich denke, die Party fängt gerade erst an.« Der Agent kurbelte seine Scheibe herunter und brüllte und brüllte einer kleinen Schar junger Mädchen zu. »Hey, Ladies! Wie ist es ausgegangen?« Sämtliche Mädchen drehten sich um und sahen den Agenten an, als käme er vom Mars. Eine brüllte zurück. »24 zu 20! Klare Sache von Anfang an!« Und die Gruppe lachte. Der Agent grinste. »Wer ist als Nächster dran?« »Das nächste Opfer, meinen Sie?« schrien die Mädchen wie aus einem Mund. »New Washington!« Der Agent kurbelte das Fenster wieder hoch. »Sehen Sie, manche Dinge bleiben immer gleich. Zum Beispiel Highschool-Football.« Jeffrey spähte zu der Menge hinaus und hielt das Ganze für einen Glücksfall. Falls Ihnen jemand folgte, wäre es praktisch unmöglich, nicht abgehängt zu werden. Der Fahrer bog von der Hauptstraße ab und rollte unter einem Banner durch, auf dem in großen Lettern stand »Kundgebung für die staatliche Anerkennung 24. November.« Jeffrey drehte sich nach hinten um und sah nach, ob jemand Ihnen hinterherfuhr. Der Larm verebte und die Dunkelheit nahm zu. Sie kamen an ein paar Menschentrauben vorbei, die zum Zentrum eilten. Dann ließen sie die Stadt ganz hinter sich und folgten einer schmalen Straße in die Nacht. Die Bäume krochen dicht an den Teerweg heran und die Scheinwaffe schien, von ihren schwarzen Stämmen blockiert zu werden. Binnen Minuten wurde die Welt um sie her enger, verworrener und verkneulter. Sie ließen mehrere Einfahrten zu Wohnhäusern hinter sich, die so tief in die umliegenden Wälder vorgedrungen waren, dass sie nur durch den matten Schimmer ihrer Lichter von Ferne auszumachen waren. Endlich brach Jeffrey das Schweigen. »Halten Sie an!« Der Agent folgte der Aufforderung. Die Reifen knurschten im Schotter am Rand der Straßendecke. Jeffrey hatte die Pistole in der Hand. »Aussteigen!« wies er ihn an. Der Agent zögerte. Dann entdeckte er die Pistole. Er schnallte den Sitzgurt ab und verließ den Wagen. Draußen holte Jeffrey einmal Tiefluft und blickte die Straße entlang, als versuchte er, über den Kegel der Scheinwaffe hinaus etwas zu erkennen. Dann machte er kehrt. »Gut!« sagte er. »Danke für Ihre Hilfe. Tut mir leid, dass ich so unhöflich gewesen bin. Eines wüsste ich nur gerne. Wie verfolgen die unsere Route?« Der Agent zuckte die Achseln. »Ich soll Ihren Aufenthaltsort einem Spezialteam im Stundentakt durchgeben, rund um die Uhr.« »Was für einem Team. Einem Säuberungsteam. Wie Bob Martin.« Jeffrey nickte. »Und wenn die nichts von Ihnen hören?« »Das darf eben nicht sein.« »Na schön.« »Dann wird es Zeit, dass Sie diesen Anruf machen.« »Hier draußen am Arsch der Welt?« fragte der Agent. »Ich verstehe wohl nicht richtig.« »Nein.« Jeffrey schüttelte den Kopf. »Nicht von hier.« »Können Sie rennen?« »Was?« »Wie sind Sie in Form? Können Sie rennen?« »Klar«, antwortete der Mann. »Klar kann ich rennen.« »Gut.« »Bis in die Stadt sind es nur vier, fünf Meilen.« »Sollte Sie in den Schuhen dann nicht mehr als eine halbe bis dreiviertel Stunde kosten.« »Höchstens eine Stunde, weil Sie nämlich die hier bei sich haben.« Er reichte dem Agenten die Leinentasche. Der Mann sah Jeffrey mehr aus Frust als aus Ärger unverwandt an. »Ich sollte Sie nicht verlassen,« beklagte er sich. »Das ist meine Dienstanweisung. Sie bringen mich in Schwierigkeiten.« »Sagen Sie ihn, ich hätte Sie dazu gezwungen. Das entspricht im Übrigen der Wahrheit.« Jeffrey winkte mit der Pistole. »Und außerdem haben die vermutlich viel zu viel um die Ohren, um allzu sauer auf sie zu sein.« »Was soll ich damit machen?« Der Agent schüttelte die Aktentasche. »Die dürfen Sie nicht verlieren,« sagte Jeffrey mit dem Anflug eines Lächelns. Dann fuhr er fort. »Wenn Sie in die Stadt kommen, werden Sie Folgendes tun. Egal, wie sehr Sie aus der Puste sind und wie viele Blasen Sie sich gelaufen haben, gehen Sie augenblicklich zur dortigen Nebenstelle der Staatssicherheit. Vergessen Sie das Freudenfeuer und die Party. Gehen Sie schnurstracks zur Station. Sobald Sie da sind, machen Sie Ihren Anruf bei dem Killerteam. Dann lassen Sie sich mit dem Direktor verbinden. Rufen Sie nicht Ihren Vorgesetzten an und auch nicht den Kommandeur der Wache. Weder Ihre Frau noch irgendjemanden sonst. Klingeln Sie den Direktor der Staatssicherheit raus, egal, wo er gerade ist oder was er gerade tut. Er wird mit Ihnen sprechen wollen. Glauben Sie mir. Wenn Sie das tun, retten Sie Ihre Karriere. Denn in den nächsten Minuten werden Sie zu dem einzigen Menschen auf der Welt, von dem er hören möchte. Verstanden? Also, wenn Sie ihn am Telefon haben und niemanden sonst, nicht seine Sekretärin, nicht seine Assistentin, niemanden sonst, dann erzählen Sie ihm genau, was heute Abend passiert ist. Und sagen Sie dem Direktor, ich hätte Ihnen eine Aktentasche mitgegeben, in der er die Identität des Mannes findet, den ich suchen soll, mitsamt Adresse und einigen Informationen zu seiner Familie. Er wird wahrscheinlich von Ihnen wissen wollen, wohin wir gefahren sind. Und dann sagen Sie ihm, die Anschrift sei da in diesen Dossiers. Wir wären aber schon mal vorgegangen, weil in diesem Moment sein Problem und unseres auseinandergehen. Können Sie sich das merken und ihm genau so wiedergeben? Selbst im matten Licht, das von den Scheinwerfern kam, sah Jeffrey, dass der Agent große Augen machte. Auseinandergehen, richtig? Das ist wichtig, oder? Das muss mit dem zu tun haben, weshalb Sie überhaupt hergekommen sind, oder? Ja, auf beide Fragen. Und vielleicht haben wir am Ende dieser Nacht auch ein paar Antworten gefunden, sagte Jeffrey. Er blickte in das allumfassende Dunkel. Möglicherweise finden die Antworten aber auch uns. Er deutete mit dem Pistolenlauf auf die Straße Richtung Stadt. Der Agent zögerte. Jeffrey wiederholte die Geste und der Mann setzte sich, die Tasche an die Brust gedrückt, im Laufschritt in Bewegung. Susan war ausgestiegen und stand jetzt an der offenen Tür. Nun denn, meinte sie. Nun, nun, nun denn. Dann verkroch sie sich wieder im Wagen. Die Abzweigung in den Buena Vista Drive kam kaum eine halbe Meile weiter. Das Haus, das sie suchten, war das letzte von dreien und das isolierteste. Jeffrey hätte es vorgezogen, zuerst mit einem kleinen Flugzeug oder Hubschrauber darüber zu fliegen, doch das war unmöglich gewesen. Stattdessen hatte er sich auf die topografischen Karten der Staatssicherheit verlassen, die, wie er vermutete, nur so genau waren, wie der Eigentümer und der Bauunternehmer es wollten, was in diesem Fall bedeutete, dass er seine Erwartungen nicht allzu hoch schrauben durfte. Es bereitete ihm Kopfzerbrechen, wie sie, besonders angesichts der heimlichen Alarmsensoren, an das Haus herankommen sollten, und er dachte an die versteckte Hütte, die auf keinem Plan erschien, von der ihm der Unternehmer aber berichtet hatte. Er hatte sich das Hirn zermartert, wozu sie dienen mochte, und musste jedes Mal passen. Er wusste, dass es für seinen Vater von zentraler Bedeutung sein musste, doch wozu entzog sich seiner Kenntnis. Das ließ ihm keine Ruhe. Jeffrey fuhr mit dem Wagen der Staatssicherheit an den Straßenrand und machte genau an der schmalen Einfahrt zur Nummer 135 die Scheinwerfer aus. Das Einzige, was auf ein Haus dort hinten im Wald schließen ließ, war eine kleine Nummer an einer Holzplakette am Rand der Sackgasse. Nirgends gab es einen Zaun oder ein Tor, sondern nur einen einzigen schwarzgeteerten Weg, der zwischen den Bäumen verschwand. Eine Weile saßen sie alle drei schweigend in der Dunkelheit. Ihr Plan war einfach. Vielleicht zu einfach, denn er ließ vieles offen. Jeffrey sollte sich bewaffnen, die Einfahrt entlang zum Haus hinüberlaufen und irgendwie von der Eingangsseite her hineingelangen. Selbst wenn das bedeutete, an die Tür zu klopfen. Er war davon ausgegangen, dass er dabei schon ziemlich früh die Alarmanlage auslösen würde, sodass er zuerst observiert und dann gestellt werden würde. Darum ging es bei diesem Plan, die ganze Aufmerksamkeit der Bewohner des Bungalows auf sich zu lenken. Falls ihm das gelang, ohne entwaffnet zu werden, umso besser. War er erst einmal drinnen, sollten Susan und Diana folgen, und zwar so unerkannt wie möglich. Jeffrey war der Überzeugung, dass die Bewohner des Hauses, wenn sie erst mit ihm beschäftigt waren, nicht mehr ganz so wachsam auf eine zweite Welle achten würden. Susan und Diana sollten sich von der Rückseite her anschleichen und einen Überwachungsangriff versuchen. Der Bauunternehmer hatte ihm verraten, dass die Überwachungsmonitore im Obergeschoss waren. Folglich wusste Jeffrey, dass er die Familie unten festhalten musste. So einfach war das. Der Angriff auf das Haus beruhte auf dem unzuverlässigsten psychologischen Faktor, der sich denken ließ. Wenn er alleine käme, so hoffte Jeffrey, würde sein Vater annehmen, er wollte seine Mutter und Schwester schützen, indem er sie in sicherer Entfernung zurückließ. Selbstlos und im Alleingang. Eine Konfrontation des Sohnes mit dem Vater und der möglichen Gefahr, die er verkörperte. Er traute sich zu, ihm eine solche Lüge überzeugend auftischen zu können. Die Wahrheit war natürlich das Gegenteil. Mutter und Schwester waren der Schnappriegel an der Falle. Er selbst lediglich die Wippe. Alle drei stiegen sie stumm aus dem Wagen und scharrten sich um den Kofferraum. Sie trugen dunkle Kleidung, Jeans und Sweatshirt sowie bequeme Schuhe. Jeffrey öffnete den Kofferraum und zog aus der ersten Sporttasche drei Keffler verstärkte, kugelsichere Westen, die sie sich schnell um den Oberkörper schnürten. Susan musste ihrer Mutter helfen, die darin ungeübt war. Bringt das was? fragte Diana. Auf jeden Fall ist es sau unbequem. Gegen konventionelle Waffen und Munition schützt sie, aber es gibt immer ein Aber, entgegnete Diana knapp. Und könnt ihr mir irgendetwas über euren Vater sagen, woraus zu schließen wäre, dass er auch nur im Mindesten konventionell sein wird? Die Frage rang Jeffrey ein nervöses Lächeln ab. Ich denke, es ist klug, sie in jedem Fall zu tragen. Nehmt all das Zeug hier als Agent Martins Abschiedsgeschenk. Es stammt aus seinem Spind im Büro. Über den Galgenhumor mussten sie alle grinsen. Er griff nach der zweiten Tasche, machte den Reißverschluss auf und holte die Waffen heraus. Jeffrey half seiner Schwester, ihre Pistole im Schulterholz dazu befestigen. Dann überprüfte er seine eigene Waffe. Als nächstes schwangen sich die Geschwister Maschinenpistolen über den Arm und zogen sich schwarze Strickmützen über den Kopf. Zuletzt holte Jeffrey zwei Nachtsichtgeräte aus der Tasche und hängte sich selbst und seiner Schwester je eines um den Hals. Schließlich kramte er von ganz unten zwei Brecheisen hervor, von denen er eins in den eigenen Gürtel steckte, das andere seiner Schwester reichte. Diana fühlte sich für einen Moment daran erinnert, wie die beiden als Kinder zusammen Räuber und Gendarm gespielt hatten, als wäre dies heute nur eine besonders finstere Variante. Doch gerade als dieser tröstliche Gedanke ihr das Herz erwärmte, drehte ihr Sohn sich plötzlich um, reichte ihr eine ähnliche Mütze und half ihr dabei, sich ein Pistolenhalfter um die Brust zu schnallen. Sie bekam den Revolver, den Susan aus Florida mitgebracht hatte. Jeffrey verweilte einen Moment, die Arme halb um seine Mutter gelegt. In diesem Augenblick erschien sie ihm klein und zerbrechlich, älter, als er es je für möglich gehalten hätte, von der Krankheit und allem, was passiert war, geschwächt. Es gab nicht viel Licht, doch in dem matten Schimmer sah er die Sorgenfalten auf ihrer Stirn. Diana hingegen empfand nichts von alledem. Sie atmete tief die kühle Luft ein und dachte, dass sie in diesen Minuten nirgendwo sonst sein wollte. Zum ersten Mal seit Wochen oder gar Monaten war sie in der Lage, innere Kraftreserven zu mobilisieren und ihre Krankheit mit schierer Willenskraft in einen verborgenen Winkel zu verdrängen, als schlüge sie die Tür hinter sich zu. Ihr gesamtes Leben als Erwachsene hatte sie in der Angst gelebt, der Mensch, der einmal ihr Ehemann gewesen war, könnte sie und ihre Kinder in die Enge treiben und vernichten. Es bereitete ihr eine gewaltige, stille Hoffnung und Befriedigung, dass jetzt sie es war, die ihm in dieser Nacht auflauerte, statt umgekehrt, und dass sie bewaffnet und somit möglicherweise zum ersten Mal in ihrem Leben gefährlicher war als er. Susan überprüfte den Abzug an der Maschinenpistole. Sie wandte sich an ihren Bruder. Was ist mit der Frau und dem Sohn? Carol Ann Curtin ist eine Schlange. Zögere keinen Moment. Diana schüttelte den Kopf. Sie ist genauso wie wir ein Opfer. Sogar schlimmer. Wieso sollten wir... Geoffrey fiel ihr ins Wort. Vielleicht war sie das früher einmal. Vielleicht, wenn sie vor langer Zeit geflohen wäre, so wie du mit uns. Wenn sie spätestens dann weggelaufen wäre, als sie erkannte, weshalb er sie brauchte und wozu er sie unterrichtete und wobei sie ihn unterstützen sollte, dann hätte sie sich vielleicht noch retten können. Die Frau, nach der sie benannt ist, Carol Ann Fugate, hat dem Staatspolizisten von dem Brusca eine Warnung zugerufen, als er zufällig über sie und Starkweather gestolpert ist. Dass sie den Polizisten vor ihrem Liebhaber rettete, hat ihr möglicherweise den Galgen erspart. Also, vielleicht, vielleicht, vielleicht beschließt doch unsere Carol Ann bei unserer Ankunft, sich in Sicherheit zu bringen. Er sah seine Mutter eindringlich an. Aber verlass dich nicht drauf. Sein Ton war so kalt wie die Nachtluft. Und Jeffrey? beharrte Diana. Dein Namensvetter? Er ist noch ein Teenager. Was wissen wir schon über ihn? Wirklich wissen? Nichts. Jedenfalls nicht sicher. Ich hoffe tatsächlich, er ist heute nicht hier. Drei gegen zwei ist günstiger. Drei gegen drei könnte schwieriger werden. Jedenfalls vermute ich, er ist wohl nicht hier. Ich glaube, die Passkontrolle ist in diesem Staat ziemlich zuverlässig. Aber, fing Susan an. Sie machte eine Pause, bevor sie die Frage aussprach. Und wenn nun doch? Ist er gefährlich? Ist er wie er oder ist er wie wir? Na ja, antwortete Jeffrey. Den Unterschied werden wir alle heute Nacht kennenlernen. Nicht wahr? Er wartete die Antwort seiner Schwester nicht ab, sondern fügte hinzu, Sieh mal, es ist ein langer Prozess. Es wächst allmählich. Es muss kultiviert werden. Es ist wie ein wissenschaftliches Experiment, das Jahre braucht, um Früchte zu tragen. Wenn du jeweils zum entscheidenden Zeitpunkt die entsprechenden Eindrücke vermittelst, Grausamkeit, Folter, Perversion, Erniedrigung, dann gibt es, während das Kind größer wird, bleibende Verwachsungen und Bösartigkeit. Mutter hat uns genau in dem Moment daraus geholt, als es anfing. Dieses Kind? Keine Ahnung. Er ist von Anfang an dabei. Hoffen wir einfach, dass er an der Uni ist. Klar doch, an der Uni, nur dass er nicht an der Uni ist, an der er sein sollte, entgegnete Susan in sarkastischem Ton. Nichts ist so, wie es sein sollte, sagte Jeffrey. Weder du, noch ich, oder er, oder dieser ganze Staat. Ich schätze, uns bleiben eine bis anderthalb Stunden, bis die Staatssicherheit eintrifft. Dann kommen sie mit Hubschraubern und SWAT-Einheiten, automatischen Waffen und Tränengas. Ihre Anweisung lautet, das Problem zu beseitigen. Es wäre klug, dann nicht mehr im Weg zu sein. Egal, was wir tun. Es muss in den nächsten Stunden passieren. Alles klar? Mutter und Tochter nickten. Diana erinnerte sie an den anderen Grund ihres Kommens. Was ist mit Kimberly Lewis? Nehmen wir an, sie ist am Leben. Was dann? Falls wir können, retten wir sie, aber wir müssen uns zuerst um unser eigenes Problem kümmern. Das war für Diana verstörend. Susan schien es besser zu verstehen. Sie quittierte diese Anweisung ihres Bruders mit einem Achselzucken. Wir tun, was wir können, sagte sie. Geoffrey lächelte schwach, legte seiner Schwester die Hand auf die Schulter und drückte sie. Dann drehte er sich zu seiner Mutter um und nahm sie einmal kurz in die Arme. Nicht demonstrativ, sondern wie eine bedeutungslose, routinemäßige Geste. Als wäre dieser schwere Gang die normalste Sache der Welt. Ich bilde die Vorhut, erklärte er und versuchte möglichst viel Ruhe und Entschlossenheit in seinen Ton zu legen. Achtet darauf, dass ihr mir genügend Zeit gebt, um seine Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Damit kehrte Geoffrey in den Rücken und machte sich, die Waffen wie zum Rapport, bereit im Laufschritt auf dem Weg zum Haus. Seine Augen brauchten einige Zeit, um sich an die Dunkelheit zu gewöhnen, doch nach einer Weile erkannte er die gewundene Einfahrt, auch wenn sie unter dem tunnelartigen, dichten Blätterwerk der Bäume, die sich darüber wölbten, fast ebenso verschwand wie Mond und Sterne. Er horchte in die Nacht auf das gelegentliche Rascheln von Zweigen, die sich in einer frischen Böe aneinanderrieben und auf seinen eigenen keuchenden Atem. Er fühlte eine winterliche Trockenheit in seiner Kehle und im Widerspruch dazu verschwitzte Achselhöhlen wie an einem heißen Sommertag. Er rannte weiter und fühlte sich wie jemand, der seine eigene Gruft besichtigen soll. Er vermutete, dass er im Haus bereits einen Alarm ausgelöst hatte. Die Sensoren würden auf Wärme und Volumen reagieren, sodass sie das gelegentliche Opossum unter den Waschbären, der durch die Wälder zog, ignorierten, dagegen ein Maultierhirsch, der sich zu nah ans Haus heranwagte, meldeten. Irgendwo in den Bäumen befanden sich die Nachtsichtkameras, die ihn verfolgten. Dennoch bewegte er sich vorsichtig und bedächtig, als fühlte er sich unbeobachtet. Das war wichtig, um die Illusion aufrecht zu erhalten. Ihnen in dem Glauben zu wiegen, er käme allein und wäre nicht in der Lage, eine Falle zu erkennen oder zu umgehen. Die Einfahrt bog um etwa 90 Grad nach rechts und Jeffrey merkte, wie er unter den letzten Bäumen, die ihn vielleicht noch verdeckten, langsamer ging, bevor er am Fuß einer Anhöhe vor einer sorgsam gemähten Rasenfläche stand. Das Haus lag vielleicht 50 Meter weiter hinten, in der Mitte der kleinen Erhebung. Auf diesem letzten Stück gab es keine Büsche oder sonstigen Gewächse, um der Hinterdeckung zu finden. Der Mond verlieh dem Gras einen silbrigen Schimmer, fast so, als wäre es ein großer, stiller Teich. Das zweistöckige Haus war im Neo-Western-Stil gehalten. Weitläufig, modern, eine elegante, einladende Front, die von Geld und der Liebe zum Detail kündete. Es lag vollständig im Dunkeln. Es brannte kein einziges Licht. Immer noch am Rand der Rasenfläche atmete Jeffrey tief durch und starrte geradeaus. Er versuchte, sich das Haus als Festung vorzustellen, als militärisches Zielobjekt. Er hob das Nachtsichtgerät an die Augen und begann, die Fassade abzusuchen. Unter jedem Erdgeschossfenster befanden sich Büsche. Vermutlich keine gewöhnlichen Büsche, dachte er, sondern gespickt mit spitzen Rasiermesser scharfen Dornen. Außerdem waren sie wohl auf einer losen Kiesfläche gepflanzt, die ein unüberhörbares, knirschendes Geräusch verursachte, wenn jemand darüber lief. Auf der einen Seite sah er einen Wintergarten, doch selbst dieser offene, gläserne Raum war von dichtem Gebüsch umzingelt. Jeffrey schüttelte den Kopf. Es blieben nur wenige Möglichkeiten. Ein Weg führte durch die Haustür, ein zweiter durch die Hintertür und ein dritter durch die Geheimtür, an der Kimberley Louis wohl erfahren hatte, dass die Welt nicht ganz so sicher war, wie man es ihr eingeredet hatte. Die Tür an der Rückseite konnte er nicht sehen, erinnerte sich jedoch an ihre Lage auf den Plänen. Sie führte in die Küche. Doch das war zweifellos nicht der springende Punkt. Sie bot vermutlich eine ungehinderte Schusslinie, sowohl drinnen wie draußen. Jeffrey ließ das Fernglas sinken und suchte das Gebäude weiter nach irgendeinem Zugang außer den beiden Türen vorne und hinten ab, auch wenn er wusste, dass er keinen finden würde. Er zuckte die Achseln und sagte sich, dass davon die Welt nicht unterging. Wenn man sich etwas Bösem entgegenstellte, dann war es psychologisch vielleicht sogar das Beste, mit der Tür ins Haus zu fallen, statt sich von hinten anzuschleichen. Natürlich hoffte er, dass seine Schwester so klug sein würde, sich von der Rückseite her anzupirschen, so wie sie es besprochen hatten. Über dieses Detail machte er sich Gedanken. Susan konnte zuweilen unberechenbar sein und es sich vielleicht noch anders überlegen. Seltsamerweise zählte er darauf. Wieder starrte er auf das dunkle Haus. Dass er kein Licht sah, hatte nichts zu bedeuten. Er glaubte nicht, dass sein Vater geflohen war oder sich schon zu Bett begeben hatte. Er wusste nur, dass er gut mit der Dunkelheit zurechtkam und niemals ungeduldig wurde, wenn er darauf wartete, dass eine Beute zu ihm kam. Geoffrey hielt die Automatik eng an die Brust gedrückt. Sie war hauptsächlich als Show-Effekt gedacht. Er rechnete nicht damit, davon Gebrauch zu machen. Doch bewaffnet, am Haus einzutreffen, gehörte zum Täuschungsmanöver. Wieder ließ er laut die Luft entweichen. Er hatte lange genug am Rand des Rasens und gleichsam an der Peripherie seines Lebens gestanden. Jetzt war es an der Zeit, Flagge zu zeigen. Mit einem tiefen Atemzug duckte er den Oberkörper, löste sich aus dem Schutz der Bäume und rannte so schnell er konnte zum Haus. Ein kurzer Gedanke streifte ihn. Sein ganzes Leben als Erwachsener hatte er als Lehrer und Wissenschaftler verbracht. Eine Welt der Planung und folgerichtigen Ergebnisse, des Studiums und des Kalküls. In diesem Moment jedoch hatte er sich in eine ganz und gar andere Welt gestürzt, in der völlige Ungewissheit herrschte. Er erinnerte sich, wie er sich schon einmal an einen solchen Ort vorgewagt hatte. In einem verlassenen Lagerhaus in Galveston, auf der Suche nach David Hart. Damals allerdings hatten ihn zwei eiskalte Detektives begleitet und die Dringlichkeit, die er dabei empfunden hatte, konnte sich in keiner Weise mit dem immensen Druck messen, der in dieser Nacht auf ihm lastete. Diesmal war er außerdem, auch wenn seine Schwester und seine Mutter irgendwo hinter ihm durch die Dunkelheit schlichen, vollkommen allein. Er dachte unwillkürlich an das, was er Susan vor einigen Tagen gesagt hatte. »Wenn du das Monster besiegen willst, dann musst du bereit sein, in Grendels Hölle vorzudringen.« Er spürte das Metall seiner Waffe in den vor Angst feuchten Händen. Keuchend rannte er vorwärts. Die Entfernung schien sich auszudehnen. Seine Füße tappten durchs feuchte, glitschige Gras wie über Eis. Er schnappte nach Luft und plötzlich schien die Haustür schlagartig nähergerückt zu sein. Er rannte die letzten Meter und warf sich schließlich mit dem Rücken an das dicke Holz, versuchte sich klein zu machen und erst einmal Luft zu bekommen. Ein Moment lang zögerte er. Er wollte gerade nach der Brechstange greifen, um sich gewaltsam Zugang zu verschaffen, doch dann hielt er inne. Er dachte an seine eigene Wohnungstür in Massachusetts, die unter Strom stand. Jeder, der einbrechen möchte, rief er sich ins Gedächtnis, versucht es unweigerlich erst einmal mit dem Türknauf. Also legte er, bevor er die Brechstange zur Hilfe nahm, die Hand auf den Knauf. Er ließ sich drehen. Nicht abgeschlossen. Er hielt den Knauf in der Hand und biss sich auf die Lippe. Der Drehmechanismus verursachte nur ein kaum hörbares Geräusch. Langsam drückte er gegen die massive Tür. Eine Einladung, dachte er. Ich werde erwartet. Er zögerte und ließ diese Erkenntnis in einer Mischung aus Faszination und Angst langsam sinken. Ihm wurde bewusst, dass er keineswegs nur die Tür zu einem Wohnhaus öffnete, sondern vielleicht die Tür zu allen Fragen über sich selbst. Immer noch geduckt, schlich er sich in den offenen Raum, der ihn drinnen erwartete. Eine Sekunde lang wollte er die Haustür hinter sich offen lassen, doch er wusste, wie unsinnig das war. Indem er beide Hände benutzte, machte er sie lautlos zu und schloss damit auch das Mondlicht aus, sodass es noch dunkler um ihn herum wurde. Mit dem Rücken zur Eingangsfront tappte er ein paar Schritte weiter und richtete die Maschinenpistole in seinen Händen nach vorn. Er holte noch einmal Tiefluft und bewegte sich langsam im Krebsgang durch die Diele. Er strengte sich an, im Geist den Grundriss vor Augen zu haben und ging noch einmal jede Räumlichkeit durch. Die Eingangshalle führt ins Wohnzimmer, dann weiter ins Esszimmer und in die Küche. Rechts geht eine Treppe nach oben zu den Schlafzimmern und einem kleinen Arbeitszimmer in der Mitte. Da hat er die Monitore der Alarmanlage. Hinter der Treppe befindet sich die Tür zum Keller. Im Haus war es pechschwarz. Er hatte plötzlich panische Angst, gegen einen Tisch oder Stuhl zu stolpern, mit lautem Klirren eine Lampe oder Vase umzustoßen und durch ein solches Missgeschick auf sich aufmerksam zu machen. Er blieb stehen, tastete nach der Wand und versuchte erneut, die Augen an das Dunkel zu gewöhnen. Er kramte in der Tasche nach der Kugelschreiberlampe, die er bereits auf der Fahrt im Wagen verwendet hatte. Er konnte kaum der Versuchung widerstehen, sie einzuschalten, um sich zu orientieren. Doch ihm war bewusst, dass er selbst mit dem bescheidensten Lichtstrahl verraten würde, wo er war. Wo ist er? Fragte er sich. Oben. Im Keller. Jeffrey machte noch einen Schritt nach vorn, bewegte sich ganz langsam, lauschte auf irgendein Geräusch, das ihm bei seiner Jagd vielleicht helfen konnte und konzentrierte sich mit aller Macht. Als irgendwo aus ferner Tiefe ein leiser, heiserer Laut zu ihm drang, ein Schrei oder Stöhnen, blieb er abrupt stehen und reckte sich unwillkürlich vor. Sein erster Gedanke war, dass er von dem Mädchen im Musikzimmer kommen musste. Er machte noch einen Schritt und streckte auf der Suche nach der gegenüberliegenden Wand die Hand vor sich aus. Dann hörte er ein zweites Geräusch. Es war wie ein eiskalter Stich in den Magen. Ein leises Klicken hinter seinem rechten Ohr, gefolgt vom plötzlichen, schrecklichen Gefühl eines Pistolenlaufs, der sich ihm wie ein Eissplitter in den Nacken bohrte. Dann eine Stimme, halb zischend, halb flüsternd, eine Bewegung und du bist tot. Wie erstarrt blieb er stehen. Mit einem schleifenden Geräusch schob sich an der Wand, an der er sich soeben noch entlang getastet hatte, eine Schranktür auf und eine kleine, schwarz gekleidete Gestalt glitt in die Diele. Die Gestalt, die Stimme, der Druck des Laufs an seinem Hals schienen alle Teil der Nacht zu sein. Wieder hörte er die Stimme hinter sich. Nimm die Hände auf den Kopf. Er folgte dem Befehl. Gut, lobte die Stimme. Dann ein wenig lauter. Ich hab ihn. Eine zweite, tiefere Stimme kam aus dem angrenzenden Zimmer. Ausgezeichnet. Nimm die Brille ab. Wie bei einer Explosion war das Haus im Bruchteil einer Sekunde grell erleuchtet, so dass es Geoffrey in die Augen stach wie ein Hitzeschwall aus einem Ofen, der dicht vor seinem Gesicht geöffnet wurde. Geoffrey blinzelte heftig, als ihn eine Flut an Eindrücken bestürmte. Mobiliar, Kunst und andere Einrichtungsgegenstände sowie Teppiche. Die weißen Wände des Hauses schienen zu gleißen. Er fühlte sich benommen, als hätte ihn ein Schlag getroffen. Eine Sekunde lang kniff er die Lieder zu, als bereitete ihm das Licht physische Schmerzen. Als er sie öffnete, starrte er in Augen, die ihm einen Moment lang wie seine eigenen erschienen. Als blickte er in einen Spiegel. Er schnappte heftig nach Luft. Hallo, Geoffrey, begrüßte ihn sein Vater ruhig. Wir warten schon den ganzen Abend auf dich. Der letzte freie Mann. Als im Haus die Lichter anging, verschlug es Diana Clayton den Atem und Susan brachte nur ein kurzes Gott heraus, als sei vor ihnen in der Dunkelheit ein Feuer ausgebrochen. Beide Frauen wichen von der erleuchteten Rasenfläche zurück, um nicht genau an der Stelle, an der vor wenigen Minuten Geoffrey gezögert hatte, gesehen zu werden. Susan ließ langsam das Nachtsichtgerät sinken und warf es zu Boden. Das bringt nichts mehr, murmelte sie. Diana kroch zu der Stelle und hängte sich das Fernglas um. Die beiden Frauen lagen zwischen wildem Gestrüpp Beuchlings auf dem modrig-feuchten Boden der nach faulenden Blättern roch. Das Haus in der Mitte der Lichtung strahlte weiter in einer gespenstischen Helligkeit, als verspottete es die Nacht. Was ist da los? flüsterte die ältere Frau. Susan schüttelte den Kopf. Entweder hat Geoffrey drinnen irgendein Alarm ausgelöst, bei dem automatisch jede Lampe im Haus angeht, oder aber sie haben alles angeschaltet und Geoffrey erwischt. So oder so ist er drinnen und wir haben noch keine Schüsse gehört. Ich vermute also, dass die Sache funktioniert. Dann müssen wir zusehen, dass wir in das Haus kommen, meinte Diana. Susan nickte. Lauf möglichst gebückt und so leise wie du kannst. Los geht's. Sie bewegte sich zügig durch das dichte Unterholz der Bäume und das Gestrüpp und nutzte das gedämpfte Licht, das vom Haus her durch die Äste sickerte. Ein Moment lang kam es Susan unheimlich vor, dass die Lampen vom Haus den Mond überstrahlten. Es gab ihr das Gefühl, als seien sie nicht mehr allein, sondern ständig in Gefahr entdeckt zu werden. Sie bewegte sich vorn übergebeugt, geschickt und schnell, indem sie wie ein nachtaktives Tier, das vor dem Morgengrauen flüchtet, von einem Baum zum nächsten huschte, um nicht gesehen zu werden. Hinter ihr kämpfte sich ihre Mutter durch das Unterholz, indem sie Zweige und Büsche zur Seite bog und gelegentlich einen Kraftausdruck vom Stapel ließ, wenn sie mit den Kleidern in Dornen hängen blieb oder in Zweig zurückschnellte und sie im Gesicht traf. Susan drosselte ihr Tempo aus Rücksicht auf ihre Mutter, wenn auch nur ein wenig, denn sie wusste nicht, ob ihnen viel Zeit blieb oder keiner. Ihr Instinkt hämmerte ihr ein, sich zu beeilen, wenn auch nicht zu hetzen. Ein heikler Unterschied, dachte sie, wenn das Leben von Menschen auf dem Spiel steht. Sie blieb einen Moment mit dem Rücken an einem Baum gelehnt stehen, allerdings nicht vor Erschöpfung. Während sie wartete, bis Diana sie eingeholt hatte, bemerkte sie nicht weit von ihr eine beinahe unsichtbare Infrarotkamera, kaum 15 Zentimeter lang, wie ein winziges Teleskop. Doch sie nahm es als böses Zeichen und wusste, dass sie aus triftigen Gründen dort hing. Dass sie sie entdeckt hatte, war reines Glück. Wahrscheinlich hatte sie auf ihrer Pirsch durch den Wald den Strahl von einem halben Dutzend anderer Vorrichtungen gekreuzt. Alle drei hatten sie damit gerechnet. Es war Aufgabe ihres Bruders, die Menschen im Haus beschäftigt zu halten, sodass sie die zweite Angriffswelle überraschend traf. Diana sackte neben ihr an einen Stamm und Susan zeigte auf die Kamera. Meinst du, sie haben uns gesehen? fragte Diana. Nein, ich glaube, sie interessieren sich mehr für Jeffrey. Was sie tatsächlich glaubte, sprach sie nicht aus. Falls ihr Bruder sich in diesem Punkt geirrt hatte, starben sie vielleicht alle in dieser Nacht. Diana Clayton nickte und flüsterte, lass mir nur einen Moment, damit ich wieder zu Atem komme. Alles in Ordnung, Mutter? Geht's noch? Diana griff nach Susans Hand und drückte sie fest. Werd nur langsam ein bisschen alt. Bin offenbar nicht ganz so fit für eine Nachtwanderung mitten durch den Wald wie du. Also, auf geht's. Susan überlegte, was sie antworten sollte, doch alles schien völlig aberwitzig, wenn auch nicht aberwitziger als die Tatsache, dass ihre todkranke Mutter sich mit mörderischer Entschlossenheit durch dieses Dickicht kämpfte. Sie warf einen einzigen verstohlenen Blick auf Diana, wie um die Kraftreserven der älteren Frau zu taxieren. Doch sie wusste, dass ein Blick dafür nicht genügte und dass es außerdem in der Natur von Kindern lag, wie erwachsen sie auch waren. ihre Eltern grundsätzlich entweder für stärker oder für schwächer zu halten, für idealer oder fehlerhafter, als sie tatsächlich waren. Und so vertraute Susan einfach darauf, dass ihre Mutter über Energien verfügte, von denen sie nichts ahnte. Sie drehte sich um und spähte wieder zum Haus ihres Vaters hinüber. Ihr kam der Gedanke, dass sie noch vor wenigen Wochen ihrem Bruder ziemlich verworrene Gefühle entgegengebracht hatte und sich nunmehr bewaffnet durch feuchtes Moos und struppiges Gebüsch vorankämpfte, während er sich der allergrößten Gefahr aussetzte und darauf vertraute, dass sie die Situation zu seinen Gunsten wendete. Sie biss sich heftig auf die Lippe und lief weiter. Diana folgte ihrer Tochter und umschiffte alle Hindernisse. Ausgerechnet in diesem Moment kam ihr der seltsamste Gedanke. Susan war so schön, wie sie ihre Tochter noch nie gesehen hatte. Dann peitschte ein Zweig zurück, sie duckte sich und murmelte in Fluch, bevor sie weiterlief. Die Waffen fest im Griff kämpften sie sich langsam, aber sicher weiter zwischen den Bäumen voran zur Rückseite des Hauses und hofften, dass sie von drinnen nicht gesehen wurden. Jeffrey saß auf der Kante eines üppigen dunklen Ledersofas im großen Wohnzimmer seines Vaters, inmitten teurer Gemälde an den Wänden, eine Mischung aus moderner Kunst mit leuchtend bunten Farben, die sich über weiße Leinwand ergossen und traditioneller Kunst des Westens. Cowboys, Indianer, Siedler sowie Pferdewagen der Kolonialzeit in romantisierten, edlen Posen. Der ganze Raum mit seiner hohen Decke war voller kleiner Kunstgegenstände. Indianische Vasen und Schalen, eine handgetriebene Kupferlampe mit brüniertem Schirm, echte, antike Navajo-Teppiche. Auf einem Sofatisch aus Glas rollte sich neben einem Buch von Georgia O'Keeffe eine mumifizierte Klapperschlange ein und zeigte im aufgerissenen Maul die spitzen Zähne. Es war der Raum eines reichen Mannes und die gewagte Mischung aus verschiedenen Stilen und Formgebungen, die dennoch einen exquisiten, kultivierten Geschmack verriet. Jeffrey bezweifelte, dass es in diesem Haus irgendwelche Reproduktionen gab. Sein Vater saß ihm gegenüber in einem Sessel aus Holz und Leder. Jeffreys Kugel sichere Weste, die Maschinen und die halbautomatische Pistole lagen zu seinen Füßen. Carol Ann Curtin stand direkt hinter ihrem Mann. Eine Hand auf seiner Schulter, in der anderen immer noch eine kleine halbautomatische Waffe. Entweder Kaliber 22 oder 25, schätzte er, mit einem Schalldämpfer ausgestattet. Die Waffe eines Attentäters, dachte er. Eine Waffe, die heimlich und mit einem kaum hörbaren dumpfen Knall traf. Beide waren schwarz gekleidet. Sein Vater in Jeans und einem Rollkragenpullover aus Kaschmir, Carol Ann in Steghose und einem handgestrickten Wollpullover. Sowohl der Erscheinung als der Ausstrahlung nach wirkte er jünger, als er tatsächlich war. Er war äußerst drahtig, immer noch athletisch, hatte eine weiche Haut, die sich straff über den Muskelpaketen spannte. Seine Bewegungen waren von einer raubtierartigen Geschmeidigkeit und einer lässigen Eleganz, die für Kraft und Schnelligkeit sprachen. Er stieß mit der Zehe gegen die auf den Boden gehäuften Waffen und machte ein angewidertes Gesicht. Bist du gekommen, um mich zu töten, Jeffrey? Nach all den Jahren. Jeffrey hörte seinen Vater reden und merkte, wie der Ton an alte Erinnerungen rührte, so wie einem nach Jahren plötzlich ein gefährlicher Moment hinter dem Lenkrad wieder vor Augen steht, eine vereiste Autobahn, auf der man ins Schleudern geriet und nur mit knapper Not überlebte. Nein, nicht unbedingt, aber zumindest bereit, dich zu töten, antwortete er bedächtig. Sein Vater lächelte. Willst du damit sagen, selbst wenn dein ziemlich stümpehaftes Eindringen ins Haus von uns nicht bemerkt worden wäre, hättest du mich nicht automatisch erschossen? Ich war noch zu keinem Schluss gekommen. Jeffrey schwieg, dann fügte er hinzu, bin ich immer noch nicht. Der Mann, der jetzt als Peter Curtin und früher als Jeffrey Mitchell bekannt war und zwischendurch vermutlich unter anderem Namen gelebt hatte, schüttelte den Kopf und warf seiner Frau einen Blick zu, die ihn nicht erwiderte, sondern den abendlichen Eindringling mit dem ungezügelten Hass eines Gespenstes anstarrte. Nein, tatsächlich? Du hast also ernsthaft geglaubt, dass diese Nacht vorübergehen könnte, ohne dass einer von uns stirbt? Das kann ich nicht glauben. Jeffrey zuckte die Achseln. Glaub, was du willst, entgegnete er brüsk. Da hast du nun wieder recht, stimmte Peter Curtin zu. Ich habe immer geglaubt, was ich wollte und auch getan, was ich wollte. Er sah seinem Sohn mit einem stahlharten Blick in die Augen. Ich bin vielleicht der letzte wirklich freie Mann, mit Sicherheit der letzte freie Mann, dem du begegnen wirst. Kommt ganz darauf an, wie man Freiheit definiert, gab Jeffrey zu bedenken. Meinst du wirklich? Dann sag mir eins, Jeffrey. Du hast unsere Welt hier gesehen. Verlieren wir nicht jede Minute und jeden Tag Stück für Stück unsere Freiheit, und zwar indem wir hinter Mauern und Sicherheitsvorkehrungen leben müssen, um unsere letzten Freiheiten zu verteidigen, oder aber indem wir hierher in diesen neuen Staat ziehen, der seine Mauern in Form von Vorschriften und Gesetzen errichtet, die mir alle nichts anhaben können. Nein, diese Freiheiten sind Illusionen, meine sind real. Er sagte das mit einer Kälte, die den Raum ausfüllte. Jeffrey dachte, er sollte eigentlich etwas antworten, etwas dagegenhalten, doch er blieb stumm. Er wartete, bis das leicht schiefe, höhnische Grinsen um die Mundwinkel seines Vaters verschwunden war und sein Ausdruck neutral zu sein schien. Wir vermissen deine Mutter und deine Schwester, sagte Peter Curtin nach einer Weile. Jeffrey bemerkte einen leichten Singsang in seinem Tonfall, eine Mischung aus Sarkasmus und spöttelnder Selbstgefälligkeit. Ich hatte mich auf euch gefreut, dann wären wir alle wieder beisammen. Du hast doch nicht wirklich erwartet, dass ich sie mitkommen lasse, erwiderte Jeffrey prompt. Ich war mir nicht sicher. Sie ohne Not der Gefahr auszusetzen, sodass du uns alle hintereinander mit drei Kugeln töten kannst? Meinst du nicht, ich hätte es für klüger gehalten, dafür zu sorgen, dass du dir jeden Tod von uns ein bisschen schwerer erkaufen musst? Peter bückte sich nach Jeffreys großer 9mm Pistole und zog sie langsam aus dem Holster. Er betrachtete die Waffe eine Erschieß ihn, zischte Carol Ann Curtin. Zur Ermunterung drückte sie die Schulter ihres Mannes so fest, dass ihre Knöchel weiß von seinem Pullover abstachen. Töte ihn, jetzt! Du hast dir keine besondere Mühe gegeben, mir deinen eigenen Tod ein bisschen schwerer zu machen, oder? fragte sein Vater. Jeffreys starrte in den Lauf der Pistole. In ihm tobten zwei gegensätzliche Gedanken. Er wird es nicht tun, noch nicht. Er hat von mir noch nicht bekommen, was er haben will. Und dann ebenso heftig? Doch, das hat er. Hier werde ich sterben. Er holte Tiefluft und antwortete so teilnahmslos, wie es ihm mit ausgedorrter Kehle und trockenen Lippen gelang. Meinst du nicht, wenn ich mein Eindringen in dieses Haus so lange und sorgsam geplant halten würde und nicht du? Er sprach mit Bedacht und gab sich alle Mühe, dass seine Stimme nicht zitterte. Peter Curtin ließ die Waffe sinken. Seine Frau gab ein leises Stöhnen von sich, rührte sich jedoch nicht vom Fleck. Als Peter Curtin lächelte, zeigte er glänzende, vollkommen weiße, ebenmäßige Zähne. Er zuckte die Achseln. Du stellst die typischen Fragen eines Akademikers, der du schließlich auch bist. Mit hübschen rhetorischen Schnörkeln stelle ich fest. Dieser Ton macht sich zweifellos im Hörsaal gut. Ich frage mich, ob die Studenten an deinen Lippen hängen und die jungen Frauen. Vielleicht beschleunigt sich ihr Puls und sie werden feucht zwischen den Beinen, wenn du in den Übungsraum schlenderst. Ich wette ihr. Er lachte und griff nach der Hand seiner Frau, die auf seiner Schulter rote. Dann fuhr ihr in einem kälteren und berechnenderen Ton fort. Du stellst dir Mutmaßungen über meine Wünsche an, die zutreffen mögen oder auch nicht. Vielleicht hege ich weder gegen Diana noch gegen Susan böse Absichten. Ach ja? fragte Jeffrey und zog eine Braue hoch. Ich denke doch. Nun denn, das wird sich zeigen, nicht wahr? antwortete sein Vater. Du wirst ihn nicht noch einmal finden, entgegnete Jeffrey trotzig und legte alle Überzeugungskraft in seine Lüge. Sein Vater schüttelte langsam den Kopf. Selbstverständlich werde ich das, wenn ich will. Ich habe jede andere Entscheidung, die du getroffen hast, vorausgesehen, Jeffrey. Jeden einzelnen Schritt. Ich war mir lediglich nicht sicher, ob du heute Abend alleine hier hereinpoltern und jeden nur denkbaren Alarm auslösen würdest oder ob ihr drei zusammen. Das Problem war, dass ich letztlich nicht sagen konnte, wie feige du tatsächlich bist. Ich bin gekommen, richtig? Du hattest keine Wahl. Nein, lass es mich anders sagen. Ich habe dir keine Wahl gelassen. Ich hätte dir ein SWAT-Team auf den Hals schicken können und dir diese Konfrontation entgehen lassen. Nein, ich glaube nicht. Das war nie wirklich eine Option, weder für dich, noch für deine Mutter, noch für deine Schwester. Sie sind in Sicherheit. Susan kümmert sich um Mutter. Die nimmt es sowieso jeder Zeit mit dir auf. Und außerdem findest du sie nicht. Diesmal nicht. Nie wieder. Ich habe sie an einen vollkommen sicheren Ort geschickt. Peter Curtain brach in ein wieherndes kaltes Lachen aus. Und wo bitteschön soll das sein? Das hier ist angeblich der letzte sichere Ort. Und ich habe allen gezeigt, was für eine kolossale Lüge sie da verbreiten. Du wirst hier nicht finden. Sie sind gänzlich außer deiner Reichweite. So viel habe ich von dir gelernt. Ich würde meinen, ich hätte dir in den letzten Wochen gezeigt, dass nichts außerhalb meiner Reichweite liegt. Wieder lächelte Peter Curtain. Jeffrey holte Tiefluft und beschloss zu einem schnellen, wirkungsvollen Gegenstoß auszuholen. Du hast eine zu hohe Meinung von dir. Er hatte schon das Wort Vater auf den Lippen, schluckte es aber herunter. Er beeilte sich, die plötzliche Stille zu füllen und fügte hinzu, das ist bei Mördern wie dir durchaus kein seltenes Phänomen. Ihr wiegt euch in dem illusorischen Glauben etwas Besonderes zu sein. Einmalig, außergewöhnlich. In Wahrheit ist natürlich das genaue Gegenteil der Fall. Ihr seid einer von vielen. Jeder ein Routinefall. Peter Curtins Gesicht verdunkelte sich für einen Moment. Er kniff die Augen zusammen, als starrte er plötzlich an Jeffreys Worten vorbei, direkt in seine Gedankengänge. Doch ebenso wie der Ausdruck gekommen war, wich er wieder dem Grinsen und einem amüsierten Ton. Du reizst mich. Du willst mich wütend machen, bevor ich dazu bereit bin. Ist das machen, aber ich vergesse meine gute Erziehung. Bis jetzt hast du deine Stiefmutter erst in ihrer Effizienz kennengelernt. Carol Ann, Liebes, das ist Jeffrey, von dem ich dir so viel erzählt habe. Die Frau rührte sich nicht und bequemte sich auch zu keinem Lächeln. Sie starrte Jeffrey Clayton nur weiter mit unverholener Wut an. Und mein Halbbruder? fragte Jeffrey. Wo mag der wohl stecken? Ach, ich denke, das wirst du früher oder später erfahren. Wie soll ich das verstehen? Er ist nicht hier. Er ist fort. Zum Studium. Die beiden Männer verfielen für einen Moment in Schweigen und starrten einander an. Jeffrey wurde heiß im Gesicht, als wäre es auf einmal im Raum sehr warm geworden. Der Mann, der ihm gegenüber saß, war ebenso fremd wie engstens vertraut. Er wusste über ihn alles und nichts. Als jemand, der Mörder studiert und gejagt hatte, als Professor tot, wusste er eine Menge. Als sein Sohn kannte er nur seine eigenen rätselhaften Gefühle. Er fühlte sich seltsam schwindelig und fragte sich, was sie miteinander teilten und was nicht. Jede Modulation in der Stimme seines Vaters, jeder kleine Manierismus, der zum Vorschein kam, gab Geoffrey einen Stich und er fragte sich, ob auch er so sprach und ob auch er so schaute oder handelte. Es war wie das Zerrbild in einem Spiegelkabinett und er versuchte auszumachen, wo die Täuschung begann und wo sie endete. Geoffrey hatte das Gefühl, als hätte er mit einem Mann, der an einer hoch ansteckenden Viruskrankheit litt, dieselbe Luft zu sehen, ob er sich angesteckt hatte oder nicht. Er holte gierig Luft und sagte einfach nur, du wirst mich nicht töten. Sein Vater grinste wieder und ihm war anzusehen, dass ihm die Situation das größte Vergnügen bereitete. Vielleicht werde ich es, erwiderte er. Vielleicht auch nicht, aber diesmal stellst du die falsche Frage, mein Sohn. Und was wäre die richtige Frage, konntete Geoffrey. Der Ältere zog eine Augenbraue hoch, als erstaunte ihn entweder der Ton seines Sohnes oder die Tatsache, dass er die Antwort nicht wusste. Die Frage lautet, ob ich es muss. Geoffrey hatte das Gefühl, in einem Glutofen zu sitzen. Seine Lippen waren ausgetrocknet. Er hörte seine eigenen Worte wie von Ferne aus dem Mund eines Fremden. Ja, antwortete er. Ich denke, das musst du. Wieder sah sein Vater ihn amüsiert an. Und wieso? Weil du dir nie wieder sicher sein könntest. Weil du nie wissen würdest, ob ich irgendwo da draußen bin und dich jage und niemals sicher wärst, ob ich dich nicht ein zweites Mal finde. Du funktionierst nicht, solange du dich nicht sicher fühlst, und zwar hundert Prozent, so bist du gestrickt und solange du wüsstest, dass ich noch am Leben bin, würdest du deine Zweifel nie los. Peter Curtin schüttelte den Kopf. Oh doch, widersprach er. Ich hätte die volle Garantie. Und wie, fragte Jeffrey in scharfem Ton zurück. Sein Vater antwortete nicht. Stattdessen beugte er sich zu einem Lesetisch hinüber und nahm ein kleines sehen konnte. Normalerweise, erklärte sein Vater, sind diese Dinge für junge Eltern mit Säuglingen. Ich glaube, deine Mutter hat nach deiner Geburt und deiner Schwester so ein Ding benutzt, auch wenn ich mich nicht genau erinnern kann. Ist so lange her. Jedenfalls sind sie überaus hilfreich. Peter Curtin drückte einen Knopf und sprach dann in das Babyfone Kimberly, bist du da? Kannst du mich hören? Kimberly, ich wollte dir nur sagen, deine einzige Chance ist endlich eingetroffen. Curtin drückte auf einen anderen Knopf und Jeffrey hörte wie eine blecherne, verängstigte Stimme durch das Rauschen drang. Bitte, jemand soll mir helfen, bitte, helft mir. Sein Vater schnitt die Stimme mitten in ihrer flehentlichen Bitte per Knopfdruck ab. Ich wüsste auch gern, ob überleben wird, sagte er mit einem Lächeln. Kannst du sie retten, Jeffrey? Kannst du sie, deine Schwester, deine Mutter und dich selbst retten? Bist du so stark und clever? Wieder grinste er. Ich glaube, das ist nicht möglich. Alle kannst du nicht retten. Jeffrey antwortete nicht. Sein Vater starrte ihn weiter an. Habe ich dich richtig erzogen? Du hattest mit meiner Erziehung nicht das geringste zu tun? Peter Curtin schüttelte den Kopf. Ich hatte jede Menge mit deiner Erziehung zu tun. Wieder hielt er das Baby von hoch. Was hat das mit ihr zu fing Jeffrey an. Alles. Wieder schwiegen beide Männer. In diese Stille hineinflüsterte Carol Ann Curtin zum zweiten Mal. Peter, lass mich alle beide töten. Ich fliehe dich an. Noch ist Zeit. Doch Peter Curtin winkte nur ab. Wir werden ein Spiel miteinander spielen, Jeffrey. Ein äußerst gefährliches Spiel. Und sie ist die einzige Spielfigur. Jeffrey saß stumm auf seinem Platz. Es geht um einen hohen Einsatz. Dein Leben gegen meins. Das Leben deiner Mutter und deiner Schwester gegen meins. Deine Zukunft und ihre Zukunft gegen meine Vergangenheit. Wie lauten die Regeln? Regeln? Es gibt keine Regeln. Worum geht es dann bei dem Spiel? Also ich muss schon sagen, Jeffrey, es überrascht mich, dass du das nicht erkennst. Es geht um das grundlegendste Spiel überhaupt. Das Spiel um den Tod. Ich verstehe nicht. Peter Lächelte sarkastisch. Aber natürlich tust du das, Professor. Man spielt es im Rettungsboot oder am Steilhang, wenn der Hubschrauber der Bergwacht eintrifft. Es wird im Fuchsbau und in brennenden Gebäuden gespielt. Es geht darum, wer lebt und wer stirbt. Es geht darum, eine Wahl zu treffen, auch wenn man weiß, wie katastrophal die Wahl für jemand anderen ist. Er wartete, als rechnete er mit einer Reaktion und fuhr, als sie ausblieb, fort. In dieser Nacht geht es um Folgendes. Du tötest sie und du gewinnst. Sie stirbt und du gewinnst dein eigenes Leben, das deiner Schwester, das deiner Mutter und dazu meins, denn es steht dir dann frei, es mir zu nehmen oder mich, wenn dir das lieber ist, der Polizei zu übergeben. Du könntest mir auch einfach das Versprechen abverlangen, nie wieder zu töten und ich würde mich daran halten. Dann könntest du mich am Leben lassen und müsstest dir nicht die Hände mit dem ödipalsten Blut schmutzig machen, dass man sich vorstellen kann. Die Wahl liegt bei dir. Du entscheidest, ich werde mich danach richten und um zu gewinnen brauchst du nichts weiter zu tun, als sie zu töten. Es war plötzlich keine Luft zum Atmen mehr im Raum. Bring sie für mich um, Jeffrey. Der ältere Mann verstummte und beobachtete die Wirkung, die seine Worte im Gesicht seines Sohnes hinterließen. Er hielt das Baby von hoch, drückte auf den Empfangsknopf und ließ ein paar Sekunden lang das qualvolle Schluchzen einer in Panik versetzten jungen Frau im Zimmer wieder heilen. auf der Eingangsseite, aber dennoch war ein gewaltiger Lichtkegel zu durchqueren. Susan Clayton betrachtete die Fläche skeptisch. Sie hatte etwa die Länge, auf die sie mit einiger Treffsicherheit ihren Köder einem gemächlich der hinschwimmenden Fisch hinwerfen konnte. Fast hörte sie das zischende Geräusch der Angelschnur über ihrem Kopf, bevor sie über die unruhige blaue Wasserfläche ihrer Heimat sauste. Sie war, das wusste sie, gut darin genau abzuwägen, wie viel Einsatz es erforderte, den Köder mit seiner kleinen Illusion aus Federn, Stahl und Leim genau da zu platzieren, wo sie ihn haben wollte. Jetzt, wo es darum ging, abzuschätzen, wie schnell sie die offene Fläche überqueren konnte, war sie sich weniger sicher. Auch Diana Clayton versuchte, ihre Situation richtig einzuordnen. Sie leuchtete ihr nicht gänzlich ein. Sie atmete langsam ein und wieder aus und versuchte, ihre Gedanken zu sortieren. Sie und ihre Tochter lagen beide beuchlings auf der feuchten Erde und starrten gerade aus. Doch mit ihrer Aufmerksamkeit war Diana woanders. Sie versuchte, sich jede Einzelheit eines Lebens vor einem Viertel Jahrhundert ins Gedächtnis zu rufen, vor allem aber jeden Gesichtszug des Mannes, an dessen Seite sie gelebt hatte. Ich komme darüber, flüsterte Susan. Aber nur, wenn keiner hinsieht. Dann schüttelte sie den Kopf. Falls es doch jemand tut, komme ich keine zwei Meter weit, bevor sie mich entdecken. Sie überlegte. Ich denke, mir bleibt nichts anderes übrig. Diana griff mit der Hand nach dem Unterarm ihrer Tochter. Irgendetwas stimmt da nicht, Susi. Du musst mir auf die Sprünge helfen. Was? Also erstens wissen wir, dass es hier an der Rückseite zwei Türen gibt. Die übliche Gartentür, die wir sehen, und die, die in die Küche führt. Die ist wie jede andere Gartentür, sieht zumindest so aus. Und dann gibt es diese Geheimtür aus dem Musikzimmer nach draußen. Die müssen wir finden. Die müsste da drüben sein, da links, neben der Garage. In Ordnung, meinte Susan. Dann gehen wir einfach mal davon aus. Nein, da ist noch etwas, das mir zu schaffen macht. Wir hätten eigentlich auf das Nebengebäude stoßen müssen. Du weißt schon, der Schuppen, der laut dem Bauunternehmer nicht in den Plänen ist, der müsste irgendwo hier hinten sein. Ich ich meine nur, unterbrach Diana sie bedächtig, wozu hat man eigentlich eine Alarmanlage? Wieso stellt man sicher, dass man jemanden, der sich durch den Wald anschleicht, auf Schritt und Tritt beobachten kann? Wieso installiert man ein kostspieliges System, das in diesem Staat illegal ist? Sie schüttelte den Kopf. Mir fällt dazu nur ein einziger Grund ein, um Zeit zu gewinnen, um vorgewarnt zu sein. Für sich genommen beschützt es ihn vor gar nichts, am wenigsten vor der Polizei. Es ist einfach nur ein Frühwarnsystem, das ihm ein paar Minuten Vorsprung gewährt. Wozu mag er das wohl brauchen? Die Antwort auf diese Frage lag auf der Hand. Susan antwortete leise, als etwas Zeit braucht, um abzuhauen, sich aus dem Staub zu machen. Diana nickte. So sehe ich das auch. Ein Fluchtweg, dachte Susan weiter laut nach. David Hart, der Mann in Texas, zu dem mich Jeffrey mitgenommen hat, der hat gesagt, wir sollten mit so etwas rechnen. Einen Weg rein, einen Weg raus. Diana rollte sich auf die Seite und spähte in das Dunkel hinter sich. Was genau soll da laut diesem Bau Unternehmer in dieser Richtung sein? Susan lächelte. Es ist wild, leer, unbebaut, Ödland und Berge. Naturschutzgebiet in staatlichem Besitz. Es streckt sich meilenweit. Diana starrte in die schwarze Nacht, die sich ihnen an die Fersen geheftet und mit ihnen angepirscht hatte. Vielleicht ist es auch, sagte sie ruhig. Die Rückzugsroute aus dem 51. Staat. Beide Frauen machten sich auf den Weg in die entgegengesetzte Richtung. Vom Rand des Lichtkegels weg in schräger Linie zum Haus. Sie tasteten sich durch die Bäume, wo das Unterholz dichter schien, schrägten waren es lauter knochige Hände, die nach ihren Kleidern griffen oder ihnen das Gesicht zerkratzen. Trotz der kühlen Nacht waren sie vor Erschöpfung und Anspannung und vermutlich auch Angst verschwitzt. Susan hatte das Gefühl, als versuchte sie in einer Kloake zu schwimmen. Sie kämpfte sich entschlossen und wütend durch den Wald, als ob sie gegen einen Schritt, merkte, dass sich ihr Sweater in einem Dornenbusch verhakte, zog daran und verlor das Gleichgewicht, sodass sie mit einem kurzen Aufschrei vorwärts purzelte. Ihre Mutter, die hinter ihr nicht weniger zu kämpfen hatte, rief ihr etwas lauter, doch immer noch im Flüsterton zu. »Susan, alles in Ordnung!« Susan reagierte nicht sofort. Ihr gingen verschiedene Dinge durch den Kopf. Der Schreck des Falls, ein tiefer Kratzer in der Wange von einer Dorne, ein Schlag gegen das Knie von einem Stein, vor allem aber das Gefühl von kaltem Metall unter ihrer Haut. Die Dunkelheit machte es fast unmöglich, etwas zu erkennen, doch sie tastete sich voran und ignorierte alle anderen Empfindungen, als sie etwas Spitzes fühlte, das sie in die Handfläche schnitt. Sie stöhnte unter dem plötzlichen Schmerz. »Was ist?« fragte Diana. Susan antwortete nicht gleich. Stattdessen tastete sie die Spitze ab und fand eine zweite, dann eine dritte, alle unter Gestrüpp und Unkraut versteckt. »Hol mich, der Teufel!« murmelte sie. »Mutter, sieh dir das an!« Diana krabbelte auf Händen und Knien, bis sie neben Susan war. Sie ließ ihre Hand von Susan führen, bis auch sie die Reihe spitzer Pflöcke im Boden fühlte. »Was meinst du? Wir sind auf der richtigen Spur,« sagte Susan. »Jetzt stell dir vor, du würdest in diese Richtung fliehen, aber du willst nicht, dass dir irgendjemand in irgendeinem Wagen folgen kann. Die hier würden an einem reifen Paar schon dafür sorgen, oder? Pass auf, hier könnten noch mehr Fallen sein.« Drei Meter weiter stieß Susan auf einen niedrigen, achsenbrechenden Graben in der Erde. Sie drehte sich wieder zum Haus um. Vielleicht dreißig Meter entfernt warf es ein Licht in den Himmel. Sie konnte gerade noch eine Art schmalen Trampelpfad erkennen. »Es ist ein Weg«, dachte sie, »aber einer, der mit genügend Büschen und Gestrüpp getarnt war, um sich hoffnungslos zu verheddern. Es sei denn, man kannte diesen Pfad genau. Hatte man jedoch die richtige Route genau im Kopf, dann konnte man sich schnell durch zunehmend schwieriges Gelände bewegen.« »Da ist es«, sagte ihre Mutter plötzlich. Susan drehte sich um und ließ ihren Augen Zeit, sich wieder an die Nacht zu gewöhnen, bevor sie sah, wohin der Jenner zeigte. Weitere sieben Meter von ihnen entfernt befand sich ein kleines Gebäude, fast unsichtbar zwischen Unkraut und Farn, die so dicht daran gepflanzt worden waren, dass sie den niedrigen Bau fast bis ans Dach überwucherten. Sie tasteten sich langsam bis zu dem Häuschen vor. An der Vorderseite hatte es ein Tor wie eine Garage. Susan griff danach. Dann hielt sie inne. »Es könnte ein Alarm damit verbunden sein«, überlegte sie. »Oder eine Bombe.« Auch wenn sie nicht wusste, ob sie damit richtig lag, reichte ihr die pure Möglichkeit, um die Finger davonzulassen. Diana hatte sich um den Schuppen herumgekämpft. »Da ist ein Fenster«, rief sie leise. Susan eilte an ihre Seite. »Sieht man etwas?« »Ja, ein bisschen.« Susan drückte die Nase an die kalte Scheibe und starrte hinein. Sie stöhnte leise. »Auf den Nagel getroffen, Mutter. Du hattest recht.« Die beiden Frauen konnten schemenhaft einen teuren Geländewagen mit Vierradantrieb erkennen. Soweit sie sahen, war er voll bepackt. Startklar für die Reise. Diana trat vom Fenster zurück. »Es muss da hinten irgendwo eine Straße geben oder sowas wie eine Piste. Immer weiter in den Wald hinein. Ich wette, er hat eine genaue Fluchtroute geplant.« »Aber was ist mit Flugzeugen oder meinetwegen auch Helikoptern?« Diana zuckte die Achseln. »Berge, Canyons, Wälder. Wer weiß. Er hat bestimmt einkalkuliert, wie und womit er verfolgt wird und sich darauf eingestellt. Wahrscheinlich gibt es Meilen von hier entfernt eine zweite Garage mit einem weiteren Fahrzeug. Vielleicht sogar ein drittes oben im Norden, nahe der Grenze nach Oregon. Oder auch Richtung Kalifornien. Eher wohl da. Da kann man leicht untertauchen. Auch nicht allzu weit bis nach Mexiko runter, wo man noch weniger Fragen stellt, besonders einem reichen Mann.« Susan nickte. »Es muss nicht perfekt sein, solange niemand davon weiß. Mehr hat er nicht nötig. Nur ein offener Spalt und er schlüpft durch.« Susan drehte sich wieder zum Haus um und seufzte. »Ich muss jetzt rein,« sagte sie. »Wir brauchen schon zu lange und Jeffrey könnte in ernsten Schwierigkeiten stecken.« Sie wandte sich noch einmal ihrer Mutter zu, die gierig die kalte Luft einsog. »Bleib du hier,« wie Susan sie an. »Warte einfach ab, was passiert.« Diana schüttelte den Kopf. »Ich sollte besser mit dir gehen.« »Nein,« widersprach Susan. »Wir wollen auf keinen Fall riskieren, dass er abhaut. Egal, was passiert, wir dürfen nicht zulassen, dass er davonkommt. Außerdem kann ich mich, glaube ich, schneller bewegen und auch leichter Entscheidungen treffen, wenn ich weiß, dass du wenigstens hier draußen in Sicherheit bist.« Diana sah die Logik ein, auch wenn sie ihr nicht gefiel. Susan deutete auf den obskuren Pfad durch das Unterholz Richtung Haus. »Das ist die Rode.« »Halte ein Auge drauf.« Ein Moment lang hätte sie ihre Mutter gerne umarmt, etwas Rührseliges und Liebevolles gesagt. Doch sie kämpfte dagegen an. »Wir sehen uns gleich«, sagte sie mit aufgesetzter Zuversicht. Dann drehte sie sich um und kehrte so schnell sie konnte dorthin zurück, wo höchstwahrscheinlich das Schicksal ihres Bruders an seidenen Nervenfasern hingen. Jeffress Kehle war so ausgedorrt, als hätte er an einem heißen, trockenen Tag ein schnelles Wettrennen hinter sich gebracht. Er leckte sich über die Lippen, um sie ein bisschen anzufeuchten, doch vergeblich. Seine Stimme klang brüchig. »Und wenn ich mich weigere?«, fragte er. Sein Vater schüttelte den Kopf. »Ich glaube, das wirst du nicht tun. Nicht, wenn du dir mein Angebot gründlich überlegst.« »Ich werde es nicht tun.« Peter Curtin wechselte die Stellung, als fände er die Reaktion seines Sohnes unangemessen und nicht durchdacht. »Das ist eine reflexartige, unkluge Entscheidung, Jeffrey. Überleg es dir gut.« »Da gibt es nichts zu überlegen.« Sein Vater runzelte die Stirn. »Das sehe ich ein bisschen anders,« meinte er in halb spöttischem, halb gereiztem Ton, als könnte er sich nicht ganz entscheiden, welches die angemessene Reaktion war. »Die Alternative wäre natürlich, dass ich mich einfach an meine liebe Frau wende und auf ihren Rat höre, den sie mir so eindringlich gibt.« »Was meinst du, Jeffrey? Wie schwer es wohl für mich ist, zu Carol Ann zu sagen, löse du dieses Dilemma für mich. Und du weißt, was sie machen würde.« Jeffrey sah die Frau mit den harten Augen an, die immer noch wie festgefroren dastand und kaum merklich den Finger im Abzug ihrer Pistole bewegte. Sie funkelte ihn nach wie vor wütend an, und es schien sie äußerste Mühe zu kosten, ihre Aggression im Zaum zu halten. Er vermutete, dass sie sich genauso wie sein Vater schon lange im Voraus mit dieser Begegnung beschäftigt hatte. Er fragte sich, was Curtain ihr im Lauf der Jahre, in denen sie ihre mörderischen Abenteuer miteinander teilten, zu ihr gesagt hatte, um sie auf diesen letzten Akt vorzubereiten. So wie man langsam, aber zielstrebig einen Kampfhund abrichtet. Sie ließ ihn nicht aus den Augen, die Muskeln unter dem Pullover gespannt. Und gleich einem Hund, der mit jeder Faser seines Wesens wie eine gespannte Feder auf das eine Wort seines Herrn wartete, so wartete auch sie. Jeffrey schoss durch den Kopf. Das ist eine Frau, die jeden Gedanken und jedes Gefühl über Bord geworfen hätte, bis nur noch diese Wut übrig geblieben ist. Und dieser ganze Zorn richtet sich auf mich. Das, was von Carol Ann's Augen ausging, war wie ein starker, böser Wind, der einem ins Gedächtnis blies. »Sträubst du dich immer noch?« fragte sein Vater. »Kannst du dich immer noch nicht entscheiden?« »Ich kann das nicht«, erwiderte Jeffrey. Peter Curtin schüttelte in übertriebener Enttäuschung den Kopf kräftig hin und her. »Was heißt, du kannst nicht? Lächerlich! Jeder kann töten, wenn er triftige Gründe hat. Mensch, Jeffrey, Soldaten töten aufgrund der fragwürdigsten Befehle von Offizieren, die sie hassen. Und ihr Lohn ist wesentlich bescheidener, als was ich dir heute Abend anbiete.« »Und überhaupt, Jeffrey, was weißt du schon von diesem Mädchen?« »Nicht viel. Oberstufenschülerin. Sie war einmal, soweit ich unterrichtet bin, mit einem anderen Sohn liiert.« »Ja, deshalb ist meine Wahl auf sie gefallen. Das und der glückliche Umstand, dass sie auf dem Weg zur Schule eine Abkürzung nimmt. Und zwar durch ein verlassenes Gelände unserer neuen kleinen Stadt. Eigentlich habe ich sie immer gemocht. Sie ist sympathisch, hat zwar ein wenig verschwommene Vorstellungen vom Leben, aber das gilt ja wohl für die meisten Teenager. Sie ist attraktiv, auf eine frische, unverdorbene Weise. Sie scheint intelligent zu sein. Nicht übertrieben, weißt du, nicht phänomenal. Aber trotzdem intelligent. Jedenfalls auf dem Weg zu einem guten College. Auch wenn es andererseits schwer zu sagen ist, was für eine Zukunft sie vor sich hat. Nun gibt es natürlich intelligentere, begabtere Kinder. Aber Kimberley hat etwas. Einen Sinn für Abenteuer. Etwas rebellisches. Ich nehme an, das fand ein Halbbruder an ihr attraktiv. Das macht sie einfach interessanter als die Mehrzahl der schablonenhaften Kids, die dieser Staat heranzüchtet. Wieso erzählst du mir das? Ach, du hattest recht. Das sollte ich besser nicht. Wer sie ist, sollte keine Rolle spielen. Dass sie ein Leben, Träume, Hoffnungen und Wünsche hat. Was auch immer. Das ist wirklich nicht von mir lang. Was hat dieses Mädchen, dass du auch nur für einen Augenblick denken kannst, ihr Leben wäre wichtiger als dein eigenes. Als das deiner Schwester und deiner Mutter. Und das Leben, wer weiß, wie vieler junger Frauen, auf die meine Wahl vielleicht in Zukunft fällt. Ich würde sagen, ich habe dich für eine denkbar einfache Wahl gestellt. Wenn du sie tötest, rettest du dich selbst. Und als zusätzlicher Anreiz. Du rettest all diese anderen Menschen. Wie gesagt, du kannst meiner Laufbahn, ja sogar meinem Leben, ein Ende setzen. Sie zu töten erscheint in jeder Hinsicht finanziell, ökonomisch, ästhetisch und emotional absolut sinnvoll. Ein Leben verlierst du. Viele andere rettest du dafür. Der Gerechtigkeit ist Genüge getan. Der Kostenaufwand ist höchst bescheiden. Peter Curtin lächelte seinen Sohn an. Jeffrey, sieh mal, du tötest sie und du wirst berühmt. Du bist ein Held. Ein Held für diese moderne Welt, in der wir leben. Nicht ohne Fehler, aber ein tatkräftiger Mann. Du wirst von Küste zu Küste gefeiert werden. Und zwar von praktisch allen, außer vielleicht den nächsten Angehörigen der kleinen Kimberly. Doch deren Protest durfte leiser ausfallen. Falls sie überhaupt jemand hört. Was fraglich ist, wenn man bedenkt, wie gekonnt die Karle, die diesen Staat regieren, Unannehmlichkeiten unter den Teppich kehren. Deshalb kann ich wirklich nicht verstehen, wieso du auch nur für den Bruchteil einer Sekunde zögern kannst. Jeffrey sagte nichts. Es sei denn, fuhr sein Vater langsam fort, du hättest Angst vor dem, was du vielleicht über dich selbst rausfinden könntest. Das könnte allerdings ein Problem darstellen. Gibt es irgendwo tief in dir eine Tür, die du lieber nicht aufmachen möchtest? Nicht einmal einen kleinen Spalt breit. Weil du Angst davor hast, was du reinlassen könntest. Rein oder auch raus. Peter Curtin war offensichtlich in seinem Element. Nun ja, damit liegt vermutlich der Preis für den Tod dieser ganz und gar unbedeutenden Jungen Dame ein wenig höher, als wir zunächst angenommen hatten. Jeffrey war nicht bereit, auf diese Frage zu reagieren. Er starrte auf das Paar ihm gegenüber und taxierte das Funkeln in den Augen seines Vaters im Vergleich zu dem eisigen Blick seiner Frau. In diesem Moment erschienen sie ihm als ein überaus gegensätzliches Paar. Die Frau bis zum Anschlag gespannt und darauf versessen zu töten. Sein Vater dagegen wirkte gelöst, redselig und unbeschwert, ohne auf die Zeit zu achten, während er es genoss, seinen Sohn in ein wohlkalkuliertes Dilemma zu stürzen. Für ihn war das Töten nur das Dessert. Die Folter war das Hauptgericht. Angesichts seines spöttischen Tons fiel es Jeffrey nicht schwer, sich vorzustellen, wie qualvoll das Ende so vieler Opfer in den letzten Minuten gewesen sein musste. Die Helligkeit im Zimmer, die Hitze, die immer unerträglicher zu werden schien, der stete Druck, der von den Worten seines Vaters ausging, pressten ihm die Brust zusammen, als wäre er tief unter Wasser. Er wollte an die Oberfläche auftauchen, um zu atmen. Ihm wurde in dieser Sekunde bewusst, dass er in die elementarste Falle gegangen war, die der Mann ihm gegenüber, seinem Kind in klarer Absicht, stellte. Zwischen ihm und seinem Vater lag eine feine Linie, an der sich ihre Wege schieden. Für ihn zählten Menschenleben, für seinen Vater nicht. Jeffrey wollte leben. Seinem Vater, der so vielen den Tod gebracht hatte, war es egal, ob er in dieser Nacht überlebte oder starb. Ihm ging es um etwas anderes. Jeffrey blieb stumm und versuchte aus jedem mühsamen Atemzug Kraft zu schöpfen, um Haltung zu bewahren. Zeit, dachte er plötzlich. Du musst Zeit schinden. Es arbeitete fieberhaft in seinem Kopf. Seine Schwester musste jeden Moment eintreffen und ihre Ankunft konnte das Kräftespiel so weit verschieben, dass er den Hals aus der Schlinge ziehen konnte, die sein Vater immer enger zog. Und danach wäre bald mit dem Einsatzkommando der Staatssicherheit zu rechnen. Er fühlte sich wie in einem Schraubstock, der ihm immer unerbittlicher den Brustkorb zusammendrückte. Er sah seinen Vater an. Gib ihm ausweichende Antworten, dachte er. Wie kann ich dir trauen? Peter Curtin lächelte. Was? Du vertraust nicht dem Ehrenwort deines eigenen Vaters? Ich traue dem Wort deines Mörders nicht, denn das ist es, was du bist. Ich mag mit Fragen hergekommen sein, aber du hast sie mir beantwortet. Jetzt brauche ich mir nur noch selbst ein paar Antworten zu geben. Mach das nicht das Leben aus, entgegnete Curtin. Und wer wüsste mehr über das Spiel von Leben und Tod als ich? Vielleicht ich, antwortete Jeffrey. Und vielleicht weiß ich, dass es kein Spiel ist. Nicht? Jeffrey, jetzt verwunderst du mich aber. Es ist das faszinierendste Spiel überhaupt. Weshalb solltest du dann bereit sein, es heute Abend aufzugeben? Wenn ich, wie du behauptest, nichts weiter zu tun brauche, als einer Frau, die mir vollkommen fremd ist, eine Kugel zwischen die Augen zu jagen, wirst du dich mir dann wirklich beugen und akzeptieren, was ich für dich entscheide? Ich glaube nicht. Ich glaube, du lügst. Ich glaube, du spielst falsch. Ich glaube, du verfolgst heute Abend nur eine einzige Absicht, nämlich mich zu töten. Und woher soll ich wissen, ob Kimberly Lewis überhaupt noch am Leben ist? Du könntest mit diesem kleinen Babyfone da jedes Mal ein Tonband abspielen. Vielleicht hast du sie längst wie all die anderen irgendwo wie Müll entsorgt und sie liegt mit gespreizten Armen und Beinen irgendwo im Wald, wo sie niemand findet. Curtin hob blitzschnell die Hand und in seinem Gesicht zuckte für einen Moment ein Anflug von Ärger auf. Ich habe sie nie einfach entsorgt. So war es nie geplant. Geplant? Klar doch, konterte Jeffrey sarkastisch. Der Plan war, sie erst mit Genuss zu vögeln und dann zu töten, genau wie jeder andere Kranke. Curtin schnitt energisch mit den flachen Händen durch die Luft. Jeffrey rechnete mit einer wütenden Antwort seines Vaters, doch was er zu hören bekam, wurde im kältesten, berechnendsten Ton gesprochen. Ich hätte mehr von dir erwartet, erklärte Curtin. Ich hätte dich für intelligenter gehalten, für gebildeter. Er legte vor sich die Fingerspitzen zu einer Pyramide aneinander und starrte seinen Sohn durchdringend an. Was weißt du von mir? fragte er plötzlich. Ich weiß, dass du ein Mörder... Du weißt rein gar nichts, unterbrach ihn Curtin. Du weißt nichts. Du weißt nicht, wie man sich in der Gegenwart von Größe benimmt. Du zeigst keinen Respekt. Du verstehst nichts. Sein Vater schüttelte den Kopf. Es hat nichts damit zu tun, einfach zu töten. Nichts ist so leicht wie zu töten. Aus sexueller Gier, aus Spaß oder aus irgendeinem anderen Grund. Nichts leichter als das, Jeffrey. Es ist nichts weiter als eine Zerstreuung. Wenn man sich die Mühe macht, es gründlich zu studieren, dann ist es wirklich keine besonders schwere Aufgabe. Die eigentliche Herausforderung besteht darin, dem Tod eine schöpferische Seite abzugewinnen. Er überlegte. Dann fügte er hinzu. Und deshalb bin ich etwas Besonderes. Einen Augenblick lang starrte der Vater den Sohn mit einem Ausdruck an, als seien dies Dinge, die dieser hätte verstehen müssen. Ich war ziemlich aktiv, doch das gilt auch für andere. Ich war brutal, aber auch das ist nichts Weltbewegendes. Hättest du gedacht, Jeffrey, dass ich vor ein paar Jahren, als ich über der Leiche einer jungen Frau stand, an einen Punkt kam, an dem ich begriff, dass ich in dem Moment hätte weggehen können und niemand hätte auch nur die leiseste Ahnung von der Tiefe des Gefühls gehabt, von der Befriedigung über das, was ich vollbrachte. Und in diesem Augenblick, Jeffrey, da wusste ich, dass ich es mir zu leicht gemacht hatte. Ich lief Gefahr, dass mich künftig das langweilen könnte, was meinem Leben Sinn gab. In jenem Moment dachte ich an Selbstmord. Mir gingen auch andere obskure Möglichkeiten durch den Kopf. Terrorismus, Massenmord, politische Attentate. Doch das habe ich alles verworfen, weil ich wusste, dass ich mit all dem in Vergessenheit geraten würde und dass mich niemand je verstehen würde. Aber ich strebte nach Höherem, Jeffrey. Ich wollte, dass man mich in Erinnerung behält. Er lächelte wieder. Und dann erfuhr ich vom 51. Staat, dem neuen Territorium, an das sich so viele Hoffnungen und Wünsche knüpfen. Der Traum von einer wahrhaft amerikanischen Vision von der Zukunft. Auf der Grundlage einer ach so idealisierten Vorstellung von der Vergangenheit. Und wer hätte besser in dieses Konzept gepasst als ich? Jeffrey sagte nichts. An wen erinnert man sich, Jeffrey? Besonders da draußen im Westen. Wer sind die Helden? Wer ist uns im Gedächtnis haften geblieben? Billy the Kid mit seinen 21 Opfern oder sein schändlicher ehemaliger Freund Pat Garrett, der ihn niedergeschossen hat? Wir singen Balladen auf Jesse James, einen äußerst blutrünstigen Mörder. Aber nicht über Robert Ford, den Feigling, der ihm eine Kugel in den Rücken gejagt hat. So war es in Amerika schon immer. Marvin Purvis interessiert uns herzlich wenig. Es scheint langweilig und berechnend. Doch die Heldentaten eines John Dillinger leben fort. Beschämt es uns nicht irgendwie, dass eine Drohne wie Elliot Ness Al Capone aus dem Verkehr gezogen hat? Mit einer Anklage wegen Steuerbetrugs und Bestechung des Gerichts? Wie erbärmlich. Weißt du, wer Charlie Manson angeklagt hat? Seien wir doch ehrlich, Jeffrey. Fasziniert es uns nicht, viel mehr zu beweisen, dass Bruno Richard Hauptmann es nicht gewesen sein kann, als dass wir Mitleid mit Lindberghs Baby hatten? Hast du gewusst, dass man in Fall River bis heute Lizzie Borden feiert? Eine Axtmörderin verflucht nochmal! Ich könnte dir endlos viele Beispiele nennen. Ich sage dir, wir sind eine Nation, die ihre Kriminellen liebt, ihre schlechten Taten romantisiert und den Schrecken, den sie verbreitet haben, ignoriert. Stattdessen lassen wir sie in unseren Liedern und Legenden weiterleben. Und sogar gelegentlich in Festen, wie zum Beispiel mit dem D.B. Cooper Day oben im Nordwesten am Pazifik. Wer sich über das Gesetz hinwegsetzt, hat schon immer eine gewisse Anziehungskraft besessen. Genau. Und das bin ich mein Leben lang gewesen. Jemand, der sich über das Gesetz hinwegsetzt. Denn ich beraube diesen Staat seiner zentralen Eigenschaft. seiner Sicherheit. Und deshalb wird man sich an mich erinnern. Peter Curtin seufzte. Das ist mir bereits jetzt gelungen. Egal, was heute Nacht aus mir wird. Siehst du, ganz gleich, ob ich nun überlebe oder sterbe, mein Platz in der Geschichte ist mir sicher. Durch deine Anwesenheit und durch die Aufmerksamkeit, die diese Nacht auf sich lenken wird, bevor sie vorbei ist. Wieder herrschte ein Augenblick Stille im Raum. Dann fuhr der Mörder fort. Jetzt sind wir an dem Punkt, an dem die Entscheidung fallen muss, Jeffrey. Du bist ein Teil von mir, das weiß ich. Jetzt musst du in die Tiefe gehen und diesen Teil von dir, der uns gemeinsam ist, aus der Versenkung holen und die naheliegende Wahl treffen. Es ist soweit, Jeffrey. Es ist Zeit, dass du das wahre Wesen des Tötens begreifst. Er sah seinen Sohn an. Töten, Jeffrey. Macht dich frei. Curtin stand auf. Er beugte sich zu dem kleinen Lesetisch vor und öffnete mit einem kurzen, schnaubenden Geräusch eine Schublade. Diese entnahm er ein großes Messer aus Armeebeständen, das er aus einer olivgrünen Scheide zog. Im polierten Stahl der gezackten Klinge spiegelte sich das Licht. Curtin bewunderte die Waffe, streichelte die stumpfe Kante und drehte die Klinge dann, um seinen Finger an die scharfe Schneide zu legen. Er hob die Hand und zeigte Jeffrey ein dünnes Rinnsalblut an seinem Daumen. Er lauerte auf die Reaktion seines Sohners. Jeffrey versuchte ein möglichst ausdrucksloses Gesicht zu wahren, während ihnen innerlich die Emotionen wie eine plötzliche Meeresströmung vor dem sommerlichen Strand in die Tiefe zu zerren drohten. Was? sagte Curtin und grinste wieder. Hattest du etwa gedacht, ich würde dich diese Erfahrung mit etwas so Sterilem wie einer Schusswaffe machen lassen? Damit du die Augen zukneifst, ein Stoßgebet gen Himmel stickst und abdrückst? So sauber und distanziert wie ein Exekutionskommando? Das würde dir nicht die Augen öffnen. Curtin warf das Messer mit Schwung quer durchs Zimmer. Ein Moment blitzte es in der Luft, dann landete es mit einem leisen, dumpfen Geräusch zu Jeffreys Füßen auf dem Teppich, wo es immer noch glitzerte, als wäre es lebendig. Es ist Zeit, sagte sein Vater. Meine Geduld ist zu Ende. Keine Verzögerungen mehr. Das Musikzimmer. Susan blieb erneut am Rand des Lichtkegels stehen und betrachtete die Rückseite des Hauses. Sie ließ den Blick langsam von der entferntesten Ecke über die weithin sichtbare, gewöhnliche Gartentür wandern und von dort bis zum anderen Ende des Hauses. Genau wie zuvor ihr Bruder registrierte sie den Kies unter den Fenstern und die dornigen Büsche rund ums Erdgeschoss. Mit Ausnahme einer einzigen, etwa ein Meter breiten Lücke direkt ihr gegenüber bildeten sie einen dicht ineinander verwachsenen, undurchdringlichen, lebendigen Kordon. Ihr war augenblicklich klar, dass die Lücke in dieser Barriere direkt auf den Pfad durch den Wald führen musste und von dort zu der versteckten Garage, an der Diana geduldig warten würde, bis etwas geschah. Eine Sekunde starrte Susan auf diese Stelle. Sie wirkte wie ein Versehen bei der Gartenplanung oder als ob eine einzelne Pflanze abgestorben und entfernt worden wäre. Und dann wurde ihr klar, was es tatsächlich war. Die geheime Tür. Aus dieser Entfernung konnte sie weder Gestalt noch Größe dieses Eingangs erkennen. Die Wand des Hauses schien nahtlos weiterzugehen. Ohne die Auskunft des Bauunternehmers hätte sie dort nie eine Tür vermutet. Sie konnte nicht sagen, wo die Klinke oder ein Schloss versteckt war, und ihr war auch bewusst, dass man sie vielleicht von außen gar nicht öffnen konnte. Doch Susan hielt es für wesentlich wahrscheinlicher, dass es irgendeine versteckte Schließvorrichtung gab und dass sie nicht verriegelt war. Mir bleibt keine Zeit, dachte sie. Susan warf einen letzten Blick auf die Fenster, um drinnen ihren Bruder oder sonst etwas auszumachen und irgendeinen Hinweis zu finden, was im Haus vor sich ging. Doch es rührte sich nichts. Sie spannte die Muskeln ihrer Arme, dann der Beine, sprach mit ihrem Körper wie mit einem Freund und sagte, mach schnell, bitte, nicht zögern, immer weitergehen, egal was passiert. Sie holte tief Luft, packte ihre Maschinenpistole fest mit beiden Händen und merkte im nächsten Moment, wie sie aufstand, vortrat und in halb gebückter Stellung über die erleuchtete Grasfläche rannte. In dieser Sekunde war sie sich nur dieser schrecklichen Helligkeit bewusst. Das Gras zu ihren Füßen schien mit scharfen Klingen gespickt. Statt der kühlen Luft des Waldes blieb nur ihr dampfender, keuchender Atem. Ihre Beine fühlten sich bleischwer an, und jedes Mal, wenn ihre Sohlen mit einem leisen Geräusch auf dem feuchten Rasen wegrutschten, klang es ihr wie ein Alarmsignal in den Ohren. Sie bildete sich ein, Sirenen aufheulen zu hören. Ein Dutzend Mal hörte sie das Knallen von Schüssen, und ein Dutzend Mal rechnete sie jeden Moment damit, von Kugeln getroffen zu werden. Sie rannte auf des Messers Schneide zwischen Realität und Halluzination. Wie ein Schwimmer, der keine Luft mehr bekommt, verzweifelt ans rettende Ufer will, strebte sie mit letzter Kraft zu der Wand am Ende ihres rasanten Laufs. Und so schnell, wie sie losgelaufen war, hatte sie plötzlich ihr Ziel erreicht. Susan warf sich an eine Stelle, die ein wenig im Schatten lag, und kauerte sich an die Holzverkleidung. Nachdem sie bei ihrem Sprint so auffällig groß und laut gewesen war, versuchte sie jetzt, sich ganz klein zu machen. Ihre Brust hob und senkte sich heftig von der Anstrengung. Ihr Gesicht war heiß, und sie schnappte gierig nach der Nacht, um sich zu beruhigen. Sie wartete einen Moment, bis das Trommeln des Adrenalins in ihren Ohren nachließ. Und als sie sich halbwegs wieder unter Kontrolle hatte, drehte sie sich um und tastete kniend die Wand nach der Tür ab, von der sie wusste, dass sie dort sein musste. Susan fühlte die raue Oberfläche des Holzes unter den Fingern, staunte, wie kalt es war, und stieß auf einen winzigen Wulst, den die Schindeln perfekt kaschierten. Sie suchte weiter und entdeckte zwei Metallscharniere unter dem Holz. Hoffnungsvoll tastete sie jede Platte einzeln ab, um eine zu finden, die sich anheben ließ, um darunter einen Griff oder Knauf zu ergreifen. Sie hatte sich noch keine Gedanken darüber gemacht, was sie tun würde, falls die Tür abgeschlossen war. Das kleine Brecheisen steckte immer noch in ihrem Gürtel. Doch was es ihr bringen würde, war fraglich. Sie überprüfte jede Schindel, fand jedoch keinen Knauf oder Knopf. Verdammt noch mal, zischte sie. Ich weiß, dass es dich hier irgendwo gibt. Vergeblich zog sie weiter an jedem Paneel. Bitte, flehte sie. Sie bückte sich weiter nach unten und strich mit den Händen über die Kante der Holzverkleidung, wo sie auf den Betonsockel traf. Dort, unter dem Rand des Holzes, ertastete sie etwas Metallenes, ähnlich einem Pistolenabzug. Sie befingerte es eine Weile, schloss dann die Augen, als rechnete sie damit, das Ding könne ich jeden Moment einem Bombe zünden, wenn sie daran zog, wußte andererseits jedoch, dass ihr keine Wahl blieb. »Sesam, öffne dich«, flüsterte sie. Der Riegelmechanismus machte ein leichtes, ratschendes Geräusch und die Tür sprang auf. Sie verharrte wieder, eben lang genug, um noch einmal in Ruhe und in Freiheit Luft zu holen, vielleicht zum letzten Mal in ihrem Leben. Dann schob sie die Tür behutsam auf. Sie bewegte sich mit einem unangenehmen Schaben, als ob Holz absplitterte. Als sie einen vielleicht zwanzig Zentimeter breiten Spalt geöffnet hatte, spähte sie um die Ecke ins Haus. Vor ihr war es schwarz. Das einzige Licht, das es gab, drang mit ihr von draußen ein. Sie trat auf einen kleinen Treppenabsatz, dann führten wenige Stufen zu einem spiegelglatten Boden hinunter, der wie Plastik schimmerte. Ein leicht zu reinigendes Material. Die Wände des Raums waren kahl und weiß. Susan öffnete die Tür noch ein Stück, sodass sie hineinschlüpfen konnte, und das zusätzliche Licht reichte bis in die hintersten Winkel des Raums. Sie hörte die Stimme nur eine Sekunde, bevor sie die Gestalt sah, die an der Wand kauerte. Bitte? hörte Susan. Töten Sie mich nicht? Kimberly? fragte Susan. Kimberly Lewis? Das abgewandte Gesicht drehte sich augenblicklich zu ihr um und sah sie hoffnungsvoll an. Ja, ja, helfen Sie mir, bitte helfen Sie mir. Susan sah, dass die junge Frau mit Hand- und Fußschellen gefesselt war, die mit einer Stahlkette an einem Ring in der Wand befestigt waren. Es gab zwei weitere noch nicht benutzte Ringe in Schulterhöhe in einigem Abstand voneinander. Kimberly war nackt. So wie sich ein Hund aus Angst vor Schlägen an den Boden duckte, kauerte sie da. Ihre Rippen traten hervor, als wäre sie ausgezehrt. Susan kam vollends herein, sodass sie einen Moment das schwache Licht blockierte. Dann stieg sie die Stufen hinunter und schlich zu dem Mädchen. Alles in Ordnung? fragte sie und merkte im selben Moment, wie dumm die Frage war. Ich meine, bist du verletzt? Die junge Frau versuchte, Susans Knie zu fassen, doch die Kette hinderte sie daran, sich mehr als vielleicht fünfzig Zentimeter in jede Richtung zu bewegen. Ihre Beine waren mit getrocknetem Blut und Kot verschmiert. Sie mal, wurde ihr bewusst, musste man dem Ertrinkenden die Hand reichen. Ein anderes Mal ging man besser auf Distanz, damit er einen nicht mit in die Tiefe zog. Bist du verletzt? fragte sie in scharfem Ton. Der Teenager schluchzte und schüttelte den Kopf. Ich werde versuchen, dich zu retten, versprach Susan und staunte selbst über ihren kalten Ton. Gibt es hier drin Licht? Ja, das heißt nein, der Schalter ist draußen in dem anderen Zimmer, erwiderte das Mädchen und deutete mit dem Kopf auf eine Tür an der gegenüberliegenden Wand. Susan nickte und ließ den Blick durch den Raum schweifen. An einer Wand lehnte etwas, das wie eine Rolle Plastikfolie aussah. Die Decke war reichlich mit Schalldämmung versehen. Drei Meter von der Stelle entfernt, an der Kimberley angekettet lag, sah Susan einen Holzstuhl sowie einen blitzenden Notenstände aus Stahlrohr mit mehreren aufgeschlagenen Heften darauf. Susan ging langsam durch das Zimmer. Behutsam legte sie die Hand an die Tür, die zum Hauptteil des Hauses führte. Der Griff ließ sich nicht drehen. Die Tür war abgeschlossen. Sie sah einen einzigen Schließriegel, doch es gab keinen Schlüssel, um ihn von innen zu öffnen. Der Schlüssel steckt von außen, dachte sie. Niemand soll diesen Raum verlassen können. In diesem Moment war sie unsicher, weshalb ihr Vater die Geheimtür nach draußen offen gelassen hatte. Plötzlich kroch ihr ein Verdacht eiskalt den Rücken hoch. Er hatte ihr Eindringen von dieser Seite geplant. In einem Anflug von Panik schnappte sie nach Luft. Er weiß, dass ich hier bin. Er hat mich über den Rasen laufen sehen. Und jetzt sitze ich genau da, wo er mich haben will. In der Falle. Sie fuhr hastig herum und blickte sehnsüchtig zum Ausgang, während ihr eine innere Stimme zuflüsterte, sie sollte schnellstens die Flucht ergreifen, ehe es zu spät sei. Sie kämpfte gegen ihre Emotionen an. Sie schüttelte innerlich den Kopf und schärfte sich ein, nein, es ist alles in Ordnung. Du bist gerannt und niemand hat dich gesehen. Vorerst ist es sicher. Susan blickte zu Kimberly hinüber und erkannte, dass an Flucht nicht zu denken war. Ihr kam der Gedanke, ob das vielleicht das letzte Spiel war, das ihr Vater sich für sie ausgedacht hatte. Ein einfaches, tödliches Spiel mit einer einfachen, tödlichen Wahl. Rette dich selbst und überlasse sie ihrem Tod. Oder bleib und stelle dich dem, was durch die verschlossene Tür dort kommt. Susan merkte, wie ihre Unterlippe unter der Wucht ihrer Zweifel zu zittern begann. Noch einmal sah sie das Mädchen an. Der Blick, den ihre weit aufgerissenen Augen in sie bohrten, war zum Erbarmen. Keine Angst, versuchte Susan sie zu beruhigen und staunte selbst über die Zuversicht in ihrem Ton, die sie für ziemlich unangebracht hielt. Wir schaffen das schon. Noch während sie sprach, sah sie etwas Kleines, Schwarzes, etwa ein, zwei Meter von den Beinen des Mädchens entfernt, sodass sie es nicht erreichen konnte, am Boden liegen. Was ist das? fragte sie. Die junge Frau drehte sich durch die Handschellen behindert mühsam um und sah in die Richtung. Ein Babyfon, flüsterte sie. Er hört mich gerne. Susan riss vor Angst die Augen auf. Sag nichts, flüsterte sie hastig. Er darf nicht wissen, dass ich hier bin. Das Mädchen wollte gerade etwas antworten, doch Susan sprang mit einem Satz zu ihr hinüber und hielt ihr die Hand auf den Mund. Als sie sich zu der Gefesselten hinunterbeugte, wurde ihr von dem Geruch fast übel und sie wisperte Kimberly ins Ohr. Das Einzige, was ich habe, ist das Überraschungsmoment. Hoffe ich jedenfalls, fügte sie in Gedanken hinzu. Sie nahm die Hand erst weg, als Kimberly nickte, um zu zeigen, dass sie begriffen hatte. Susan beugte sich vor und flüsterte ihr zu. Wie viele sind oben? Kimberly hielt zwei Finger hoch. Susan dachte, zwei plus Jeffrey. Sie hoffte, dass er noch am Leben war. Sie hoffte, dass ihr Vater nicht über das Babyfon gehört hatte, wie sie zur Tür hereinkam. Sie hoffte, dass er ihrem Bruder seine Trophäe zeigen wollte, denn sie wusste sich keinen anderen Rat, als einfach abzuwarten. Sie richtete sich auf und prägte sich ein, wo sich die Tür zum übrigen Haus befand. Dann lief sie zu der Treppe und zählte die Schritte, die sie brauchte, bis sie den Aufgang erreicht hatte. Es waren sechs Stufen bis zum Absatz. Sie legte die Hand an die Wand und stieg die Treppe hoch. Das war für das in Panik aufgelöste Mädchen zu viel. Gehen Sie nicht weg, weinte sie. Susan schoss herum und schickte ihr einen wütenden Blick, der das Mädchen sofort zum Verstummen brachte. Dann streckte Susan die Hand aus und schob die Tür nach draußen zu, sodass der Raum vollständig im Dunkel lag. Sie drehte sich behutsam auf der Treppe um, indem sie sich wieder an der Wand abstützte. Sie zählte zuerst die Stufen und dann die Schritte quer durch den Raum. Der Geruch, der von dem Mädchen ausging, half ihr, sie zu lokalisieren. Kimberly Lewis stieß einen kurzen, schluchzenden Schrei aus, in dem sich Angst und Erleichterung mischten, als sie merkte, dass Susan wieder an ihrer Seite war. Susan ließ sich neben dem gefesselten Mädchen nieder. Sie lehnte sich mit dem Rücken an die Wand, sodass sie mit dem Gesicht zum Musikzimmer saß. Sie hielt einen Moment die Maschinenpistole in der Hand und erkannte, dass sie ihr in dieser Nacht nicht viel nützen würde. Sie war dazu konzipiert, eine breite Feuergarbe abzugeben und jeden zu töten, der in ihren Radius kam. Das brachte ihr nichts, wenn sie nicht riskieren wollte, neben ihrem Vater und der Frau, mit der ihr jetzt zusammen war, auch ihren Bruder zu töten. Eine halbe Sekunde lang wog sie das Risiko ab, war sich aber augenblicklich darüber im Klaren, dass sie, wären ihre Rollen vertauscht, von ihrem Bruder erwarten würde, sie dieser Gefahr nicht auszusetzen. Deshalb legte sie die tödliche Waffe neben sich auf den Boden. Nah genug, um sie zu finden, falls sie darauf angewiesen war, und auch nah genug an Kimberlys Händen, damit sie vielleicht das Mädchen retten konnte. Dann griff sie nach der 9mm-Pistole in ihrem Schulterholster unter ihrer Weste. Es war heiß. Sie zog die Mütze vom Kopf und schüttelte ihr Haar. Kimberly zuckte zusammen und schob sich so nah an Susan heran, wie es ihre Fesseln erlaubten. Das völlig verängstigte Mädchen schnappte nach Luft und entspannte sich ein wenig, von Susans Gegenwart getröstet. Susan legte ihr die Hand auf den Arm und versuchte, ihrer beider Nerven zu beruhigen. Dann entsicherte sie ihre Pistole, schob Munition in die Kammer und richtete die Waffe auf den schwarzen Raum vor ihnen, so genau wie möglich in Richtung der Tür. Als wäre Susan mit einem Schlag erschöpft, wog die Pistole schwer in ihren Händen. Sie stützte die Ellbogen auf die Knie, zielte geradeaus und wartete in dieser Stellung wie der Jäger in der Deckung auf das Wild, indem sie sich zu Geduld, zu Umsicht und Wachsamkeit ermahnte. Sie hoffte, dass sie das Richtige tat. Sie sah keine Alternative. Jeffrey setzte sich mit dem schleppenden Gang eines Mannes auf dem Weg zur Hinrichtung in Bewegung. Carol Ann Curtin war unmittelbar hinter ihm, und der Druck ihrer Maschinenpistole in der Mulde hinter seinem rechten Ohr vertrieb jeden Gedanken daran, etwas Unvernünftiges zu tun, wie etwa herumzuwirbeln und zu kämpfen. Die Nachhut bildete sein Vater wie ein Priester in der Prozession, nur dass er nicht die Bibel in der Hand hielt, sondern ein Messer. Carol Ann tippte jeweils mit dem Lauf gegen seinen Schädel, wenn er die Richtung ändern sollte. Das Haus und seine Einrichtung nahm er wie von fern wahr. Er spülte, dass Angst vor dem, was bevorstand, ihn mit einem Gefühl der Ohnmacht überschwemmte, sodass er alle Kraft zusammennehmen musste, um einen einzigen vernünftigen Gedanken fassen zu können. Nichts war so gelaufen, wie er es erwartet hatte. Er hatte mit einer einzigen Konfrontation zwischen ihm und seinem Vater gerechnet, doch dazu war es nicht gekommen. Alles war verworren, diffus. Kein Gefühl, keine Richtung war klar zu fassen. Es war wie die lähmende Angst des kleinen Kindes am ersten Schultag, an dem es aus der Haustür und damit aus dem vertrauten, sicheren Hort geschubst wird, den es für selbstverständlich genommen hatte. Er atmete einmal heftig ein und suchte nach dem Erwachsenen in ihm, um den Kampf mit dem Kind aufzunehmen. Sie erreichten die Tür zum Keller. Darunter, wenn ich bitten darf, mein Sohn, befahl Curtain. Der Abstieg in die Hölle, dachte Geoffrey. Carol Ann drückte ihm den Pistolenlauf fest an den Schädel. »Es gibt eine berühmte Geschichte, Geoffrey«, fuhr Curtain auf der Treppe fort. »The Lady or the Tiger?« »Die Lady oder der Tiger?« »Was befindet sich hinter der Tür?« »Der sofortige Tod oder die augenblickliche Wonne?« »Und hast du gewusst, dass es zu der Geschichte eine Fortsetzung gibt mit dem Titel »The Discourager of Hercetancy«, frei übertragen die Frau, die einem das Zaudern austreibt. Diesen Part übernimmt eine wunderbare Carol Ann. Denn Unentschlossenheit kommt einen in dieser Welt teuer zu stehen. Menschen, die nicht die Gelegenheit beim Schopfe packen, haben schnell das Nachsehen. Sie hatten das Kellergeschoss erreicht und standen in einem modern eingerichteten Hobby- und Fitnessraum. An einer Wand befand sich ein Großbildfernseher, in einigem Abstand davor ein bequemes Ledersofa. Sein Vater blieb stehen und nahm die Fernbedienung von einem Beistelltisch. Er hielt sie in Richtung des Apparats und auf dem Bildschirm erschien ein grau-schwarzes Rauschen. »Amateurfilme«, sagte sein Vater. Er klickte ein zweites Mal auf die Fernbedienung und ein verblasstes Video erschien. Sein Vater musste den Ton ausgeschaltet haben, denn die Bilder waren stumm. Und umso grauenvoller. Auf der Leinwand sah Geoffrey eine nackte junge Frau, die mit den Handgelenken an Ringen hing, welche in die Wand eingelassen waren. Sie flehte denjenigen, der die Kamera hielt, an, und die Tränen strömten ihr über das angstverzerrte Gesicht. Die Kamera zoomte dicht an ihre Augen heran, aus denen das letzte Stadium der Erschöpfung, Angst und Verzweiflung sprach. Geoffrey verschlug es den Atem, als er das lebendige Gesicht des letzten Opfers wiedererkannte, das er nur nach ihrem Tod gesehen hatte. Sein Vater drückte auf einen anderen Knopf und der Bildschirm erstarrte zum Standbild. »Es erscheint immer noch weit weg, nicht wahr?«, fragte sein Vater, in dessen Stimme sich freudige Erregung schlich. »Weit weg und unmöglich. Nicht real, obwohl wir beide wissen, dass es einmal sehr real und sehr intensiv gewesen ist. Hyperreal geradezu.« Sein Vater drückte wieder auf die Fernbedienung und das Bild verschwand. Carol Ann drückte Geoffrey den Pistolenlauf schmerzhaft gegen den Kopf und schob ihn quer durch den Hobbyraum in Richtung einer Tür, die, wie Geoffrey wusste, zum Musikzimmer führte. Curtin lächelte. »Von jetzt an liegen sämtliche Entscheidungen bei dir. Du hast die Wahl. Du verfügst über sämtliche Informationen. Du hast alles über Mord gelernt, was es zu lernen gibt, bis auf eins. Wie es ist, jemandem eigenhändig das Leben zu nehmen.« Curtin trat neben die Tür und drückte auf einen Lichtschalter. Dann drehte er den Schlüssel im Schnappschloss. Wie der Assistent eines Chirurgen nahm er Geoffreys rechte Hand und drückte ihm den Griff des Messers hinein. Jetzt, da er immerhin bewaffnet war, bohrte Carol Ann ihm den Lauf ihrer Pistole noch tiefer ins Fleisch. Curtin sah sich noch einmal grinsend zu Geoffrey um und weidete sich an den Qualen, die er ihm bereitete. Sein Gesicht glühte von der Erregung, mit der er diesen Augenblick genoss. Und Geoffrey erkannte, dass er vor Jahren von seiner Mutter gerettet worden war. Doch wie ein uneinsichtiges Kind das nicht wahrhaben will, was alle ihm sagen, hatte er nie ganz begriffen, dass er befreit, dass er gerettet worden war. Durch seine eigene Widerspenstigkeit, gepaart mit Pech und Unentschlossenheit, hatte er sich genau zu dem Moment zurückkatapultiert, als er neun Jahre alt war und über die Schulter noch einmal den Mann anstarrte, der jetzt neben ihm stand. Er hätte nie zurückblicken sollen. Nicht ein einziges Mal in fünfundzwanzig Jahren. Stattdessen hatte er dieses ganze Vierteljahrhundert seines Lebens mit dem Blick über die Schulter verbracht. Jetzt hatte ihn das, was die ganze Zeit in seinem Rücken gelauert hatte, eingeholt und es versuchte, seine Zukunft zu zerstören. Er wollte sich wehren, wusste jedoch nicht wie. Carol Ann, versprach Curtin in scharfem Ton, wird ihr jede Zögerlichkeit austreiben. Wieder begegneten sich die Augen von Vater und Sohn über die Kluft der Jahre und der Verzweiflung hinweg. Willkommen daheim, Geoffrey, sagte er, und die Tür zum Musikzimmer schwang auf. Die Schalldämmung war wirkungsvoll. Weder Susan noch das wimmernde, in Panik aufgelöste Mädchen, das neben ihr kauerte, hatten hören können, dass sich jemand dem Zimmer näherte, sodass beide jungen Frauen nach Luft schnappten, als plötzlich das Deckenlicht anging. Susan konnte einen Schrei nur unterdrücken, indem sie sich fest auf die Lippe biss. Schweiß ran ihr in die Augen, sodass sie brannten, doch Susan rührte sich nur, um den Lauf ihrer Pistole genauer auszurichten. Als die Tür abrupt aufschwang, straffte sich ihr Finger am Abzug und sie hielt den Atem an. Sie hörte ein einziges Wort, eine einzige Stimme, die sie um Jahrzehnte zurückversetzte. Doch der einzige Mensch, den sie sah, war ihr Bruder, der stolpernd durch die Tür geschoben wurde. Er blickte durch den Raum und ihre Augen begegneten sich. Bei seinem Anblick wurde ihr schlagartig bewusst, dass andere Personen unmittelbar hinter ihm folgten und in dieser Sekunde rief sie laut, »Jeffrey, nach rechts!« Dann drückte sie ab. Zögerlichkeit lässt sich in kleinsten Zeiteinheiten messen, in Sekundenbruchteilen sogar. Jeffrey hörte den Befehl seiner Schwester und warf sich zu Boden, um aus der Schusslinie zu kommen. Doch nicht schnell genug, denn der erste Schuss aus der 9 Millimeter zerfetzte ihm über der Hüfte seitlich das Fleisch. Als er sich auf dem Boden wälzte und ihm der Schmerz rot glühend in die Augen stach, sah er, dass Carol Ann augenblicklich vorgetreten und in Schussstellung auf ein Knie gesunken war. Sie feuerte mehrmals schnell hintereinander, was dank des Schalldämpfers so leise klang wie das Ploppen beim Öffnen einer Flasche. Doch jedem ihrer Schüsse folgte das tiefere Donnern der 9 Millimeter. Die Kugeln schlugen gegen den Türrahmen und zersplitterten das Holz. Sie drangen in die Wände ein, dass sich Staubwolken über das Zimmer breiteten. Als ein Schuss sein Ziel nicht verfehlte, gab es einen Schrei. Er konnte nicht sagen, von wem er kam. Es folgte eine lange Sekunde. Die Schießerei war ohrenbetäubend gewesen. Er wirbelte herum und stieß halb aufgerichtet, das Messer der Frau neben ihm in den rechten Unterarm, damit sie die Waffe fallen ließ. Carol Ann heulte vor Schmerz auf und schwang die Waffe in Jeffreys Richtung, sodass er den Lauf nur wenige Zentimeter vor sich sah, als ein letzter donnernder Knall aus Susans Pistole ertönte, der allen anderen Larm im Raum übertönte. Auch Jeffreys eigenen Schreckensschrei. Dieser Schuss traf die Frau mitten in die Stirn, sodass ihr Gesicht direkt vor seinen Augen zu explodieren schien. Bevor sie nach hinten geschleudert wurde, spritzte eine rote Fontäne über ihn. Der ganze Raum hallte von Schreien und Todesschüssen wieder. Jeffreys sackte rückwärts zu Boden, hörte, wie seine eigene Stimme beim Anblick der ihm fremden Frau mit dem zertrümmerten Gesicht etwas Unverständliches brüllte. Dann drehte er sich zu seiner Schwester um. Sie hatte ein kreideweißes Gesicht, noch immer die neun Millimeter im Anschlag und schien in ihrer knienden, schussbereiten Stellung wie festgefroren. Der Ladestreifen war leer, doch sie drückte immer wieder vergeblich den Abzug. An der Wand hinter ihr war Blut und mehr Blut tropfte ihr aufs Sweatshirt. »Susan!« Sie antwortete nicht. Er kroch auf allen Vieren zu ihr und streckte die Hand nach ihr aus. Dann hielt er mitten in der Bewegung inne, als hätte er Angst, sie zu berühren, solange er nicht wusste, wo sie getroffen war. Als wäre sie ein zartes Geschöpf, das von der geringsten Berührung zerbrechen könnte. Er glaubte zu sehen, dass ein Schuss ihr das Ohrläppchen zerrissen hatte, bevor er in die Wand hinter ihr schlug. Ein anderer hatte sie offenbar am Bein gestreift. Ihre Jeans verfärbte sich schnell rotbraun. Und ein dritter hatte sie an der Schulter getroffen, war jedoch an der kugelsicheren Weste von Agent Martin abgeprallt. Er versuchte zuversichtlich zu klingen. »Du bist verwundet!« sagte er. »Das wird schon wieder! Ich hole Hilfe!« Dabei zuckte der Schmerz an seiner eigenen Seite glühend heiß wie elektrischer Strom. Sie war bleich, ihr Gesicht angstverzerrt. »Wo ist er?« fragte sie. »Ich bin hier!« erhob sich seine Stimme in ihrem Rücken. In diesem Augenblick gab das junge Mädchen einen langen, aufgestauten, schrillen Schrei vollkommener Panik von sich. Und als Jeffrey sich umdrehte, sah er seinen Vater über der gekrümmten Leiche von Carol Ann Curtain im Türrahmen hocken. Er hatte die Automatik seiner Frau in der Hand und richtete sie auf Jeffrey und die beiden Frauen. Diana hörte den Schusswechsel und hatte das Gefühl, als bohrte sich die Angst wie Pfeile in ihren Körper. Die Stille, die auf die Salven folgte, war nicht weniger erschreckend. Sie sprang auf und rannte so schnell sie konnte durch die Dunkelheit des Waldes Richtung Haus. Jeder Zweig, jeder Grashalm, jedes Schlinggewächs auf ihrem Pfad drosselte ihr Tempo. Sie stolperte, rappelte sich auf, drängte voran und versuchte, einen freien Kopf zu bewahren, statt den Horror-Versionen nachzugeben, die auf sie einstürzten und in schrecklichsten Farben ausmalten, was passiert sein könnte. Im Laufen packte sie die Pistole, die ihre Tochter ihr gegeben hatte, entsicherte sie mit dem Daumen und bereitete sich seelisch darauf vor, von ihr Gebrauch zu machen. Sie erreichte den Rand der Dunkelheit und blieb stehen. Die Stille, die ihr plötzlich entgegenschlug, war wie eine Wand. Sie atmete die kalte Luft schmerzhaft wie Glasscherben. Peter Curtin starrte seine beiden Kinder und das zitternde, schluchzende Mädchen an der Wand gegenüber an. Er sah Susan in die Augen und schüttelte den Kopf. »Ich hatte mich geirrt«, erklärte er langsam. »Wie sich rausstellt, Jeffrey, ist deine Schwester der Killer.« Susan, die plötzlich die Erschöpfung der Verwundung und der Anspannung überkam, hob wieder die Pistole und drückte den Abzug. »Du würdest mich töten?« fragte sie ihr Vater. Sie ließ die neun Millimeter scheppern zu Boden fallen. »Beim Schach«, sagte sie mit geschwächter Stimme, »leg die Macht bei der Königin und ihr obliegen alle entscheidenden Züge.« Curtin nickte. »Der Punkt geht an dich«, gab er beschwingt zu. »Wahrscheinlich wärst du mit dem Kerl in der Damentoilette auch ohne meine Hilfe fertig geworden,« fügte er hinzu. »Ich habe dich unterschätzt.« Der Mörder hob die Waffe, um zu zielen. In diesem Bruchteil einer Sekunde wurde Jeffrey bewusst, dass er sich ohne eine Pistole oder ein Messer gegen seinen Vater wehren musste. Die Erkenntnis kam ihm blitzschnell und er begriff, wie er den Mann ihm gegenüber unschädlich machen konnte. Trotz seiner Wunde und der Schmerzen lächelte er. Es kam plötzlich, unerwartet, ein Ausdruck, der seinen Vater irritierte. »Du hast verloren«, meinte der Sohn. »Verloren«, wiederholte sein Vater nach kurzem Zögern. »Wieso? »Hast du gezählt?«, fragte Jeffrey Spitz. »Hast du mitgezählt?« »Gezählt?« »Sag selbst, Vater. Sind noch drei Kugeln in dieser Pistole? Denn falls nicht, nun ja, dann wirst du hier und jetzt sterben. Hier, in diesem Raum, den du geschaffen hast. Das überrascht mich. Hattest du ihn nicht nur für all die anderen, die hier ermordet wurden, erdacht, sondern auch für deinen eigenen Tod? Sieht dir eigentlich nicht ähnlich.« Curtin zögerte wieder. Jeffrey plapperte beinahe mit einem Lachen weiter drauf los. »Wie viele Schuss genau hat deine geliebte Frau und Gehilfin aus dieser Waffe abgegeben? Wollen wir doch mal sehen. In einen Ladestreifen gehen wie viele rein? Sieben Schuss? Neun? Ich glaube sieben. Naja, es war ihre Waffe. Bist du also nicht so richtig damit vertraut? Und hatte sie die Gewohnheit, eine Achte einzulegen? Schau dich mal um. Du siehst die Löcher in der Wand. Susan blutet auch. An wie vielen Stellen? Wie oft hat er deine Frau abgedrückt, bevor Susan ihr den Kopf weggeblasen hat? Curtin zuckte die Achseln. Ist mir egal. Tatsächlich erkundigte sich Jeffrey. Weil sich nämlich damit die Spielregeln ein bisschen verändert haben, meinst du nicht? Sein Vater antwortete nicht gleich und Jeffrey zeigte auf die gespannte, schussbereite Uzi zu den Füßen seiner Schwester. Er hatte über sie hinweggreifen müssen, um sie zu erreichen. Kimberly Lewis war näher dran und Jeffrey sah, dass ihre Augen trotz aller Panik die Waffe fixierten. Er wusste auch, dass sein Vater schießen würde, falls eine der Frauen danach griff. Du bist zweifellos mit einer solchen Waffe vertraut, fuhr Jeffrey in ruhigem, ausdruckslosem und selbstsicherem Ton fort. Es gibt im Grunde keine primitivere Waffe. Macht Kleinholz aus allem. Tötet wahllos, so wie du. Man muss nicht mal richtig zielen, um etwas zu treffen. Nur in die Hand nehmen, sie hin und her schwenken und dabei abdrücken. Tötet von rechts bis links alles, was ihr in die Quere kommt. Macht eine ziemliche Schweinerei. Er hoffte, dass das junge Mädchen die Anweisungen verstand. Das ist mir nicht neu, erwiderte Curtin, eine Spur verärgert. Ich sehe immer noch nicht weh. Die Wahl liegt also ganz bei dir, unterbrach ihn Jeffrey, indem er Ton und Wortwahl seines Vaters nachäffte. Deine erste Frage lautet, kann ich alle töten? Denn wenn ich nicht drei Kugeln übrig habe, sterbe ich hier und jetzt. Und wer von uns wird dich wohl töten? Erschieß mich und Susan ist noch da, die ihr Können bereits unter Beweis gestellt hat. Erschieß uns beide und die kleine Kimberley schnappt sich die Ozi vom Boden und schickt dich ins Jenseits. Und wäre das nicht ein schmähliches Ende für einen Mann von deiner Größe? Von einem verängstigten Teenager durchsiebt? Das dürfte bei den anderen Mördern in der Hölle für einige Heiterkeit sorgen, wenn du zu ihrer Runde stößt. Ich höre sie jetzt schon feixen. Also, Vater, ab jetzt ist es deine Entscheidung. Was wird funktionieren? Wen willst du töten? Du weißt, dass in einer Minute hier eine Menge Schüsse gefallen sind. Ich frage mich, ob überhaupt noch eine Kugel übrig ist. Eine mag sein. Vielleicht solltest du dir die selbst geben. Jeffrey, Susan und das Mädchen waren wie zu einem Tableau gefroren und rührten sich nicht von der Stelle. Du blöpfst doch nur, meinte Curtin. Lässt sich leicht feststellen. Du bist der Historiker. Wer hat die Asse und Achten? Curtin grinste. Die Hand des Toten. Eine sehr interessante Padsituation, Jeffrey. Ich bin beeindruckt. Der Mörder betrachtete die Waffe in seiner Hand und versuchte offenbar herauszufinden, wie viele Patronen der Ladestreifen noch enthielt, indem er sie wie ein Stück Obst auf dem Handteller wog. Jeffrey glitt mit der Rechten ein Stück näher an die Uzi auf dem Boden. Susan tat das Gleiche. Curtin sah seinen Sohn an. Green River Killer, sagte er langsam. Kannst du dich an den erinnern? Und dann natürlich mein alter Freund Jack. Warte mal, ach ja, der Zodiac Killer aus San Francisco. Und dann der Kopfjäger von Houston. Los Angeles verdanken wie Southside Slayer. Du verstehst, was ich meine. Jeffrey atmete tief durch. Er wusste genau, worauf sein Vater anspielte. Das waren alles Mörder, die spurlos verschwunden waren und die Polizei fragte sich verblüfft, wer sie waren und wo sie sich versteckten. Da irrst du dich, widersprach er. Ich werde dich finden. Das glaube ich nicht, konterte Curtin. Mit diesen Worten sprintete der Mörder die kleine Automatik unverwandt auf die drei gerichtet los. Er durchquerte den Raum, lief die Treppe zum Hinterausgang hoch und blieb noch einmal grinsend stehen. Dann warf er ohne ein weiteres Wort die Tür auf und sprang im selben Moment hinaus, als Sohn und Tochter gleichzeitig nach der Maschinenpistole griffen. Jeffrey war schneller. Doch bis er die Waffe hochhielt und auf die Stelle zielte, an der sein Vater eben noch gestanden hatte, war der Mörder draußen und die Tür schlug hinter ihm zu. Susan hustete einmal. Sie versuchte, das Wort Mutter herauszubringen, bevor sie das Bewusstsein verlor, schaffte es aber nicht mehr. Jeffrey war vor Schmerzen ebenfalls wie gelähmt und merkte, wie ihn ein Schwindelgefühl erfasste, das nicht weit von einer Ohnmacht entfernt war. Sein Bluff hatte ihn mehr Kraft gekostet, als er gedacht hätte. Indem er die Hand auf die Wunde in der Seite legte, kroch er ein Stück voran und versuchte vor allem aus Sorge um seine Schwester sich aufzurappeln. Erst jetzt fiel ihm ein, dass auch seine Mutter irgendwo in der Nähe sein musste. Er schleppte sich zu den Stufen und kämpfte mit der Bewusstlosigkeit wie ein Betrunkener an Deck eines schwankenden Schiffes. Er glaubte nicht, dass er es die Stufen hinaufschaffen würde, musste es aber zumindest versuchen. Vor Anstrengung rauschte es ihm in den Ohren und seine Augen verdrehten sich. In einem fernen Winkel tief in seinem Innern hoffte er, dass sie alle diese Nacht überlebten und mit diesem Gedanken sackte er zurück auf den Boden des Mordzimmers in das Dunkel totaler Erschöpfung. Diana sah, wie die Gestalt eines Mannes aus der Geheimtür trat und sie erkannte ihn im selben Moment an seinem raubtierartigen Gang. Die Wucht des Wiedererkennens nach so vielen Jahren ließ sie glücklicherweise einen Schritt zurückweichen, so dass sie aus dem Licht des Hauses in den tiefen Schatten eines hohen, breiten Baumes glitt. Sie sah, wie ihr früherer Mann in der Mitte des Rasens stehen blieb und die Waffe überprüfte, die er in den Händen hielt. Sie sah, wie er den Ladestreifen herausnahm und hörte sein kurzes, wie andes Lachen, bevor er die leere Waffe wegwarf. Dann hob er, wie ein Tier, das Witterung aufnimmt, den Kopf. Auch sie reckte sich vor und hörte genau in dem Moment, wie aus der Ferne eine Polizeisirene mit hoher Geschwindigkeit näher kam. Ihr Fahrer hatte somit Jeffreys Auftrag gewissenhaft erfüllt. Sie drückte sich fester an den Baum und in das undurchdringliche Dunkel des Waldes. Sie sah, wie Peter Curtin die Richtung wechselte und mit großen Sätzen auf sie zugelaufen kam. Er rannte schnell, doch nicht in Panik, sondern wie ein Sprinter, der die entscheidenden Bewegungsabläufe unendlich oft geübt hatte und jetzt, in den spannenden letzten Wettkampfsekunden, zeigte, was er konnte. Er schien genau zu wissen, wohin er wollte. Sie legte beide Hände um den Revolver und machte sich bereit. Plötzlich konnte sie seine Schritte auf dem Boden hören, das Rascheln der Zweige, die an seinen Kleidern zerrten und dann seinen keuchenden Atem, als er in Richtung der Garage mit dem versteckten Fahrzeug rannte. Curtin war nur wenige Schritte von ihr entfernt, auf gleicher Höhe mit dem Baum, hinter dem sie sich versteckte, als Diana direkt hinter ihm aus dem Schatten trat und so, wie sie es von Susan gelernt hatte, den Revolver mit beiden Händen hielt. »Möchtest du jetzt sterben, Jeff?« flüsterte sie. Die Wucht ihrer Stimme in seinem Nacken, so leise sie auch war, traf ihn wie ein Schlag in die Nieren, sodass er stolperte und fast vornüberfiel. Er fing sich und blieb abrupt stehen. Mit dem Rücken zu seiner früheren Frau hob er die leeren Hände in die Luft. Dann drehte er sich langsam zu ihr um. »Hallo, Diana!« begrüßte er sie. »Es ist eine Ewigkeit her, dass mich jemand Jeff genannt hat. Ich hätte mir eigentlich denken können, dass du hier sein würdest, aber ich ging davon aus, dass die beiden dich lieber an einem entschieden sicheren Ort wissen wollten.« »Ich bin an einem sicheren Ort,« erwiderte Diana. Sie zog den Hahn der Pistole zurück. »Ich habe Schüsse gehört. Sag mir, was passiert ist. Und lüge mich ja nicht an, Jeff, denn dann bringe ich dich auf der Stelle um.« Curtin zögerte einen Moment, als überlegte er, ob er lieber weglaufen oder sich auf sie stürzen sollte. Er betrachtete die Pistole in ihren Händen und erkannte, dass beides tödlich wäre. »Sie sind am Leben,« sagte er. »Sie haben gewonnen.« Sie schwieg. »Sie werden wieder gesund,« fügte er hinzu, um seiner Aussage mehr Gewicht zu geben. Susan hat meine zweite Frau getötet. Sie ist eine verdammt gute Schützin. Ich habe meinen Augen nicht getraut. Sehr ruhig, selbst unter schwierigen Bedingungen. Auch Jeffrey hat nicht die Nerven verloren. Du kannst stolz auf sie sein. Wir können stolz auf sie sein. Jedenfalls sind sie beide verwundet, aber sie werden es überleben. Werden bald wieder Vorlesungen halten und Rätsel entwerfen, nehme ich an. Ach so, mein kleiner Gast heute Abend, Kimberley, der fehlt ebenfalls nichts, auch wenn sich erst noch zeigen muss, was die Zukunft für sie bereithält. Diese Nacht ist, denke ich, ausgesprochen schwierig für sie gewesen. Diana antwortete nicht und er starrte auf die Waffe in ihrer Hand. Das ist die Wahrheit, versicherte er und zuckte die Achseln. Er lächelte. Natürlich könnte es gelogen sein. Andererseits, was liegt daran? So oder so? Diana erkannte, dass darin eine perverse Logik lag. Die Sirenen wurden lauter. Was hast du jetzt vor, Diana? Willst du mich der Polizei übergeben oder mich auf der Stelle erschießen? Nein, entgegnete Diana. Ich denke, wir unternehmen zusammen eine kleine Fahrt. Mit dem Lauf der Pistole deutete sie Richtung Garage. Diana saß im Fond des Geländewagens und drückte ihrem Ex-Mann den Lauf der Pistole in den Nacken, während er durch die Enge und die Dunkelheit des Waldes fuhr. Die Lichter und Sirenen, die zum Buena Vista Drive rasten, verebten hinter ihnen. Sie tauchten in eine schwärzere, ältere Welt ein als diejenige, die sie hinter sich ließen. Die Scheinwaffe verschnitten wie Zarre, von Stämmen verzerrte Lichtstrahlen in die Wildnis, während Curtain zwischen Baumgruppen und Büschen hindurch und über Fels und Steine holperte. Sie befanden sich auf einer urtümlichen Piste, die kaum noch etwas von einer Straße hatte und dennoch ein Fluchtweg war, den der Mann am Lenkrad genau geplant und mindestens einmal gefahren war. Daran zweifelte Diana keinen Augenblick. Er hatte sie nervös gebeten, den Hahn nicht gespannt zu lassen, da ein plötzlicher aufpralltes Chassis auf einem Stein ihren Finger am Abzug versehentlich bewegen könne, sodass die Magnum losging, doch sie hatte nur geantwortet, »Du sollst lieber vorsichtig fahren. Wäre doch schade, wegen einer Bodenwelle zu sterben.« Költen hatte den Mund geöffnet, dann aber geschwiegen. Er konzentrierte sich auf das Gelände, das vor ihnen im Scheinwafferlicht auftauchte. Sie fuhren weiter und der Wagen schaukelte auf dem rauen Terrain wie ein Boot, das sich vom Anker losgerissen hat im hohen Wellengang. Die Zeit schien im Dunkel zu verfließen. Diana horchte auf den Atem ihres früheren Mannes und erinnerte sich aus längst vergangenen Jahren an das Geräusch, wenn sie von Unentschlossenheit und Angst geplagt wach lag, während er schlief. Er war ihr vollkommen vertraut, so dass sie ihn selbst nach so vielen Jahren, nach so vielen Gesichtsoperationen und mit der ganzen Last des Bösen, das er der Welt gebracht hatte, immer noch vollkommen verstand. »Wohin waren wir?« fragte er, als mehrere Stunden vergangen waren. »Nach Norden«, erwiderte sie. »Ödland«, meinte er. »Das ist im Norden. Die Piste wird nur schlimmer.« »Wohin wolltest du?« »Nach Süden«, antwortete er und sie glaubte ihm. »Gibt es noch eine Garage? Noch ein Fahrzeug, das du irgendwo versteckt hast?« Curtin nickte mit einem verhaltenen, nervösen Grinsen. »Natürlich. Du warst schon immer schlau«, gestand er ihr zu. »Wir hätten ein äußerst effizientes Team sein können.« »Nein«, widersprach sie. »Hätten wir nicht.« »Ja.« »Du hast recht.« »Du warst immer zu schwach und hättest alles ruiniert.« Diana schnaubte. »Und das habe ich auch getan.« »Dier alles ruiniert.« »Es hat mich nur fünfundzwanzig Jahre gekostet.« Curtin nickte wieder. »Ich hätte dich umbringen sollen, als ich die Gelegenheit bot.« Diana lächelte. »Also wenn das nicht die Antwort eines Schwächlings und Feiglings ist.« »Der verpassten Gelegenheiten nachtrauern.« Sie drückte ihm die Pistole fester ins Genick. »Fahr«, befahl sie. Sie warf einen heimlichen Blick aus dem Fenster. Der Wald war ausgedünnt, die Piste felsiger und staubiger. Es gab Meergestrüpp. Im Osten kroch das erste schwache Licht über den Kamm der Berge. Sie schienen an Höhe gewonnen zu haben, das Gelände um sie herum wurde rauer. Der Wagen traf auf nacktes Schiefergestein, kam ins Schlingern und sie hätte fast den Abzug gedrückt. »Ich denke, das ist weit genug«, meinte Diana. »Halt an!« Curtin folgte ihrem Befehl. Sie stiegen aus und machten sich auf den Weg durch das erste matte Grau des Sonnenaufgangs. Ehemann vorweg. Die Frau ein paar Schritte hinter ihm, die Schusswaffe in der Hand. Diana sah am fernen Horizont einen rötlich-gelben Streifen und ihr Pfad war im ersten schwachen Morgenlicht bald deutlich zu erkennen. Wortlos marschierten sie einen kleinen felsigen Hügel hinauf, der sich über einer schmalen Schlucht erhob. Es schien ein verlassener Ort zu sein, bar jeden Lebens und fern jeder Zivilisation. Diana roch den Moder der Uhrzeit in der Luft, der mit dem frischen Hauch des neuen Tages kämpfte. »Das reicht«, entschied sie. »Ich glaube, wir sind weit genug gekommen. Weißt du noch, wie es bei unserer Trauung hieß? Du hast es einmal in einem Brief geschrieben.« Der Mann, den sie als Jeffrey Mitchell gekannt hatte und jetzt als Peter Curtin, blieb stehen und drehte sich zu seiner Ex-Frau um. Er antwortete nicht direkt auf ihre Frage, sondern sagte stattdessen »Fünfundzwanzig Jahre«. Er lächelte. Das Grinsen eines Skeletts. Er trat ein wenig näher, mit ausgebreiteten Armen, aber auch sprungbereit. »Es ist viel Zeit vergangen. Wir haben einiges durchgemacht. Es gibt eine Menge zu erzählen, nicht wahr?« »Nein, gibt es nicht«, widersprach sie. Und dann schoss sie ihm in die Brust. Der Knall des Schusses schien in die Leere der Schlucht zu stürzen, von den Wänden abzuprallen und im verblassenden Dunkel des Himmels nachzuhallen. Der Mann, den sie einmal geheiratet hatte, taumelte mit ungläubig aufgerissenen Augen zurück, während sich auf seinem schwarzen Pullover ein großer, feuchter Fleck ausbreitete. Er öffnete den Mund, als wollte er etwas sagen, doch die Worte blieben ihm im Hals stecken. Dann stolperte er, wie eine Marionette, deren Fäden jemand durchtrennt, bevor er schließlich nach hinten kippte und vom Felsen rutschte. Eine einzige Sekunde lang verharrte er im freien Fall, dann verschwand er vor ihren Augen. Sie horchte, bis sie irgendwo tief unten den dumpfen Aufschlag seines Körpers auf dem harten Boden hörte. Diana setzte sich auf ein Findling und ließ mit einem scheppernden Geräusch die Pistole fallen. Sie fühlte sich plötzlich erschöpft, alt und müde, dachte sie. Alt und müde und sterbend. Sie griff in die Tasche und zog ein Pillendöschen heraus. Sie starrte einen Moment darauf und fand es plötzlich seltsam, dass sie seit Stunden, seit es am Abend dunkel geworden war, nicht den leisesten Anflug von Schmerzen oder von der Krankheit gespürt hatte. Doch sie wusste, wie listig der Krebs war. Keinen Deut weniger hinterhältig als der Mann, den sie gerade getötet hatte. Und so schüttete sie sich mit einer einzigen energischen Geste trotzig den gesamten Inhalt des Döschens in die Hand, schloss sie einen Moment zur Faust und schob sich alle Tabletten auf einmal tief in den Mund, bevor sie den Kopf zurückwarf und fest schluckte. Erst jetzt dachte sie an ihre Kinder. Sie wusste, dass ihr einstiger Mann bei all den Lügen in einem Fall die Wahrheit gesagt hatte. Sie waren am Leben und frei. Sowohl von ihm als auch von ihr und ihrer Krankheit. Sie glaubte, dass auch sie jetzt endlich ihre Freiheit hatte. Bei dem Gedanken wurde ihr warm. Sie lehnte sich an den Fels zurück, fand ihn überraschend bequem, wie das weichste Bett mit den bequemsten Kissen. Sie atmete tief ein. Sie fand die Luft so kühl und erfrischend wie das Wasser der kältesten und klarsten Becher aus ihrer Kindheit. Dann wandte Diana ihr Gesicht langsam der aufgehenden Sonne zu und wartete geduldig, bis ihr alter Gefährte Tod sie fand. Epilog Die Psychologie-Klausur zur Semesterhalbzeit Es dauerte fast zwei Wochen, bis ein Helikopter der Staatssicherheit, der über das weitflächige Naturschutzgebiet im Norden des Staates hinaus seine Rasterfahndung ausgedehnt hatte, Diana Claytons Leiche fand. Die Nachricht kam an dem Morgen, an dem sowohl Jeffrey als auch Susan aus dem Krankenhaus in New Washington entlassen werden sollten. Zwei Tage, nachdem der Kongress der Vereinigten Staaten von Amerika mit überwältigender Mehrheit dafür gestimmt hatte, den 51. Bundesstaat in die Union aufzunehmen. Frustriert hatte Jeffrey, obwohl noch nicht wieder bei Kräften, mit den Chirurgen gestritten und verlangt, aus dem Krankenhaus entlassen zu werden, um die Suchtrupps der Staatssicherheit zu begleiten, die vom Haus am Buena Vista Drive ausgeschwärmt waren, um unter die Ereignisse jener Nacht einen Schlussstrich zu ziehen. Doch dies hatten ihm die Ärzte verweigert. Susan, die sich in ihrem Bett erholte, blieb gelassener, als würde sie auch so bis ins letzte Detail wissen, was in den Stunden nach der Flucht ihres Vaters aus dem Musikzimmer und nachdem sie und ihr Bruder vor Anspannung, Blutverlust und Schock das Bewusstsein verloren hatten, dort draußen geschehen war. Erstaunlicherweise war es dem Hubschrauberteam gelungen, Dianas Leiche vom Rand der Schlucht zu bergen, während die steile Landschaftsformation es daran hinderte, zu den sterblichen Überresten von Peter Curtin in den Canyon hinab vorzudringen. Gleichwohl hatte man ihn aus der Luft entdeckt, doch für die Bergung wäre ein Team von erfahrenen Bergsteigern nötig gewesen. Einen solchen Aufwand wollte der Direktor der Staatssicherheit, Mr. Manson, nicht bewilligen. Er hatte sich am Tag ihrer Entlassung bei ihnen im Krankenhaus blicken lassen. In streinster Laune wegen der Kongressabstimmung war er an ihr Bett geheilt und das trotz eines Sitzungsmarathons zur Planung flächendeckender Freuden Feste im Bundesstaat am kommenden Wochenende. Feuerwerke, Löschzüge mit heulenden Sirenen, Blaskapellen, puschelschwingende Cheerleader, Pfadfinderparaden auf den Hauptstraßen sämtlicher neuer Städte, denkwürdige Ansprachen und schulterklopfende Gratulationen. Ein einziges rot-weiß-blaues Straßenfest mit Hotdogs, Limonade und Rootbier wie in den guten alten Zeiten. Ein Ereignis, das sich vor dem 4. Juli nicht zu verstecken brauchte, auch wenn ihnen ein kalter Wind um die Ohren pfiff. Sie können natürlich leider nicht dabei sein, erklärte er Bruder und Schwester fröhlich. Bedauerlicherweise sind ihre Visa abgelaufen. Manson überreichte Jeffrey an Susan Schecks und fügte an Susan Gewand hinzu, natürlich hatten wir mit ihnen kein Arrangement wie mit ihrem Bruder, doch es erschien uns nur fair. Schweigegeld, erwiderte Susan. Halt die Klappe, Knete. Die Mann, konterte Manson gewitzt, genauso gut ausgeben kann wie jedes andere Geld, vielleicht sogar besser. Ich nehme an, die junge Miss Lewis wird ebenfalls für ihre Verletzung und ihr Schweigen entschädigt. Vier Jahre College-Stipendium, ebenso eine Therapie auf Staatskosten, eine Hochstufung von einem braunen Wohnviertel in ein Blaues für ihre Familie, ebenfalls vom Steuerzahler spendiert, eine neue Stelle mit Gehaltserhöhung für den Vater, dasselbe für die Mutter, ach so, ja, als kleines Extra haben wir noch ein paar Autos draufgelegt, damit sie etwas stilvoller zu ihren neuen Arbeitsplätzen pendeln können. Genauer gesagt, gehörten diese Fahrzeuge ihrem verstorbenen Vater und ihrer bösen, bösen Stiefmama. Wir haben noch ein paar kleine Vergünstigungen dazu gepackt. Jedenfalls war es äußerst leicht, sich mit der Familie und der jungen Frau selbst handelseinig zu werden. Ich meine, immerhin gefällt es ihnen hier, und sie hatten wirklich keine Lust wegzuziehen oder in diesem speziellen Fall die Pferde scheu zu machen. Sie können trotzdem nicht verhindern, dass geredet wird, beharrte Susan. Meinen sie tatsächlich, fragte Manson zurück. Doch, ich denke schon. Die Leute sprechen nicht gerne über derlei Dinge. Sie wollen nicht glauben, dass sie passieren können, ausgerechnet hier. Deshalb glaube ich eher, dass sie schweigen werden, sich vielleicht mit ein paar Albträumen herumschlagen, aber schweigen. Manson beugte sich nach unten und öffnete eine Aktentasche. Er zog eine zwei Wochen alte Ausgabe der New Washington Post heraus und warf sie Susan hin. Sie las die Schlagzeile. Tödlicher Unfall einer Staatsbeamtin bei Schießübung. Neben der Meldung prangte ein Foto von Carol Ann Curtin. Susan starrte es an und drehte sich zu ihrem Bruder um. Jeffrey schüttelte den Kopf und warf einen Blick auf den Scheck, den Manson ihm übergeben hatte. Dieses Ende ist teuer erkauft. Sie haben ein ganzes Mitgefühl, aber Ihre Mutter wäre, soviel ich weiß, ohnehin nicht viel Zeit ge... Stimmt, schnitt ihm Jeffrey das Wort ab. In seinem Ton schwang Ärger mit. Aber wie hoch ist der Preis für ein halbes Jahr? Eine Woche? Einen Tag? Ja, eine Minute? Für ein Kind ist jede Sekunde kostbar. Manson lächelte. Professor, mir scheint, Sie stellen Fragen, die Ihre Mutter bereits mutig beantwortet hat, und alle weiteren Fragen können Ihr Verdienst nur schmälern. Jeffrey schloss für einen Moment die Augen. Sie sind ein sehr cleverer Mann, Mr. Manson, musste er zugeben. Auf Ihre Weise stehen Sie meinem Vater in nichts nach. Manson lächelte weiterhin. Ich nehme an, das war als Kompliment gemeint. Sie verlassen uns bald. Heute wäre ein guter Tag dafür. Er hat diesen Brief nie an die Zeitung geschickt, oder? denjenigen, der Sie so in Panik versetzt hat und der uns zu seinem Haus geführt hat. Aber Sie hatten noch mal Glück, nicht wahr? Die ganze Wucht dieser negativen Publicity ist Ihnen erspart geblieben. Nein, sagte Manson und schüttelte den Kopf. Er hat diesen Brief nicht abgeschickt. Da haben wir wirklich Glück gehabt. Fragt sich bloß, wieso nicht, warf Susan ein. Es gibt mit Sicherheit einen Grund, überlegte Jeffrey. Es gab für alles einen Grund. Wir wissen lediglich nicht, was es in diesem Fall war. Er wandte sich in den Politiker, der auf einem unbequemen Sessel saß, vor Freude über die glückliche Wendung des Schicksals jedoch gegen solche Unannehmlichkeiten völlig unempfindlich schien. Sie wissen so gut wie ich, dass er gewonnen hätte. Er lag absolut hundertprozentig richtig in Bezug auf die Wirkung, die sein Brief gehabt hätte. Sie hätten das nächste halbe Jahr damit zugebracht, jedem Käseblatt der Nation fadenscheinige Entschuldigungen und Lügen aufzutischen. Und die Kongressabstimmung? Ich weiß nicht. Oh, machte Manson mit einer dezenten, abwinkenden Handbewegung. Das war mir klar. Das war mir schon lange klar. Die öffentliche Meinung ist wankelmütig. Sicherheit ist eine fragile Angelegenheit. Man kann nur bis zu einem gewissen Punkt die Wahrheit verschleiern. Irgendwann kommt sie ganz Licht oder schlimmer noch, es entsteht eine Art Mythos, ein Gerücht oder etwas, das man eine urbane Legende nennt. Für mich, Professor, ist die einzige Frage, die bleibt, wieso hat er erst alles daran gesetzt, sie, ihre Schwester und ihre verstorbene Mutter hierher zu bringen? Wieso hat er alles getan, um die Entstehung dieses Bundesstaates zu torpedieren und dann doch nicht die letzte Konsequenz gezogen, die ihm tot oder lebendig den gewünschten Erfolg gebracht hätte. Das finde ich höchst eigenartig, sie nicht. Das macht mir zu schaffen, gab Jeffrey zu. Manson lächelte. Er stand auf und streckte die Glieder. Nun ja, meinte er in einem Ton, der das Ende der Diskussion signalisierte. Diese Sorge können Sie mit nach Hause nehmen. Er nickte Susan Clayton noch einmal zu und verließ, ohne ihnen die Hand einzuschütteln, den Raum. Nicht weit von Lake Placid, tief im Herzen der Adirindic Mountains, gibt es eine Stelle, die man den Beer Pond nennt und die nur mit einem Kanu über den größeren Upper Sand Regis Lake zu erreichen ist. Die Fahrt führt an den handgeschlagenen Holzblöcken der großen, uralten Anwesen vorbei, die sich das ganze Ufer entlang erstrecken, bis man zwischen dem Spalier der dunkelgrünen Kiefern und Fichten an einen kleinen Landesteg gelangt. Dort muss man das Kanu eine halbe Meile weit auf einem schmalen Pfad zu einem kleineren morastigen Gewässer tragen, das sich über seine gesamte Ausdehnung in eine dichte Seerosendecke und in Schweigen hüllt. Dieser kleine See ist namenlos. Dann gibt es noch einen zweiten Pfad, auf dem man das Kanu schultern muss. Keine 80 Meter lang, von Kiefernadeln und dem ersten weißen Pulverschnee bedeckt, der in diesem Teil der Welt mit dem Polarwind aus dem Norden kommt und einen strengen Winter verspricht, denn in dieser Gegend sind alle Winter streng. Am Ende dieses zweiten Pfads beginnt der Bierpond. Das Ufer ist felsig, grauer Granit, der in die leuchtend grünen Wälder rings um den See übergeht. Das Wasser ist kristallklar und tief. In dieser verborgenen Welt entdeckt man die reglosen, schimmernden Gestalten der Regenbogenforellen. Es ist ein Ort, der nur wenige Kompromisse kennt, von einer frostigen Schönheit und einer Stille, die nur gelegentlich vom überirdischen Lachen eines Seetauchers unterbrochen wird. Fischadler kreisen in der eisblauen Luft über dem kleinen See und lauern auf die eine oder andere Forelle, die sich tollkühn allzu dicht an die Oberfläche wagt. Es war Susans Idee gewesen, Dianas Asche hierher zu bringen. Bruder und Schwester hatten einen alten Angelführer gefunden, der sich bereit erklärte, sie zu begleiten. Der Morgen war klar, es lag Frost in der Luft. Die Seen waren noch nicht vereist. Nur eine kleine Brise, ein kalter Wind, der durch den strahlenden Sonnenscheinstob erinnerte daran, dass diese Welt bald ihre Pforten schließen wurde. Die Feriendomizile der Reichen, vor einem Jahrhundert von den Rockefellers und den Roosevelt's erbaut, waren jetzt verbrettert und verwaist. Sie waren allein auf dem See. Der Führer übernahm das Heck, Jeffrey den Bug und im Takt paddelten sie zügig gegen die Kälte an. Während die aschfarbenen Paddel ins eisige Wasser tauchten, sah Susan ein kleines Metallkästchen mit der Asche ihrer Mutter in der Hand, in der Mitte des Kanus unter einer rot karierten Decke und lauschte auf das rhythmische Plätschern des Wassers an der Bootswand. Als sie das Ufer des Beerpond erreichten, schien die Brise sich zu legen. Das Kanu knirschte auf dem Kies und Susan entdeckte das erste dünne Eis, das sich am Rand des Wassers bildete. Der Führer ließ sie allein, um in der Mitte einer bescheidenen Lichtung den nassen Schnee beiseite zu räumen und ein kleines Feuer vorzubereiten. Wir sollten etwas sagen, schlug seine Schwester vor. Wozu? entgegnete Geoffrey. Seine Schwester nickte, holte mit dem Arm aus und streute die Asche in großem Bogen in den See. Sie blieben eine Weile stehen und sahen zu, wie die Asche sich ausbreitete und schließlich wie Rauchwölkchen im klaren Wasser unterging. Was hast dir jetzt vor? fragte Geoffrey. Ich denke, ich gehe nach Hause, wo es die ganze verdammte Zeit über warm ist, und sobald ich da bin, werfe ich meinen Skiff an. Dann fahre ich bis zu einer seichten Stelle, wo sonst keiner hinkommt und lasse mich einfach treiben. Ich genieße die Salzluft, bis sich ein alter Pompejno blicken lässt, der nach einem Leckerbissen sucht und mir nicht allzu viel Beachtung schenkt. Dann halte ich ihm eine kleine Krabbenfliege direkt unter die Feinschmeckernase und bereite ihm eine Überraschung, wenn er den verdammten Haken zu spüren bekommt. Ich denke, das werde ich tun. Geoffrey schmunzelte. Er zog gegen die wachsende Kälte die Schultern hoch. Klingt vernünftig, lege die Themen für meine Lehrveranstaltung fest, bereite die Seminare für Semester vor, lass mich auf endlose unglaublich langweilige und letztlich fruchtlose Diskussionen mit den Institutskollegen ein, stehe für den nächsten Haufen undankbarer ungebildeter und zumeist verhätschelter Studenten bereit, die an die Uni kommen. Klingt nicht halb so aufregend, wie das, was du vorhast. Susan lachte. Zeigt nur, wie sehr wir uns unterscheiden, nehme ich zumindest an. Sie blickte in die endlose Weite des blauen Himmels. Es ist so klar, seufzte sie, aber ich glaube, es gibt bald heftigen Schnee. Noch heute Abend stimmte Geoffrey zu, spätestens morgen. Sie kehrten zusammen dem See den Rücken. Jetzt sind wir wohl Weisen, sagte sie. 107 Studenten hatten sich für seinen Einführungskurs über Verhaltensstörungen eingeschrieben. Den Mordspaß ließ sich keiner entgehen. Er hielt seine üblichen Vorträge über vorsätzlichen Mord und krankhafte Täter und baute einen Exkurs über das Wutsyndrom und Massenmörder ein. Er widmete eine ganze Stunde dem Düsseldorfer Mörder Peter Kürten, der im 51. Bundesstaat seinem Vater Pate gestanden hatte. Er fragte sich, wieso sein Vater ausgerechnet diesen Mörder zu solchen Ehren kommen ließ. Kürten war ein Unmensch gewesen, war selbst aus einer inzestiösen Beziehung und Missbrauch hervorgegangen. Ein Perverser mit charmanten Manieren, der seinen Opfern nicht die geringsten Gefühle entgegen brachte. Mit Ausnahme des letzten Mädchens, das er unerklärlicherweise aus der Folter entließ, nachdem Wieso er beschloss, sie gehen zu lassen, nachdem zweifellos ein Dutzend andere nicht minder verzweifelt und Gnade gebettelt hatten, blieb sein Geheimnis. Natürlich war sie geradewegs zur Polizei gelaufen, die wiederum direkt zu Kürten marschierte und ihn zusammen mit seinen Anhängseln verhaftete. Er hatte nicht den geringsten Fluchtversuch unternommen, noch er ist der Mühe wert gefunden, sich im anschließenden Gerichtsverfahren zu verteidigen. Der bleibende Eindruck, der sich Kürtens Scharfrichtern einprägte, war das Gefühl, das ihn erregte, sich vorzustellen, wie sein eigenes Blut aus ihm heraus spritzte, nachdem das Fallbeil seinen Hals durchtrennt hätte. Kürten schritt grinsend zum Schafott. Sein Vater, so glaubte Geoffrey, hatte das Böse verehrt. Die Klausur zur Semesterhalbzeit bestand in einem Essay, der auf Prüfungsbögen innerhalb einer Stunde verfasst werden musste. Die Studenten strömten schweigend in den Hörsaal und machten mirrische Gesichter, als empörte sie die Zumutung, ihre Kenntnisse unter Beweis stellen zu müssen. Sie füllten die Reihen, während er auf die Uhr sah und die Zeit im Auge behielt. Er ließ die allseits bekannten Mappen mit den Prüfungsbögen austeilen und sah zu, wie die Studenten ihren Namen auf die Hüllen schrieben. Also, sagte er, es wird nicht geredet. Falls Sie einen zusätzlichen Bogen brauchen, heben Sie die Hand und ich bringe Ihnen einen. Noch Fragen? Ein Mädchen mit gegelter Stachelschweinfrisur hob die Hand. Können wir gehen, falls wir früher fertig sind? Wenn Sie wollen, erwiderte Jeffrey. Er nahm an, dass sie entweder einen anderen Termin hatte oder nicht vorbereitet war und nicht den halben Vormittag damit vergeuden wollte, herumzusitzen, ohne die Fragen beantworten zu können. Er schaute sich noch einmal um und sah sonst keine erhobene Hand. Er ging zur Tafel und fing an, etwas zu schreiben. Er hasste diesen Moment, in dem er mehr als hundert Studenten den Rücken kehren musste, die allesamt wütend waren, eine Klausur schreiben zu müssen. Vollkommen ungeschützt, dachte er. Wenigstens hatte es an diesem Morgen keinen Alarm gegeben. In der Ecke des Hörsaals saß ein Mann des Campus Sicherheitsdienstes auf einem Stahlrohrstuhl. Jeffrey hatte sich angewöhnt, zu jeder Prüfung einen Polizisten anzufordern. Der Officer trug kugelsichere Kleidung und ließ einen langen Schlagstock aus Grafit zwischen den Beinen baumeln. Seine Maschinenpistole hing ihm über der Schulter. Der Mann sah gelangweilt aus und bevor Jeffrey sich zur Wandtafel drehte, gab er ihm mit dem Kopf ein Zeichen wachsamer auf die Studenten zu achten. Die Klausur umfasste zwei Teile. Im ersten Teil mussten die Studenten die Menschen charakterisieren und zuordnen, deren Namen Jeffrey an die Tafel schrieb. Es handelte sich dabei um eine Reihe von Mördern, die er alle in seinen Vorlesungen behandelt hatte. Der zweite Teil bestand aus einem Essay zu einer von zwei Fragen. Auch wenn Charles Manson keinem Mörder die Hand führte, wurde er dennoch wegen Mordes verurteilt. Erklären Sie die Gründe und beschreiben Sie, welchen Einfluss er auf die Täter hatte, die entsprechende Verbrechen verübten. Erklären Sie, inwiefern dies Manson von anderen Mördern, über die wir gesprochen haben, unterscheidet. Erklären Sie Ted Bundys Attacke im Haus der Ski-Omega-Studenten Verbindung und vergleichen Sie dieses Verbrechen mit Richards Becksmord an den acht Nonnen in Chicago. Beschreiben Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Welchen Einfluss hatten diese Verbrechen jeweils auf das soziale Umfeld? Er war mit der Aufgabenstellung fertig und kehrte von der Tafel zu seinem Pult zurück. Während die Studenten sich an die Arbeit machten, griff er nach der Tageszeitung. Quer über den unteren Rand der Titelseite fand er einen Artikel, der ihn deprimierte. Ein Professor für Romanistik am benachbarten Smith College war am Abend zuvor auf seinem Weg über den Campus nach Einbruch der Dunkelheit erschossen worden. Offenbar hatte sich der Mörder von hinten angeschlichen, eine kleinkalibrige Pistole gezogen und einen einzigen Schuss in die Schädelbasis abgegeben, bevor er unentdeckt in die Nacht entschwand. Die Polizei vernahm zahlreiche derzeitige und ehemalige Studenten des Professors, insbesondere diejenigen, die in seinen Seminaren durchgefallen waren. Er hatte zu den wenigen Kollegen gehört, der in einer Zeit, in der selbst klägliche Arbeiten gute Noten einbrachten, dafür bekannt war, streng zu zensieren. Jeffrey las weiter, bis er zum Sportheil kam. Schon wieder ein Bestechungs- und Punktabzugsskandal bei der Basketballmannschaft. Er schlug den Lokalteil auf. Noch während er die Zeitung durchstöberte, schlossen die ersten Studenten die Klausur ab. Er hatte eine kleine Plastikbox vor dem Podium auf den Boden gestellt. Sie warfen die blauen Mappen hinein und verließen den Saal. Gelegentlich verweilte jemand an der Tür und Jeffrey schnappte ein paar Wortfetzen, ein Lachen oder eine Beschwerde auf. Als schließlich die Klingel das Ende der Stunde einläutete, war der Hörsaal leer. Er sammelte die Mappen ein, bedankte sich bei dem gelangweilten Polizisten und kehrte in sein kleines Büro im Psychologischen Institut zurück. Wie immer zählte er die Klausuren, bevor er mit den Korrekturen begann, um zu überprüfen, ob jeder Student seine Arbeit abgegeben hatte. Er war überrascht, als seine Strichliste auf 108 Einträge kam. Er warf einen neugierigen Blick auf den Stapel. 107 Studenten im Kurs. Niemand hatte um einen zweiten Klausurbogen gebeten. Dennoch 108 Ergebnisse. Sein erster Gedanke war, dies könne nur Teil eines ausgeklügelten Täuschungsmanövers sein. Es wäre nicht der erste Versuch. Bei einigen der kreativeren Tricks hatte Jeffrey sich gefragt, wieso diese Studenten nicht dieselbe Zeit aufs Lernen verwendet und sich den Betrugsversuch verspart hatten. Doch es lag zum Teil, so hatte er längst begriffen, auch in der Natur des modernen Bildungswesens selbst, das Pfuschen reizvoller als Lernen schien. Er zählte noch einmal. Es blieb beim selben Ergebnis. Jeffrey blätterte den Stapel durch und war gespannt, was sich jemand bei diesem Manöver gedacht hatte, als er sah, dass auf einer der blauen Mappen der Name fehlte. Er seufzte und vermutete, er hätte versehentlich eine Leere zu den Ausgefüllten gelegt. Er zog sie aus dem Stapel. Nur um sicher zu gehen, schlug er sie auf. In der Mappe lag ein handgeschriebener Zettel. Offensichtlich wäre es ein leichtes, den Professor zu töten, der einem so viel genommen hat. Eine Möglichkeit bestünde darin, das wahre Motiv für den Mord zu verschleiern. Zu diesem Zweck könnte man etwa wahllos Professoren nahegelegener anderer Universitäten und Colleges töten. Erst zwei andere, dann die eigentliche Zielperson und dann noch einmal zwei. Du wirst dieses Schema zweifellos erkennen, Professor. Bei Gatha Christie findest du es in Die Morde des Herrn ABC, geschrieben 1935, vor fast einem Jahrhundert. In diesem Buch gelingt es einem klugen Belgier, einem Mann, der eine romanische Sprache spricht, das Komplott zu dich schauen. Ich frage mich, ob der Roman noch aufgelegt wird. Und ich frage mich auch, ob irgendjemand bei der hiesigen Polizei so klug ist wie Hercule Poirot. Aber das ist nur eine Idee. Ich wüsste noch andere Möglichkeiten. Unser Vater hat mir eine Menge beigebracht. Er hat mir immer eingeschärft, ich müsste mir eine umfassende Bildung zulegen, um es mit dem Professor Tod aufzunehmen. Die neue Welt zu vernichten, in der ich groß geworden bin, ist vermutlich weniger schwierig. Und deshalb denke ich, dass ich entweder morgen oder auch erst nächstes Jahr in den 51. Staat zurückkehre. An unserem letzten gemeinsamen Abend habe ich mich mit unserem Vater darüber ausgetauscht, wie ich ihre selbstgefällige Wahnvorstellung vollkommener Sicherheit gründlich zunichte machen kann. Ich wollte dich nur wissen lassen, dass ich mich wieder bei dir melde, wenn ich soweit bin. Die Nachricht war nicht unterzeichnet, was ihn nicht überraschte. Jeffrey Clayton hatte das Gefühl einer großen Leere. Es hatte nichts mit der Angst vor einer Bedrohung zu tun oder auch nur mit Enttäuschung. Er hatte das Gefühl, mit einem Schlag viel gelernt zu haben. Und ihm kam der Gedanke, dass Wissen vielleicht das Einzige war, was ihn von seinem Vater und Männern seines Schlages unterschied. Er spürte, wie sich sein Gesicht zu einem trockenen Lächeln verzog, als er endlich begriff, wieso sein Vater seinen sensationellen Brief an die Zeitung nicht abgeschickt hatte. Weil er wusste, was er hinterließ. Eine andere Art von Vermächtnis. Und was er hinterlassen hatte, besaß das Potenzial, seine eigenen Fähigkeiten bei Weitem zu übertreffen. Väter und Söhne. Jeffrey legte die Mappe beiseite. Er begrüßte die Information, so beunruhigend sie war, mit einem kühlen, unerbittlichen Enthusiasmus. Er starrte ein letztes Mal auf die Botschaft und erkannte, dass der tote Professor auf der Titelseite der Morgenzeitung die handschriftliche Notiz ergänzte. Er vermutete, dass er eigentlich Angst haben sollte, stellte jedoch fest, dass ihn die Situation faszinierte. Und beflügelte. Er schüttelte den Kopf. Es sei denn, ich finde dich zuerst, sagte er stumm zu dem Phantom seines Bruders. Er schüttelt die Mappe aus. Er schüttelt die Mappe aus. Er schüttelt die Mappe aus.